Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Valerie hatte sich mit dem Laptop und ihren Unterlagen in ihr Lodgezimmer zurückgezogen, um in Ruhe arbeiten zu können. Gabriels Stimmung war immer gereizter geworden, je länger sich die Suchaktionen hinzogen. Bisher hatte noch niemand eine Spur von den Verbrechern oder dem Kind entdecken können, und das machte sie alle nervös. Ihrer Erfahrung nach ging es selten gut aus, wenn die Ergreifung von Flüchtigen so lange dauerte. Entweder verschwanden sie spurlos oder sie waren am Ende so verzweifelt, dass sie jeden töteten, der ihnen in die Quere kam. Da Gabriel nicht zulassen würde, dass Russell Davis weiterhin frei herumlief, spitzte sich die Situation immer mehr zu. Noch mussten die Mörder im Park sein. Es gab für sie momentan keine Möglichkeit, ihn zu verlassen. Mitten in der Wildnis konnten sie kein Auto anhalten, und zu Fuß würden sie erst im Laufe des morgigen Tages wieder die Zivilisation erreichen. Der Transport mit einem Hubschrauber war auch ausgeschlossen. Der gesamte Luftraum über dem Park war für jeden außer den zuständigen Behörden gesperrt. Der Druck auf die Entflohenen wurde immer höher. Es war nur eine Frage der Zeit, wann Russell Davis explodieren und jeden in seiner Nähe mit in den Abgrund ziehen würde. Beklommenheit erfasste Valerie, als sie sich vorstellte, dass das rothaarige Mädchen mit den großen hellbraunen Augen und den Sommersprossen bereits tot sein könnte. Da sie nichts aktiv tun konnte, bis sie die Häftlinge aufgespürt hatten, beschloss sie, noch mehr über sie herauszufinden. Nichts in Demmons Akte deutete darauf hin, dass er mit einem Mörder wie Russell Davis gemeinsame Sache machen würde. Andererseits konnte der Gedanke an Freiheit ihn auch dazu getrieben haben. Drei Jahre im Gefängnis mit Ausblick auf 22 weitere würden wahrscheinlich jeden dazu verleiten, die Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen. Demmon Thomas wurde von allem als ein sehr ausgeglichener Mann beschrieben, der nur in Notwehr zu körperlicher Gewalt greifen würde. Wie kam es also, dass er überhaupt wegen Mordes im Gefängnis saß? Das war es, was sie eigentlich herauszufinden versuchte. Deshalb las sie auch immer wieder die gleichen Unterlagen und Informationen durch, egal, wie sehr ihre Augen brannten und wie müde sie war. Valerie warf ihren Stift auf den kleinen Tisch und lehnte sich in dem zwar schönen, aber nicht wirklich bequemen Stuhl zurück. Mit beiden Händen rieb sie sich über das Gesicht. Dann schob sie die Finger frustriert in ihre kurzen Haare. Es passte alles nicht zusammen. Was trieb ein Mann, der von allen als sehr umgänglich und freundlich bezeichnet wurde, der eine große Familie und viele Freunde hatte und sich gerne in der Natur auffiel, dazu eine junge Frau zu töten, mit der er nur eine kurze Affäre gehabt hatte. Natürlich wusste sie, dass nicht allen Mördern ihr Charakter so deutlich ins Gesicht geschrieben stand wie Russell Davis. Wie oft wurden Täter gefasst, die von anderen als freundlich oder sogar charmant beschrieben wurden. Von deren grausamen Taten nicht einmal die Ehefrauen oder Eltern etwas ahnten. Nachdenklich betrachtete sie sein Foto und zuckte zusammen, als plötzlich ihr Handy klingelte. Auf dem Display leuchtete eine ihr unbekannte Nummer auf und Valerie wurde von einer Unruhe erfüllt, die sie sich nicht erklären konnte. Zögernd nahm sie das Gespräch entgegen. Hays? Spreche ich mit jemandem vom FBI? Die leise Frauenstimme klang nervös. Ja, ich bin Agent Hays. Mit wem spreche ich? Eine längere Pause entstand, während der Valerie nur schweres Atmen hörte. Hallo? Ihre Nackenhaare stellten sich auf. Ich bin Rhian Henderson, Demons Schwester. Angespannt beugte Valerie sich vor. Woher haben sie meine Nummer? Es kam ihr seltsam vor, dass gerade sie angerufen wurde. Normalerweise wäre der Anruf an den Special Agent in den Charge weitergeleitet worden. Und das war Gabriel. Ich hatte bei dem zuständigen Detektiv angerufen, ich glaube, er heißt Heron, und er hatte mich an sie verwiesen, weil sonst niemand vom FBI frei ist. Stimmt. Die anderen befanden sich vermutlich noch in der Besprechung. Eigentlich war Valerie auch ganz froh, dass Demons Schwester bei ihr anrief. Vielleicht konnte sie ein wenig Licht in das Dunkel bringen. Was kann ich für sie tun? Wieder zögerte die Frau. Vorhin waren zwei Agenten bei mir, die mir erzählt haben, dass Demons Transportbus ein Unfall hatte und dass Demons seitdem verschwunden ist. Ja, Valerie presste die Lippen zusammen, um die Fragen zurückzuhalten, die sie zu gerne stellen wollte. Können Sie mir sagen, ob er inzwischen gefunden wurde? Miss Henderson? Sie unterbrach Valerie. Ryan, bitte, ich muss wissen, wie es ihm geht, sonst werde ich noch verrückt. Ihre Kollegen sagten, dass Wachleute umgebracht wurden. Aber so etwas würde Demons nie tun. Ich kenne meinen Bruder, er hat noch nie jemandem etwas angetan. Er wurde wegen Mordes verurteilt. Zu Unrecht. Er hat Bella nicht umgebracht. Dafür gab es überhaupt keinen Grund. Sie waren schon lange nicht mehr zusammen. Und davor auch nur kurze Zeit. Außerdem waren sie immer noch locker befreundet. Da gab es kein böses Blut. Das war interessant. Diese Information stand nicht in ihren Unterlagen. Rasch machte sich Valerie eine Notiz dazu. Auf jeden Fall schien Ryan völlig davon überzeugt zu sein, dass ihr Bruder unschuldig war. Logisch, wenn sie sich nahe standen. Aber trotzdem verstärkte es Valeries eigene Zweifel. Könnten Sie sich vorstellen, dass er ein kleines Mädchen entführt? Was? Oh Gott, nein, auf keinen Fall. So etwas würde Demons nie tun. Er liebt Kinder. Er hat sich früher immer um unsere Kinder gekümmert und … Sie brach ab und ein leises Schluchzen war zu hören. Valeries Kehle zog sich zusammen. In Riannes Stimme hat er ein solches Entsetzen gelegen und ihre Antwort war so prompt gekommen, dass Valerie keinen Zweifel an ihrer Aussage hatte. Es dauerte einen Moment, bis Demons Schwester widersprechen konnte. Sagen Sie mir bitte, dass kein Kind entführt wurde. Wir wissen es nicht genau und ich darf auch nicht darüber reden. Valerie blickte auf Demons Foto und entschied dann, seiner Schwester die Wahrheit zu sagen. Bisher haben wir Demons und den zweiten Entflohene noch nicht gefunden. Aber das werden wir. Und es sieht für ihren Bruder nicht gut aus, wenn er sich nicht stellt. Ich … Ich weiß, aber bitte … Könnten Sie darauf achten, dass ihm nichts passiert? Demons ist kein schlechter Mensch. Valerie seufzte lautlos. Verzweifelte Angehörige gingen ihr immer besonders nahe. Wenn es irgendwie möglich ist, werden wir ihn ohne Gewaltanwendung verhaften. Das geht aber nur, wenn er sich freiwillig ergibt. Danke, Agent Hayes. Dürfte ich Sie bitten, mich zu informieren, wenn es soweit ist? Riennes Stimme zitterte. Natürlich. Valerie ließ sich die Telefonnummer geben und beendete dann das Gespräch. Ausgelaugt lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück. Das Gespräch war auf jeden Fall sehr erhellend gewesen. Die Frage war nur, was sie jetzt mit den Informationen machen sollte. Gabriel würde nicht interessieren, ob Damon Thomas Kinder mochte oder vielleicht sogar zu Unrecht im Gefängnis saß. Für ihn zählte nur, dass dort draußen zwei entflohene Häftlinge herumliefen, die unbedingt gefasst werden mussten. Das machte ihr die Situation nicht gerade leichter. Nach dem Gespräch mit Rien Henderson fühlte sie sich irgendwie dafür verantwortlich, herauszufinden, ob Damon schuldig war oder nicht. Valerie ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken und schloss die Augen. Auf diese Art würde sie Gabriel sicher nicht beweisen, wie wertvoll sie für das Team war, aber sie konnte auch nicht anders. Die ganze Sache erinnerte sie viel zu sehr an ihren Bruder. 17. Immer wieder sah Angel den Abhang hinunter in der Hoffnung, einen Blick auf Warren erhaschen zu können. Er hatte zwar gesagt, dass alles in Ordnung war, aber es hatte auch Schmerz in seiner Stimme gelegen. Und sie konnte sich nicht vorstellen, dass er die Rutschpartie ohne Verletzungen überstanden hatte, besonders da er sein Bein schon vorher nicht geschont hatte. Doch sie verstand, dass es ihm wichtiger war, seine Tochter zu finden, als sich um seine Blessuren zu kümmern. An seiner Stelle würde es ihr sicher genauso gehen. Aber das hieß nicht, dass sie seine Gesundheit aufs Spiel setzen würde. Wenn er wieder auftauchte, würde sie ihn zuerst untersuchen, bevor sie entschied, ob sie die Suche fortsetzen konnten. Unbeirrt lief Moonlight weiter und folgte Emmas Geruchsspur. Es erforderte Angels ganze Konzentration, auf dem schmalen Weg hinter ihr zu bleiben und nicht selbst abzurutschen. Bäume und die einsetzende Dunkelheit versperrten ihr die Sicht nach unten, was sie noch nervöser machte. Seltsam, wie viel sicherer sie sich gefühlt hatte, als Warren noch hinter ihr gewesen war. Dabei legte sie doch so viel Wert auf ihre Unabhängigkeit und brauchte normalerweise keinen starken Mann an ihrer Seite. Wie konnte sie sich so schnell an ihn gewöhnt haben? Angel schnitt eine Krimasse. Am Beispiel ihrer Mutter hatte sie gesehen, wie viel Unglück es bringen konnte, immer von einem Mann abhängig zu sein und nicht allein leben zu können. Nur dass es bei Jenny Burns nicht ein Mann gewesen war, sondern ständig ein neuer. Nirgends hatte sie es länger ausgehalten. Selbst einen so tollen Mann wie Hunting Beer hatte sie verlassen. Und damit nicht nur ihm, sondern auch Angel das Herz gebrochen. Immer wenn ihr Stiefvater sich unbeobachtet gefühlt hatte, war ein sehnsüchtiger Ausdruck in seine Augen getreten, an den Angel sich noch gut erinnern konnte. Aber das war Geschichte. Und es gab nichts, was sich daran noch ändern ließe. Glücklicherweise hatte sie ihre Gefühle besser unter Kontrolle als ihre Mutter und folgte nicht blindlings ihrem Herzen. Ein Knacken im Gebüsch neben ihr ließ sie herumfahren. Anstatt über die Vergangenheit nachzugrübeln, sollte sie sich lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Normalerweise war die einzige Gefahr im Regenwald die Natur selbst, und mit der kannte sie sich sehr gut aus. Doch jetzt waren zwei entflohene Mörder in der Gegend unterwegs und konnten sogar ganz in der Nähe sein. Moonlight blieb abrupt stehen und starrte in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Angel hielt die Leine strammer und bewegte sich auf die Hündin zu. Auf keinen Fall wollte sie riskieren, dass Moonlight sich mit einem wilden Tier anlegte. Die Ohren der Hündin stellten sich auf, und sie gab einen Laut von sich, der Angel verwirrte. Zaghaft begann sie mit dem Schwanz zu wedeln, dann immer stärker. Eine solch merkwürdige Reaktion hatte sie von Moonlight während einer Suche noch nie erlebt. Das Verhalten konnte nur eine Ursache haben. Ihr Herz klopfte schneller, als sie durch die Zweige spähte. Warren? Ein weiteres Geräusch? Dann ein gedämpfter Fluch. Unwillkürlich musste sie lächeln. Ja, das war eindeutig Warren, der sich gerade den steilen Hang hinaufquälte. Angel trat einen Schritt vor und hielt die Zweige beiseite. Wir sind hier. Kurz darauf kam er in Sicht. Als sie seinen Zustand sah, hielt Angel unwillkürlich den Atem an. Kratzer und Abschürfungen zogen sich über seine Arme und sein Gesicht, und er war von oben bis unten mit Schlamm bedeckt. Außerdem hielt er sich die Rippen, und Angel war sich ziemlich sicher, dass er stärker humpelte als vorher. Aber er konnte noch laufen. Das war die Hauptsache. Nichts war schlimmer, als verletzt mitten im Regenwald zu stranden. Erleichterung überzog Warrens Gesicht, als er sie entdeckte. Gott sei Dank. Du glaubst nicht, wie anstrengend es ist, sich einen rutschigen Hang hinaufzukämpfen. Doch, das weiß ich. Angel nahm ihn in Empfang und geleitete ihn zu einem Felsblock, auf dem er sich mit einem Stöhnen niederließ. Energisch baute sie sich vor ihm auf. Hast du noch andere Verletzungen als die Offensichtlichen? Nichts, das mich aufhalten würde. Warrens entschlossene Miene zeigte, dass er etwas anderes nie zugegeben hätte, selbst wenn er Schmerzen hatte. Angel nahm seine Hände in ihre und drehte sie um, damit sie sich die Handflächen ansehen konnte. Sie waren mit Schürf und Risswunden bedeckt, die unter dem ganzen Schmutz nicht richtig zu erkennen waren. Es tat ihr weh, seine kräftigen Hände in solch einem Zustand zu sehen. Am liebsten hätte sie ihn sofort verarztet, aber sie konnte ihr Trinkwasser nicht dafür verwenden, wenn sie noch weitergehen wollten. Sie blickte wieder auf und fand Warrens intensiven Blick auf sich gerichtet. Das sieht schmerzhaft aus. Er schnitt eine Kremasse. Sagen wir es so, meine Hände haben sich schon mal besser angefühlt. Hältst du es noch ein wenig aus? Ein kleines Stück von hier entfernt müsste laut GPS-Gerät ein Bach sein. Dort kannst du den Schlamm abwaschen und dann kann ich deine Wunden desinfizieren und verbinden. Ein knappes Nicken war die Antwort. Angel suchte nach einem Fleck, wo sie Warren berühren konnte, um ihm aufzuhelfen. Doch es war aussichtslos. So sah sie nur zu, wie er sich auf die Füße quälte. Als er sicher stand, konzentrierte sie sich wieder auf Moonlight, die ruhig darauf gewartet hatte, dass es weiterging. Mit der Hand fuhr ihr Angel durch das kurze Fell und kraulte die Hündin hinter den Ohren. »Braves Mädchen. Und jetzt such!« Sofort drehte Moonlight sich um und folgte wieder der Spur. Angel ließ die Leine lockerer und blickte kurz zu Warren zurück. »Bereit?« Ja, ohne ein weiteres Wort zu wechseln, gingen sie los. Es schien nicht so, als hätte Moonlight ein Problem Emmas Spur zu folgen. Vermutlich war sie inzwischen frischer. Jedenfalls deutete Angel das Verhalten der Hündin so. Die zunehmende Dunkelheit war allerdings ein Problem. Inzwischen konnten sie kaum noch den Boden vor sich sehen, was die Wanderung auf dem schmalen Grat noch gefährlicher machte. Immer wieder polterten Steine herunter, die sie unbeabsichtigt lostraten. Obwohl sie inzwischen ihre Taschenlampe herausgeholt hatte und den Weg vor sich beleuchtete, war ihr klar, dass sie bald mit der Suche aufhören mussten. Erleichtert atmete Angel auf, als sie in flacheres Gelände kamen, wo zumindest die Gefahr geringer wurde, abzustürzen. Hinter sich hörte sie Warrens unregelmäßige Atemzüge. Es war deutlich, dass er Schmerzen hatte. Deshalb holte Angel das GPS-Gerät heraus und schlug dann den Weg zu dem kleinen Bach ein. Mundleid lief willig vor ihr her. Anscheinend führte auch Emmas Spur dorthin. Was sie nicht wunderte. Die Verbrecher nutzten sicher ebenfalls jede Möglichkeit, frisches Wasser zu bekommen. Oder die Hündin war auch müde und durstig. Egal. Sie würde die Spur auf jeden Fall später wieder aufnehmen können. Wenn sie Glück hatten, gab es in der Nähe des Baches einen guten Platz, an dem sie das Zelt aufbauen konnte. Denn auch wenn Warren nichts sagte, konnte sie an seinen unregelmäßigen Schritten erkennen, dass er dringend eine Pause benötigte. In der Stille des nächtlichen Waldes war das Plätschern des Wassers gut zu hören, und sie steckte das GPS-Gerät wieder weg. Mit der Taschenlampe beleuchtete sie den Boden vor sich und warnte Warren vor Stolperfallen. Schließlich erreichten sie den kleinen Bach, dessen Ufer von Farnen und anderen Pflanzen, die die Feuchtigkeit liebten, eingefasst war. Ohne Aufforderung schlüpfte Warren aus den Riemen seines Rucksacks und setzte ihn auf die Erde. Er hob die Hände und verzog leicht darauf das Gesicht. Ich wollte mir das Hemd ausziehen, aber ich will es nicht noch blutiger machen. Ohne darüber nachzudenken trat sie zu ihm. Warte, ich helfe dir. Sie steckte die Taschenlampe in ihre Hosentasche und begann damit, Warrens Hemd aufzuknöpfen. Es war zu dunkel, um viel zu erkennen. Trotzdem schlug ihr Herz schneller, je mehr Haut zum Vorschein kam. Wie lange war es her, seit sie zum letzten Mal der nackten Brust eines Mannes so nah gekommen war? Vermutlich sehr, sehr lange. Sonst würde sie nicht so seltsam reagieren. Wirklich. Er hatte nichts, das sie nicht schon tausendmal im Fernsehen oder in Zeitschriften gesehen hatte. Durch die Dunkelheit wirkte die Situation noch viel intimer. Sie konnte nur hoffen, dass Warren nicht mitbekam, wie sehr ihr das zu schaffen machte. Sicher würde er das Klopfen ihres Herzens selbst über das Gluckern des Wassers hinweg hören. Mit zittrigen Händen öffnete sie schließlich den letzten Knopf, dicht über dem Reißverschluss seiner Hose. Einer ihrer Finger streifte die Beule darunter und Angel erstarrte. Hitze schoss ihr ins Gesicht und sie wusste, dass Warren die Röte selbst in der Dunkelheit erkennen würde. Rasch riss sie die Hand zurück und drehte sich um. Schaffst du den Rest alleine? Ja. Danke für die Hilfe. Seine Stimme strich rau über sie. Gerne. Ich muss mich um Monleid kümmern. Wenn du etwas brauchst, ruf mich einfach. Alles klar. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Warren das Hemd auszog. Einen Moment lang war sie beinahe wie erstarrt. Dann gab sie sich einen Ruck und flüchtete vor der Versuchung, ihn zu berühren. Im Licht ihrer Taschenlampe suchte sie einen geeigneten Platz, um das Zelt aufzustellen. Es dauerte nicht lange, bis sie eine relativ ebene und nicht zu stark bewachsene Fläche fand, auf der sie ihren Rucksack ablegte. Moonlight, die die ganze Zeit ruhig an ihrer Seite geblieben war, setzte sich jetzt so vor Angel, dass sie das Geschirr abnehmen konnte. Nachdem sie die Hündin davon befreit hatte, massierte sie die Stellen, an denen die Riemen gesessen hatten. Gut gemacht, Moonlight. Die Ohren der Hündin hoben sich, und sie rieb ihren Kopf an Angels Gesicht. Lachend schlang Angel die Arme um Moonlights Hals. Was würde ich nur ohne dich tun? Eine nasse Zunge strich ihr über die Wange, und Angel schob die Hündin in gespielter Entrüstung von sich. Waschen kann ich mich auch ohne deine Hilfe. Die bernsteinfarbenen Augen blickten sie unschuldig an. Ja, ja, ich weiß, du hast Hunger. Kommt sofort! Sie öffnete die Seitentasche des Rucksacks und holte den Napf und das Hundefutter hervor, die sie dort aufbewahrte. Noch bevor der Napf am Boden stand, hatte Moonlight bereits die Schnauze hineingeschoben, ein sicheres Zeichen, dass sie halb verhungert war. Normalerweise war sie deutlich zurückhaltender. Insgeheim hat der Angel gehofft, immer heute noch zu finden, aber das würde ihnen nicht mehr gelingen. Vermutlich war es die Verzweiflung, die die beiden entflohenden Häftlinge so antrieb. Jeder normale Mensch hätte schon längst eine längere Pause gemacht. Mit einem unterdrückten Stöhnen erhob sich Angel und nahm das Zelt aus dem Rucksack. Sie selbst war auch am Rande der Erschöpfung. Viel länger hätte sie nicht durchgehalten. Besonders die Schreckenssekunde, als sie beinahe vom Baumstamm in den reißenden Fluss gestürzt war, hatte sie viel Kraft gekostet. Wäre Warren nicht gewesen, hätte sie jetzt tot sein können. Die Vorstellung ließ einen Schauder über ihren Rücken rinnen. Das war eindeutig zu knapp gewesen. Sie wusste zwar, welche Gefahren hier im Wald lauerten, aber normalerweise war sie immer so vorsichtig, dass sie sicher sein konnte, unbeschadet wieder nach Hause zu kommen. Diesmal war es jedoch anders. Nicht nur in der Natur ging sie viel größere Risiken ein, sondern auch durch die Tatsache, dass Emma höchstwahrscheinlich von zwei Mördern entführt worden war. Angesichts dieser Erkenntnis hätte sie eigentlich sofort umdrehen und die Sache der Polizei überlassen müssen. Aber das konnte sie nicht, weil sie, oder vielmehr Moonlight, Emmas einzige Chance war. Es würde zu lange dauern, auf die Suchhunde der Polizei zu warten. In der Zwischenzeit konnten die Verbrecher das Mädchen bereits getötet haben. Ihr Herz pochte schmerzhaft, als sie daran dachte, was das für Warren bedeuten würde. Er liebte seine Tochter über alles, das konnte sie deutlich erkennen. Sie wollte nicht erleben müssen, dass er von ihrem Tod erfuhr oder die Leiche seiner Tochter sogar selbst fand. Energisch schüttelte Angel die negativen Gedanken ab und begann die Zeltstangen zusammenzustecken. Emma lebte noch, da war sie sich ziemlich sicher. Hin und wieder hatte sie Fußabdrücke von ihr gefunden, als es noch etwas heller gewesen war. Und da Moonlight ihrer Spur immer noch folgte, musste sie sich weiter bewegt haben. Wäre sie zu diesem Zeitpunkt schon tot gewesen, hätte es die Hündin gerochen und angezeigt. Außerdem ergäbe es dann auch für die Verbrecher keinen Sinn mehr, sie weiter mitzunehmen. Vermutlich hätten sie das Kind einfach am Wegrand liegen lassen oder eine Böschung hinabgeworfen. Ihr Magen hob sich, und Angel bemühte sich, schnell an etwas anderes zu denken. Unwillkürlich drehte sie sich um und blickte zum Bachlauf. In der Dunkelheit konnte sie nur Warrens Silhouette sehen und widerstand im letzten Moment dem Drang, den Strahl der Taschenlampe auf ihn zu richten. Wenn sie sich nicht irrte, hatte er nicht besonders viel an. Oder auch gar nichts. Angel kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Aber es half nichts. Sie war zu weit weg, um Einzelheiten im Dunkeln zu erkennen. Vielleicht war das aber auch besser so. Warren Harper noch näher zu kommen, als sie es ohnehin schon getan hatte, wäre ein ganz großer Fehler. Das konnte sie spüren. Deshalb war es besser, sich von ihm fernzuhalten, bis sie Emma gefunden hatten und er in sein normales Leben zurückkehren würde. Apropos drehte sie sich wieder um und setzte den Aufbau des Zeltes fort. Dank der vielen Übung war sie damit innerhalb kürzester Zeit fertig und hockte sich davor, um ihre Decke ins Innere zu schieben. Moonlight hatte ihr Fressen vertilgt und war zum Bach gelaufen, um dort zu trinken. Für einen Moment war Angel völlig allein, und sie genoss die Ruhe und die typischen Geräusche des Waldes. Das Rauschen der Zweige im Wind, ein Rascheln im Unterholz, das Plätschern des Baches, das Tropfen des Regenwassers aus den Mosen und Schlechten. Es klang wie … Zuhause. Für ein kalifornisches Hippie-Kind vermutlich seltsam, aber genauso war es. Als sie den Regenwald zum ersten Mal gesehen hatte, war das wie eine Offenbarung gewesen, und sie hatte gewusst, dass sie hier leben wollte. Wenn nur ihre Mutter … Was machst du da? Warrens Stimme erklang unerwartet hinter ihr, und sie zuckte zusammen. Noch immer hatte sie sich nicht daran gewöhnt, wie leise er sich bewegte. Nachdem sie ihren Gesichtsausdruck unter Kontrolle gebracht hatte, drehte sich Angel langsam zu ihm herum. Ich habe das Zelt … Sie verstummte, als ihr bewusst wurde, dass Warren sich nicht wieder angezogen hatte. Der schwache Schein ihrer Taschenlampe bildete faszinierende Reliefs auf seiner Haut. Angel schluckte schwer, als ihr Blick über seine muskulöse Brust glitt, das Dreieck dunkler Haare und die harten Brustwarzen. Am meisten faszinierte sie jedoch sein Sixpack. Wie gerne hätte sie sich vorgebeugt und … Energisch riss sich Angel zusammen und hob den Blick. Sein Gesichtsausdruck wirkte wie eine kalte Dusche, die ihr Gehirn endlich wieder anspringen ließ. Äh … Aufgebaut. Wir müssen weiter. Emma ist irgendwo hier draußen zusammen mit zwei Verbrechern, verängstigt und hungrig. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Um nicht länger auf seinen Bauch starren zu müssen, erhob sich Angel. Das verstehe ich vollkommen. Aber im Dunkel ist es einfach zu gefährlich. Ein Muskel zuckte in seiner Wange. Du hast doch eine Taschenlampe. Die hilft nur bedingt. Zögernd berührte sie seinen Arm. Warren, ich verstehe, dass du Emma so schnell wie möglich finden willst. Das will ich auch. Aber du bist schon verletzt und wir brauchen beide Erholung, genauso wie Moonlight. Davon abgesehen wäre es viel zu gefährlich, weil wir es nicht sehen würden, wenn wir uns den Verbrechern nähern. Dafür werden sie uns durch die Taschenlampen sofort bemerken, und damit helfen wir weder Emma noch uns. Ganz im Gegenteil. Sie wären mit ziemlicher Sicherheit sofort tot. Sie wissen nicht, dass wir hinter ihnen sind. Sie haben also keinen Grund, zurückzukommen und dabei über uns zu stolpern. Entweder machen sie auch Pause, wovon ich ausgehe, wenn sie keine Taschenlampe dabei haben, oder sie gehen weiter vorwärts. Die Unentschlossenheit war Warren deutlich anzusehen, doch schließlich nickte er. Du hast recht. Mit beiden Händen fuhr er sich durch die kurzen Haare. Aber wenn Emma etwas passiert, Angel wollte ihm versichern, dass seiner Tochter nichts geschehen würde. Aber sie brachte es nicht über die Lippen. Ohne darüber nachzudenken, drückte sie seinen Arm und spürte, wie er zusammenzuckte. Sofort ließ sie ihn wieder los und trat zurück. Tut mir leid. Ihr Blick wanderte automatisch zurück zu seiner nackten Brust. Willst du dich nicht wieder … anziehen? Warren hielt ihr ein Bündel Kleidung entgegen. Ich habe die Sachen ausgespült. Sie waren sowieso nass und total schlammig. Wenn du mir das erste Hilfeset aus meinem Rucksack geben könntest, kann ich die Wunden verbinden und mir etwas anderes anziehen. Angel nahm die Sachen entgegen und hängte sie über einen Busch. Setz dich auf den Baumstumpf dort und halt die Taschenlampe. Ich kümmere mich um den Rest. Warren sah erst so aus, als wollte er protestieren. Doch dann tat er, was sie ihm befahl. Sie konnte selbst nicht sagen, woher diese Seite an ihr plötzlich kam. Normalerweise hielt sie sich immer im Hintergrund und kümmerte sich um ihre eigenen Dinge. Aber das war jetzt unwichtig. Es zählte nur, Warren so schnell wie möglich zu verarzten und wieder in Klamotten zu bringen, bevor sie in Versuchung geriet, ihn zu berühren. Was ziemlich schnell passieren konnte, besonders als sie mit dem Verbandszeug zurückkam und Warren auf dem Baumstumpf sitzen sah. Seine Ellbogen hatte er auf die Oberschenkel gestützt, in einer Hand hielt er die Taschenlampe. Sie blieb vor ihm stehen und bemühte sich um einen leichten Tonfall. Du sollst dich anleuchten, nicht mich. Der Hauch eines Lächelns tauchte auf seinem Gesicht auf. Du siehst aber bedeutend besser aus als ich. Unsicher blickte sie ihn an und entschied dann, dass er nur scherzte. Sie wusste genau, dass sie im Bestfall ganz passabel aussah und unter diesen Bedingungen sicher deutlich schlechter. Zumal sie sich im Gegensatz zu Warren noch nicht gewaschen hatte. Die Wunden sind aber an deinem Körper und nicht an meinem. Warren schnitt eine Grimasse. Das stimmt allerdings. Intensiv blickte er sie an. Und ich bin froh darüber. Sie runzelte verwirrt die Stirn. Du freust dich, verletzt worden zu sein? Wenn sie nicht mal mehr einer einfachen Unterhaltung folgen konnte, war sie offenbar müder, als sie gedacht hatte, oder zu sehr von Warrens nackter Brust abgelenkt. Nein, ganz sicher nicht. Ich meinte, ich bin froh, dass du nicht verletzt wurdest. Oh, natürlich. Sie hielt die Packung mit dem Verbandszeug hoch. Wollen wir anfangen? Warren richtete die Taschenlampe auf seinen Arm. Bringen wir es hinter uns. Die Verarztung Verletzter war nicht gerade Angels liebste Tätigkeit, aber sie konnte sie erledigen, wenn es sein musste. Von ihrem Stiefvater hatte sie viel gelernt und dieses Wissen dann noch in Kursen erweitert, als sie mit dem Mantrailing begonnen hatte. Nicht immer waren vermisste Personen verletzt, aber manchmal konnte sie ihr Training dennoch gut gebrauchen. Von der ausgerenkten Schulter bis zu einem offenen Bruch war schon alles dabei gewesen. Viel konnte sie meist nicht tun. Doch es gelang ihr zumindest, die Verletzten zu stabilisieren, bis ein Rettungshubschrauber in der Nähe landen konnte. Angel nahm Petz und die antibakterielle Flüssigkeit heraus und beugte sich über Warrens Arm. Seine Handflächen waren am schlimmsten zugerichtet, tiefe Furchen zogen sich durch die Haut, an anderen Stellen war sie nur abgeschürft. Nach einem tiefen Atemzug begann sie die Kratzer zu reinigen. Ihr Magen hob sich, als sie sich vorstellte, wie sehr ihn ihre vorsichtigen Berührungen schmerzen mussten. Seine Hand lag leicht auf ihrem angewinkelten Knie, doch sie spürte kein Zucken. Erstaunt hob sie den Kopf und traf Warrens ruhigen Blick. Tut ihr das nicht weh? Es ist kein Vergleich zu meinen alten Verletzungen. Unwillkürlich sah sie zu seiner Schulter, an der sie im schwachen Lichtschein die Narben gerade noch erahnen konnte. Sie wollte ihn danach fragen, ließ es dann aber. Stattdessen beugte sie sich wieder über seine Hand. Trotzdem werde ich mich beeilen. Dafür bin ich dir dankbar. Ein Lächeln lag in seiner Stimme. Seine Nähe ließ ihre Haut kribbeln, doch sie konzentrierte sich ganz darauf, seine zahlreichen Abschürfungen und Schnitte zu verarzten. Schließlich richtete sie sich auf und streckte ihren schmerzenden Rücken. Das müsste alles gewesen sein. Oder bist du an den Beinen oder am Rücken auch verletzt? Sie wollte um Warren herumgehen, doch er sprang auf und drehte sich mit ihr Nein. Die Antwort kam viel zu schnell, um der Wahrheit zu entsprechen. Angel runzelte die Stirn. Wenn du deine Verletzungen unbehandelt lässt, können sie sich entzünden. Gerade in diesem Klima und unter diesen Bedingungen kann das gefährlich werden. Das ist mir bewusst. Seiner verschlossenen Miene war anzusehen, dass er sich nicht umstimmen lassen würde. Aber sie musste es zumindest versuchen. Warren, ich verspreche auch, mich nur um die frischen Verletzungen zu kümmern. Es ist wirklich wichtig, dass wir nichts übersehen. Emma braucht dich gesund und munter. Seine Tochter war das einzige Argument, das zu Warren durchdringen konnte. Er atmete tief durch und nickte dann knapp. Wortlos nahm ihm Angel die Taschenlampe aus der Hand und trat um ihn herum. Auf seinem Rücken fand sie einige Schrammen, die sie nur schnell säuberte, bevor sie weitersuchte. Seinen angeschlagenen Ellbogen hatte sie schon vorher behandelt und verbunden. Als sie zu seiner vernarbten Seite kam, verspannten sich Warrens Muskeln sichtbar. Um ihn zu beruhigen, legte sie ihre Handfläche auf sein Rücken. Ein Schauer lief durch seinen Körper. Sofort zog Angel die Hand weg. Warren folgte ihrer Bewegung. Nein, das fühlt sich gut an, lass die Hand dort. Er drehte den Kopf, sodass er sie ansehen konnte. Das heißt natürlich nur, wenn du es möchtest. Hitze stieg in ihre Wangen, aber sie wich seinen Blick nicht aus, als sie die Hand wieder auf seinen Rücken legte. Deshalb sah sie auch das Aufblitzen in seinen Augen. Eine Weile standen sie einfach nur da und sahen sich an. Eine Berührung an ihrem Bein ließ sie schließlich aus der Trance erwachen. Erschrocken blickte sie nach unten und entdeckte Moonlight, die neben ihr stand und mit dem Schwanz wedelte. Zögernd hob Angel den Kopf und traf Warrens Blick. Ich sollte wohl besser weitermachen, damit wir heute noch ins Bett kommen. Sein Mundwinkel hob sich ein winziges Stück und Angel wurde bewusst, was sie gerade gesagt hatte. Getrennt natürlich. Natürlich. Um einem weiteren Gespräch über das Thema Bett zu entgehen, machte Angel sich wieder an die Arbeit. Der Anblick seiner Narben stimmte sie traurig. Seine gesamte rechte Seite war vernarbt. Es sah aus, als wäre seine Haut mit Feuer in Berührung gekommen. Und sein Bein! Es war ein Wunder, dass er überhaupt damit laufen konnte, geschweige denn eine so lange Wanderung durchstand. Zahlreiche Operationsnarben wandten sich um den Unterschenkel und das Knie. Im Oberschenkel fehlte ein Stück Fleisch, als wäre es herausgerissen worden. Die Narben waren noch rot und zeugten davon, wie wenig Zeit erst seit der Verletzung vergangen war. Warren hatte viel Glück gehabt, dass er sich so gut bewegen konnte. Vermutlich war das nur seinem starken Willen geschuldet, den sie ja auch schon kennengelernt hatte. Die Narben zogen sich auch über seine Schulter und bedeckten seitlich seinen Hals. Kurz vor dem Ohr endeten sie. Angel war froh, dass sein Gesicht nicht betroffen war, denn es gefiel ihr außerordentlich gut, so wie es war. Die hohen Wangenknochen und das kantige Kinn, die lange Nase, und der zwar schmale, aber schön geformte Mund, der zum Küssen verlockte. Aber auch die Narben stießen sie nicht ab. Es war furchtbar, dass er so hatte leiden müssen und es vermutlich immer noch tat, aber es beeinflusste in keiner Weise die Art, wie sie ihn wahrnahm. Bevor sie es verhindern konnte, waren die Worte schon aus ihrem Mund. Was ist passiert? Sofort spannte sich sein Körper wieder an. Für einen Moment dachte sie, dass Warren ihr nicht antworten würde. Doch dann lockerten sich seine Muskeln und er atmete tief aus. Ich war mit einigen Männern aus meinem Team in Afghanistan auf Patrouille, als wir kurz vor dem Camp auf einen Sprengkörper fuhren. Er detonierte und riss das Fahrzeug auf. Seine Stimme wurde mit jedem Wort rauer. Ich habe es geschafft, rauszuklettern. Ein Schauder lief durch seinen Körper. Und Angel rieb beruhigend über seinen Rücken. Fast bereute sie es, ihn gefragt und damit gezwungen zu haben, dieses furchtbare Ereignis noch einmal zu erleben. Der Rest meines Teams hat es nicht geschafft. Diejenigen, die nicht bei der ersten Explosion gestorben sind, kamen bei der zweiten um, als sich das Benzin entzündet hat. Ich wurde von der Druckwelle weggeschleudert, nur deshalb habe ich überlebt. Sein Mund verzog sich, während er auf die Narben blickte. Mehr oder weniger intakt. Eine Seite meines Körpers haben die Flammen noch erwischt. Angels Kehle zog sich vor Mitleid zusammen. Es war Warren anzusehen, dass ihm weniger seine eigenen Verletzungen als vielmehr der Tod seiner Teamkameraden zu schaffen machte. Sanft legte sie ihm die Hand auf die Brust, dort, wo sein Herz schlug. Ich bin sehr froh, dass du noch lebst. Das brachte ihr ein schwaches Lächeln ein. Danke. Bis vor kurzem warst du damit die Einzige. Doch inzwischen bin ich dankbar, eine zweite Chance bekommen zu haben. Das freut mich. Angel gab sich einen Ruck und untersuchte rasch den Rest seines Körpers. Erleichtert, dass sie keine weiteren Verletzungen fand, trat sie schließlich zurück. Alles klar. Ich denke, ich habe alles erwischt. Warren drehte sich zu ihr um. Danke. Ich gehe dann mal ins Zelt und ziehe mich um. Und ich sehe, ob ich mich auch noch ein wenig im Bach frisch machen kann. Komm, Moonlight. Mit den Fingerspitzen berührte sie den Kopf der Hündin und wandte sich um. Auf keinen Fall wollte sie beobachten müssen, wie Warren in das Zelt kletterte, das sie bald mit ihm teilen würde. Und so sehr sie sich auch darüber freuen würde, ihn weiterhin halbnackt zu sehen, es war sicher besser, dass er sich jetzt anzog. Alles andere hätte ihre Willenskraft zu sehr auf die Probe gestellt. 18. Warren schloss den Reißverschluss der Fliegengase und blieb einen Moment lang still sitzen. Durch den Stoff konnte er Angel in der Dunkelheit nicht sehen. Nur ab und zu blitzte der Lichtstrahl ihrer Taschenlampe auf. Es gefiel ihm nicht, sie allein durch den Wald laufen zu lassen. Selbst wenn es nur wenige Meter waren und er sich in Rufweite befand. Nur die Anwesenheit der Hündin hatte ihn davon abgehalten, Angel seinen Schutz aufzudrängen. Und die Tatsache, dass er sich dann vermutlich nicht daran hätte hindern können, sie zu berühren. Auch wenn er nicht verstand, wie er in solch einer Situation überhaupt darüber nachdenken konnte. Es war so, und er konnte nichts dagegen tun. Irgendwann zwischen ihrem ersten Kontakt und gerade eben war sie ihm unter die Haut geschlüpft. Und so sehr er es auch versuchte, er schaffte es einfach nicht, sie aus dem Kopf zu bekommen. Obwohl ihm alles weh tat und er vor Sorge um Emma beinahe verrückt wurde, hatte er Angels Besorgnis und ihre sanften Berührungen genossen. Wenn er ganz ehrlich war, hatten sie ihn sogar erregt. Nur gut, dass Angel seinen Zustand wegen der Dunkelheit nicht bemerkt hatte. In seinen Shorts war die Erektion nicht zu verstecken gewesen. Ein Blick nach unten zeigte ihm, dass sich daran noch nichts geändert hatte. Er musste sich dringend ablenken, bevor sie ins Zelt kam. Warren zog seinen Rucksack zu sich heran und begann das auszupacken, was er benötigen würde. Seine Zähne hatte er schon am Bach geputzt. Während seiner Rutschtour war auch Schlamm in seinen Mund gelangt und er war froh, dass jetzt nichts mehr zwischen seinen Zähnen knirschte. Er nahm ein frisches T-Shirt aus dem Rucksack und schnitt eine Kremasse, als die Wunden an seinen Händen wieder zu schmerzen begannen. Vorsichtig, damit er Angels Bemühungen nicht zunichte machte, zog er sich das Shirt über den Kopf und an seinem Oberkörper nach unten. Da seine Hose noch nass war, belies er es bei seinen Shorts. Unter der Decke sollte es warm genug sein, um in der Nacht nicht zu frieren. Vermutlich würde eher das Gegenteil geschehen, wenn Angel neben ihm lag. Mit einem genervten Stöhnen schob er den Gedanken von sich und beschäftigte sich damit, das Essen aus dem Rucksack zu holen. Noch immer ärgerte er sich darüber, dass er keine Waffe dabei hatte. Wenn sie auf die Verbrecher trafen, und er weigerte sich darüber nachzudenken, dass sie entkommen konnten, würde es schwer werden, Emma unbewaffnet zu befreien. Hätte er eine Pistole, oder noch besser ein Scharfschützengewehr, hätte er die Männer aus der Entfernung unschädlich machen können, bevor sie überhaupt wussten, dass er ihnen auf der Spur war. So aber würde er in den Nahkampf gehen müssen, was es für Emma umso gefährlicher machte. Er konnte nur hoffen, dass ihm die dichte Vegetation dabei helfen würde, sich nahe genug heranzuschleichen. Wenn die Verbrecher wirklich so gefährlich waren, wie der FBI-Agent erzählt hatte, würde er Emma beim ersten Anzeichen einer Gefahr als menschlichen Schutzschild benutzen oder sie gleich töten. Oh Gott, Emma! Anstatt er wieder näher zu kommen, wie er es eigentlich gehofft hatte, hatte er sie durch den Ausflug nur in Gefahr gebracht. Er konnte sich vorstellen, wie Carol reagieren würde, wenn sie davon erfuhr. Vor Angst um ihre Tochter würde sie fast verrückt werden und ihn verfluchen. Wenn sie Emma dann, hoffentlich gesund und munter zurückbekam, würde sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit er seine Tochter nie wieder sah. Zum Teil konnte er das sogar verstehen. Aber so sehr ihm die ganze Sache auch leid tat, er war nicht bereit, auf sein Besuchsrecht zu verzichten. Emma war seine Tochter und er würde sie nie aufgeben. Ein ratschendes Geräusch ertönte und riss Warren aus seinen trüben Gedanken. Automatisch wollte er nach seiner Waffe greifen, die er nun schon seit Monaten nicht mehr trug. Stattdessen wirbelte er herum, sodass er den Eingang des Zeltes im Blick hatte. Erleichtert atmete er auf, als er erkannte, dass es Angel war, die jetzt hineinschlüpfte. Sofort machte er ihr Platz, zum Teil auch aus Selbstschutz, denn frisch gewaschen wirkte sie noch anziehender auf ihn als vorher schon. Ein überraschender Duft stieg ihm in die Nase und er lehnte sich unauffällig näher, um ihn bestimmen zu können. In diesem Moment drehte Angel sich um und blickte ihm in die Augen. Was tust du da? Leicht verlegen zuckte er mit den Schultern. Nichts. Als sie ihn nur weiter ansah, gab er nach. Du riechst so gut. Ich wollte herausfinden, woran das liegt. Ihre Augenbrauen hoben sich. Ich habe mich gewaschen. Ja, ich auch, aber ich hatte keine Seife dabei. Das wäre bei deinen Wunden auch nicht gut gewesen. Aber ich hätte dir meine anbieten sollen. Tut mir leid. Ich habe nicht daran gedacht. Ich benutze immer eine aus natürlichen Substanzen hergestellte Seife, die belastet die Umwelt nicht. Ja, das passte zu ihr. Ihn interessierte allerdings mehr die Tatsache, dass der Geruch ihre natürliche Schönheit noch unterstrich. Damit würde es ihm noch schwerer fallen, die Finger von ihr zu lassen. Er räusperte sich und wechselte schnell das Thema. Hast du Hunger? Ich könnte einen Bären essen. Sofort drehte sie sich zum Eingang um. Ich hoffe, das hat kein Bär gehört. Warren stieß ein überraschtes Lachen aus. Davor musste wohl keiner Angst haben. Ich habe allerdings nur etwas Brot und Käse anzubieten. Das hört sich gut an. Ich habe zwar auch eine Dose dabei, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich keine Lust mehr habe, den Kocher anzuschmeißen. Er blickte auf ihren Rucksack. Du hast allen Ernstes auch noch ein Kocher dabei? Wenn ich nicht weiß, wie lange ich unterwegs sein werde und vor allem in welchem Zustand die vermisste Person ist, nehme ich immer einen mit. Die Erinnerung an den Grund ihres Hierseins ließ ihn erstarren. Ich verstehe. Seine Stimme klang belegt. Angel legte ihre Hand auf seine. Entschuldige. Mühsam riss er sich zusammen. Dafür gibt es keinen Grund. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Ohne dich wäre ich hier aufgeschmissen. Sie lächelte ihm schwach zu. Das halte ich zwar für ein Gerücht, aber ich helfe dir gerne. Wir werden Emma finden. Daran musst du glauben. Warren räusperte sich und zog vorsichtig die Hand zurück. Essen wir etwas. Je schneller sie damit fertig waren, desto eher konnte er schlafen und damit alles andere wenigstens für kurze Zeit ausblenden. Jedenfalls hoffte er das. In freundschaftlichem Schweigen saßen sie kurz darauf im Zelt und füllten ihre Energiereserven auf. Mit jedem Bissen merkte Warren, wie er an Kraft gewann. Nach ein paar Stunden Schlaf sollte er wieder so gut wie neu sein. Abgesehen von den Verletzungen, die ihn aber hoffentlich nur minimal behindern würden. Auch Angel hatte wieder etwas Farbe bekommen. Dafür schien sie jedoch fast im Sitzen einzuschlafen. Deshalb entschied Warren, dass Schlaf jetzt wichtiger war, als noch mehr zu essen. Er packte die Nahrungsreste wieder in seinen Rucksack und schob ihn ans Kopfende des Zeltes. Hat Moonlight alles, was sie braucht? Angel hatte ihr eine kleine Decke vor das Innenzelt gelegt, auf der die Hündin jetzt schlief. Ja, ich habe ihr einen Napf mit Wasser hingestellt. Sie wird vermutlich bis morgen früh durchschlafen. Angel unterdrückte ein Gähnen. Tut mir leid. Legen wir uns einfach hin, ich bin auch todmüde. Und das war keine Übertreibung. Er würde keine Minute länger die Augen aufhalten können. Mit einem dankbaren Lächeln schlüpfte Angel in den Schlafsack und schloss die Lieder. Auch Warren legte sich hin, nahm sich aber die Zeit, Angel noch einmal zu betrachten. Ungeschminkt und mit geschlossenen Augen wirkte sie noch jünger als sonst, und er fragte sich, wie alt sie überhaupt war. In diesem Moment hoben sich ihre Lieder, und sie blickte ihn direkt an. Was machst du denn noch? Ihre Worte klangen vor Müdigkeit gedehnt. Nichts. Einem Impuls folgend beugte er sich zu ihr hinüber und küsste leicht ihre Wange. Gute Nacht. Verwirrung stand in ihren Augen, aber schließlich lächelte sie nur. Schlaf gut. Warren knipste die Taschenlampe aus, legte sie ans Kopfende, damit er sie schnell wiederfinden konnte, und drehte sich auf den Rücken. Angels leise Atemzüge waren wie ein Wiegenlied, das ihn innerhalb weniger Minuten in einen tiefen Schlaf sinken ließ. Sein letzter Gedanke galt Emma, und er hoffte, dass es ihr gut ging, und sie daran glaubte, dass er sie finden würde. Verdammt! Es kann doch wohl nicht sein, dass wir immer noch nicht wissen, wo sich die Verbrecher im Moment aufhalten. Gabriel versuchte, seine Beherrschung nicht ganz zu verlieren, aber es fiel ihm sehr schwer. Was ist mit dem Vater der Geisel und der Hundeführerin? Sind sie inzwischen schon weitergekommen? Hull blickte vom Bildschirm auf. Die beiden haben sich für die Nacht abgemeldet. Sie können in der Dunkelheit nicht weitergehen. Er drehte seinen Laptop so, dass Gabriel die Karte darauf sehen konnte. Sie sind jetzt hier. Mit dem Zeigefinger deutete er auf einen Punkt, mitten im hügeligen Teil des Parks. Davis und Thomas sind auch dort durchgekommen. Angespannt starrte Gabriel auf die Karte, fand aber keinen Hinweis, wohin die Entflohenen von dort aus gegangen sein könnten. Ja, aber wir wissen nicht, wann und auch nicht, ob sie vielleicht noch irgendwo in der Nähe sind oder schon ganz woanders. Hal nickte zustimmend. Leider nicht. Aber immerhin ist es sicher, dass sie noch in die gleiche Richtung gehen. Ich denke, damit können wir davon ausgehen, dass sie nicht kopflos flüchten, sondern wirklich ein Ziel haben. Was er im Grunde schon die ganze Zeit vermutet hatte, deshalb war es auch keine große Überraschung. Das hilft uns aber auch nichts, solange wir keine Ahnung haben, wo und wann sie aus dem Wald herauskommen. Selbst mit den Polizisten und den Rangers können wir so ein riesiges Gebiet nicht abdecken. Wir können die Hubschrauber mit ihren Wärmebildkameras nochmal losschicken. In der Nacht sollten sich die Wärmespuren besser entdecken lassen als tagsüber. Für die Geisel war es zwar nicht ganz ungefährlich, wenn die Verbrecher den Hubschrauber bemerkten, aber da es das Einzige war, was sie jetzt noch tun konnten, nickte er. Schick sie los. Lass sie dort anfangen, wo Harper und die Hundeführerin übernachten. Aber sie sollen vorsichtig sein und sich den Mördern nicht nähern. Gabriel rieb sich über die Schläfe, hinter der sich ein unangenehmer Druck bemerkbar machte. Alles klar. Hull griff zum Telefon. Ein Klopfen ertönte von der Tür her, die sich gleich darauf öffnete. Detective Heron steckte seinen Kopf herein. Entschuldigen Sie die Störung, ich habe hier … Weiter kam er nicht. Er wurde unsanft zur Seite geschoben und eine rothaarige Frau betrat den Raum. Ich will wissen, wo sie ist. Die laute Stimme heilte von den Wänden wieder. Gabriel runzelte die Stirn. Wer sind Sie? Die Frau baute sich vor ihm auf. Ich bin Carol Harper. Und wer sind Sie? Hieron mischte sich ein. Das ist Emmas Mutter. Sie ist gerade hier angekommen und möchte Informationen zum Verbleib ihrer Tochter. Entschuldigend zuckte er hinter ihrem Rücken mit den Schultern. Mrs. Harper, das ist Special Agent in Charge Lynch, er … Sie ließ den Detective nicht ausreden. Was tun Sie, um meine Tochter zu finden? Wie hat mein Exmann es überhaupt geschafft, sie zu verlieren? Wenn ihr etwas passiert, werde ich … Gabriel unterbrach sie genervt. Ich bedauere, dass Ihre Tochter verschwunden ist, Mrs. Harper. Aber wir tun alles, was in unserer Macht steht, um sie so schnell wie möglich wiederzufinden. Die Frau schlang die Arme um ihre Taille. Ach ja? Und warum ist Emma dann noch nicht hier? Es kann doch wohl nicht so schwer sein, sie zu finden. Deutlich war die Sorge, um ihre Tochter in ihren Worten zu hören. Hieron sprang ein. Sie ist im Regenwaldteil des National Parks verschwunden. Das bedeutet, hunderte von Meilen teilweise unpassierbaren Gebietes. Einen Menschen noch dazu, ein Kind dort zu finden, ist nicht so leicht. Mr. Harper … Bei der Erwähnung ihres Exmannes blitzten ihre Augen wütend auf. Wo ist Warren? Ich hätte erwartet, dass er mit ihnen zusammenarbeitet, um seine Tochter wiederzufinden. Ich habe ihm gesagt, dass es keine gute Idee ist, in diesen Park zu fallen. Aber nein, natürlich hört er nicht auf mich. Warum auch? Er weiß ja besser, was gut für unser Kind ist. Bitter lachte sie auf. Obwohl er Emma seit ihrer Geburt nur ein paar Mal gesehen hat. Und er hat es nicht einmal für nötig befunden, mich darüber zu informieren, dass sie weg ist. Offenbar reagierte Mrs. Harper sehr empfindlich, wenn es um den Vater ihrer Tochter ging. Wut und Enttäuschung schwangen in ihrer Stimme mit. Wieder versuchte Hiron besänftigend einzugreifen. Ihr Exmann ist unterwegs und sucht nach ihrer Tochter. Die Falten um ihren Mundwinkel vertieften sich. Wollen Sie mir sagen, dass Warren gerade planlos durch den Wald läuft? Wie will er Emma finden? Ihre Stimme brach. Hiron's Lippen wurden schmaler. Er ist dort mit der Hundeführerin Angel Burns und ihrem Suchhund auf Emmas Spur. Dank ihnen wissen wir, wo sie sich ungefähr befindet. Offenbar hatte Hiron verstanden, dass es besser war, der Mutter nichts von den Verbrechern zu erzählen. Es reichte, wenn sie dachte, dass ihre Tochter sich einfach nur im Wald verirrt hatte. Mrs. Harper schnaubte geringschätzig. Ihnen ist aber schon bewusst, dass Warren erst vor ein paar Monaten aus der Reha gekommen ist. Er ist körperlich ein Wrack. Und psychisch auch. Seit der Sache in Afghanistan leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Einmal habe ich so einen Anfall miterlebt und kann nur sagen, es war beängstigend. Er wusste gar nicht mehr, wo er war. Ein Schauder lief durch ihren Körper. Und so einer soll meine Tochter finden? Es gefiel Gabriel überhaupt nicht daran erinnert zu werden, dass sein derzeit bester Trumpf ein Ex-Marine war, der sowohl physisch als auch psychisch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Valerie hatte ihn vorhin darüber in Kenntnis gesetzt. Aber es war nicht zu ändern. Sie brauchten ihn nun mal. Außerdem hatte er keine Handhabe, Harper zurückzuholen. Der Mann würde seine Tochter nie im Stich lassen, selbst wenn es Gabriel ihm befehlen würde. Er kam mir bisher ganz vernünftig vor. Mrs. Harper wirkte nicht gerade überzeugt. Und was tut die Polizei und das FBI? Sitzen sie hier nur rum? Sie müssen meine Tochter finden. Dem Detektiv war deutlich anzusehen, dass er kurz vor einer Explosion stand. Deshalb übernahm Gabriel schnell. Wir werden dafür sorgen, dass sie ihre Tochter so schnell wie möglich zurückbekommen. Und jetzt entschuldigen sie uns bitte, wir haben zu arbeiten. Aber … Gabriel ließ sie nicht ausreden. Wir werden sie sofort benachrichtigen, sobald es etwas Neues zu ihrer Tochter gibt. Er wandte sich an den Detektiv. Bitte bringen Sie Mrs. Harper in der Lodge unter. Hieron nickte und führte die protestierende Frau aus dem Raum. Danach herrschte für einen Moment völlige Stille. Verdammt, was für eine Harpü! Hells Fluch brachte sie zum Lachen. Doch genauso schnell stellte sich auch wieder Ernüchterung ein. Wer hat sie überhaupt informiert? Sie wird uns bestimmt noch einigen Ärger bereiten. Julie. Wir müssen die Angehörigen informieren, wenn jemand verschwindet. Besonders Kinder. Gabriel seufzte. Vermutlich drehte Mrs. Harper nur wegen der Sorge um ihre Tochter so durch. Darauf sollten wir Rücksicht nehmen. Er rollte seine verspannten Schultern. Weg alle! Wir verlegen unser Hauptquartier nach Süden. Ich will so nah an den Schweinen dran sein wie möglich. Ein Hubschrauber soll sich ständig zu unserer Verfügung halten, falls wir schnell aufbrechen müssen. Außerdem will ich weit weg von dieser Frau sein. Hell runzelte die Stirn. Sollten wir uns nicht vielleicht auch ein wenig hinlegen, damit wir morgen ausgeruht sind? Ein Blick auf Gabriels Gesichtsausdruck reichte, um Hell zurückrudern zu lassen. Ich informiere alle. Gut. Da er wusste, dass seine Leute nicht ewig durchhalten würden, machte er ein Zugeständnis. Wir können abwechselnd schlafen, wenn wir unten bei HoRain angekommen sind, solange wir keine neuen Informationen bekommen. Okay. Gabriel ließ Hell seine Aufgabe erledigen und verließ den Raum. Es kam ihm vor, als wäre er schon ewig hier eingesperrt gewesen. Er brauchte dringend frische Luft. Die Lobby der Lodge war wie ausgestorben. Nur ein Ranger stand als Wachposten vor der Tür. Er nickte Gabriel zu, bevor er den Blick wieder über das Gelände schweifen ließ. Da er niemanden sehen wollte, ging Gabriel um das Haus herum zur rückwärtigen Terrasse, die den See überblickte. Kühle Nachtluft umgab ihn, und zum ersten Mal seit Stunden hatte er das Gefühl, wieder frei durchatmen zu können. Mit einem tiefen Seufzer ließ er sich auf eine der Bänke sinken und stützte die Ellbogen auf die Knie. Einzelne Laternen beleuchteten die Rasenfläche vor dem Haus. Doch der See lag im Dunkeln. Die Luft roch nach feuchter Vegetation und den Blumen, die in Kübeln auf der Terrasse standen. Es war so friedlich, dass er beinahe dachte, er hätte sich die Flucht der beiden Verbrecher nur eingebildet. Leider war es nicht so. Gabriel fuhr sich mit beiden Händen über das Gesicht. Ray hätte es hier gefallen. Natur hatte ihn immer fasziniert, während er selbst eher in der Stadt zu Hause war. Trotz der grauenhaften Fälle, die sie häufig bearbeiteten, hatte Ray immer die Zeit gefunden, sich die Umgebung anzusehen. Mehr als einmal hatte er darüber sinniert, sich in einem der Orte niederzulassen, wenn er erst pensioniert war. Und jetzt würde keiner von Rays Plänen in Erfüllung gehen. Trauer und Wut pressten Gabriels Brustkorb zusammen, und er wünschte sich, all die in ihm aufgestauten Gefühle einfach hinausschreien zu können. Doch das tat er nicht, weil er nicht wusste, ob er dann jemals wieder damit aufhören könnte. Er war jetzt 42 Jahre alt und kurz davor, auszubrennen. Aber was hätte er denn schon ohne seinen Job gehabt? Die vielen Reisen und langen Arbeitszeiten waren tödlich für jede ernsthafte Beziehung. Das hatte er schon vor einiger Zeit bemerkt. In Seattle erwartete ihn nur eine leere Wohnung, und nachdem seine Schwester nun verheiratet war, würde er auch sie weniger sehen. Aber er wollte sich gar nicht beschweren. Er liebte seinen Job und war auch ganz gern allein. Solange er arbeiten konnte, war alles in Ordnung. Aus den Augenwinkeln nahm Gabriel eine Bewegung wahr und drehte ruckartig den Kopf. Seine Hand verharrte auf dem Weg zum Schulterholster, als er Valerie erkannte. Langsam kam sie näher. Als rechnete sie damit, dass er auf sie schießen oder ihr den Kopf abreißen würde. Selbst für ihre Verhältnisse war sie blass. Ihre kurzen Haare standen zu allen Seiten ab. Schlechtes Gewissen kam in ihm auf. Zwar verlangte er immer viel von seinen Leuten, aber diesmal hatte er sie über Gebühr gefordert. Manchmal vergaß er, dass die Lebenden mindestens genauso wichtig waren wie die Toten. Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Einige Meter entfernt von ihm war Valerie stehen geblieben und wirkte, als wollte sie gleich wieder flüchten. Mit Mühe setzte er einen freundlicheren Gesichtsausdruck auf. Das tust du nicht. Ich wollte nur ein wenig frische Luft schnappen. Oh, das kann ich verstehen. Vorsichtig trat sie ein paar Schritte näher. Was dagegen, wenn ich mich zu dir setze? Mit der Hand deutete Gabriel einladend auf die Bank. Ihm war zwar nicht unbedingt nach Gesellschaft, aber Valerie hatte offensichtlich etwas auf dem Herzen, dass er sich als ihr Teamführer anhören sollte. Hat Hel dir gesagt, dass wir gleich aufbrechen? Valerie setzte sich neben ihn, ließ aber genügend Abstand. Ja, ich war eben im Hauptquartier. Sie schwieg einen Moment. Ich halte das für eine gute Entscheidung. Sie werden bestimmt nicht wieder hierher zurückkommen. Wie kommst du darauf? Eigentlich war er der gleichen Ansicht, aber er wusste gerne, was seine Leute dachten. Es wäre unlogisch, den ganzen Weg wieder zurückzulegen, besonders wenn sie genau wissen, dass es hier inzwischen vor Polizei wimmeln muss. Dann hätten sie sich gleich in eine andere Richtung bewegt. Ihre einzige Chance ist es, an einer Stelle durchzubrechen, wo sie niemand erwartet oder nicht genug Leute sind, um sie zu stellen. Gabriel nickte. Das ist naheliegend. Ich denke immer noch, dass Russell Davis seinen Mitgefangenen nur am Leben gelassen hat, weil der ihm irgendwie behilflich sein kann. Ich bin noch einmal alle Unterlagen durchgegangen und ziemlich sicher, dass es wirklich nur dessen Kenntnis der Umgebung sein kann. Die eingeschlagene Richtung weist ja auch darauf hin. Sonst steht in Demons Akte nichts, das auf irgendeine Verbindung zu Davis hinweist. Sie errötete, als sie seine hochgezogene Augenbraue sah. Daman? Valerie zuckte mit den Schultern. Ich habe die Akten so lange studiert, dass ich das Gefühl habe, die beiden Häftlinge persönlich zu kennen. Das war ihm auch schon öfter so gegangen. Besonders in der Anfangszeit als FBI-Agent, aber er würde es trotzdem weiter beobachten. Es war schon interessant, dass sie Russell Davis beim Nachnamen nannte, den anderen Verbrecher aber beim Vornamen. Lass sie nur nicht zu nahe herankommen, sonst können sie es gegen dich verwenden. Das werde ich nicht. Valerie räusperte sich. Nach allem, was ich gelesen habe, denke ich, dass Davis die treibende Kraft hinter dem Ausbruch ist. Die vorläufigen rechtsmedizinischen Ergebnisse stützen die Annahme, dass er Ray und die Wachleute ermordet hat. Vermutlich hatte Demons Thomas nur die Wahl zwischen Tod und gemeinsamer Flucht. Das ist aber eine sehr gewagte These, Agent Hayes. Ihr Kind schob sich vor. Das mag sein, aber auch sie wird von den forensischen und anderen Beweisen gestützt. Davis konnte sich selbst befreien. Thomas jedoch wurde erst später befreit, und zwar von Davis, wie die Fingerabdrücke auf dem Schlüsselbund beweisen. Auf der Waffe, mit der die Wachleute und Ray erschossen wurden, waren ebenfalls nur Abdrücke von Davis. Außerdem hört man auf Rays Handyaufnahmen nur die Stimme von Davis. Lukas stimmt mit meiner Schlussfolgerung überein. Gabriel lehnte sich auf der Bank zurück. Ich auch. Ich wollte nur sichergehen, dass du dich nicht nur von einem gutaussehenden Gesicht beeinflussen lässt. Wieder stieg Röte in ihre Wangen. Diesmal allerdings vor Wut. Valerie richtete sich auf, ihre Augen blitzten. Wenn du so von meiner Arbeit denkst, warum bin ich dann in diesem Team? Ich dachte bisher, du wolltest extra jemanden haben, der sich nicht so schade ist, sich durch Berge von Papierkram oder das Internet zu wühlen, um den Fall von allen Seiten zu beleuchten. Denn das ist es, was ich tue. Egal, wie eindeutig etwas aussieht. Ich weiß genau, wo deine Stärken liegen, Valerie. Und du hast recht. Dafür habe ich dich ins Team geholt. Aber wir können es uns in diesem Fall nicht leisten, zu viel anzunehmen oder zu schlussfolgern, sondern wir brauchen harte Fakten. Und die sagen im Moment nur, dass die beiden Verbrecher ein Kind in ihre Gewalt gebracht haben und gerade irgendwo im Olympik unterwegs sind. Frustriert stieß er seinen Atem aus. Okay, was hast du noch? Valerie blickte ihn prüfend an, als müsste sie entscheiden, ob sie ihm noch mehr erzählen wollte. Ich habe vorhin noch mal mit dem Anwalt gesprochen, der Demont Thomas' Antrag eingereicht hat. Genaueres wollte er mir immer noch nicht erzählen, aber er ist der festen Ansicht, dass sein Mandant unschuldig ist und sie das auch beweisen können. Allerdings gibt es da wohl noch ein paar Hindernisse, wie fehlenden Zugang zu wichtigen Beweisstücken. Thomas wurde vorher von einem anderen Anwalt vertreten, der inzwischen verstorben ist. Jedenfalls versucht der neue Anwalt nun zu beweisen, dass Thomas überhaupt kein Motiv hatte, den Mord zu begehen. Das heißt aber nicht, dass er nicht der Täter ist. Davis hatte für seine Taten auch kein wirkliches Motiv, außer die Freude am Töten. Ja, solche Täter gibt es auch, aber ich glaube nicht, dass Thomas so einer ist. Sie hielt die Hand hoch, als Gabriel etwas einwenden wollte. Und das habe ich nicht aus seinem Aussehen geschlossen, sondern aus den Informationen, die ich über ihn gesammelt habe. Nahezu jeder aus seinem näheren Umfeld beschreibt ihn als einen sehr umgänglichen, freundlichen und hilfsbereiten Menschen. Der Kontakt zu seiner Familie ist sehr eng. Ich habe mit seiner Schwester gesprochen, die ebenfalls davon überzeugt ist. Deshalb kann er trotzdem jemanden getötet haben. Natürlich, und ich will das auch gar nicht ausschließen. Es geht nur darum, herauszufinden, wie er reagieren wird, wenn wir die Flüchtigen stellen sollten. Ich denke nicht, dass er für andere gefährlich ist, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er versuchen würde, das Kind zu beschützen. Gabriel zog die Augenbrauen hoch. Woher willst du das wissen? Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass Dämon nicht der ist, für den wir ihn halten. Alles, was ich bisher über ihn gelesen und erfahren habe, spricht dafür, dass er einem Kind nichts tun würde. Wieder der Vorname. Ich verstehe. Dann hoffen wir, dass er Emma wirklich beschützt, denn ich fürchte, dass sie jede Hilfe benötigen wird, die sie bekommen kann. Wenn Davis in die Enge getrieben wird, ist jeder in seiner Nähe in höchster Gefahr. Gabriel erhob sich. Warum packst du jetzt nicht zusammen und wir sprechen später weiter? Ich möchte so schnell wie möglich los. Es war deutlich zu sehen, dass Valerie noch etwas sagen wollte, aber schließlich nickte sie nur und stand ebenfalls auf. Gabriel blickte ihr nach, bis sie um die Hausecke verschwunden war. Er hatte das dumpfe Gefühl, dass er sie im Auge behalten musste. 19. Ein Schlag traf Angel am Arm und weckte sie auf. Orientierungslos blieb sie einen Moment liegen und lauschte den Geräuschen, die beinahe nach einem Kampf klangen. Dann erinnerte sie sich wieder daran, wo sie war und wer neben ihr lag. Ein tiefes Stöhnen erklang, das ja eine Gänsehaut verursachte. War jemand in ihr Zelt eingedrungen und hatte Warren angegriffen? Nein. Dann hätte Moonlight sich gemeldet. Es sei denn, der Angreifer hatte zuerst die Hündin außer Gefecht gesetzt. Furcht breitete sich in ihrem Körper aus. Am liebsten wäre sie sofort aufgesprungen und hätte nachgesehen, ob alles mit Moonlight in Ordnung war. Doch das war zu gefährlich. Deshalb tastete sie zuerst nach der Taschenlampe, die irgendwo am Kopfende liegen musste. Gerade als sich ihre Finger darum schlangen, stieß Warren einen markerschütternden Schrei aus. Moonlight winselte und kratzte an dem Stoff, der ihren Schlafplatz vom Inneren des Zeltes trennte. Erleichterung darüber, dass es der Hündin gut ging, mischte sich mit Sorge um Warren. Lautlos richtete Angel sich auf und knipste dann die Taschenlampe an. Was sie sah, ließ sie alles andere sofort vergessen. Warren schien in einem Albtraum gefangen zu sein. Schweiß durchtränkte seine Kleidung und schimmerte auf seiner Haut. Sein Gesicht war totenblass, die Augen fest zugekniffen. Sein Mund war zu einem lautlosen Schrei aufgerissen. Mit den Händen schien er nach einem Halt oder vielleicht nach einem Gegner zu greifen. Raue Laute Drangen aus seiner Kehle und ließen es Angel kalt über den Rücken rieseln. Was immer er gerade erlebte, musste furchtbar sein. Sie wusste nicht genau, ob es das Richtige war, aber sie musste Warren wecken und ihn von dieser Qual befreien. Ein Psychologe hätte vielleicht gesagt, dass er diese Träume brauchte, um darüber die Geschehnisse zu verarbeiten. Doch sie wusste, wie es war, ein traumatisches Erlebnis immer wieder durchleben zu müssen, ohne Einfluss darauf, wie es ausging. Entschlossen umfasste sie seine Schulter und schüttelte ihn sanft. Er schien es nicht einmal zu bemerken. Im Gegenteil. Seine Bewegungen wurden immer heftiger und sie musste ausweichen, um nicht wieder von seinem Arm getroffen zu werden. Warren, wach auf! Auch ihre Stimme hatte keinerlei Wirkung auf ihn. Genauso wie vor einigen Stunden, als er in seinem Flashback gefangen gewesen war. Noch einmal mochte sie ihn allerdings nicht schlagen, nachdem er schon so viele Verletzungen erlitten hatte. Es konnte auch sein, dass er dann aggressiv wurde, weil er es für einen Teil seines Traumes hielt. Das schränkte ihre Möglichkeiten beträchtlich ein. Schließlich entschied sie sich dafür, sich über ihn zu rollen und damit seine Arme unter ihrem Körper zu begraben. Als er sich dagegen zu wehren versuchte, beugte sie sich vor und legte ihre Hände um sein Gesicht. Warren, ich bin es, Angel. Du bist hier in Sicherheit. Es ist alles in Ordnung. Das war zwar gelogen, schließlich war Emma noch immer in den Händen der Verbrecher, aber das würde sicher nicht zu seiner Beruhigung beitragen. Sein Körper hob sich und sie hatte alle Mühe, nicht abgeworfen zu werden. Warren! Anscheinend drang sie nicht richtig zu ihm durch. Es war, als würde er in einer eigenen Welt leben und seine Sensoren wären nur auf diese ausgerichtet. Wie konnte sie zu ihm gelangen und ihn dort herausholen? Ihr fiel nur eine einzige Methode ein, allerdings war sie nicht sicher, ob sie funktionieren würde. Sie konnte nur hoffen, ihn damit nicht noch mehr aufzuregen. Zögernd presste sie ihren Mund auf seine Lippen und küsste ihn sanft, während sie gleichzeitig seinen Kopf festhielt. Zuerst reagierte er gar nicht, sein Mund verharrte bewegungslos an ihrem, und sie war schon fast so weit, auch diesen Versuch als gescheitert anzusehen. Langsam öffneten sich seine Augen, und er blinzelte verwirrt. Es war deutlich zu erkennen, dass er nicht wusste, wo er sich befand, oder wer sie war. Er machte eine Bewegung, als wollte er sich von ihr lösen. Doch Angel hielt sein Gesicht weiterhin mit beiden Händen fest. Mit den Daumen strich sie ihm sanft über die Wangenknochen, um ihn zu beruhigen. An ihrer Brust spürte sie deutlich seinen schnellen Herzschlag, und weiter unten regte sich sein Schaft. Trotzdem unternahm er nichts, sondern blickte sie einfach nur an. In seinen hellbraunen Augen konnte sie erkennen, dass er mit sich kämpfte, seine Hände ballten sich neben seinem Körper zu Fäusten. Der Druck an ihrem Bauch wurde immer größer, und Angel hielt es nicht mehr aus. Noch einmal beugte sie sich zu ihm hinunter und strich mit ihren Lippen über seine. Doch Warren reagierte nicht, wie sie es erwartet hatte, sondern blieb still unter ihr liegen. Sein Mund blieb geschlossen. Ein Stich fuhr durch ihr Herz, als sie erkannte, dass sie sein Verhalten falsch gedeutet haben muss. Er begehrte sie nicht. Gekränkt wollte sie sich zurückziehen, als Warrens Arme sich ohne Vorwarnung fest um ihren Körper schlangen und er sich mit ihr herumwarf. Hart landete sie auf dem Rücken und bekam für einen Moment keine Luft mehr. Warren! Weiter kam sie nicht, denn sein Mund senkte sich auf ihren, und er küßte sie, als hinge sein Leben davon ab. Das Verlangen wurde fast übermächtig, und Angel erwiderte den Kuss mit allem, was sich in ihr aufgestaut hatte. Sie legte die Arme um seinen Nacken und hielt ihn über sich fest. Nicht, dass das nötig gewesen wäre. Offenbar war etwas in Warren gerissen und hatte eine gewaltige Leidenschaft in ihm ausgelöst, die jede Zurückhaltung verschwinden ließ. Seine Zunge wandte sich um ihre und erforschte dann jeden Winkel ihres Mundes. Fast wirkte es, als wollte er sie verschlingen, aber damit hatte sie kein Problem. Erregung brachte ihren Körper zum Kochen, und sie wünschte, sie wären beide nackt, damit sie seine Haut an ihrer fühlen konnte. Anscheinend hatte Warren ein ähnliches Bedürfnis, denn seine Hände schoben sich unter ihr T-Shirt und legten sich um ihre Taille. Oh Gott, das fühlte sich so gut an! Instinktiv hob sie die Hüfte, um ihm näher zu kommen. Seine Erektion an ihrem Oberschenkel bewies Angel, dass er ganz bei der Sache war. Der Albtraum war offensichtlich vergessen und hatte dem Verlangen Platz gemacht. Das war zwar nicht unbedingt ihr Plan gewesen, aber sie würde sich sicher nicht darüber beschweren. Ganz im Gegenteil, sie wollte mehr, viel mehr. Warren hob seinen Körper an, und sie stöhnte protestierend auf. Nein, er sollte bei ihr bleiben. Raue Finger glitten über ihre Rippen nach oben und legten sich über ihre nackten Brüste. Angel bog den Rücken durch, um sich noch fester in seine Hände zu pressen. Erregung durchzuckte sie, als seine Finger sich um ihre Brustspitzen schlossen. Ihr Griff an seinem Nacken wurde fester, der Kuss noch verzweifelter. Ungeniert rieb sie ihre Scham an seiner Hüfte. Mehr. Warren musste den stummen Befehl gehört haben, denn er schob sich an ihrem Körper nach unten, bis er seine Lippen um ihre Brustwarze schließen konnte. Ein Schrei entfuhr ihr, als er hart daran saugte. Seine andere Hand spielte weiterhin mit ihrer zweiten Brust. Sein Oberkörper lag zwischen ihren geöffneten Beinen und rieb bei jedem Atemzug über ihre empfindlichste Stelle. Es war eine wunderbare Tortur, die Angel dennoch unbefriedigt zurückließ. Mühsam löste sie ihre Finger von seinem Nacken und ließ sie an seinem Körper nach unten wandern. Ohne Rücksicht auf Verluste riss sie an seinem T-Shirt, bis es an seinem Körper nach oben rutschte. Jetzt presste sich seine nackte Haut an ihre Scham. Nur hatte sie immer noch ihre Jogginghose an. Solange Warren auf ihr lag, würde es ihr auch nicht gelingen, sie loszuwerden. Sie musste einen verzweifelten Laut von sich gegeben haben, denn Warren hob den Kopf, sein Atem strich über ihre Brustspitze und löste einen erregten Schauer aus. Bevor sie erkannte, was er vorhatte, hatte Warren sich hochgestemmt und ihre Hose heruntergezogen. Innerhalb von Sekunden lag er wieder auf ihr und, Gott ja, endlich berührte sich ihre Haut. Warren strahlte eine Hitze aus, die mit nichts zu vergleichen war. Bei jedem Atemzug rieben seine Brusthaare über ihre Klitoris und lösten kleine Explosionen aus. Dieses Gefühl steigerte sich noch, als sich sein Mund über ihrer anderen Brustspitze schloss. Anstatt zu saugen, knabberte er diesmal daran. Es war mehr, als sie ertragen konnte. Sie brauchte ihn. Jetzt. Sofort. Mit den Füßen versuchte sie, seine Shorts hinunterzuschieben. Doch es gelang er nicht, weil er drauf lag. Ein ungeduldiger Laut bildete sich in ihrer Kehle. Wieder verstanden, Warren sie ohne Worte, denn er stützte sich auf seine Ellbogen und Knie und bewegte sich an ihr hinauf. Damit verlor sie zwar seinen Mund an ihren Brüsten, aber sie konnte endlich seine Shorts erreichen und herunterziehen. Darunter war er nackt, was ihr sehr zugute kam. Ihre Finger zitterten, als sie seinen harten Schaft umfasste. Die Haut war seidig, glatt und so warm, dass sie glaubte, daran zu verbrennen. Als seine Lippen ihren Hals berührten, erschauerte sie. Ihre Hände wanderten weiter und legten sich um seinen Po. Auch er fühlte sich überraschend glatt an, und sie hätte ihn gerne noch länger erkundet. Aber das musste warten. Jetzt brauchte sie Warren zu sehr, um sich noch ablenken zu lassen. Auffordernd hob sie die Hüfte und presste gleichzeitig Warrens Po nach unten. Mit einem rauen Laut ergriff Warren die Initiative und füllte sie, ohne zu zögern. Angel biss sich auf die Lippen, um nicht laut aufzuschreien, als er in sie drang. Es fühlte sich so gut an, seine Härte in sich zu spüren. Für einen Moment lag er still auf ihr, dann begann er sich zu bewegen. Angel krallte ihre Hände in seinen Po und trieb ihn zu einem immer schnelleren Tempo an. Ihr Keuchen erfüllte das Zelt, während Warren in sie hämmerte. Sein Gesicht war nah an ihrem. Raue Atemzüge strichen über ihr Ohr. Als sie schon dachte, dass sie es nicht mehr aushalten würde, legten sich seine Hände endlich wieder auf ihre vor Sehnsucht schmerzenden Brüste. Seine Fingerspitzen umkreisten ihre Brustwarzen, und Angel bewegte sich unruhig unter ihm. Ganz sanft rieb sein Daumen über den harten Nippel, und es war gerade dieser Gegensatz zu dem harten Stoß seiner Hüfte, der Angel über die Klippe fallen ließ. Mit einem unterdrückten Schrei erreichte sie den Höhepunkt und klammerte sich an Warren, während er immer wieder in sie stieß. Sein Schaft in ihr wurde noch größer, dann begann er zu zucken. Mit einem tiefen Stöhnen brach Warren auf ihr zusammen und presste sie in den harten Boden. Doch das war ihr egal. Sie genoss es viel zu sehr, sein Gewicht auf sich zu spüren. Noch immer war sie mit ihm verbunden, und das war so schön, dass sie keine Worte dafür fand. Mit einem Lächeln lauschte sie seinen keuchenden Atemzügen und spürte das rasende Pochen seines Herzens an ihrer Brust. Ihre Hände lagen noch immer auf seinem Po, und sie konnte sich nicht dazu bringen, sie wegzunehmen. Hätte es ihm nicht gefallen, er hätte es vermutlich gesagt. Es dauerte lange Zeit, bis Warrens Herzschlag sich so weit beruhigt hatte, dass er nicht mehr Gefahr lief, einem Infarkt zu erliegen. Obwohl sich langsam wieder die Schmerzen in seinem Körper bemerkbar machten, fühlte er sich großartig. Sein Schaft zuckte in der feuchten Hitze und löste ein Zittern in Angel aus. Angel. Sofort erhöhte sich Warrens Herzschlag wieder, als er sich daran erinnerte, wie leidenschaftlich sie auf ihn reagiert hatte. Er hätte nicht gedacht, dass die Furcht und Wut, die er in seinem Albtraum empfunden hatte, so schnell in Leidenschaft umschlagen könnte. Doch Angels Kuss hatte ihn einfach überwältigt und alles andere vergessen lassen. Warren runzelte die Stirn. Hatte Angel ihn überhaupt geküsst, oder hatte er das nur geträumt? War er über sie hergefallen, während sie geschlafen hatte? Der Gedanke ließ ihn erstarren. Er war eindeutig in ihr. Hatte er sie vergewaltigt? Wie, um seine Frage zu beantworten, hörte er ein Schniefen und spürte, wie erneut ein Zittern durch Angels Körper lief. Oh Gott, nein! Vorsichtig zog er sich aus ihr zurück und rollte dann schnell von ihr herunter. Es kostete all seinen Mut, in ihre Richtung zu blicken. Irgendwann musste sie die Taschenlampe angemacht haben, die einen leichten Schimmer von sich gab. Angels Gesicht war von ihm abgewandt. Ihre blonden Haare zerzaust. Das T-Shirt war bis über ihre Brüste hinaufgeschoben. Unten herum war sie nackt. Sie war wunderschön, schlank, aber an den richtigen Stellen gerundet. Das blonde Dreieck zwischen ihren Beinen glitzerte feucht. Die geöffnete Stellung erlaubte ihm einen Blick auf das, was darunter lag. Ihre Scham war gerötet. Ein Funken Erregung zuckte durch seinen Körper, den er sofort beiseite schob. Zuerst musste er herausfinden, was wirklich passiert war, bevor er darüber nachdachte, wie gerne er sie mit der Zunge erkunden würde. Ein Blick auf seinen nackten Penis ließ jedes Verlangen sofort erlöschen. Er hatte kein Kondom benutzt. Zögernd sah er sie wieder an. Angel? Seine Stimme klang so rau, dass er sie selbst kaum erkannte. Er räusperte sich. Habe ich dir wehgetan? Allein der Gedanke daran ließ ihn beinahe aus der Haut fahren. Langsam drehte sie ihm ihr Gesicht zu, und er sah Feuchtigkeit darauf schimmern. Sein Herz zog sich zusammen. Dann lächelte sie ihn zaghaft an. Nein. Bist du sicher? Meine Erinnerung ist etwas lückenhaft. Bin ich wirklich aufgewacht und habe mich auf dich gestürzt wie ein Neandertaler? Ihr Lächeln wurde breiter. Gleichzeitig vertiefte sich die Röte auf ihren Wangen. Genau genommen habe ich dich zuerst geküsst. Sorge breitete sich in ihrem Gesicht aus. Eigentlich müsste ich dich fragen, wie es dir geht. Du hattest einen schrecklichen Albtraum, und ich habe versucht, dich zu wecken, aber du hast nicht darauf reagiert. Der Kuss war mein letzter Versuch, dich doch noch zu erreichen. Sein Schaft regte sich, aber Warren ignorierte ihn. Anscheinend hat es funktioniert. Ich habe dich hoffentlich zu nichts gezwungen, dass du nicht wolltest. Angel hob die Hand und ließ ihre Finger über seine Hüfte gleiten. Ich wollte es. Sehr sogar. Als du mich geküsst hast … Sie brach ab und schluckte sichtbar. Er fing ihre Hand ein und verschränkte ihre Finger mit seinen. Wenn sie ihn noch weiter berühren würde, würde sein Schaft eine Zugabe verlangen, und er glaubte nicht, dass das sinnvoll wäre, so gerne er dem auch nachgegeben hätte. Ja … Sie zuckte mit der Schulter, was ihre Brüste sanft schwingen ließ. Noch immer hatte sie sich nicht bedeckt, und das gefiel ihm außerordentlich gut. Ich habe nicht so viel Kontakt zu Männern, und als du mich so geküsst hast, ist etwas in mir aufgebrochen. Ich wollte alles, was du getan hast. Und noch mehr. Ihr Blick wanderte an seinem Körper nach unten und stoppte auf seinem Penis. Als Reaktion darauf füllte er sich wieder. Warren räusperte sich. Ich bin froh, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Aber so gerne ich dir auch jeden Wunsch erfüllen würde, sollten wir das vermutlich verschieben. Angel schwieg so lange, dass Warren nervös wurde. Schließlich nickte sie. Du hast recht. Jetzt ist weder die Zeit noch der Ort. Ich möchte aber, dass du weißt, wie sehr ich es genossen habe. Ihre Ernsthaftigkeit und der Mut, den es sie gekostet haben musste, so offen mit ihm zu reden, ließen sein Herz anschwellen. Durch ihre sonst eher zurückhaltende Art hätte er das nie erwartet. Umso mehr wusste er zu schätzen, dass sie seinetwegen über ihren Schatten sprang. Ich auch. Er drückte ihre Finger. Und es tut mir leid, dass ich die Verhütung vergessen habe. Das ist mir noch nie passiert. Ihre Augen verdunkelten sich. Ich habe auch nicht daran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Es ging alles so schnell und war so überwältigend. Mit der Zunge befeuchtete sie nervös ihre Lippen. Ist das schlimm? Ich habe keine Krankheiten, falls dir das Sorgen bereiten sollte. Nach meiner langen Zeit im Krankenhaus habe ich mich testen lassen. Ich bin auch gesund. Wegen … einer möglichen Schwangerschaft? Angel unterbrach ihn. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber ich kümmere mich darum, wenn wir wieder in der Zivilisation sind. Es war verrückt. Aber für einen winzigen Moment stellte Warren sich vor, wie ein Kind von ihm und Angel aussehen würde. Von sich selbst entsetzt schüttelte er den Gedanken ab. Angel wollte sicher kein Kind von ihm. Besonders, wenn er schon bald wieder nach Portland zurückkehren würde. Und er selbst hatte schon mit Emma genug Sorgen. Sein Herz machte einen schmerzhaften Satz und er presste die Hand darauf. Besorgt setzte Angel sich auf. Was hast du? Ich habe gerade an Emma gedacht. Er blickte in Richtung Ausgang. Ist es schon hell genug, dass wir weitergehen können? Nein, leider nicht. Ein oder zwei Stunden noch, schätze ich. Wir gehen, sobald die Dämmerung beginnt. Mitfühlend sah sie ihn an. Warum versuchst du nicht noch ein wenig zu schlafen? Wir werden vermutlich jede Erholung brauchen, die wir noch kriegen können. Damit hatte sie unzweifelhaft recht. Aber es widerstrebte, ihm hier herumzuliegen, während Emma in Gefahr war. Eine andere Möglichkeit hatte er allerdings auch nicht. Er war auf Angel angewiesen. Und solange sie es für zu gefährlich hielt, konnte er nichts anderes machen. Allein würde er seine Tochter nie finden. Schweigend zogen sie sich ihre Kleidung wieder an, die sie zuvor so achtlos im Zelt verstreut hatten. Aus den Augenwinkeln beobachtete er Angel und atmete auf, als er sah, dass sie sich ganz normal bewegte. Offenbar hatte er sie wirklich nicht verletzt. Das beruhigte ihn. Er konnte allerdings immer noch nicht glauben, dass er so leichtsinnig gewesen war, die Verhütung zu vergessen. Das war ihm nicht einmal in seiner Teenagerzeit passiert. Doch Emma war jetzt wichtiger als alles andere. Wenn er sie gefunden hatte und es ihr gut ging, konnte er sich mit dem auseinandersetzen, was zwischen Angel und ihm geschehen war. Es war zumindest keine Eintagsfliege. Noch immer knisterte die Anziehung zwischen ihnen. Kopfschüttelnd wandte Warren sich ab. So gut ihm die Ablenkung von seinen Problemen auch getan hatte, er konnte es sich nicht leisten, sich zu sehr in seinen Gefühlen für Angel zu verlieren. Dass er mehr für sie empfand als nur eine flüchtige Zuneigung war für ihn schon lange keine Frage mehr. Aber es war eine Komplikation, die er in seinem Leben eigentlich nicht gebrauchen konnte. Mit einem tiefen Seufzer legte er sich wieder hin und starrte an die Stoffbahnen über ihm. Fertig? Angel hatte sich ebenfalls hingelegt und hielt die Taschenlampe hoch. Ja. Das Licht erlosch und ließ sie im Stockdunkeln zurück. Er konnte nicht mal mehr die Hand vor Augen sehen. Angel hatte Recht damit gehabt, nicht weiterzugehen. Wahrscheinlich hätten sie sich in diesem Gelände den Hals gebrochen. Eine Weide lang waren nur ihre Atemzüge zu hören. Dann raschelte die Decke und Angel rückte näher. Macht es dir etwas aus? Was? Anstelle einer Antwort bettete sie den Kopf auf seine Schulter und schlang den Arm um seinen Brustkorb. Ihr zufriedener Seufzer berührte sein Herz auf eine Weise, die für ihn ungewohnt war. Und er genoss das Gefühl, nach langer Zeit wieder eine Frau nachts im Arm zu halten. Erst jetzt bemerkte er, wie sehr er das vermisst hatte. Zögernd legte er die Hand auf ihren Rücken und wurde von einem wohligen Laut belohnt. Sanft küsste er ihre wirren Haare und schloss die Augen. Doch er schlief nicht, sondern ließ nur seinen Körper ausruhen, während seine Gedanken um seine Tochter kreisten. Halt durch, Emma. Ich bin bald bei dir. 20. Langsam schwamm Angels Bewusstsein an die Oberfläche. Lächelnd rieb sie die Wange an ihrem warmen Kissen. Ein stetiges Pochen dröhnte an ihr Ohr und machte ihr bewusst, dass sie immer noch in Warrens Armen lag. Als ihr die Geschehnisse der letzten Nacht wieder einfielen, riss sie die Augen auf und hob den Kopf. Schockiert starrte sie Warrens schlafendes Gesicht an. Hatte sie wirklich mit einem beinahe Fremden geschlafen, der noch dazu ganz andere Sorgen hatte? Sie musste eindeutig den Verstand verloren haben. Trotzdem konnte sie sich nicht dazu bringen, Warrens Arme zu verlassen. Wenn sie ganz ehrlich mit sich war, bereute sie überhaupt nichts. Es war wunderschön gewesen, ihm so nah zu sein und der Leidenschaft freien Lauf zu lassen. Unter normalen Umständen wäre es nie dazu gekommen, weil sie sich zu sehr in sich vergraben und zu vorsichtig gewesen wäre. Doch die Angst um Emma und vor allem die lebensbedrohlichen Erlebnisse hatten zu einer Explosion der Gefühle geführt, die sie sonst in ihrem Inneren verschlossen hielt. Natürlich hatte es auch nicht geschadet, dass sie Warren wirklich mochte und ihn äußerst attraktiv fand. Ihr Blick wanderte über seine kantigen Gesichtszüge. Dunkle Bartstoppeln bedeckten sein Kinn, die selbst in der Dunkelheit im Inneren des Zeltes zu sehen waren. Seine Lippen waren schmal, aber schön gezeichnet, und sie erinnerte sich noch zu gut daran, wie sich seine Küsse angefühlt hatten. Ein Prickeln schoss durch ihren Körper, dass sie selbst überraschte. Sie war gerade erst ausgiebig geliebt worden. Wie konnte sie schon wieder Erregung empfinden? Vor allem, nachdem sie jahrelang den Sex noch nicht einmal vermisst hatte. Jetzt wusste sie allerdings auch, was sie verpasste, wenn Warren wieder aus ihrem Leben verschwand. Als hätte er ihre Gedanken gehört, öffnete er die Augen. Er blinzelte ein paar Mal, dann saugte sich sein Blick an ihrem Fest. Keiner von ihnen rührte sich, während sie sich einfach nur ansahen. Unendliche Zeit später hob er langsam die Hand und legte sie um ihre Wange. Mit dem Daumen strich er über die Unterlippe. Das Prickeln intensivierte sich und er atemstockte. Dann schlang er seine Hand um ihren Hinterkopf und zog sie langsam zu sich hinunter. Der folgende Kuss war so sanft, dass er ihr Tränen in die Augen trieb. Zögernd lösten sie sich voneinander. Guten Morgen. Warrens Stimme klang rau und sie wünschte sich, sie hätten die Zeit zu erkunden, wohin ihre Gefühle sie führen würden. Doch Emma hatte oberste Priorität und Angel konnte nicht länger ignorieren, dass der Tag begonnen hatte, so gerne sie das auch wollte. Bedauernd setzte sie sich auf. Guten Morgen. Ich denke, es ist jetzt hell genug draußen. Es versetzte ihr, einen Stich zu sehen, wie die Sinnlichkeit und Ruhe aus seinen Augen verschwanden und von Sorge ersetzt wurden. Dann sollten wir aufbrechen. Wenn die Verbrecher die Nacht durchgegangen sind … Angel legte die Finger auf seinen Mund. Zuerst essen wir was, dann baue ich das Zelt ab und bereite Moonlight vor. In einer Viertelstunde sind wir unterwegs. Warren nickte stumm. Angel nahm das als Zustimmung und pellte sich aus dem Schlafsack. Rasch zog sie sich an und war sich dabei Warrens Blicken bewusst, die über ihren Körper strichen. Zwar war sie nicht nackt, aber es fühlte sich beinahe so an. Ihre Wanderschuhe in der Hand kroch sie zum Ausgang und zog den Reißverschluss auf. Hinter sich hörte sie die Decke rascheln. Danke. Verwirrt blickte sie sich zu Warren um. Wofür? Er hob die Schultern. Dafür, dass du mit mir hier bist. Das entlockte ihr ein Lächeln. Gerne. Und dass du mir diese schlimme Zeit erträglich machst. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, aber Mantrailing braucht leider seine Zeit. Warren schüttelte den Kopf. Du tust mehr, als ich von dir verlangen dürfte. Und was heute Nacht geschehen ist … Angel unterbrach ihn. Wenn du es wagst, dich dafür zu bedanken, ziehe ich dir etwas über den Kopf. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Das hatte ich nicht vor. Ich wollte nur sagen, dass ich es sehr schön fand und hoffe, dass du es nicht bereust. Ihr dummes Herz begann schneller zu klopfen. Das tue ich nicht. Es war unglaublich und ich werde es nie vergessen. Bevor er darauf etwas sagen konnte, schlüpfte sie durch den Spalt und verließ das Zelt. Draußen richtete sie sich auf und atmete tief durch. Sofort spürte sie, wie die Natur um sie herum in ihren Körper strömte. Ruhe senkte sich über sie, wie immer, wenn sie im Wald unterwegs war. Erst jetzt merkte sie, wie angespannt sie in Warrens Nähe wirklich gewesen war. Angel schnitt eine Grimasse. Schon immer hatte sie Schwierigkeiten damit gehabt, Beziehungen zu den Menschen um sich herum aufzubauen. Es gab nur wenige, die durch ihren Schutzschild dringen konnten. Warren war offensichtlich einer davon, und es gelang ihr nicht, sich dagegen zu wehren. Wenn sie allerdings ganz ehrlich war, wollte sie das auch gar nicht. Angel beugte sich zu Moonlight hinab, die sie mit ihren wunderschönen, bernsteinfarbenen Augen ansah. Guten Morgen, meine Süße. Hast du gut geschlafen? Nicht, dass sie erwartete, eine Antwort zu erhalten. Aber es beruhigte sie irgendwie, mit ihren Hunden zu reden. Moonlight wedelte mit dem Schwanz und fuhr mit der Zunge über Angels Hand. Du hast vermutlich Hunger, oder? Moonlights Reaktion war eindeutig. Das dachte ich mir. Angel füllte den Futternapf der Hündin und ging zum Bach, um sich zu waschen und Moonlight Wasser mitzubringen. Das kühle Nass fühlte sich herrlich an auf ihrer Haut, trotzdem beeilte sie sich. Noch tropfend kehrte sie zum Zelt zurück und stellte Moonlight den Napf hin. Warren war inzwischen auch herausgekommen und band gerade seine Wanderstiefel zu. Seine Bewegungen waren seltsam steif, als hätte er Schmerzen. Besorgt sah sie zu, wie er langsam wieder aufstand. Wie geht es dir? Sofort verschwand jedes Zeichen von Schmerz aus seinem Gesichtsausdruck. Gut. Glaubst du, es bringt was, mich anzulügen? Ich muss es wissen, wenn du nicht weitergehen kannst, Warren. Es hilft deiner Tochter nicht, wenn du den Helden spielst und dich dabei selbst kaputt machst. Ich bin ein wenig steif, aber das wird sich geben, wenn wir wieder gehen. Und ich werde so lange durchhalten, bis ich immer wieder habe. Alles andere ist keine Option. Meine Tochter ist mein Leben. Und ich werde sie nicht aufgeben. Seine Stimme klang gepresst. Angel legte ihm die Hand auf den Arm. Das verlangt ja auch keiner von dir. Ich mag es nur nicht, angelogen zu werden. Außerdem bin ich für dich verantwortlich, solange wir hier draußen sind. Verstanden. Befriedigt nickte Angel. Dann baue ich jetzt das Zelt ab, bevor wir schnell etwas essen. Zehn Minuten später hatten sie alles wieder verstaut und folgten weiter Emmas Spur. Wie am Tag zuvor schwieg Warren und tat alles, um Moonlight nicht zu stören. Er war wie eine schützende Präsenz in ihrem Rücken, und Angel stellte fest, dass sie sich daran gewöhnen könnte, mit ihm auf Tour zu gehen. Aber das würde nie geschehen. Um nicht weiter darüber nachdenken zu müssen, konzentrierte sie sich ganz auf Moonlight und die Fährte aus Geruchspartikeln, der sie folgten. Gleichzeitig hielt sie Ausschau nach den Verbrechern, denn sie wollte auf keinen Fall in eine potentiell gefährliche Situation stolpern. Unbewaffnet hatten sie keine Chance gegen zwei gewaltbereite Mörder mit Pistolen. Warren war das sicher auch bewusst. Zumindest würde es die Tatsache erklären, dass er diesmal viel dichter hinter ihr ging als gestern. Okay, sie sind wieder unterwegs. Hells Ankündigung drang in Gabriels Gedanken, und er sprang plötzlich hellwach auf. In der Nacht hatte er versucht, ein paar Stunden zu schlafen, aber es war ihm nicht wirklich gelungen. Schon seit drei Uhr morgens saß er in dem umgebauten Lieferwagen auf dem Parkplatz des Hoh-Rainforest-Visitor-Centers und wartete auf neue Nachrichten. Sämtliche Straßen in der Umgebung waren abgesperrt, die Touristen angewiesen worden, diese Gegend des Parks zu verlassen. Die wenigen Anwohner waren gewarnt und bewaffnet. Mehr konnten sie nicht tun, solange sie nicht wussten, wo genau die Mörder mit ihrer Geisel herauskommen würden. Immer wieder hatte er hell neue Berechnungen anstellen lassen. Doch ohne harte Fakten brachte sie das auch nicht viel weiter. Wenigstens konnte sie die Einsatzkräfte von den Orten abziehen, wo die Verbrecher auf keinen Fall auftauchen würden, und sich auf das Gebiet konzentrieren, wo sie sich aufhalten mussten. Das war allerdings riesengroß, und die Suchhubschrauber hatten in der Nacht nichts finden können. Stattdessen hatten sie etliche Tiere aufgespürt, und auch Harper und Burns samt Hund waren ohne Probleme zu sehen gewesen. Warum also nicht Davis, Thomas und das Mädchen? Konnte es sein, dass sie doch einer falschen Spur folgten und sich die Mörder ganz woanders aufhielten? Gabriel stellte sich neben Hell und starrte auf den Monitor seines Laptops. Ein roter Punkt zeigte deutlich den momentanen Standort des Vaters an. Weit waren sie noch nicht gekommen, wie deutlich an dem dicht daneben liegenden blauen Punkt zu sehen war, der das Nachtlager kennzeichnete. Russell Davis konnte nur wenige hundert Meter vor ihnen sein, oder schon meilenweit entfernt. Und das war es, was Gabriel so verrückt machte. Mit all ihren technischen und personellen Möglichkeiten schafften sie es nicht, einen noch nicht einmal besonders intelligenten Mörder zu fassen, der völlig außerhalb seines Elements und ohne Ausrüstung unterwegs war. Mit der flachen Hand schlug er auf die Tischplatte, sodass Hell erschreckt zusammenzuckte. Wo sind sie verdammt noch mal? Die Wärmebildkameras hätten sie doch erfassen müssen, wenn sie dort unterwegs sind. Das ist nicht unbedingt gesagt. Bei so einem großen Gebiet kann nicht jeder Quadratzentimeter abgesucht werden. Wir können sie einfach verpasst haben. Oder sie haben sich irgendwo verkrochen, sodass die Kameras keine Wärmespuren finden konnte. In der Erde, unter Felsen oder ähnlichem. Nur weil wir sie nicht gefunden haben, heißt es nicht, dass sie nicht dort sind. Wenn der Such und weiterhin der Spur des Mädchens folgt, müssen die Entflohenen auf jeden Fall dort entlang gegangen sein. Und da wir sicher sein können, dass sie weder mit einem Hubschrauber noch mit einem Auto abgeholt wurden, müssen sie sich auch noch irgendwo in dem Gebiet aufhalten. Mit dem Finger deutete er einen Kreis auf dem Bildschirm an. Es scheint so, als würden sie weiterhin grob der Richtung folgen wie zuvor. Gabriel kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Woran machst du das fest? Hell klickte mehrmals auf ein Pluszeichen am Rand der Karte und vergrößerte damit den Ausschnitt. Jetzt war der zurückgelegte Weg deutlicher zu erkennen. Sieht es nicht so aus, als würden sie jetzt weiter nach Osten gehen als vorher? Hell deutete auf eine schraffierte Linie. Das ist eine Schlucht, die sie vermutlich umgehen müssen, weil es länger dauern würde, hinunter und dann auf der anderen Seite wieder hinaufzuklettern, falls das überhaupt möglich ist. Ich gehe davon aus, dass sie gleich wieder in die ursprüngliche Richtung zurückschwenken. Nur mäßig beruhigt richtete Gabriel sich wieder auf. Ein Hubschrauber steht zu unserer Verfügung, wenn wir ihn brauchen. Ja, einer ist immer auf Stand-by. Die anderen setzen die Suche fort, obwohl es bei steigenden Temperaturen schwieriger wird mit der Wärmebilderfassung. Aber sie werden auch auf Sicht fliegen. Vielleicht haben wir Glück und sie entdecken die Flüchtigen. Auf Glück oder Zufall verließ Gabriel sie schon lange nicht mehr. Seiner Erfahrung nach brachte das nur sehr selten ein Erfolg. Gerade bei jemandem wie Russell Davis war es nahezu ausgeschlossen, ihn auf diese Weise zu fassen. Außerdem befürchtete er, dass sie bald die Leiche des Mädchens finden würden, auch wenn er sich natürlich einen anderen Ausgang wünschte. Aber es war sowieso schon ein Wunder, dass Davis sie so lange mitgeschleppt hatte. Normalerweise hätte er sich ihrer schon längst entledigt. Es war noch immer die Frage, welche Rolle der zweite Entflohene spielte. Einerseits klang Valeries Schlussfolgerung halbwegs realistisch, andererseits konnten die beiden ihre Flucht auch gemeinsam geplant und durchgeführt haben. Vielleicht hatte Thomas erwähnt, dass er sich im Regenwald auskannte, und Davis hatte die Gelegenheit genutzt, mit ihm ein Geschäft zu machen. Wenn es darum ging, seinen Hals zu retten, war der Mörder äußerst geschickt und zu allem bereit. Was aber nicht bedeutete, dass er seinen Komplizen am Ende nicht auch töten würde. Russells Davies' Devise war es, niemals einen Zeugen zurückzulassen. Ob es sich dabei um ein kleines Mädchen oder einen ehemaligen Mithäftling handelte, spielte keine Rolle. Ich will Patrouillen auf allen Wanderwegen in der Gegend, und zwar in ausreichender Stärke, damit sie nicht überrascht werden können und mit voller Ausstattung. Außerdem müssen sie ständigen Funkkontakt halten und mit GPS ausgestattet sein, damit wir jeden ihrer Schritte verfolgen können. So wie sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken, sollen sie Meldung machen. Wenn der Detektiv oder sonst jemand etwas daran auszusetzen hat, sollen sie zu mir kommen. Vermutlich machte er sich damit nicht gerade Freunde, aber das war im Moment auch nicht sein Ziel. Ihm waren alle Mittel recht, um den Mörder ein für allemal aus dem Verkehr zu ziehen. Ich werde es weitergeben. Hell kannte ihn lange genug, um zu wissen, wann nicht mit ihm zu spaßen war. In der Zwischenzeit rufe ich die anderen zusammen, damit wir aufbruchbereit sind, sobald es einen genaueren Standort gibt. Soll ich dann mitkommen? Es war Hells Stimme anzuhören, wie sehr es ihm widerstrebte, durch den Regenwald zu laufen. Nein, du bleibst hier und überwachst weiterhin die Koordinaten. Außerdem musst du die Suchmannschaften koordinieren, damit wir den Kreis um die Verbrecher immer enger ziehen und sie uns nicht entkommen. Gabriel fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und spürte zu seiner Überraschung Bartstoppeln. Normalerweise vernachlässigte er seine Hygiene auch während eines Falls nicht. Doch diesmal hatte er nicht einmal daran gedacht, sich zu rasieren. Julie bleibt bei dir. Falls es zu irgendwelchen Verhandlungen kommen sollte, kann sie mich über Funk anleiten. Julie hatte zwar eine Grundausbildung beim FBI gemacht, aber in ihrer Funktion als Profilerin und Psychologin nahm sie normalerweise nicht an Außeneinsätzen teil. Was bedeutete, dass er nur mit Lucas und Valerie fliegen würde. Eigentlich hätte er Valerie am liebsten auch hier gelassen. Aber wenn er Davis schnappen wollte, brauchte er jeden Mann oder jede Frau, und davon würden ihn sicher nicht altmodisches Denken oder das vage Unbehagen beim Gedanken an die junge Agentin abhalten. Gabriel trat aus dem Lieferwagen und blickte in die einsetzende Dämmerung. Erschrocken zuckte er zusammen, als jemand seinen Arm berührte. Kein Geräusch hatte angekündigt, dass er nicht mehr alleine war. Sie werden sie finden. Liv stand dicht hinter ihm, und er drehte sich zögernd zu ihr um. Da sie nicht mit ihnen nach Ho-Rain gefahren war, hatte er nicht erwartet, sie hier zu sehen. Wer wird wen finden? Sein Blick traf ihren und er wusste, dass sie seine Verzögerungstaktik durchschaute. Liv lächelte ihn an. Ich bin gekommen, um zu fragen, ob ich noch etwas für sie tun kann. Langsam schüttelte Gabriel den Kopf. Im Moment nicht. So wie wir einen genaueren Standort der Flüchtlinge haben, brechen wir auf. Aber danke für das Angebot. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg dabei. Und passen Sie auf sich auf. Dass sie sich die Mühe machte, ihn aufzusuchen, obwohl sie sicher genug zu tun hatte, erwärmte etwas in Gabriel, das seit Reys Tod zur Eiserstart war. Danke. Er würde ihr nicht versprechen, unverletzt und lebendig zurückzukommen. Auf solchen Einsätzen konnte immer etwas passieren. Verständnisvoll nickte sie ihm zu. Lassen Sie mich es wissen, wenn ich irgendwie helfen kann. Ein kurzer Druck ihrer Hand an seinem Arm? Dann entfernte sie sich, ohne auf seine Antwort zu warten. Einen langen Moment sah er ihr nach, bevor er sich wieder zum Fenster umdrehte. Sein Spiegelbild schien ihn prüfend anzustarren. Der Schmerz, der seine Rippen durchzog, weckte Damon auf. Er blinselte, hatte aber Mühe, in der Dunkelheit unter dem Überhang etwas zu erkennen. Als er jemanden neben sich spürte, wusste er instinktiv, dass er in Gefahr war. Ohne weiter darüber nachzudenken, rollte er zur Seite oder versuchte es zumindest. Etwas stoppte ihn. Seine Hand traf auf Stoff und zerzauste Haare. Immer. Für einen winzigen Moment dachte er, sie wäre tot. Doch dann spürte er ihren Herzschlag unter seiner Handfläche. Es musste Russell sein, der ihn so unsanft geweckt hatte und jetzt noch in der Nähe lauerte. Bist du endlich wach? Es ist unglaublich, wie du bei diesem Lärm schlafen kannst. Nun, da Russell es sagte, nahm Damon ein fernes Dröhnen wahr. Was ist das? Hubschrauber, sie kreisen schon seit einiger Zeit über diesem Gebiet. Wenn er sich nicht irrte, hörte Damon eine gewisse Beunruhigung in Russells Stimme. Das war einerseits gut, konnte andererseits aber auch zu einer Gefahr für Emma und ihn selbst werden. Gereizt und nervös war Russell unberechenbar. Oder vielmehr … noch unberechenbarer als sowieso schon. Was machen wir jetzt? Am liebsten wäre Damon nach draußen gelaufen und hätte die Hubschrauber auf sich aufmerksam gemacht, aber er wusste, dass er dann schon nach wenigen Schritten tot wäre. Wir warten hier, wo sie uns nicht sehen können. Irgendwann muss ihm das Benzin ausgehen. Das hatte er fast befürchtet. Immerhin deutete die Anwesenheit der Hubschrauber darauf hin, dass jemand nach ihnen suchte und sie offenbar auch im richtigen Gebiet vermutete. Es sei denn, sie suchten den ganzen Park auf diese Weise ab, in der Hoffnung, sie durch Zufall zu entdecken. Neben ihm bewegte sich Emma unruhig und wimmerte leise. Sofort legte Damon die Hand auf ihren Rücken und rieb darüber. Damit wollte er sie beruhigen, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass sie Russell nicht noch zusätzlich reizte. Das war das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnten. Es dauerte nicht lange, bis Emma wieder ruhig schlief und Damon sich ein wenig entspannen konnte. Nachdem Russell nichts mehr sagte, legte Damon sich wieder zurück, um jedes bisschen Erholung aufsaugen zu können. Sobald sie wieder unterwegs waren, musste er hundertprozentig fit sein, wenn er eine Chance haben wollte, lebend aus der Sache herauszukommen. Schneller als es ihm lieb war, verstummten die Motorengeräusche der Hubschrauber und Russell drängte zum Aufbruch. Noch immer war es unter den riesigen Bäumen und dem Überhang relativ dunkel. Nur dort, wo der freie Himmel zu sehen war, blitzte Helligkeit hindurch. Sanft rüttelte er an Emmas Schulter. Wach auf, Kleine. Wir müssen los. Daddy? Schlaftrunken setzte sie sich auf. Damon räusperte sich. Nein, Schätzchen, ich bin es, Damon. Aber du wirst deinen Vater bald wiedersehen. Hoffentlich war das keine Lüge. Er spürte, wie sie sich aufsetzte. Versprichst du es mir? Ja. Wenigstens war Russell schlau genug, nichts zu sagen. Stattdessen drückte er Damon etwas in die Hand. Esst schnell. Ich will in zwei Minuten los. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Bedürfnisse habt, erledigt das jetzt. Ich werde keine Rücksicht auf euch nehmen, wenn wir unterwegs sind. Was Damon nicht wirklich überraschte. Eher schon, dass er überhaupt etwas zu essen bekommen hatte. Aber er würde sich bestimmt nicht darüber beschweren. Rasch half er Emma mit ihrem Müsli-Riegel und der Wasserflasche. Dann schlang er seinen eigenen Riegel hinunter. So wie das Wasser seine Zunge berührte, erinnerte er sich daran, wie durstig er war. Zwar hatte er an einem Bach ein wenig getrunken, doch das war schon etliche Stunden her. Russell wartete ungeduldig vor dem Überhang auf sie und schob den Lauf der Pistole in Dämmens Rippen. Los jetzt und kein Ton mehr. 21. Erleichtert atmete Damon auf, als es endlich hell wurde. Das Gelände war nun deutlich einfacher zu bewältigen, die dicht bewaldeten Hügel machten grasbewachsenen Lichtungen Platz. Noch immer herrschten Pflanzen des Regenwalls vor, aber sie bildeten keine undurchdringliche Masse mehr. Die Sonne schien durch die Baumkronen und erwärmte die Luft beträchtlich. Nicht mehr lange, und es würde unangenehm warm werden, wenn sie sich bewegten. Mücken summten um sein Gesicht herum, und Damon musste sich zwingen, sie nicht zu verscheuchen. Mit jeder Bewegung würde er nur weitere Biester anlocken. Russells Flüchen nach zu urteilen, war er von ihren Begleitern auch nicht begeistert. Hoffentlich verschlangen sie ihn mit Haut und Haar. Immer wieder blickte Damon zum Himmel, aber bisher war noch kein weiterer Hubschrauber aufgetaucht. Vielleicht war die Polizei inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass sie sich nicht hier aufhielten und suchte nun andere Gebiete ab. Ohne Vorwarnung gaben die Bäume erneut eine Lichtung frei. Das Rauschen von Wasser erfüllte die Luft, und Damon erkannte, dass sie am gut getarnten Kopf eines Wasserfalls standen. Gischt sprühte auf, wo das Wasser auf nackte Felsen traf, an anderen Stellen tropfte es von Moosbüscheln, die sich an die Felsen klammerten. Schließlich verbreitete es sich zu einem tosenden Schwall und landete in sicher zwanzig Metern tief in einem beinahe kreisrunden Wasserbecken. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte er den Anblick genossen. Doch heute hatte er für die Schönheit der Natur keinen Sinn. Stattdessen drehte er sich wieder um und versuchte, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Es musste doch irgendwie möglich sein. Guten Morgen! Damon erstarrte, als er die fröhliche Begrüßung hörte. Langsam drehte er sich um und beobachtete, wie eine junge Frau die Lichtung betrat. Ein etwa gleichaltriger Mann folgte ihr. Nach ihrer Kleidung und den Rucksäcken zu urteilen, waren sie Wanderer, die im Hinterland des Parks übernachtet hatten. Um das Schlimmste zu verhindern, zwang sich Damon zu einem Lächeln und drückte Emmas Hand. Hallo, und wir dachten schon, wir wären die einzigen Wanderer hier in der Gegend. Die Frau lachte und warf ihren langen Pferdeschwanz zurück. Das dachten wir allerdings auch. Neugierig blickte sie zuerst ihn und dann Russell an. Als letztes fiel ihr Blick auf Emma und ihre Augen weiteten sich, als sie den Zustand des Mädchens sah. Hey, Kleine, geht es dir gut? Emmas Lippen zitterten. Sonst bewegte sie sich nicht. Stattdessen hielt sie sich an Demmons Hand fest, als hinge ihr Leben davon ab. Ihre Zähne gruben sich in ihre Lippe, während sie versuchte, sich hinter Demmon zu verstecken. Der junge Mann trat einen Schritt vor. Hey, lassen Sie die Kleine los, sonst. Demmon sah, wie sich Russell hinter den Wanderer bewegte und ahnte, was passieren würde. Nein, nicht. Der Mann wirbelte herum und erstarrte, als er die Waffe sah, die auf seine Brust zielte. Langsam hob er die Hände in einer beschwichtigenden Geste. Alles okay, wir verschwinden einfach wieder, komm, Cassie. Seine Stimme wackelte. Oh Gott, bitte nehmen Sie die Waffe runter. Mit weit aufgerissenen Augen starrte die junge Frau auf die dramatische Szene, die sich vor ihr abspielte. Russell grinste sie nur an. Warum sollte ich? Ist das jetzt der neueste Trick des FBI, hier Leute hinzuschicken, die so tun, als wären sie Touristen? Vergesste es, darauf falle ich nicht rein. Ihr hättet euch das besser überlegen sollen, bevor ihr hierhergekommen seid. Demmon trat einen Schritt vor und schob gleichzeitig Emma hinter sich. Lass sie gehen, das sind keine Polizisten oder Agenten. Sie können dir nichts anhaben. Russells Augen verengten sich. Doch, sobald sie außer Sicht sind, werden sie das verdammte FBI anrufen oder die Ranger oder sonst wen und denen verraten, wo wir sind. Das kann ich nicht zulassen. Vermutlich hatte er damit sogar recht. Aber das war noch lange kein Grund, sie einfach zu erschießen. Dann lassen wir uns die Handys geben. Problem gelöst. Der junge Mann nickte eifrig. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Natürlich, die könnt ihr haben. Er griff in die Innentasche seines Hemdes. Demmon sprang vor. Nicht! Doch es war zu spät. Ein Knall zerriss die Stille und alle schienen zu ersterren. Dann kippte der Mann wie in Zeitlupe um. »Nein!« Das Wort kam in einem langgezogenen Heulen aus Cassys Mund. »Kevin, oh bitte!« Sie fiel neben ihrem Freund auf die Knie und beugte sich über ihn. Raue Schluchzer brachen aus ihrer Kehle hervor. Ihr gesamter Körper zitterte. »Ruft ein Arzt, schnell!« Ein Blick auf Kevins blutgetränktes Hemd und seine starren, offenen Augen reichte, um zu wissen, dass ihm niemand mehr helfen konnte. Heiße Wut auf Russell erfasste Demmon. Wie konnte dieser Mörder so gleichgültig mit dem Leben anderer umgehen? Und dabei sogar noch Spaß haben, wie man ihn deutlich ansehen konnte. Mit einem bösartigen Grinsen blickte Russell auf Cassy hinunter, die ihren Freund an den Schultern schüttelte und immer wieder seinen Namen rief. Es war herzzerreißend. Demmon hätte sich am liebsten umgedreht und die Ohren zugehalten. Doch das konnte er nicht tun. Er würde nicht zulassen, dass Russell noch jemandem etwas tat. Und er war sich ziemlich sicher, dass der Mörder auch Cassy nicht am Leben lassen würde. Und dann war da noch Emma. Sie klammerte sich von hinten an ihn, das Gesicht hatte sie an seinem Rücken vergraben. Für sie musste es noch schlimmer sein. Sie war viel zu jung, um so etwas verarbeiten zu können. Besonders wenn sie wusste, dass ihr das Gleiche passieren konnte. Er griff nach ihren Händen und löste sie sanft von seiner Kleidung. Eine Hand legte er um ihren Hinterkopf. Mit tränenfeuchten Augen blickte sie zu ihm auf. Ihre Unterlippe zitterte. Hör mir gut zu. Ich möchte, dass du dich dort hinten vor den Baum setzt und dir die Ohren zuhältst, okay? Er hielt seine Stimme so leise, dass nur Emma ihn hören konnte. Kannst du das für mich tun? Stumm nickte sie. Während Emma sich auf den Rand der Lichtung zubewegte, ging Demmon auf Russell zu. Dabei achtete er darauf, seinen Körper immer in der Schusslinie zu halten, damit der Verbrecher nicht auf die Idee kam, auf das Kind zu schießen. Hol die Kleine zurück. Wütend funkelte Russell ihn an. Demmon schüttelte den Kopf und blieb ein Stück vor ihm stehen. Sie braucht es hier nicht zu sehen. Bisher hat sie sich gut gehalten. Du willst bestimmt nicht, dass sie jetzt zusammenbricht. Ein Moment blickte Russell ihn schweigend an. Dann nickte er. Okay. Aber wenn sie versucht abzuhauen, bist du dran. Verstanden. Gut. Bevor Demmon reagieren konnte, hatte Russell Cassie am Zopf gepackt und zog sie brutal daran hoch. Hör auf zu flennen, es geht mir auf den Senkel. Er brachte ihr Gesicht dicht an seines heran. Zu schade. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich noch ein wenig mit dir vergnügen. Mit der anderen Hand hielt er ihre Handgelenke auf dem Rücken zusammen. Cassie stieß einen schmerzerfüllten Laut aus. Ihr Gesicht war kalkweiß. Die dunklen Augen wirkten riesig. Ihr heftiges Atmen lenkte Russells Aufmerksamkeit auf ihre wohlgeformten Brüste. Ein Beben lief durch ihren Körper, und ihre Miene verzerrte sich. Verdammtes Schwein, ich werde dich mit bloßen Händen. Weiter kam sie nicht. Denn Russell ließ ihre Haare los und versetzte ihr eine schallende Ohrfeige. Hätte er Cassie nicht an den Handgelenken festgehalten, wäre sie zu Boden gegangen. Halb benommen hing sie in Russells Griff. Blut lief ihr aus dem Mundwinkel. Ihre Augenlider flatterten. Sie war nicht in der Verfassung, sich gegen Russell zu wehren. Der grinste sie nur an. Ich glaube, ich habe mich anders entschieden. Ich mag Frauen mit Feuer. Er warf sie zu Boden und hockte sich über sie. Mit einer Hand riss er ihr Hemd an der Knopfleiste auf. Cassie begann, um sich zu schlagen, aber es lag keine Kraft dahinter. Damit reizte sie den Mörder nur noch mehr. Demmon konnte die Gier in seinen Augen sehen und wusste, dass Russell die Frau vergewaltigen würde, bevor er sie tötete. Ekel stieg in Demmon auf, und er handelte ohne länger darüber nachzudenken. Auf keinen Fall konnte er daneben stehen, wenn Russell sich an der Frau verging, während ein siebenjähriges Mädchen dabei zusah. Etwas in ihm zerbrach, und er warf sich auf Russell. Der war von dem Angriff überrascht, erholte sich aber schneller wieder, als Demmon liegt war. Eine Faust traf ihn am Kinn. Schmerz zuckte durch seinen Kopf. Doch er kämpfte weiter. Für Cassie, für Emma. Und für sich selbst. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Cassie auf die Füße kam und schwankend loslief. Gleichzeitig stieß Russell ihn von sich und griff nach seiner Pistole, die er in dem Gerangel verloren hatte. Bevor Demmon sie sich schnappen konnte, hatte der Mörder sie wieder in der Hand und zielte auf Cassie. Das ließ Demmon keine Wahl. Er sprang auf und sprintete hinter ihr her. Jeden Moment erwartete er von einer Kugel in den Rücken getroffen zu werden. Doch seltsamerweise drückte Russell nicht ab. Stopp, oder ich schieße! Die Stimme des Mörders hallte über die Lichtung. Cassie lief einfach weiter, als hätte sie ihn gar nicht gehört. Oder als wüsste sie, dass sie sowieso sterben würde. Demmon spürte, wie die Strapazen der letzten Tage an seinen Kräften zehrten und holte das Letzte aus sich heraus. Er musste die Frau einholen. Das Herz hämmerte in seiner Brust. Sein Atem ging schwer. Punkte flimmerten vor seinen Augen. Mit einem letzten Energieschub erreichte er Cassie kurz vor dem Wasserfall und brachte sie zum Stehen. Damit sie sich nicht wehrte, schlang er die Arme um ihren Oberkörper. Dann brachte er seinen Mund dicht an ihr Ohr. Halten Sie still, ich will Ihnen helfen. Können Sie schwimmen? Sie drehte den Kopf ein Stück zu ihm und blickte ihn verzweifelt an. Ja, aber... Russell wird sie erschießen, das ist ihre einzige Chance. Er schob sie rückwärts bis an die Kante des Wasserfalls. Es tut mir leid. Demmon gab ihr einen Stoß und beobachtete, wie sie nach unten fiel. Ein langgezogener Schrei wehte zu ihm herauf, der abrupt abbrach, als sie auf das Wasser prallte. Angestrengt fixierte er die Oberfläche des Sees. Aber die Frau tauchte nicht wieder auf. Gott, hatte er sie umgebracht? Eine Hand packte ihn grob am Arm und zerrte ihn zurück. Was sollte das? Mit Mühe schaffte Demmon es, jedes Gefühl aus seiner Miene zu entfernen, bevor er sich zu Russell umdrehte. Achtlos zuckte er mit den Schultern. Es schien mir besser, als eine Kugel zu verschwenden. Oder noch einmal zu riskieren, dass jemand den Schuss hört. Überrascht lachte Russell auf. Interessant, das hatte ich nicht von dir erwartet. Er packte Demmon am Hemd und zog ihn dichter zu sich heran. Seine grünen Augen wirkten hart wie gefärbtes Glas. Wenn du mich allerdings noch einmal angreifst, bist du tot. Er stieß Demmon von sich und drehte sich um. Komm jetzt, ich will hier so schnell wie möglich weg. Demmon blickte zu Emma, die immer noch vor dem Baum saß. Als er auf sie zuging, bemerkte er ihren entsetzten Gesichtsausdruck und die Angst in ihren Augen. Betroffen versuchte er, so harmlos wie möglich zu wirken, während er sich ihr näherte. Langsam streckte er die Hand aus. Komm, kleine, wir gehen. Doch Emma zuckte vor seiner Hand zurück, als wäre es eine Schlange, und schob sich weiter nach hinten, um aus seiner Reichweite zu entkommen. Du, du, du hast die Frau umgebracht. Ihre Worte trafen ihn wie ein Schlag. Er hatte nicht daran gedacht, dass sie alles verfolgt hatte. Ich wollte sie retten. Das sagte er leise, damit Russell ihn nicht hörte. Du, du hast sie geschubst, ich hab's gesehen. Das konnte er nicht leugnen. Komm jetzt, wir müssen weiter. Wieder wollte er nach ihrer Hand greifen, doch sie wich zur Seite aus. Fass mich nicht an. Ihre Stimme drang über die Lichtung. Demmon trat zurück. Okay, ich fasse dich nicht an. Steh auf. Wortlos folgte sie seinem Befehl und ging dann in einem großen Bogen an ihm vorbei. Beinahe so groß wie der, den sie um die Leiche des Mannes machte. Demmon konnte sie verstehen. Trotzdem traf ihn ihr Verhalten. Verdammt, was war mit ihm los? Er hatte weitaus größere Probleme, als die Tatsache, dass Emma ihn nicht mehr mochte. Russell lachte, als Demmon an ihm vorbeiging. Sieht so aus, als wäre eure innige Freundschaft zu Ende. Scheiße, so ein Pech aber auch. Das passiert, wenn man ihr vorgaukelt, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Du bist ein Mörder und kein Stück besser als ich, auch wenn du das zu denken scheinst. Sein Grinsen verbreiterte sich. Bei mir hätte die Frau wenigstens noch ihren Spaß gehabt, bevor sie kurz und schmerzlos gestorben wäre. Du dagegen hast ja einen richtigen Höllentrip verpasst. Uh, ich hätte da nicht runterfallen wollen. Was meinst du? Ist sie beim Aufprall auf irgendwelchen Felsen gestorben, oder hat sie sich nur verletzt und ist dann ertrunken? Er wackelte mit dem Kopf. Kein schöner Tod. Demmon ging einfach weiter und versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr ihm die Sache zu schaffen machte. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, Cassie zu retten? Vielleicht, wenn er Russell stärker bekämpft hätte. Doch wie lange er auch darüber nachgrübelte, er fand keine Antwort. Abrupt stoppte er, als er Emma erschrocken aufschreien hörte und drehte sich zu ihr um. Russell hatte sie am Arm gepackt und hielt ihr die Pistole an die Stirn. Sofort setzte sich Demmon in Bewegung und blieb dicht vor dem Mörder stehen. Lass sie los, Russell. Warum sollte ich das tun? Ich brauche die Kleine nicht mehr. Eigentlich kann ich sie gleich hier erledigen, dann habe ich's hinter mir. Du brauchst sie noch. Oder wie kommst du sonst nach Ho-Rain? Wenn du dem Mädchen etwas tust, werde ich dir den Weg nicht mehr zeigen. Und dann wanderst du wahrscheinlich bis Timbuktu, ohne je eine Straße zu finden. Russells Augen verengten sich. Überleg dir gut, ob du mich verärgern willst, Kleiner. Ich will einfach nur endlich hier raus und du vergeudest Zeit. Wir kommen viel schneller vorwärts, wenn wir das Balken nicht überall mit hinschleppen müssen. Sie ist völlig unnütz. Bei diesen Worten wurde Emma noch blasser. Ihr gesamter Körper zitterte und sie blickte ihn flehend an. Wir nehmen sie mit. Russell löste die Sicherung der Pistole. Ich glaube nicht, dass du hier das Sagen hast. Sorgfältig behielt Warren die Umgebung im Auge, während der Angel und Moonlight folgte. Am liebsten wäre er vor ihnen gegangen, um sie im Falle eines Angriffs besser schützen zu können, aber das ging natürlich nicht, wenn er der Hündin die Arbeit nicht noch erschweren wollte. Die ganze Zeit waren sie einer langgestreckten Schlucht gefolgt, die nun endlich ihr Ende fand. Wie befürchtet lief die Spur auf der anderen Seite der Schlucht wieder zurück. Jeder Schritt, den er vorwärts ging, steigerte seine Angst um Emma und seine Ungeduld noch. Die Hilflosigkeit, das Gefühl, seine Tochter nicht retten zu können, machten ihn verrückt. Nur mit äußerster Mühe schaffte er es, sich so weit zu beherrschen, dass er nicht losrannte oder seine Wut hinausschrie. Er war so in seine Gedanken vertieft, dass er beinahe in Angels Hacken lief, als sie unerwartet stehen blieb. Rasch blickte er um sie herum und sah, dass Moonlight ebenfalls angehalten hatte und etwas anzeigte. Bevor Warren jedoch fragen konnte, was sie entdeckt hatte, lief sie schon weiter, diesmal allerdings ab vom bisher eingeschlagenen Weg. Einige Meter weiter stoppte sie erneut und Warren erkannte einen kleinen Felsüberhang, der von der Vegetation fast vollständig verdeckt war. Ein sehr gutes Versteck, wenn man nicht entdeckt werden wollte. Instinktiv schob er sich vor Angel. Bleib hier, ich sehe mir das an. Wieder wünschte er sich, eine Waffe zu haben. Angels Hand berührte seinen Rücken. Das ist nicht nötig. Wenn jemand hier wäre, hätte Moonlight das angezeigt. Ihre Aussage bewahrheitete sich, als die Hündin den kleinen Unterschlupf erschnüffelte und schließlich an einer Stelle ein weiteres Zeichen gab. Was bedeutet das? Dass Emma hier war und das für etwas längere Zeit. Anscheinend haben sich hier viele ihrer Geruchspartikel abgelagert, sonst hätte Moonlight das nicht extra angezeigt. Sie drehte sich zu Warren um und strich ihm über den Arm. Ich nehme an, dass sie hier zumindest einige Stunden gelagert haben. Vielleicht haben sie genauso wie wir darauf gewartet, dass es heller wird. Warrens Hände ballten sich zu Fäusten. Die Vorstellung, dass Emma hier gewesen war, während er nur wenige hundert Meter entfernt geschlafen hatte, war unerträglich. Anstatt sich auszuruhen, hätte er weitergehen und sie aus der Gewalt dieser Verbrecher befreien müssen. Bestimmt hatte sie furchtbare Angst gehabt und sich gewünscht, dass er sie endlich fand und nach Hause brachte. Und er hatte nicht nur geschlafen, sondern war auch noch über Angel hergefallen. Angels Berührung brannte wie Feuer auf seiner Haut und er schüttelte ihre Hand ab. Ohne ein Wort trat er aus dem Unterschlupf und ging ein paar Schritte, bevor er stehen blieb und tief durchatmete. Sein Herz raste, während sein Brustkorb gleichzeitig so schmerzte, als würde er von einem unsichtbaren Bann zusammengepresst. Warren stützte die Hände auf die Oberschenkel und versuchte, sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Du hättest nichts tun können, Warren. Im Dunkeln wären wir ohne Vorwarnung auf das Versteck gestoßen und das hätte nicht nur Emma, sondern auch uns in Gefahr gebracht. Obwohl Warren wusste, dass sie recht hatte, fiel es ihm schwer, das zu akzeptieren. Es ging um seine Tochter und er hatte schon versagt, als er nicht bemerkt hatte, dass sie aus dem Zelt verschwunden war. Dazu den ganzen Tag, an dem es ihm nicht gelungen war, sie einzuholen, und jetzt das. Kein Wunder, dass Carol ihm den Umgang mit Emma verbieten wollte. Der Druck in seinem Brustkorb verstärkte sich, seine Augen brannten. Wenn sie seinetwegen starb, würde er sich nie vergeben, sie … Ein dumpfer Knall zerriss die Stille des Morgens. Sofort ging Warren vor Angel in Verteidigungsstellung, obwohl er wusste, dass der Schuss weiter entfernt gefallen war und sie nicht treffen konnte. Erst verspätet ging ihm auf, was das bedeutete. Emma könnte in diesem Moment sterben oder war vielleicht sogar schon tot. Er kam zu spät. Verzweiflung packte ihn und er wollte losstürmen, doch eine Hand schloss sich fest um seinen Arm. Lass mich, ich muss. Angel unterbrach ihn. Denk nach, Warren. Du kannst ihr nicht helfen, wenn du nicht weißt, wo sie ist. Moonlight wird uns zu ihr führen. Mühsam riss er sich zusammen und nickte knapp. Können wir schneller gehen? Natürlich. Sie gab Moonlight den Befehl, die Spur wieder aufzunehmen und ging los. Die Hündin schien sich zu freuen, dass sie endlich schneller laufen durfte und forcierte stark das Tempo. Warren machte es nichts aus, fast hinter ihr her zu joggen. Seine Angst um Emma ließ ihn jegliche Müdigkeit und Schmerzen vergessen. Mit jedem Schritt halte ihr Name durch seinen Kopf. Sein Herz hämmerte wie ein Presslufthammer. Gott, sie dürfte einfach nicht tot sein. Wenn er ihren kleinen Körper irgendwo fand. Die Vorstellung war zu schlimm, um sie fortzusetzen. Nicht einmal, als er versucht hatte, Pedro aus dem brennenden Wagen zu befreien, hatte er eine solche Panik verspürt. Wieder blieb Moonlight abrupt stehen. Und diesmal konnte Warren sich nur mit einem Sprung zur Seite davon abhalten, Angel umzurennen, die ebenfalls angehalten hatte. Rau drangen seine Atemzüge aus seiner zugeschnürten Kehle. Was ist? Angel drehte sich halb zu ihm, ihr Gesicht war bleich. Sie deutete auf Moonlight, die stocksteif dastand. Sie zeigt mir an, dass sie etwas beunruhigt. Gott, nein, Emma. Warrens Knie drohten nachzugeben. Automatisch machte er einen Schritt vorwärts. Doch Angel packte ihn am Arm. Wir wissen nicht, was Moonlight dort riecht. Es kann alles Mögliche sein. Ich möchte, dass du hier bleibst, während ich nachsehe. Sofort schüttelte Warren den Kopf. Nein, ich muss sehen. Angels Stimme wurde sanfter. Bitte, Warren, sei vernünftig. Lass mich die Sache erst überprüfen. Mit Mühe riss er sich zusammen. Nein, Angel. Es könnte sein, dass die Verbrecher noch in der Nähe sind. Es wäre zu gefährlich, wenn du allein hier herumläufst. Zögernd nickte Angel. Okay, das ist dein Argument, aber bleib bitte hinter mir. Warren wollte protestieren, wusste aber, dass sie ihn bloß schützen wollte. Deshalb nickte er nur. Angel drückte seinen Arm und ließ ihn dann los. Nach einem tiefen Atemzug gab sie Moonlight ein Zeichen. Langsamer als zuvor gingen sie weiter, was Warren beinah verrückt machte. Sein Instinkt drängte ihn dazu, vorwärts zu stürmen, um denjenigen, den Moonlight roch, noch zu retten. Was allerdings vergebens wäre, wenn Angel recht hatte. Trotzdem musste er es zumindest versuchen. Und wenn es wirklich Emma war? Er glaubte nicht, dass er es ertragen könnte, sie so zu sehen. Aus reinem Selbstschutz konzentrierte er sich für den Moment nur auf ihre Sicherheit. Wenn die beiden Mörder sich noch in der Nähe auffielten, waren Angel und er in höchster Gefahr. Ganz sicher würden es die Verbrecher nicht zulassen, dass jemand sie sah und der Polizei davon berichten konnte. Sein Nacken prickelte und Warren blickte sich aufmerksam um. Nirgends war etwas zu entdecken, aber er hatte das Gefühl, dass sich jemand ganz in der Nähe auffielt. Jetzt traten sie auf eine Lichtung, die mit hohem Gras bedeckt war. Alles wirkte friedlich. Das einzige Geräusch war ein Rauschen, das vermutlich von einem nahen Wasserfall kam. Zuerst sah er nichts, aber dann nahm er einen dunklen Fleck wahr, der in der Mitte der Lichtung schwebte. Was zum Teufel war das? Angel hatte ihn auch bemerkt und hielt genau darauf zu. Warren folgte ihr. Es dauerte nicht lange, bis er begriff, was er sah. Fliegen. Ein ganzer Schwarm schwebte einige Zentimeter über den Gräsern und dafür konnte es nur einen Grund geben. Seine Hände begannen zu zittern. Als sie näher kamen, sah er einen roten Fleck durch das Gras schimmern. Emma trug ein rotes T-Shirt. Seine Beine gaben nach und er sank auf die Knie. Emma, seine wunderschöne kleine Tochter, so voller Leben, wie hatte er sie nur einer solchen Gefahr aussetzen können? Hätte er auf Carol gehört, wäre das nie passiert und Emma wäre in Portland in Sicherheit. Stattdessen lag sie hier auf dieser Wiese und hatte unaussprechliche Qualen erlitten. Nie wieder würde er ihr Lachen hören und sie heranwachsen sehen und es war seine Schuld. Er schloss die Augen und wünschte, er wäre in Afghanistan gestorben. Warren. Angels leiser Ruf ließ ihn den Kopf heben und er blinzelte, um scharf sehen zu können. Angel winkte ihn zu sich, aber ihren Gesichtsausdruck konnte er nicht deuten. Entsetzen stand darin, aber auch etwas wie Erleichterung. Schwerfällig kam er auf die Füße und lief mit wackeligen Knien zu Angel hinüber. Innerlich versuchte er, sich darauf vorzubereiten, gleich Emmas Leiche zu sehen, aber es gelang ihm nicht. Er konnte sie sich nur lebendig vorstellen, ihre wilden roten Locken, die hellbraunen Augen und die süßen Sommersprossen. Nur so wollte er sie sehen. Trotzdem zwang er sich, neben Angel zu treten und nach unten zu blicken. Wanderstiefel und eine hellbraune Trekkinghose füllten sein Blickfeld und er ließ den Blick nach vorn schnellen. Ein rotes Hemd, auf dem eine furchtbare Wunde prangte, ein Gesicht, dem das Entsetzen im Augenblick des Todes anzusehen war. Warren schluckte heftig und versuchte, die Übelkeit zu unterdrücken. Gleichzeitig brach sich eine riesige Erleichterung in ihm Bahn. Es war nicht Emma. Er konnte weiterhin hoffen, sie lebendig und gesund zurückzubekommen. Schlechtes Gewissen breitete sich in ihm aus, während er stumm auf den jungen Mann hinunterblickte. Irgendjemand würde ihn vermissen und wegen seines Todes zerstört sein. Seine Eltern, Geschwister, Freunde. Vielleicht hatte er eine Freundin oder Frau oder sogar Kinder. Warren schob den Gedanken beiseite und konzentrierte sich stattdessen darauf, die Fakten zu sammeln. Der Tote war von einem Schuss in die Brust aus nächster Nähe getötet worden. Er trug Wanderkleidung und einen großen Rucksack, an dem auch ein zusammengerollter Schlafsack befestigt war. Meinst du, es ist einer der beiden Verbrecher? Angel sprach so leise, dass er sie kaum verstand. Nein. Sie wandte sich zu ihm um. Warum bist du so sicher? Vielleicht hatten sie einen Streit und der eine hat den anderen erschossen. Er trägt Wanderstiefel mit Profil. Die Abdrücke, die wir bisher gefunden haben, waren aber viel weniger ausgeprägt. Seine Kleidung und auch der Rucksack mit Schlafsack deuten eher darauf hin, dass er ein Wanderer ist, der hier irgendwo im Hinterland übernachtet hat. Angel verzog den Mund. Das hatte ich befürchtet. Er muss zufällig auf die Verbrecher getroffen sein und hat das mit seinem Leben bezahlt, der arme Kerl. Ihre Stimme zitterte und sie bemühte sich, nicht mehr nach unten zu sehen. Ich muss die Polizei informieren, damit sie ihn abholen. Wenn er hier liegen bleibt, werden sich die wilden Tiere über ihn hermachen. Okay, aber wir können nicht hier warten, bis sie kommen. Was? Willst du ihn einfach so liegen lassen? Warren rieb sich über das Gesicht. Hör zu, es tut mir auch leid für den jungen Mann. Aber er ist tot und Emma lebt noch. Deshalb ist es mir wichtiger, Emma zu folgen, als ihr Totenwache zu halten. Angel biss sich auf die Lippen, aber schließlich nickte sie. Du hast recht. Schnell schlüpfte sie aus den Riemen ihres Rucksacks und holte ihr Funkgerät heraus. Hier ist Angel Burns, bitte kommen. Ein Rauschen ertönte, dann eine müde Stimme. Sergeant Peters, hier, ich höre. Wir haben gerade eine männliche Leiche auf einer Lichtung gefunden. Es scheint ein Wanderer zu sein. Wiederholen Sie das bitte. Diesmal klang Peters wesentlich wacher. Hier ist ein Toter, er wurde erschossen. Vermutlich von den beiden entflohenen Häftlingen. Ich möchte mit Detective Hiron sprechen. Ja, ja, natürlich. Klein Moment. Ungeduld stieg in Warren auf. Jede Sekunde, die sie hier verloren, konnte Emmas Tod bedeuten. Aber er sagte nichts. Sie waren es dem Toten schuldig, wenigstens dafür zu sorgen, dass er geborgen wurde. Wenn es Emma wäre oder jemand anders, den er liebte, würde er auch hoffen, dass sich jemand darum kümmerte. Hier und hier. Habe ich das richtig gehört? Ihr habt einen Toten gefunden? Ja, er wurde erschossen. Moonlight hat uns hierher geführt. Also sind Emma und ihre Entführer auch hier gewesen. Außerdem haben wir einen Schuss gehört. »Kennst du den Toten?« »Nein.« »Vermutlich ist er ein Tourist. Bitte schick jemanden, der ihn holt, bevor ihn die Tiere entdecken. Wir müssen weiter Emmas Spur folgen und können nicht hierbleiben.« »Das ist viel zu gefährlich, Angel. Warte, bis der Hubschrauber kommt. Dann schicke ich dir ein paar Polizisten, die dich beschützen.« Angels Blick wanderte zu Warren, doch der schüttelte den Kopf. »Nein, das dauert zu lange.« »Okay, kannst du mir sagen, wo ihr gerade seid?« Schnell holte Angel ihr GPS-Gerät heraus und schaltete es an. Sie nannte Hieron die Koordinaten. »Beeilt euch bitte.« »Ein Hubschrauber steht schon bereit. Kannst du mir noch sagen, wann ihr den Schuss gehört habt?« Ratlos sah Angel Warren an. »Nicht genau, ich würde sagen, ungefähr vor einer halben Stunde, bin mir aber nicht sicher.« Warren mischte sich ein. »Ich habe kurz vorher auf die Uhr gesehen. Sie haben jetzt etwa 40 Minuten Vorsprung, wenn Sie gleich nach dem Schuss weitergegangen sind.« Ein tiefer Atemzug war durch das Telefon zu hören. »Passt auf euch auf, Angel. Diese Männer sind sehr gefährlich.« Angel stieß ein harsches Lachen aus. »Das sehe ich gerade deutlich vor mir. Wir sind vorsichtig. Ich verspreche es. Over.« Sie steckte das Funkgerät in den Rucksack zurück und richtete sich dann auf. Zu Warrens Überraschung hockte sie sich neben den Toten und schloss ihm sanft die Augen. »Es tut mir leid.« Ein Kloß bildete sich in Warrens Kehle. Gleichzeitig breitete sich Wärme in ihm aus. Angel war eine unglaubliche Frau und er war sehr froh, sie in dieser schwierigen Situation an seiner Seite zu haben. Ein anderer hätte längst aufgegeben. Doch sie stand immer wieder auf und machte weiter. Das bewunderte er zutiefst. Er hob ihren Rucksack auf und hielt ihn hoch, während sie die Arme in die Riemen schob. Danke. An ihrer angespannten Miene konnte er sehen, wie nahe ihr das alles ging und wie viel die Erlebnisse sie schon gekostet hatten. Sein Drang, sie zu schützen, kollidierte mit dem Wunsch, Emma zu retten. Es zerriss ihn förmlich. Angel, sie ließ ihn nicht ausreden. Ich weiß, dass es gefährlich werden kann, aber das nehme ich in Kauf, wenn wir dafür deiner Tochter helfen können. Keiner hat sie nach ihrer Wahl gefragt. Ohne mich oder vielmehr Moonlight wirst du sie nie finden. Also ist die Frage müßig, ob ich lieber hierbleiben würde. Da Warren die Worte fehlten, beugte er sich nur vor und küsste sie sanft auf den Mund. Sofort öffneten sich ihre Lippen und sie vertiefte den Kuss. Viel zu schnell für seinen Geschmack löste sie sich jedoch wieder von ihm. Leichte Röte überzog Angels Wangen. Wofür war das? Dafür, dass du so unglaublich bist. Wenn Emma in Sicherheit ist, kann ich dir hoffentlich zeigen, wie wunderbar ich dich finde. Der Hauch eines Lächelns huschte über ihr Gesicht. Abgemacht. Ohne ein weiteres Wort machten sie sich wieder auf den Weg, diesmal aber deutlich langsamer und leiser, damit sie nicht aus Versehen über die Verbrecher stolperten. Während Warren Angels Rücken betrachtete, dachte er über die Zweifel in ihrem Blick nach, die im Gegensatz zu ihrer Antwort standen. Sie kannten sich zwar noch nicht so lange, aber es stand für ihn außer Frage, dass er sie gerne näher kennenlernen wollte. Wenn das alles hier vorbei war, er hoffte sehr, dass er die Gelegenheit haben würde, ihr zu zeigen, dass er jedes Wort ernst gemeint hatte. Valerie lief über den Parkplatz zum Hubschrauber, der mit laufenden Rotoren auf dem Asphalt stand. Auf keinen Fall wollte sie riskieren, dass Gabriel sie nicht mitnahm. An seinem Gesichtsausdruck hatte sie erkannt, dass er darüber nachgedacht hatte und sie wollte ihm keine Gelegenheit geben, es sich anders zu überlegen. Zwar wusste sie selbst nicht genau warum, aber sie hatte das Gefühl, dass sie unbedingt dabei sein musste, wenn die Flüchtigen gefasst wurden. Sie warf ihr Gepäck in den Hubschrauber und kletterte dann selbst hinterher. Lukas und Detective Heron waren bereits an Bord, außerdem noch zwei Ranger, deren Namen sie nicht kannte, und ein Sanitäter. Wenig später traf auch Gabriel ein und gab dem Piloten ein Zeichen, loszufliegen. Nachdem sie alle Kopfhörer aufgesetzt hatten, erklärte Gabriel, was sich zugetragen hatte. Wir werden den Toten sichern und dann weiter pflegen. Hal konnte den möglichen Aufenthaltsort aufgrund der Zeitangaben noch weiter eingrenzen. Harper und Burns folgen weiter der Spur und liefern uns damit weitere Daten. Herons Augenbrauen schoben sich zusammen. Ich finde das immer noch viel zu gefährlich. Sie sind nicht mal bewaffnet. Und sie haben gehört, was Miss Harper gesagt hat. Ihr Ex-Mann ist psychisch labil. Gabriel wirkte nicht, als würde ihn das sonderlich aufregen. Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass sie sich von uns hätten aufhalten lassen. Harper weiß, dass die Verbrecher seine Tochter jederzeit töten können. Deshalb wird er sicher nicht aus Angst um seine eigene Sicherheit wegbleiben und uns die Sache erledigen lassen. Wenn wir aber dank ihrer GPS-Daten die Mörder vorher erwischen, geraten sie gar nicht erst in Gefahr. Wir müssen nur schneller sein. Valerie fand das sehr riskant. Doch sie wusste, wann es besser war, den Mund zu halten. Für Gabriel zählte momentan nur, die Entflohenen zu fassen und das Mädchen zu retten. Alles andere war zweitrangig. Hoffentlich gingen Warren Harper und die Hundeführerin mit Bedacht vor. Wenn nicht, konnte das nicht nur ihren, sondern vor allem den Tod des Mädchens zur Folge haben. Aber der ehemalige Marine wusste das vermutlich und würde Vorkehrungen treffen. Ich denke trotzdem, dass es zu gefährlich ist. Besonders für Angel. Sie ist solche Dinge nicht gewohnt. Hieron gab offensichtlich nicht so schnell auf. Wahrscheinlich, weil er Gabriel nicht gut genug kannte, um zu wissen, dass er seine Entscheidungen nie rückgängig machte. Schon gar nicht zu einem so späten Zeitpunkt. Genervt blickte Gabriel ihn an. Was soll ich denn ihrer Meinung nach tun? Solange sie uns nicht per Funk kontaktieren, können wir sie nicht erreichen. Und selbst wenn es möglich wäre, haben sie es doch selbst gehört. Sie folgen Emmas Spuren, egal was passiert. Und damit ist die Diskussion beendet. Hieron wirkte, als wollte er weiter argumentieren, schien dann aber einzusehen, dass es nichts bringen würde. Er presste die Lippen zusammen und wandte sich von ihnen ab. Valerie blickte aus dem Fenster auf das grüne Dach des Regenwalds hinunter. Von hier oben sah es so friedlich aus. Man konnte sich kaum vorstellen, dass gerade zwei entflohene Mörder dort unten ihr Unwesen trieben. Ihre Ausbildung zur FBI-Agentin war noch nicht so lange her, dass sie ihre Anspannung völlig überspielen konnte, aber sie versuchte es. Auf keinen Fall sollte Gabriel bereuen, sie mitgenommen zu haben. Als neuestes Mitglied des Teams hatte sie das Gefühl, sich beweisen zu müssen, bevor sie vollständig akzeptiert wurde. Nach einigen letzten Anweisungen von Gabriel schwiegen sie. Nur der Lärm der Rotoren war zu hören. Die Vibrationen liefen durch ihren Körper und verstärkten ihre Unruhe noch. Es schien unendlich lange zu dauern, bis sie endlich zu den Koordinaten kamen, die Angel Burns ihnen gegeben hatte. Der Hubschrauber ging in den Sinkflug über und setzte schließlich mit einem sanften Ruck auf der grasbewachsenen Lichtung auf. Hiran riss die Tür auf und sprang hinaus. Mit der Pistole im Anschlag sicherte er den Ausstieg der anderen. Zwar hatte Gabriel vorher überprüft, dass sich Harper und Burns weit von diesem Punkt entfernt hatten und damit auch die Verbrecher nicht mehr in der Gegend waren, aber es war immer besser, vorsichtig zu sein. Valerie kletterte aus dem Hubschrauber und duckte sich unter den Rotoren hinweg, um dem starken Luftzug zu entkommen. Schnell entfernte sie sich einige Schritte und hielt sich die Hand vor die Augen, um dem aufgewirbelten Dreck zu entgehen. Erst als der Motor aus war, konnte sie sich richtig umsehen. Rasch folgte sie Gabriel, Lukas und Hiran, die zielstrebig auf einen bestimmten Punkt zugingen. Der Sanitäter schloss sich ihr an. Mit seinen etwa 50 Jahren wirkte er ruhig und abgeklärt. Vermutlich hatte er in seinem Job schon viel gesehen und ließ sich von nichts mehr schocken. Dagegen kam sie sich furchtbar jung und unerfahren vor, obwohl sie mit 30 auch nicht gerade taufrisch war. Der Sanitäter warf ihr einen Blick zu, der ihr mitleidig erschien. Deshalb beeilte sie sich, zu ihren Kollegen aufzuschließen. Als sie sah, dass sie ihr Ziel erreicht hatten, blieb sie abrupt stehen. Vor ihnen lag die Leiche eines jungen Mannes. In Höhe seines Herzens befand sich ein Loch in seinem Hemd, aus dem Blut ausgetreten war. Nicht extrem viel, was den Schluss nahelegte, dass er fast sofort gestorben war. Vermutlich noch, bevor er auf dem Boden aufgeschlagen war. Auf seinem Gesicht zeichneten sich Schock und Entsetzen ab. Sein Mund war leicht geöffnet, als hätte er gerade etwas gesagt oder vielleicht auch geschrien. Die Augen waren geschlossen. Valerie bezweifelte, dass einer der beiden Verbrecher das getan hatte. Vielleicht war es Warren Harper oder Angel Burns gewesen. Ein Moment lang beobachtete sie, wie der Sanitäter den jungen Mann untersuchte und dann den Kopf schüttelte, um das zu bestätigen, was sie sowieso schon alle wussten. Dem Mann hier war nicht mehr zu helfen. Fliegen schwirrten um ihn herum, die sich von den Menschen nicht stören ließen. Noch waren keine Anzeichen von Verwesung zu bemerken, aber wenn er länger in der Hitze und feuchten Umgebung lag, würde der Prozess bald einsetzen. Da sie nichts tun konnte, trat Valerie zurück und holte Tiefluft. Es war nie einfach, eine Leiche zu sehen. Aber hier kam noch hinzu, dass die Verbrecher ein kleines Mädchen in ihrer Gewalt hatten, das jederzeit so enden konnte, wie der junge Mann einige Meter entfernt. Außerdem war er ungefähr in dem gleichen Alter wie ihr Bruder damals. Sofort wischte Valerie den Gedanken beiseite. Sie durfte jetzt nicht an ihn denken, sondern musste sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Mit den Augen suchte sie die Umgebung nach Hinweisen ab, was hier geschehen war. Ihr Hauptaugenmerk lag zwar auf der Rettung des Mädchens und der Festnahme der beiden Flüchtigen, aber es konnte nicht schaden, sich umzusehen. Von einem leisen Rauschen angelockt, trat sie näher an etwas heran, das sich erst auf den zweiten Blick als Abgrund entpuppte. Valerie lehnte sich vor und blickte nach unten. Ein schmaler Wasserfall fiel über einen Felsvorsprung in ein beinahe kreisrundes Becken etliche Meter tiefer. Es wirkte so idyllisch, dass Valerie tatsächlich für einen Moment vergaß, warum sie hier war. An den Wänden wuchsen Mose und Farne. Gischt sprühte über die Felsen und ließ die Pflanzen in der Sonne glitzern. Sie wünschte, sie könnte dort unten liegen und … Valerie stieß einen erschrockenen Schrei aus und taumelte instinktiv zurück. Ihr Verstand weigerte sich, das zu verarbeiten, was sie gesehen hatte. Valerie, alles in Ordnung? Lukas' Frage riss sie aus ihrem Schockzustand. Noch einmal blickte sie nach unten, um sich zu vergewissern, dass sie es sich nicht eingebildet hatte. Dann drehte sie sich zu den anderen um. Kommt schnell, da unten liegt jemand. Die anderen reagierten sofort und rannten zu ihr. Vorsichtig sahen sie nach unten. Hieron fluchte unterdrückt und wandte sich an einen der Ranger. Wie kommen wir am besten nach unten? Vielleicht lebt die Frau noch. Der Mann, Watts, stand auf der Brusttasche seines Hemdes, schüttelte den Kopf. Das wird schwierig. Ich muss mich abseilen. Die Ausrüstung habe ich dabei, aber für die Bergung der Frau brauchen wir einen Hubschrauber mit Rettungstrage, die wir runterlassen können. Gabriel zog sein Satellitenhandy heraus und forderte den gewünschten Helikopter an. Bekommen sie das hier alleine hin? Seine Frage richtete sich an die beiden Ranger, die ihn nur stumm anstarrten. Ungeduldig führte er weiter aus. Diese Typen haben immer noch eine Geißel. Wenn wir jetzt nicht zugreifen, ist das kleine Mädchen auch noch tot. Wieder blickte er nach unten. Ich hoffe, die Frau lebt noch. Aber im Moment ist es mir wichtiger, die Mörder davon abzuhalten, noch weiteren Schaden anzurichten. Schließlich nickte Watts zögernd. Zu dritt sollten wir es hinkriegen. Der Rettungshubschrauber ist auch besser geeignet zur Versorgung von Verletzungen, sollte die Frau noch leben. Der andere Ranger meldete sich zu Wort, aber ich dachte, sie brauchen jemanden, der sich in der Gegend auskennt. Ein Muskel zuckte in Gabriels Wange. Es muss eben ohne gehen. Ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Wenn Sie noch etwas aus dem Hubschrauber brauchen, holen Sie es jetzt. Wir brechen sofort auf. Damit ging er weg und ließ sie dort stehen. Watts blickte ihm hinterher. Ist der etwa immer so? Lukas übernahm die Antwort. Nein. Aber auch wenn das keine Entschuldigung ist, er hat seine Gründe dafür, die Verbrecher so schnell wie möglich zu fassen und alles andere hintanzustellen. Der Sanitäter hatte die Frau nicht aus den Augen gelassen. Ich kann das verstehen. Leute, die dazu fähig sind, so etwas zu tun, sollte man... Hey! Aufgeregt beugte er sich vor und Hieron griff automatisch nach seinem Arm, um zu verhindern, dass er kopfüber in den Abgrund fiel. Ich glaube, die Frau hat sich gerade bewegt. Wir sollten ganz schnell darunter. Angespannt blickten alle in den Abgrund und Valerie atmete scharf ein, als sie sah, dass sich tatsächlich ein Arm bewegte. Hoffentlich konnte man ihr schnell genug helfen. Lukas machte Valerie schließlich darauf aufmerksam, dass Gabriel ungeduldig am Hubschrauber auf sie wartete. Mit einem Dröhnen begannen sich die Rotoren zu bewegen und sie rannten los. Es war nicht auszuschließen, dass Gabriel sie einfach hier lassen würde, wenn sie zu langsam waren. Und das musste sie auf jeden Fall verhindern. 23. An Moonlights Verhalten konnte Angel erkennen, dass sie immer immer näher kamen, was einerseits gut war, andererseits aber auch die Gefahr bag, dass die Verbrecher sie entdeckten und genauso töteten wie den armen Touristen. Während ihrer bisherigen Sucheinsätze hatte sie schon mit vielen zu tun gehabt, Mörder waren allerdings noch nicht darunter gewesen. Das machte ihr Angst, und sie wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte. Wenn es zu einer Schießerei kam, würde nicht nur sie in Gefahr geraten, sondern auch Emma. Angel verzog den Mund. Es würde eine sehr einseitige Schießerei werden, da weder sie noch Warren eine Waffe dabei hatten. Sie wurde immer langsamer, bis sie schließlich ganz stehen blieb. Moonlight drehte sich zu ihr um und gab ein leises Winseln von sich. Testweise zog sie an der Leine. Doch Angel ließ sich davon nicht beirren. Wenn sie Emma lebendig dort herausholen wollten, mussten sie sich etwas einfallen lassen. Warren stoppte neben ihr und sah sich um. Es überraschte sie, dass er die offensichtliche Frage nicht stellte. Stattdessen blickte er sie nur an. Ich möchte, dass ihr beiden hier bleibt, während ich mich umsehe. Aber die Spur! Warren unterbrach sie. Ich nehme an, dass du stehen geblieben bist, weil Moonlight Emmas Nähe anzeigt, oder? Stumm nickte sie. Dann werde ich sie auch so finden. Es wäre zu auffällig, wenn wir zu dritt durch den Wald stapfen, besonders wenn wir uns genau auf der Spur bewegen. Ich möchte vermeiden, dass wir den Verbrechern irgendwann aus Versehen in die Hacken laufen. Das konnte sie absolut nachempfinden. Trotzdem wollte sie ihn nicht allein gehen lassen. Wir könnten doch … Er legte ihr einen Finger auf die Lippen. Angel, ich bin ein Marine und weiß, was ich tue. Glaub mir, dass ich mich ihnen unbemerkt nähern kann, ihr aber nicht. Angel musste sich auf die Lippe beißen, um ihn nicht darauf hinzuweisen, dass er kein Marine mehr war und noch dazu verletzt. Das Schlimmste, was sie tun konnte, war, ihn an seinen Fähigkeiten zweifeln zu lassen. – Sei bitte vorsichtig, Warren. Ernst blickte er sie an. – Versteckt euch hier, bis ich zurück bin. Moonlight wird dich warnen, wenn sich jemand nähern sollte, oder? Er wartete auf ihr Nicken, bevor er fortfuhr. – Solltest du Schüsse hören, verschwinde hier so schnell wie möglich. Protest regte sich in ihr. Er wollte, dass sie ihn und Emma im Stich ließ? – Aber … Das ist nicht verhandelbar, Angel. Ich möchte, dass du in Sicherheit bist. Wenn ich die ganze Zeit befürchten muss, dass dir etwas zustoßen könnte, kann ich mich nicht ausreichend konzentrieren. Wärme breitete sich in ihr aus. – Ich mache mir aber auch Sorgen um dich und um Emma. – Kannst du dir vorstellen, wie schwer es ist, nur die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten? – Ja. – So geht es mir seit gestern Morgen. Erst jetzt wurde ihr richtig bewusst, wie schlimm es für ein Mann wie Warren gewesen sein musste, auf sie und Moonlight angewiesen zu sein und nicht selbstständig handeln zu können. – Es tut mir leid. – Ein seltsamer Ausdruck huschte über sein Gesicht. – Es gibt rein gar nichts, was dir leidtun müsste, Angel. Ganz im Gegenteil. Ohne dich, euch, wäre ich jetzt nicht hier. Wenn ich Emma unversehrt zurückbekomme, ist das allein euer Verdienst. Ich bin einfach nur hinter euch hergelaufen. Das sah sie zwar nicht so, aber sie hatten nicht genug Zeit, das jetzt auszudiskutieren. Lass den Rucksack hier, dann kommst du schneller vorwärts. Warren schlüpfte aus den Riemen und stellte den Rucksack auf den Boden. Gute Idee. Versteck ihn einfach in der Nähe. Dann brauchst du ihn nicht mit dir rumzuschleppen. Wird erledigt. Angel konnte sich gerade noch davon abhalten, zu salutieren. Es musste Warren verdammt schwergefallen sein, die Suche nicht an sich zu reißen. Seine Beherrschung war bewundernswert. Besonders, wenn man bedachte, wie er sich nach der Entführung seiner Tochter fühlen musste. Sorgen hatten die feinen Linien in seinen Augen und Mundwinkeln noch vertieft. Furchen durchzogen seine Stirn. Ohne bewussten Befehl hob sich ihre Hand und sie strich sanft mit den Fingerspitzen über die Falten. Wärme leuchtete ihr aus seinen Augen entgegen. Gut. Als er sich vorbeugte und sie zärtlich küsste, hielt Angel den Atem an. Für einige viel zu kurze Sekunden genoss sie seine Nähe. Dann legte sie die Hände auf seine Brust und schob ihn von sich. Geh. Nach kurzem Zögern wandte Warren sich abrupt um und ging los. Innerhalb weniger Augenblicke war er in der Vegetation verschwunden. Kein Geräusch war mehr zu hören. Wieder stieß Moonlight ein Winseln aus und Angel wünschte, sie könnte es ihr gleich tun. Je weiter Warren sich entfernte, desto mehr hatte sie das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren würde. Es gefiel ihm nicht, Angel allein zu lassen, aber er wollte sie so weit wie möglich aus der Gefahrenzone heraushalten. Durch ihren Mangel an Erfahrung wäre sie ihm außerdem nur im Weg gewesen und hätte dadurch nicht nur sich selbst gefährdet, sondern auch Emma. Und das konnte er nicht zulassen. Die Vorstellung, seine Tochter vielleicht bald wieder in den Armen halten zu können, drohte seine Konzentration zu stören. Deshalb schob er den Gedanken schnell beiseite. Lautlos schlich er durch den Regenwald und nutzte jede Deckung, um sich den Verbrechern unentdeckt zu nähern. Ein kurzes Stück weit folgte er noch den frischen Spuren, die er in der feuchten Erde relativ gut erkennen konnte, doch dann hörte er Geräusche und Stimmen. Es waren zwei Männer, die sich erkennbar stritten. Warren schlich sich näher heran, um sie besser verstehen zu können und vielleicht sogar einen Blick auf Emma zu erhaschen. Wir haben jetzt keine Zeit für eine Pause. Hast du den Hubschrauber nicht gehört? Die andere Stimme war so leise, dass Warren nur ein Murmeln hörte. Es ist mir völlig egal, ob die Kleine kaputt ist oder nicht. Ihr konntet euch heute Nacht lange genug ausruhen. Ich hätte euch beide gleich auf der Lichtung töten sollen. Dann würdet ihr mich wenigstens nicht mehr nerven. Noch einmal mache ich den Fehler sicher nicht. Unwillkürlich trat Warren einen Schritt vor, konnte sich dann aber gerade noch davon abhalten, loszustürmen und den Mörder zu zermalmen, der das Leben seiner Tochter so kaltherzig bedrohte. Was immer auch der Grund sein mochte. Warren war sehr dankbar dafür, dass der Verbrecher seine Drohungen bisher noch nicht wahrgemacht hatte. Langsam bewegte er sich wieder vorwärts, immer darauf bedacht, seine Anwesenheit nicht zu verraten. Er hatte nur dann eine Chance, wenn er den Überraschungsmoment auf seiner Seite hatte. Hörten die Mörder ihn vorher, würden sie Emma vielleicht erschießen, bevor er nah genug heran war. Das durfte er auf keinen Fall riskieren. Ihre Sicherheit zählte bedeutend mehr als sein Rachedurst. Einige Meter weiter duckte er sich hinter einem umgestürzten Baumstamm und blickte daran vorbei in die Richtung, in der er die Verbrecher vermutete. Die Stimmen waren verstummt. Doch er hörte deutlich das Geräusch von Kleidung, die über die Blätter der Fahne und anderen Pflanzen strich. Warren konnte die Nähe seiner Tochter beinahe fühlen. Wenn er die Hand ausstreckte, ein dumpfer Laut ertönte und er zuckte erschrocken zusammen. Dicht presste er sich an den Baumstamm und hörte, wie jemand direkt dahinter lang ging. Er hielt den Atem an und versuchte, sich so unsichtbar wie möglich zu machen. Auf keinen Fall durften die Fahne um ihn herum wackeln und damit seinen Standort verraten. Nach scheinbar unendlich langer Zeit, dabei waren es vermutlich nur wenige Sekunden, entfernten sich die Schritte endlich und Warren atmete langsam aus. Vorsichtig richtete er sich wieder auf und blickte über den Baumstamm hinweg. Diesmal stockte ihm der Atem aus einem anderen Grund. Zerzaust und sichtbar erschöpft ging Emma nur wenige Meter von ihm entfernt zwischen zwei Männern durch den Regenwald. Sie lebte. Anhand der Spuren hatte er das zwar schon gewusst, aber nachdem er sie jetzt mit seinen eigenen Augen sah, konnte er es endlich auch glauben. Erleichterung mischte sich mit Anspannung. Egal wie, er musste sie dort so schnell wie möglich herausholen. Das würde allerdings nicht ganz einfach werden, denn der Glatzkopf hinter ihr hielt eine Pistole direkt auf ihren Rücken gerichtet. Warren würde nicht schnell genug an sie herankommen, um sie vor der Kugel zu bewahren. Vor allem blickte der Verbrecher sich ständig um, als ahnte er, dass jemand in der Nähe war, der ihn angreifen wollte. Der andere Mann war auch aufmerksam. Aber er trug keine Waffe. Jedenfalls konnte Warren keine sehen und wirkte weniger gefährlich. Als Emma stolperte, drehte er sich sogar sofort um und stützte sie. Von ihm schien keine unmittelbare Gefahr für seine Tochter auszugehen, doch das konnte sich natürlich ändern, wenn sie angegriffen wurden. Geht es auch ein wenig schneller? Wenn jemand die Leichen entdeckt, wird es hier gleich nur so von Polizisten wimmeln. Leichen? Plural? Hatten sie außer dem jungen Mann noch jemanden umgebracht? Aber hätte Moonlight das nicht wittern müssen? Warren schüttelte den Gedanken ab. Seine ganze Konzentration durfte jetzt nur noch auf Emmas Rettung ausgerichtet sein. Alles andere lenkte ihn nur ab und das konnte er sich nicht leisten. Warren wartete, bis sie außer Sichtweite waren, bevor er sich aufrichtete und in die Richtung zurückging, aus der er gekommen war. Jede Phase in ihm rebellierte dagegen, Emma allein zu lassen. Aber er musste dringend Hilfe suchen. Auf ein Polizei- oder FBI-Zugriff wollte er nicht warten. Die setzten andere Prioritäten und Emma konnte dabei zwischen die Fronten geraten. Doch was sollte er stattdessen tun? Als hätten seine Gedanken sie herbeigezaubert, stand er plötzlich vor Angel und Moonlight. Einen Moment lang sah er sie nur verwirrt an. Dann schüttelte er den Kopf. Solltet ihr nicht dort hinten warten? Ja, aber wir sind nicht sonderlich gut darin, das zu tun, was man uns sagt. Offensichtlich. Das Wort kam deutlich bewundernder heraus, als er es geplant hatte. Angels Mina entspannte sich etwas. Ich dachte mir, dass es besser ist, in der Nähe zu bleiben, falls du uns brauchen solltest. Hast du Emma gesehen? Geht es ihr gut? Warren räusperte sich. Ja, und sie scheint unverletzt zu sein. Aber der eine Verbrecher hält die ganze Zeit eine Waffe auf sie gerichtet. Ich kann es nicht riskieren, ihn anzugreifen, wenn sich ein Schuss löst. Was kann ich tun? Sie wirkte fest entschlossen. Wenn er nicht schon so fasziniert von ihr gewesen wäre, hätte er sich spätestens in diesem Moment in sie verliebt. Aber das sagte er Angel besser nicht. Ich brauche eine Ablenkung, damit ich Emma befreien kann. Nachdenklich rieb er sich über die Stirn. Nur was? Anstelle einer Antwort setzte Angel ihren Rucksack ab und begann darin zu wühlen. Triumphierend zog sie etwas heraus. Wie wäre es hiermit? Warren betrachtete die Leuchtschusspistole und nickte. Perfekt. Angel wollte sie ihm geben, doch er schüttelte den Kopf. Behalt sie. Verwirrt blickte sie ihn an. Aber hast du nicht gerade gesagt? Ich brauche etwas, das die Aufmerksamkeit der Verbrecher von Emma ablenkt. Wenn sie die Leuchtkugel sehen, wird sie das zumindest kurzzeitig verwirren und ich kann sie angreifen oder mir Emma schnappen. Angels Blick zeigte ihm, dass sie ihn verstanden hatte. Die Leuchtkugel muss aus der anderen Richtung kommen. Genau. Bittend sah er sie an. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber könntest du die Pistole abfeuern? Du wärst dann weit genug entfernt, sodass du nicht in Gefahr bist und ich möchte auch, dass du dich danach sofort zurückziehst und alles andere mir überlässt. Oder den Leuten vom FBI, wenn die bis dahin hier sein sollten. Angel biss sich auf die Unterlippe und Warren befürchtete schon, dass sie ablehnen würde. Natürlich kann ich die Waffe abfeuern, aber ist das nicht viel zu gefährlich für dich und auch für Emma, wenn du jetzt versuchst, sie zu befreien. Ohne Waffe, ohne Unterstützung. Ich weiß, was ich tue. Jedenfalls hoffte er das. Alles, was er wusste, war, dass er Emma da rausholen musste, bevor der Glatzkopf sie tötete. Okay. Angel öffnete entschlossen die Kammer und kontrollierte, ob die Kugel darin war. Ich nehme mir auch noch ein paar Ersatzpatronen mit, falls es eine Fehlfunktion gibt. Heldenhaft widerstand Warren dem Drang, Angel in seine Arme zu ziehen. Am besten lässt du den Rucksack und Moonlight hier, damit du wendiger bist. Angel sah aus, als wollte sie protestieren, nickte dann aber nur. Wo genau soll ich in Position gehen? Ich bringe dich hin, und dann wartest du fünf Minuten, bevor du die Leuchtkugel abfeuerst. Bis dahin bin ich an meinem Platz und kann angreifen. Der Plan war riskant, das wusste er selbst, aber es gab keine andere Möglichkeit. Wenn er selbst eine Ablenkung startete, war er nicht am richtigen Platz, um Emma zu extrahieren. Außerdem hoffte er, damit den Verbrechern zu signalisieren, dass ihre Verfolger näher kamen und sie sich ergeben sollten. Sei bitte vorsichtig, Warren. Er bemühte sich um ein zuversichtliches Lächeln. Das bin ich immer. Außerdem habe ich eine ganz neue Motivation, am Leben zu bleiben, seit ich dich kenne. Das war vermutlich ein bisschen zu ehrlich gewesen, wenn er Angels beinahe erschrockenen Gesichtsausdruck richtig deutete. Bevor sie etwas sagen konnte, redete er schnell weiter. Ich meinte nur, dass ich mich darauf freue, dich näher kennenzulernen, wenn das hier vorbei ist. Mist. Es kam ihm vor, als würde sie sich nun noch mehr von ihm zurückziehen. Natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Ihre grünen Augen verdunkelten sich. Es hat weniger damit zu tun, dass ich es nicht möchte, aber du lebst nicht hier und Emma brauchte ich außerdem … Warren unterbrach sie schnell, damit sie nicht noch mehr Gründe dafür fand, ihn nicht mehr sehen zu wollen. Eigentlich hatte er gehofft, sie würde etwas freudiger reagieren. Besonders, da es durchaus sein konnte, dass er nicht zurückkam. Mühsam unterdrückte er seine Enttäuschung und ignorierte den Druck auf seinem Brustkorb. Das sind alles Dinge, über die wir dann sprechen können. Rasch hob er seinen Rucksack auf, den Angel ihm mitgebracht hatte. Lass uns die hier verstecken. Ich möchte die Typen nicht so weit wegkommen lassen. Natürlich entschuldige, ich wollte dich nicht ablenken. Meine Schuld. Ich habe damit angefangen. Warren fand einen hohlen Baumstamm, in dem ihre Rucksäcke für kurze Zeit in Sicherheit sein würden. Kannst du die Stelle auf dem GPS markieren, damit wir sie nachher auch wiederfinden? Angel speicherte die Koordinaten und steckte das Gerät dann zurück in die Jackentasche. Dann hockte sie sich hin und kraulte Moonlights Ohren. Moonlight, sitz. Pass gut auf unsere Sachen auf. Ich bin gleich wieder da. Moonlight legte den Kopf schräg und blickte sie fragend an. Als Angel aufstand und sich von ihr entfernte, winselte die Hündin leise. Nein, diesmal nicht. Angel war anzusehen, wie schwer es ihr fiel, Moonlight allein zu lassen. Deshalb ging Warren schon einmal los und atmete erleichtert auf, als Angel ihm folgte und die Hündin bei den Rucksäcken blieb. Dort würde sie in Sicherheit sein. Bisher waren die Männer noch nie von ihrem Kurs abgewichen oder umgedreht und Warren würde dafür sorgen, dass sie jetzt auch nicht damit anfingen. Sein Herz klopfte immer schneller, je dichter er Angel an die Verbrecher heranführte. Es dauerte nicht lange, bis er sie wieder hörte und er änderte sofort den Kurs. Auf keinen Fall wollte er, dass Angel ihnen zu nahe kam. Er würde nicht damit leben können, wenn ihr etwas passierte, während sie ihm half. Schließlich blieb er stehen. Ich denke, hier ist ein guter Ort. Es war eine kleine Lichtung, die aber durch Vegetation von den Verbrechern getrennt war. Diese konnten Angel nicht sehen. Sie dagegen konnte ohne Probleme die Leuchtkugel abschießen und musste nicht befürchten, dass sie in den Kronen der Bäume hängenbleiben würde. Denk dran. Nur abschießen, dann gleich von hier verschwinden, falls die Verbrecher auf die Idee kommen, nach dir zu suchen. Eigentlich sollten sie in die entgegengesetzte Richtung fliehen. Aber geh kein Risiko ein. Verstanden. Angel verglich ihre Uhr mit der von Warren. Fünf Minuten? Ja. Noch einmal zog er sie an sich heran und drückte ihr einen kurzen, aber intensiven Kuss auf den Mund. Wir sehen uns bald. Ernst blickte sie ihn an. Ich werde auf dich warten, bring Emma zurück und tritt den Verbrechern in den Hintern. Überrascht grinste er sie an. Ich tue mein Bestes. Ein letzter Druck seiner Finger an ihren. Dann drehte er sich um und lief los. So leise wie möglich suchte er sich seinen Weg bis auf die andere Seite der Verbrecher. Er musste den Moment abpassen, in dem die Männer in seine Richtung fliehen würden, um Emma aus ihren Fängen zu befreien. Am liebsten ohne Anwendung von Gewalt. Aber wenn es nicht anders ginge, war er auch dazu bereit. In seiner Ausbildung als Marine hatte er diverse Arten kennengelernt, mit bloßen Händen zu verletzen oder im Notfall sogar zu töten. Immer dichter schlich er sich an die Männer heran, die sich schweigend einen Weg durch die Vegetation bahnten. Emma ging weiterhin in der Mitte, während der Glatzköpfige die Pistole auf sie gerichtet hielt. Die Vorstellung, was passieren konnte, wenn der Entführer nur einmal stolperte und sich ein Schuss löste, ließ Warren in Schweiß ausbrechen. Gott, er war so nah dran. Es durfte jetzt nichts mehr schief gehen. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass Angel in wenigen Sekunden das Ablenkungsmanöver starten würde. Lautlos brachte er sich in Position hinter einem Erdhügel, der mit Farnen bewachsen war. Wie so oft in Kampfsituationen blendete sein Gehirn alles andere außer der bevorstehenden Aufgabe aus. Sein Puls senkte sich. Seine Atmung wurde gleichmäßiger. Er merkte nichts von den Dornen, die in sein Bein stachen, oder den Mücken, die um sein Gesicht herumschwirrten. Die einzigen Geräusche waren das Rascheln der Blätter im leichten Wind und das Summen der Insekten. Dann näherten sich die Männer und Emma seinem Versteck. Einen Moment lang sog er den Anblick seiner Tochter in sich auf. Ihre zerrissene und verdreckte Kleidung, die Schmutzflecken in ihrem blassen Gesicht und die Blätter und Zweige, die in ihren zerzausten Haaren steckten. An ihren zusammengepressten Lippen konnte er sehen, wie sehr sie kämpfte. Sie war noch viel zu jung, um so etwas durchzumachen. Er konnte nur ahnen, was das mit ihrer Psyche anstellen würde. Aber er war stolz auf sie, dass sie so lange durchgehalten hatte und nicht aufgab. Ihr Blick war fest auf den Mann vor ihr gerichtet und sie setzte mechanisch einen Fuß vor den anderen. Ihre Hände hatte sie an den Seiten zu Fäusten geballt. Warren überkam eine solche Wut, dass er beinahe die Ruhe verlor und sich sofort auf die Verbrecher stürzte. Er konnte sich gerade noch beherrschen. Wenn er vorzeitig angriff, würde das den Mistkerl nur in die Karten spielen. Seine Zähne knirschten, so fest presste er sie zusammen. Schließlich hatte er sich so weit beruhigt, dass er die Männer taxieren konnte. Noch immer entdeckte er bei dem Vorderen keine Pistole in der Hand oder unter der Kleidung. Das war ungewöhnlich. Es wirkte fast, als wäre er auch eine Geisel, wie Emma. Doch darauf konnte sich Warren nicht verlassen. Sein Hauptziel würde trotzdem der Glatzköpfige sein. Auch ohne die Waffe wäre ihm anzusehen gewesen, dass er der gefährlichere der beiden Verbrecher war. Warrens Körper spannte sich an, als er sich zum Sprung bereit machte. Er hatte nur eine Chance, den Mörder zu überraschen. In der kurzen Zeitspanne musste er an die Waffe kommen und den Mann überwältigen oder mit Emma verschwinden, gleich. Ein dumpfes Ploppen ertönte und wenige Sekunden später tauchte am Himmel über ihnen eine rot leuchtende Kugel auf. Sofort blieb der Glatzköpfige stehen und verfolgte den Weg der Leuchtkugel mit den Augen. Anschließend drehte er sich in die Richtung, wo Angel stand. Das war sein Signal. Nach einem tiefen Atemzug schnellte Warren hoch und sprang über den Hügel auf den Verbrecher zu. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Emma sich umdrehte und ihn mit offenem Mund anstarrte. Dad. 24. Dämon wirbelte herum, als er Emmas Schrei hörte. Das Mädchen starrte mit einem so hoffnungsvollen Blick auf den Mann, der sich gerade auf Russell stürzte, dass es beinahe schmerzhaft war. Für einen Moment streiften ihn die hellbraunen Augen, die zweifelsfrei belegten, dass dieser Mann Emmas Vater war. Er war groß und kräftig. Und so wie er sich bewegte, schien er Erfahrung im waffenlosen Kampf zu haben. Allerdings hatte er offenbar keine Waffe bei sich, was gegen jemanden wie Russell ein entscheidender Nachteil war. Ein lautes Knallen ertönte und Dämon reagierte instinktiv. Er schlang den Arm um Emmas Körper und rannte los. Nein, Dad! Warnend drückte Dämon fest dazu. Still, sonst lenkst du ihn ab. Ich will zu meinem Dad. Tränen klangen in Emmas Stimme mit. Immerhin hatte sie die Stimme gesenkt und sie waren weit genug entfernt, sodass die beiden Kämpfenden sie nicht mehr hören konnten. Wenn er gewonnen hat, bringe ich dich zu ihm zurück. Im Moment sind wir nur im Weg und vor allem möchte ich keine Kugel abbekommen. Emma schwieg einen Moment. Versprochen? Erleichtert, dass sie offenbar bereit war, ihm wieder zu vertrauen, lächelte er sie beruhigend an. Mein allergrößtes Ehrenwort. Ich hoffe sehr, dass er Russell fertig macht. Dann können wir endlich alle nach Hause zurück. Okay. Das war eher unwahrscheinlich. Zumindest für ihn und Russell. Aber das musste Emma ja nicht wissen. Musst du dann zurück ins Gefängnis? So viel dazu, das Kind vor der Realität schützen zu wollen. Im letzten Moment duckte sich Dämon unter einigen Flechten hindurch, die von einem Ast herabhingen. Erst dann antwortete er, Ja, vermutlich. Weil du jemanden getötet hast? Mit großen Augen blickte sie zu ihm auf. Dämon presste die Zähne zusammen. Weil die Polizei und die Richter denken, dass ich jemanden getötet habe. Da er beim Laufen nicht nach hinten sehen konnte, vor allem nicht mit Emma im Arm, blieb er hinter einer Konifere stehen und lehnte sich mit dem Rücken gegen die raue Borke. Vorsichtig setzte er Emma ab, hielt sie jedoch am Arm fest, damit sie nicht weglief. Wir müssen still sein, sonst hören sie uns. Aber wie soll mein Dad mich dann finden? Beruhigend drückte er ihre Hand. Wir werden ihn finden, wenn keine Gefahr mehr droht. Und jetzt sei bitte ein Moment ruhig. Emmas Blick sprach Bände, aber sie schwieg tatsächlich. Dafür war er ihr sehr dankbar, denn über dem eigenen donnernden Herzschlag in seinen Ohren hörte er kaum etwas. Mühsam senkte er seinen Puls und lauschte angestrengt. Es war totenstill, denn man fragte sich, ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen war, dass keine Schüsse mehr zu hören waren. Hatte Emmas Vater Russell überwältigt? Oder war ihr Vater tot? Und Russell hatte sich wieder auf die Suche nach ihnen gemacht. Auf eine Antwort konnte Demn nicht warten. Er musste sie in Sicherheit bringen. Eine weitere Gelegenheit würde er nicht bekommen. Vor allem nicht, wenn Russell sie wiederfand. Er konnte kaum glauben, dass der Moment einer Fluchtmöglichkeit endlich gekommen war. So lange wartete er schon darauf. Zwar war die Gefahr noch nicht vorbei, aber die Freiheit roch unerwartet gut. Zum ersten Mal seit dem Unfall fühlte er sich beinahe so, als hätte er sein Schicksal wieder in der Hand. Für jemanden, der seit drei Jahren in einer kleinen Zelle hauste und dem die grundlegendsten Dinge vorgeschrieben worden waren, war es beinahe das Paradies. Es konnte allerdings immer noch so viel schiefgehen, dass er sich nicht traute, sich richtig darüber zu freuen. Seine wichtigste Aufgabe war jetzt, Emma unbeschadet bei ihrem Vater abzuliefern. Dämon, du musst aufwachen, bitte. Emmas Stimme holte ihn wieder in die Gegenwart zurück. Verwirrt schüttelte er den Kopf. Warum saß er plötzlich auf dem Boden? Das Mädchen rüttelte verzweifelt an seinen Schultern. Bitte, Dämon, ich habe Angst. Das weckte ihn endgültig auf. Alles klar. Ich bin wieder da. Hast du etwas gehört? Stumm schüttelte sie den Kopf. Dicke Tränen liefen ihr über die Wangen. Ich will zu meinem Dad. Du wirst auch zu ihm kommen. Jedenfalls hoffte er das. Wir müssen nur erst sicherstellen, dass der böse Mann nicht mehr da ist. Langsam rappelte er sich auf und hielt Emma die Hand hin. Komm, gehen wir weiter. Vielleicht treffen wir gleich deinen Vater. Als sie ihre kleine Hand vertrauensvoll in seine legte, wusste er wieder, wo seine Prioritäten lagen. Angespannt blickte Gabriel aus dem Fenster des Hubschraubers. Gerade eben war eine Leuchtkugel hochgegangen, etwa dort, wo die Koordinaten lagen, auf denen hell zuletzt den Standort von Harper und Burns gekennzeichnet hatte. Da er sich ziemlich sicher war, dass die Verbrecher keine Signalpistole bei sich hatten, musste sie von den Verfolgern stammen. Was war passiert? Hatten die Mörder sie entdeckt und angegriffen? Stumm fluchte er. Sie hätten schneller sein müssen. Doch der Hubschrauber schien unendlich langsam zu fliegen. Und dann hatte der Pilot auch noch gemeldet, dass er keinen Landeplatz in der Nähe fand. Wenn sie also nicht aus Baumwipfelhöhe abspringen wollten, was er nicht vorhatte, mussten sie sich weiter entfernt eine Lichtung suchen und dann zurücklaufen. Immerhin kannten sie nun das Gebiet, in dem sich die Mörder befanden und mussten nicht mehr Vermutungen anstellen, wo sie sein könnten. Er hatte weitere Truppen angefordert. Polizisten und Ranger waren bereits unterwegs. Sie würden Davis und Thomas einkreisen und ihnen keine Chance lassen, zu entkommen. Das einzige Problem würde sein, das Kind unverletzt dort herauszubekommen. Wenn Davis sie bemerkte, und das würde er, denn die Hubschraubergeräusche ließen sich kaum verbergen, würde er die Kleine als Schutzschild benutzen oder sie gleich töten. Das mussten sie unbedingt verhindern. Es schien unendlich lange zu dauern, bis der Pilot endlich den Hubschrauber auf einer kleinen Lichtung landete. Die Rotorenblätter schreddeten die Vegetation, so wenig Platz war hier, aber es reichte, um sie und ihre Ausrüstung sicher auf dem Boden abzusetzen und dann wieder abzuheben. Einen Moment lang blickte Gabriel dem Helikopter hinterher, dann konzentrierte er sich auf seine Aufgabe und führte das Funkgerät an seinen Mund. Hell, gibt es etwas Neues? Nein, die Handys haben sich nicht ein Zentimeter bewegt, glaubst du? Gabriel unterbrach ihn. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt erst mal zurücklaufen und hoffen, dass wir die Entflohenen und ihre Geisel finden. Ich habe eure Signale und werde die anderen Teams in eure Richtung dirigieren, wenn ihr Hilfe braucht. Alles klar. Hieron trat neben ihn. Hier ist Detective Hieron. Haben Sie etwas über die Frau gehört, die wir am Wasserfall gefunden haben? Nein, leider noch nicht. Die Ranger sind noch dabei, einen Weg nach unten zu suchen. Ich werde sie aber auf dem Laufenden halten, wenn ich etwas erfahre. Danke. Hieron nickte ihm zu und entfernte sich wieder. Gabriel räusperte sich. Ich werde das Funkgerät ausschalten, damit es keine Geräusche von sich gibt, wenn wir uns den Verbrechern nähern. Sollte etwas sein, melde ich mich. Okay. Passt auf euch auf und fasst diese Schweine. Es war hell anzuhören, dass er bei der Festnahme auch gerne dabei gewesen wäre. Machen wir. Over. Gabriel schaltete das Funkgerät aus und steckte es in seinen leichten Rucksack, der nur die wichtigsten Utensilien enthielt. Sie hatten sich alle nicht mit großem Gepäck beschwert, damit sie schneller vorwärts kamen und wendiger waren. An Waffen hatten sie allerdings nicht gespart. Jeder von ihnen trug mehrere Pistolen bei sich, er selbst und Hieron zusätzlich noch Gewehre. nacheinander betrachtete er die Mitglieder seines kleinen Teams und landete als letztes bei Valerie. Noch immer war sie erschreckend blass, aber ihre Augen waren klar und sie blickte ihn ruhig an. Hoffentlich würde er es nicht bereuen, sie mitgenommen zu haben. Er war sich weiterhin nicht sicher, wie sie reagieren würde, wenn es darum ging, die beiden Verbrecher aus dem Verkehr zu ziehen. Doch unter diesen Bedingungen hatte er jeden mitnehmen müssen, der ordentlich ausgebildet war und eine Waffe abfeuern konnte. Detective Hieron kannte er nicht gut genug, um das beurteilen zu können. Aber den Unterlagen nach, die er Valerie hatte heraussuchen lassen, schien er kompetent zu sein. Tatsächlich hatte er nicht immer in Port Angeles seinen Dienst verrichtet, sondern vorher für das Seattle Police Department gearbeitet. Nach einem letzten Blick in die Runde atmete Gabriel tief durch. Bereit? Alle nickten. Wenn wir die Mörder aufspüren, überprüfen wir erst die Lage und sprechen dann unser Vorgehen ab. Das war zwar Standard, aber er wollte sicher gehen, dass es keine Unklarheiten darüber gab. Er sah Valerie und Hieron an. Keine Alleingänge, verstanden? Bei Lukas war er sich sicher, dass er sich seinem Kommando unterordnen würde, aber bei diesen beiden zweifelte er daran. Valeries Augen verengten sich. Ja. Der Detektiv wirkte auch nicht glücklich, nickte aber wieder nur. Das reichte Gabriel. Sie hatten keine Zeit zu verlieren, jede weitere Diskussion würde nur dazu führen, dass sie Gefahr liefen, die Verbrecher zu verpassen. Und das würde Gabriel auf keinen Fall zulassen. Warren spürte den Schmerz, als die Kugel in sein Fleisch eintrang, ignorierte ihn aber. Sein Angriff hatte den Verbrecher eindeutig überrascht, doch der hatte sich viel schneller wieder davon erholt, als Warren lieb war. Glücklicherweise war die Pistole nicht auf Emma gerichtet gewesen, sonst wäre seine Tochter jetzt tot. Während Warren das Handgelenk seines Gegners festgehalten und ihn so daran gehindert hatte, wahllos in die Gegend zu schießen, hatte er nur zusehen können, wie der andere Verbrecher mit Emma geflüchtet war. Einerseits war Warren froh darüber, dass sie nun nicht mehr in der Nähe der Waffen war, andererseits wusste er nicht, was der andere Mann mit ihr vorhatte. Bisher hatte er ihn weniger gefährlich als den Glatzköpfigen eingeschätzt, aber jetzt war er sich da nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall musste er so schnell wie möglich hinter ihnen her, wenn er Emma nicht doch noch verlieren wollte. Dagegen schien allerdings der Verbrecher etwas zu haben, denn er wehrte sich jetzt mit aller Macht. Obwohl er deutlich kleiner war als Warren, hatte er seine Zeit im Gefängnis offensichtlich damit verbracht, sich extrem große Muskeln anzutrainieren und zu kämpfen. Natürlich hielt er sich dabei nicht an die Regeln, und Warren hatte Mühe, die wütenden Angriffe abzuwehren. Ohne seinen Hass auf den Entführer und die Verzweiflung, die er in sich spürte, hätte er wahrscheinlich keine Chance gehabt. Aber er wusste, wofür er kämpfte. Endlich bekam er den Arm des Verbrechers richtig zu fassen und bog ihn hart nach hinten. Mit einem schmerzerfüllten Aufschrei ging der Mann in die Knie, um den Druck auf sein Schultergelenk zu reduzieren. Doch Warren ließ nicht locker. Mit der anderen Hand griff er nach der Waffe. Wenn er sie erst einmal erobert hatte, würde der Verbrecher aufgeben müssen, und er konnte sich darauf konzentrieren, Emma zu finden. Zur Not mit Angels und Moonlights Hilfe sollten sie keine verwertbaren Spuren hinterlassen haben. Weit konnten sie allerdings Pistole losließ. Schnell packte er sie sich und richtete sie auf den kahlen Schädel. Geben sie auf, sie haben keine Chance. Der Verbrecher reagierte nicht auf die Drohung, nur sein Mund verzog sich zu einem grausamen Lächeln, bei dem es Warren kalt über den Rücken lief. Offenbar hatte der Mistkerl keinerlei Angst, oder er plante etwas, von dem Warren nichts wusste. Absichtlich presste er den Lauf der Pistole hart an die Schläfen des Mannes. Glauben sie nicht, dass ich nicht schießen würde. Sie wären nicht der Erste, den ich getötet habe. Theoretisch war das zwar richtig, aber es war etwas anderes, jemanden als Soldat und auf Befehl zu töten, als in einer Situation wie dieser. Der Verbrecher lachte. Glaubst du wirklich, dass mir der Gedanke an den Tod Angst macht? Seit ich denken kann, ist das Sterben ein Teil meines Lebens und ich habe nichts zu verlieren. Sein kalter Blick traf den von Warren. Du dagegen schon? Was glaubst du, was mein Kumpan gerade mit deiner Kleinen macht? Darüber wollte Warren lieber nicht nachdenken. Wenn meiner Tochter irgendetwas passiert, dann was? Du kannst überhaupt nichts dagegen tun. Was für ein Gefühl ist es, so hilflos zu sein? Ich schätze mal sehr unangenehm. Warren wusste, dass der Kerl ihn nur provozieren wollte. Deshalb versuchte er, seinen Gesichtsausdruck so passiv wie möglich zu halten und ihm keine Genugtuung zu geben. Ich hoffe, du hast die Freiheit genossen, denn bald wirst du wieder im Gefängnis sitzen. Mal sehen, ob du dann auch noch lachst. Wut blitzte in seinen Augen auf, doch dann lächelte er nur. Ich werde nicht ins Gefängnis kommen. Wenn er glaubte, dass Warren ihn aus seinem Elend befreien würde, täuschte er sich. Er konnte ihn auch einfach nur verletzen und dann dafür sorgen, dass er abtransportiert wurde. Träum weiter. Er senkte die Waffe, bis sie auf die Schulter des Verbrechers zeigte. Wenn du nicht kooperierst, wird das sehr schmerzhaft für dich. Dito. Bevor Warren verstehen konnte, was der Glatzköpfige damit meinte, schoss dessen Bein heraus und prallte mit voller Wucht gegen seine alte Verletzung. Der Schmerz war so stark, dass Warren für einen Moment schwarz vor Augen wurde. Benommen schüttelte er den Kopf und kämpfte darum, bei Bewusstsein zu bleiben. Sein Griff am Arm des Verbrechers lockerte sich. Und Warren spürte, wie er ihm entglitt. Verdammt, er durfte ihn nicht entkommen lassen. Der Gedanke an Emma half, ihn wieder vom Abgrund zurückzuholen, doch es war schon zu spät. Der Mörder hatte seinen Griff abgeschüttelt und sprang auf die Füße. Warren stolperte zurück und richtete die Pistole auf ihn, die er Bleib stehen. Anstelle einer Antwort wirbelte der Verbrecher herum und überraschte Warren mit einem Tritt in den Magen. Er taumelte nach hinten und das verletzte Bein gab unter ihm nach. Hart stürzte er zu Boden. Als sich die Schussverletzung in Höhe seiner Rippen bemerkbar machte, konnte er gerade noch einen Aufschrei unterdrücken. Bisher hatte er sie ignoriert, aber das war jetzt unmöglich. Mühsam schnappte er nach Luft und versuchte dabei weiterhin den Verbrecher im Auge zu behalten, der jetzt hinter sich griff. Warren ahnte, dass er nach einer weiteren Waffe suchte, aber das würde er nicht zulassen. Entschlossen hob er die Pistole und zielte auf den Oberkörper des Mannes. Er wollte ihn nicht töten, doch er musste dafür sorgen, dass der Bastard nicht selbst schießen konnte. Sein Finger krümmte sich um den Abzug, gerade als der Verbrecher sich duckte. Die Kugel ging ins Leere und Warren fluchte unterdrückt. Er musste auf die Füße kommen, um ein besseres Schussfeld zu haben. Der Glatzköpfige war hinter einem Baumstamm abgetaucht und machte es damit unmöglich ihn zu treffen. Verdammt, er hätte ihn erschießen sollen, als er die Möglichkeit dazu gehabt hatte. Er hörte ein Klicken und reagierte sofort, indem er sich zur Seite warf. Ein Schuss peitschte durch den stillen Wald. Erde spritzte neben ihm auf. Das war knapp gewesen. Ein Stück weiter nach links und er wäre getroffen worden. Verdammt, offenbar hatte der Mistkerl seine Zweitwaffe nun gefunden. Um weiteren Kugeln zu entgehen, rollte er sich tiefer in eine Senke, die von Pflanzen bedeckt war. Von seinem Standort aus würde der Verbrecher ihn jetzt nicht mehr sehen können, aber das hatte auch den Nachteil, dass Warren ebenfalls nicht wusste, wo sich sein Gegner genau befand. Schießen konnte er von hier aus auch nicht. Warren presste sich auf den feuchten Boden und robbte sich langsam vorwärts. Bei jeder Bewegung ihn so gut es ging. Jetzt zählte nur, den Mörder an der Flucht zu hindern. Kein Laut war zu hören. Es war fast, als hielte der gesamte Wald den Atem an. Warren spürte die Präsenz einer anderen Person, konnte aber niemanden sehen. Um nicht zu riskieren, von einer Kugel getroffen zu werden, bewegte er sich langsam zur Seite, um dann von einem anderen Standort aus, den Vorteil zu haben. Wenn der Verbrecher nicht wusste, wo genau er sich auffielt, konnte er sich nicht richtig gegen ihn verteidigen. Natürlich galt das auch umgekehrt. Vorsichtig verlagerte Warren sein Gewicht und achtete darauf, dass die Pflanzen über ihm sich nicht bewegten. Als er schließlich den Eindruck hatte, weit genug von seinem bisherigen Standort entfernt zu sein, hob und blickte über die Kante. Es war nichts zu sehen, keine Bewegung oder etwas, das nicht in die Gegend gehörte. Ein Streifenhörnchen huschte über den Baumstamm, hinter dem sich der Verbrecher versteckt hatte. Ein schlechtes Gefühl breitete sich in Warren aus und er richtete sich auf. Nichts geschah. Seelenruhig ließ sich das Tier auf dem Stamm nieder und begann etwas zu knabbern. Verflucht. Mühsam kam Warren auf die Beine und humpelte zum Baumstamm. Das Streifenhörnchen gab ein erschrecktes Pfeifen von sich und verschwand im Gebüsch. Ein weiterer Beweis dafür, dass der Mörder längst fort war. Die Bestätigung bekam Warren, als er nachsah. Keine Spur von dem Verbrecher. Sofort suchte er nach Spuren, musste aber nach einigen Metern aufgeben. So gerne er den Mistkerl auch unschädlich gemacht hätte, es war jetzt wichtiger, Emma zu finden. Und die hatte der zweite Verbrecher in die andere Richtung getragen. FBI und Polizei würden sicher bald eintreffen. Sie konnten sich dann um den Glatzköpfigen kümmern. Mit vor blutglitschigen Fingern prüfte Warren die Pistole und stellte fest, dass sie leer war. Die letzten Kugeln hatte er verbraucht, als er in die Vegetation geschossen hatte, ohne jemanden zu treffen. Ein Fluch entfuhr ihm. Da er keine Ersatzmunition hatte, war die Waffe nun wertlos. Er konnte sie höchstens als Druckmittel benutzen, aber er bezweifelte, dass der Glatzköpfige sich davon beeindrucken lassen würde. Trotzdem steckte er die Pistole in sein Hosenbund und zog das Hemd darüber. Warren richtete sich auf und suchte die Stelle, an der er Emma zuletzt gesehen hatte. Schnell fand er den kleinen Hügel, hinter dem er sich versteckt hatte, und von dort aus war es nicht schwierig, den Fußabdrücken des zweiten Verbrechers zu folgen. Beim Laufen hatten sie sich tiefer in den Boden gedrückt als sonst, was sicher auch daran lag, dass er Emma trug. Wieder sah er seine Tochter vor sich, die Erleichterung in ihrem Gesicht, gemischt mit Furcht. Es musste furchtbar für sie sein, ihn gesehen zu haben und sich trotzdem noch in der Hand eines Mörders zu befinden. Er musste sie so schnell wie möglich befreien, bevor der auf die Idee kam, sich ihrer zu entledigen. Der Gedanke bewirkte, dass er automatisch schneller ging. Seine Verletzungen waren vergessen. Jetzt zählte nur noch seine Tochter. Hoffentlich hatte Angel gut zu ihren Rucksäcken und Moonlight zurückgefunden und blieb dort in Sicherheit, bis er zu ihr zurückkehrte. Er konnte die Sorge um sie nicht ganz unterdrücken. Sicher hatte sie die Schüsse gehört und würde sich fragen, was mit ihm passiert war. Ein so schnell wie möglich Emma zu finden und mit ihr zum Treffpunkt zurückzukehren. Ohne Vorwarnung endeten die Spuren auf einigen Felsplatten und blieben verschwunden. So sehr Warren auch danach suchte. Wie konnte das sein? Der Verbrecher war sicher nicht mit Emma weggeflogen. Irgendwo mussten sie weiter gegangen sein. Je mehr Zeit verging, desto verzweifelter wurde er. Schließlich gab er auf und beschloss, Angel und Moonlight zu holen. Mit ihrer feinen Nase würde die Hündin auf jeden Fall seine Tochter finden können. Noch schneller als zuvor lief er zum Treffpunkt zurück. Außer Atem presste er die Hündin auf seine Rippen, die Hündin wieder wegnahm, doch das war jetzt nicht wichtig. Moonlight empfing ihn mit einem Winseln und rannte zu ihm, während er auf die kleine Lichtung humpelte. Von Angel war nichts zu sehen. Warren hockte sich hin und nahm Moonlights Kopf in beide Hände. Wo ist Angel? Unruhig bewegte sich die Hündin in seinem Griff und winselte erneut. Warren ließ sie los. Sofort lief Moonlight ein paar Schritte in die Richtung, in die sie vorher gegangen waren, und blickte dann zu ihm zurück. Offenbar wollte sie ihn dazu bewegen, Angel zu suchen. Noch einmal sah er dorthin, wo er immer vermutete. Dann entschied er der Hündin zu folgen. Ohne Angel würde Moonlight vermutlich nicht Emmas Spur nachgehen und allein konnte er sie nicht finden. Gleichzeitig wollte er auch wissen, wo Angel abgeblieben war. Eigentlich hätte sie schon längst hier sein müssen, wenn sie sich irgendwie verletzt hatte. Mit den schlimmsten Vorahnungen nahm er Moonlights Leine und löste sie von dem Baumstamm. Einmal atmete er noch tief durch, dann gab er der Hündin den Befehl, Angel zu suchen. Ohne sich nach ihm umzudrehen rannte Moonlight los. 25 Nachdem sie die Signalpistole abgefeuert hatte, machte sich Angel sofort wieder auf den Rückweg. Als plötzlich ein Schuss ertönte, blieb sie unschlüssig stehen. Natürlich konnte einer der Verbrecher einfach in die Gegend geschossen haben, nachdem er die Leuchtkugel gesehen hatte. Aber was war, wenn Warren oder Emma verletzt oder sogar getötet worden waren. Vielleicht brauchten sie ihre Hilfe. Warren hatte zwar gesagt, dass sie zur Moonlight und den Rucksäcken zurückkehren sollte, doch er würde sicher froh sein, wenn sie ihr Versprechen brach, um ihnen zu helfen. Zögernd ging sie ein paar Schritte in die Richtung, aus der der Schuss gekommen war. Ein weiterer Knall besiegelte ihren Entschluss. Sie konnte nicht untätig abwarten, während Warren und seine Tochter vielleicht beschossen wurden. Wie gerne hätte sie jetzt Moonlight bei sich gehabt, aber es hätte zu lange gedauert, sie zu holen. Außerdem wollte sie die Hündin nicht auch noch in Gefahr bringen. Moonlight war immer nur als Suchhund eingesetzt worden. Sie würde gar nicht wissen, wie sie mit einem Angreifer umgehen sollte. Schweren Herzens schlich Angel los, immer darauf bedacht, niemanden auf sich aufmerksam zu machen und nicht in die Schusslinie zu geraten. Sie machte sich keine Illusionen darüber, dass sie unbewaffnet viel würde ausrichten können, aber sie musste es zumindest versuchen. Wo blieben nur die FBI Agenten? Sollten sie nicht längst hier sein? Sie hatte ihnen extra noch einmal die GPS-Daten gegeben, um etwas in der Hinterhand zu haben, wenn Warrens Plan nicht funktionieren sollte. Doch wie es aussah, waren sie auf sich selbst gestellt. Ein verletzter Ex-Marine und eine Hundeführerin, die sich lieber unter Hunden als Menschen auffielt. Grandios. Entschlossen steuerte sie auf den Ort zu, an dem sie Warren und die Verbrecher vermutete. Inzwischen war es totenstill. Es gab keine weiteren Schüsse, aber auch von einem Kampf war nichts zu hören. Unbehagen stieg in ihr auf, und sie ging immer langsamer. Ihr Brustkorb zog sich schmerzhaft zusammen, als sie sich vorstellte, Warren sterbend oder tot vorzufinden. Obwohl sie ihn noch nicht so lange kannte, hatte er es in der kurzen Zeit geschafft, sich unter ihren Schutzpanzer zu schieben. Leben. Ihn jetzt unter diesen Umständen wieder zu verlieren, würde sie zerstören. Es gab nur wenige Menschen, die sie überhaupt an sich heran ließ. Doch wenn sie es einmal geschafft hatten, waren sie in der Lage, großen Schaden anzurichten. Warren mehr als jeder andere Mann zuvor. Und das lag nicht nur an der Art, wie sie sich geliebt hatten, sondern vor allem daran, dass er sie mit der Verletzlichkeit berührt hatte, die er hinter seiner starken Fassade verbarg. Dazu kam noch die unverkennbare Liebe zu seiner Tochter und die Rücksicht, die er Angel und Moonlight gegenüber gezeigt hatte. Kein Wunder, dass sie sich prompt in ihn verliebt hatte. Appruppt blieb Angel stehen und presste die Hand vor den Mund. Nein, das durfte einfach nicht sein. Faszination und Sympathie ja, aber Liebe? Auch wenn sie ziemlich sicher war, dass Warren sie sehr mochte und nicht einfach nur mit ihr spielte, würde nie mehr daraus werden. Ihr Leben spielte sich in ganz anderen Bahnen ab. Es war völlig unmöglich für mehr als ein paar Tage zusammen zu kommen. Es überhaupt zu versuchen wäre Wahnsinn und würde nur in Tränen enden. Das wollte sie weder vermuten. Seine Priorität sollte jetzt bei Emma liegen und das tat sie auch. Angel schüttelte den Kopf. Sie sollte sich ein Beispiel daran nehmen und sich endlich auf ihre Aufgabe konzentrieren. Alles andere musste warten, bis sie außer Gefahr waren. Nachdem sie diese Entscheidung getroffen hatte, wurde sie etwas ruhiger und schlich wieder vorwärts. Warum war es denn so still? Eigentlich müssten doch Stimmen oder Kampfgeräusche zu hören sein. Oder wie sich jemand durch den Wald bewegte. Aber da war nichts. Plötzlich richteten sich ihre Nackenhaare auf und sie blickte sich schnell um. Es war nichts zu sehen. Trotzdem hatte sie das Gefühl nicht mehr allein zu sein. Fast hätte sie nach Warren gerufen, aber sie hielt sich gerade noch zurück. Wäre er in der Nähe, hätte er sich ihr schon zu erkennen gegeben. War es jemand anders, wollte sie ihn nicht auf sich aufmerksam machen. Lautlos ging sie in die Hocke und versteckte sich hinter einem riesigen Farn. Ihr Atem klang erschreckend laut in ihren Ohren. Doch sie hoffte, dass niemand anders ihn hören konnte. In einiger Entfernung knackte es, dann ertönte ein Rascheln, bevor sich wieder Stille über sie senkte. Angels Herz hämmerte in ihrer Brust, während sie angespannt lauschte. Es war der Gedanke, dass Warren vielleicht irgendwo lag und verblutete, der sie schließlich dazu zwang, sich wieder in Bewegung zu setzen. Langsam richtete sie sich auf und blickte sich um, bevor sie weiter lief. Jetzt wünschte sie doch, sie hätte Moonlight bei sich, als Gesellschaft, aber auch, um sie zu Warren zu führen. So könnte sie nur wenige Meter an ihm vorbeilaufen und würde ihn nicht einmal bemerken. Natürlich verstand sie, warum die Ablenkung für seinen Plan entscheidend gewesen war, aber sie wünschte trotzdem, sie hätten sich nie getrennt. Wieder raschelte es, diesmal dicht hinter ihr. Bevor sie herumwirbeln konnte, hatte sich ein Arm um ihre Kehle geschlungen und etwas Hartes wurde gegen ihre Schläfe gepresst. Vor Schreck war sie für einen Moment wie gelähmt. Dann kämpfte sie mit allem, was sie in sich hatte, doch es reichte nicht. Der Griff wurde immer fester, bis ihr die Luft ausging. Schwarze Punkte flimmerten vor ihren Augen und sie krallte die Finger in den Arm, um wieder atmen zu können. Halt still, wenn du nicht willst, dass ich dich jetzt schon umbringe. Die Stimme war leise und rau, trotzdem konnte sie die Bereitschaft zu töten darin hören. Angel stellte jede Bewegung ein und es dauerte einen Moment, bis der Arm verschwand und sie wieder Luft bekam. Ihre Beine gaben nach und sie sank zu Boden. Mit den Händen stützte sie sich ab und versuchte genug Sauerstoff in ihre Lungen zu pumpen. Ihre gequetschte Kehle machte jeden Atemzug zur Qual. Aber sie lebte noch und das erfüllte sie mit Dankbarkeit. Solange sie nicht tot war, konnte sie kämpfen. Langsam richtete sie sich auf und blickte den Mann an, der einige Schritte von ihr entfernt stand. Wenn jemand sie gefragt hätte, ob man ein Mörder am Aussehen erkennen könnte, hätte sie es verneint. Diesem Mann war die Grausamkeit allerdings deutlich anzusehen. Und das lag nicht an der Glatze und den aufgepumpten Muskeln, sondern an seinen Augen. Grün und so kalt, dass ihr ein Schauder über den Rücken ran. Ja, dieser Kerl würde sie ohne zu zögern erschießen, wenn es ihm in den Sinn kam. Eigentlich wunderte es sie fast, dass er sie nicht gleich getötet hatte. Du gehörst nicht zur Polizei, wer bist du? Noch immer war seine Stimme leise, als befürchtete er, dass ihn jemand hören würde. Konnte es sein, dass Warren noch lebte? Hoffnung blühte in ihr auf. Woher wollen sie wissen, dass ich nicht Polizistin bin? Er trat näher und wedelte mit der Pistole vor ihrem Gesicht herum. Ich bin nicht zu spielen aufgelegt, Goldlöckchen. Dir fehlt die Härte und dein Polizist hätte sich nicht so leicht übertölpeln lassen wie du. Also, zum letzten Mal, wer bist du? Ich lebe hier in der Gegend und war wandern. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. Ganz ohne Wasser hältst du mich für blöd? Offenbar war er schlauer, als sie gehofft hatte, daher beschloss sie, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich habe einen lauten Knall gehört, deshalb habe ich meinen Rucksack liegen gelassen, um zu sehen, was es war und ob jemand Hilfe braucht. Sie deutete in die Richtung, in der sich die Rucksäcke und Mundleid befanden. Wenn sie ihn dorthin locken konnte und das FBI eintraf, wie weit ist das entfernt? Vielleicht einen halben Kilometer. Ihr Herz sank, als er den Kopf schüttelte. Dafür haben wir keine Zeit. Er packte ihren Arm und zog sie nach oben. Angel stolperte und stieß mit ihm zusammen. Sein Arm schlang sich um ihren Rücken und er brachte sein Gesicht dicht an ihres heran. Ich glaube, du könntest mir glatt gefallen, Goldlöckchen. Vielleicht haben wir nachher ein wenig Zeit, uns näher kennenzulernen. Ich habe eine Schwäche für zierliche blonde Frauen. Mit der Zunge fuhr er über ihre Wange. Du schmeckst gut nach Schweiß und Angst. Ohne Vorwarnung schob er sie brutal von sich, hielt aber ihren Arm weiterhin fest. Nur damit wir uns verstehen. Ich will dich ficken, aber wenn du mir Ärger machst, bring ich dich sofort um. Und das ist keine leere Drohung. Ich habe eben schon einen Mann umgebracht, der weitaus mehr drauf hatte als du. Angels Herz blieb stehen. Ein tiefer reißender Schmerz setzte ein und sie gab einen unartikulierten laut von sich. Verwundert blickte der Verbrecher sie an. Dann grinste er. Oh, ich verstehe, der Narbentyp war dein Lover, richtig? Oder bist du sogar die Mutter der Kleinen? Das ist wirklich Pech, aber du verstehst sicher, dass ich auf solche Dinge keine Rücksicht nehmen kann. Du bleibst nur so lange am Leben, wie du mir nützlich bist. Endlich fand Angel ihre Sprache wieder. Nein. Seine Augenbrauen hoben sich. Was nein? Willst du lieber gleich sterben? Nein, ich habe kein Kind und auch kein Lover. Er zog sie wieder zu sich heran und atmete tief ein. Du solltest mich nicht belügen. Ich kann ihn an dir riechen. Es wird mir ein Vergnügen sein, seine Spuren an dir aus zu löschen und mit meinen zu ersetzen. Ein Zittern lief durch Angels Körper. Übelkeit stieg in ihr auf bei dem Gedanken, dass dieser Bastard sie berühren würde. Sie hob den Kopf. Das könnten sie gar nicht. Angel wusste selbst, dass es nicht sinnvoll war, den Verbrecher zu reizen, aber sie konnte nicht anders. Auf keinen Fall würde sie das, was sie mit Warren geteilt hatte, beschmutzen lassen. Seine Augen verengten sich, sein Mund bildete eine grausame Linie. Wenn ich es nicht so eilig hätte, würde ich es dir beweisen. Er stieß sie von sich und sie fiel auf die Knie. Schmerz fuhr durch ihren Körper. steh auf, du wirst mich zum Ho Rain führen. Mein bisheriger Führer ist mir gerade abhanden gekommen. War der zweite Verbrecher tot oder war er geflohen, als Warren angegriffen hatte? Zu gern hätte Angel gewusst, was mit Emma passiert war. Aber wenn sie noch ein wenig am Leben bleiben wollte, musste sie ihre Fragen für sich behalten. Auf keinen Fall durfte der Verbrecher erfahren, dass sie ein GPS-Gerät bei sich hatte, denn dann brauchte er sie nicht mehr. Mühsam kam sie auf die Füße. Wir sind schon im Ho Rain Forest. Tatsächlich? Woher weißt du das? Ich lebe hier, vielleicht 20 Kilometer entfernt. Luftlinie allerdings, doch das sagte sie ihm nicht. Kalkulierend sah er sie an. Okay, dann führ mich dorthin. Oder hast du hier irgendwo dein Auto geparkt? Ja, am Visitor Center. Das war gelogen, aber sie hoffte, dass dort das FBI auf die Verbrecher warten würde. Und wie weit ist das noch? Etwa zehn Kilometer. Und dazwischen waren noch einige Hindernisse. Er richtete die Pistole auf ihre Brust. Gut, geh los. Ich folge dir. Wenn du irgendwas komisches versuchst, wirst du es bereuen. Das tat sie schon jetzt. Wäre sie zum Moonlight zurückgegangen, hätte sie Warren mit ihrer Hilfe sicher gefunden. Oder wenigstens Emma. Jetzt war sie selbst die Geisel, und es war ziemlich unwahrscheinlich, dass sie lebend hier herauskommen würde. Angst überschwemmte sie. Doch Angel drängte sie eisern zurück. Sie konnte sich nur vorstellen, wie sich ein siebenjähriges Mädchen in Gegenwart eines solchen Verbrechers gefühlt haben muss. Warren, wenn du noch lebst, finde deine Tochter und bring sie sicher nach Hause. Die Schüsse hatten jede Hoffnung zunichte gemacht, dass sie für den Zugriff auf Verstärkung warten konnten. Angespannt lief Valerie durch den Wald, die Pistole im Anschlag, aber noch gesichert, damit sie nicht aus Versehen jemanden erschoss, wenn sie stolperte und das passierte in diesem unwegsamen Gelände häufiger, als ihr lieb war. Den anderen ging es ähnlich, nur Detective Heron schien ein bisschen besser mit der Vegetation zurecht zu kommen, aber da er von hier stammte, war das vermutlich nicht weiter verwunderlich. Nach dem zweiten Schuss hatten sie nichts mehr gehört und das machte sie nervös. Wenn es Harper gelungen wäre, die Verbrecher zu überwältigen, hätte er sich sicher per Funk gemeldet. Hatte Russell Davis das kleine Mädchen getötet? Oder vielleicht auch ihren Vater und die Hundeführerin? Die Vorstellung, wieder zu spät zu kommen, war furchtbar. Noch immer hatte sie das Gesicht des jungen Mannes vor sich, das Entsetzen in seinen erstarrten Zügen. Zu gerne hätte sie gewusst, ob die Frau noch lebte, aber bisher hatten sich die Ranger noch nicht wieder gemeldet. Kein Wunder, wenn sie erst in die Tiefe klettern mussten. Valerie beneidete sie nicht um ihren Job, um ihren eigenen momentan allerdings auch nicht. Zwar hatte sie die gleiche Ausbildung durchlaufen durchlaufen, wie alle FBI Agenten, aber sie fühlte sich vor ihrem Computer deutlich wohler, als mitten im Geschehen. Warum hatte sie nur unbedingt an der Aktion teilnehmen müssen? Doch eigentlich kannte sie die Antwort schon. Wäre es nur um Russell Davis gegangen, hätte sie vermutlich jemand anderen den Vortritt gelassen oder wäre bei Julie geblieben. Stattdessen lief sie durch den Regenwald, um sich für einen Mann einzusetzen, den sie nur aus einer Akte kannte. Valerie hätte die Augen verdreht, wenn das nicht unweigerlich zu einem Sturz geführt hätte. Sie sollte dringend mal ihren Kopf untersuchen lassen. Gabriel war ein guter Agent und würde nie jemanden leichtfertig erschießen. Das wusste sie, aber trotzdem hatte sie dieses seltsame Gefühl, dass sie hier sein musste, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn sie nicht dabei war. Normalerweise glaubte sie nicht an innere Stimmen und genau das irritierte sie. Die schweren schusssicheren Westen waren nicht gerade hilfreich, wenn man versuchte, im Sommer durch einen Regenwald zu laufen. Schweiß ran an ihrem Oberkörper hinab und versickerte im Bund auch ihr Gesicht war nass. Ihre kurzen Haare klebten an ihrem Kopf. Mücken stürzten sich förmlich auf sie und das ständige Summen machte sie ganz verrückt. Da sie die Hände nicht frei hatte, konnte sie nicht einmal nach ihnen schlagen. Vermutlich war das auch gut, sie wollte ja nicht, dass Gabriel sie für unprofessionell hielt. Ihr Boss schien all das jedoch gar nicht zu bemerken. Wie ein Roboter setzte er einen Fuß vor den anderen, seinen Blick nur auf das Ziel gerichtet. Schließlich, als Valerie schon dachte, dass sie endlos weiterlaufen würden, gab Gabriel ein Handsignal und stoppte dann. Dankbar sog sie die feuchte Luft ein und versuchte nicht allzu offensichtlich zu keuchen. Wenigstens glänzten die Gesichter von Lukas und dem Detektiv auch feucht, das versöhnte sie etwas. Unauffällig wischte sie sich mit dem Ärmel übers Gesicht, damit ihr der Schweiß nicht in die Augen ran. Gabriel winkte sie näher laut GPS sein müssten. Seine Stimme hielt er so leise, dass sie nicht weiter getragen wurde als bis zu ihnen. Da sie hier nicht sind, nehme ich an, dass sie nur ihre Handys dagelassen haben. Es war ihm anzusehen, wie sehr ihm das gegen den Strich ging. Das heißt, wir müssen sie auf die altmodische Art suchen. Können sie Spuren lesen? Die Frage war an Hieron gerichtet. Der hob die Augenbrauen. Weil ich indianisch stämmig bin? Ein Muskel zuckt in Gabriels Wange. Ich frage sie, weil ich von meinen Leuten weiß, dass sie das nicht können. Woher wusste er das? Valerie konnte sich nicht erinnern, schon mal mit ihm darüber geredet zu haben, und in ihrer Akte stand das sicherlich auch nicht. Da es allerdings gerade unerheblich war, und er recht hatte, schwieg sie. Verstehe, es ist zwar nicht meine stärkste Eigenschaft, aber einer einfachen Spur kann ich folgen. Gabriel nickte befriedigt. Gut. Nach einem Blick auf sein GPS-Gerät ging er einige Schritte weiter und hockte sich dann auf den Boden. Hinter einem Busch zog er zwei Rucksäcke hervor und überprüfte sie, bevor er sie wieder zurücklegte. Sie waren eindeutig hier, das heißt, es müsste möglich sein, von hier aus ihren Spuren zu folgen. Hieron blickte auf den Boden und nickte schließlich. Sie haben recht, mit gerunzelter Stirn sah er auf. Allerdings scheint der Mann Harper hier mehrfach durchgekommen zu sein. Irgendeine Spur von den Verbrechern? Nein, es scheinen nur die Abdrücke von Angel und Harper zu sein und dem Hund. Es sieht so aus, als wäre Moonlight längere Zeit hier gewesen und dann mit dem Mann weg gegangen. Die Furchen auf seiner Stirn verstärkten sich noch. Das gefällt mir nicht. Was? Die Hunde sind auf Angel trainiert und gehen normalerweise nicht mit Fremden mit. Gabriel hob die Schultern. Vielleicht ist der Hund ja mit Mrs. Burns mitgegangen. Hieron schüttelte den Kopf. Nein, dann wären Angels Abdrücke über denen des Hundes. Der Hund geht beim Spuren lesen immer vorne. Er bückte sich und deutete auf Pfoten Abdrücke. Hier sieht man ganz deutlich, dass Angels Spur ganz unten ist, dann die des Hundes und obendrauf die von Harper. Und was bedeutet das jetzt? Gabriel klang ungeduldig. Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht. Gabriel überprüfte seine Waffe. Wir werden es nur herausfinden, wenn wir weiter gehen. Absolute Ruhe und haltet die Augen offen. Detective, sie führen uns. Allgemeines Nicken, dann waren sie wieder unterwegs. Die Spuren waren offenbar so frisch, dass Hiron keine Mühe hatte, ihnen zu folgen. Hinter ihm bahnte sich die Gruppe einen Weg durch den immer noch toten stillen Wald. Doch diesmal gingen sie langsamer. Immer wieder blickte Valerie in die dichte Vegetation zu beiden Seiten, obwohl ihr bewusst war, dass sich die Verbrecher hinter einem der vielen Baumstämme, Felsen oder Pflanzen versteckt haben könnten. Wenn sie unvermittelt das Feuer eröffneten, konnten sie tot oder schwer verletzt sein, bevor sie überhaupt bemerkt hatten, dass sie nicht mehr alleine waren. Keine sehr angenehme Vorstellung, das Prickeln in ihrem Nacken verstärkte sich, genauso wie die dunkle Vorahnung. Mehr als einmal lief Lukas ihr fast in die Hacken, weil sie immer langsamer wurde. Doch schließlich war sie es, die Gabriel anrempelte, weil sie gerade zur Seite blickte, als er abrupt vor ihr stehen blieb. Sie unterdrückte gerade noch die Entschuldigung, die ihr ausballte. Unruhig schaute sie sich um, konnte aber nichts entdecken. Dann blickte sie an Gabriel vorbei und sah, dass Hieron am Boden hockte und etwas untersuchte. Schließlich stand er auf und drehte sich zu ihnen um. Tiefe Falten standen auf seiner Stirn. Die Spur teilt sich hier. Harper und der Hund sind zuletzt nach rechts gegangen, aber sind auch Spuren von ihm zu finden, die aus der gleichen Richtung kommen und nach links führen. Da hatte er den Hund allerdings nicht bei sich. Valerie blickte nach links und spürte ganz deutlich, wie etwas sie dort hin zog. Gabriel wirkte nicht glücklich. Die Frau ist aber nur nach rechts gegangen. Ja, ihre Spur kommt auch nicht zurück. Irgendein Hinweis darauf, dass die Verbrecher und das Kind hier waren. Stumm schüttelte Hieron den Kopf. Okay, der Detective und ich folgen der frischesten Spur. Lukas und Valerie, ihr seht euch die andere Spur an. Ich glaube zwar nicht, dass dort etwas zu finden ist, sonst wäre er nicht zurückgekommen. Aber wir müssen trotzdem sicherstellen, dass wir nichts übersehen. Seid vorsichtig und bleibt über Funk mit mir im Kontakt. Valerie konnte nicht sagen, dass sie über die Aufteilung besonders begeistert war, aber dafür bekam sie die Chance, ihrer Ahnung nachzugehen. Hältst du das wirklich für sinnvoll, Gabriel? Ich denke, wir sollten zusammenbleiben. Lukas sagte selten etwas gegen Gabriels Entscheidungen, aber wenn er es tat, hörten alle zu. Besorgnis stand in seinen Augen. Ich denke nicht, dass ihr dort in Gefahr geratet, sonst würde ich euch nicht hinschicken. Wenn etwas dort wäre, hätte Harper nicht den anderen Weg eingeschlagen. Ein Muskel zuckte in Lukas Wange. Kannst du dir vorstellen, dass ich mir Sorgen um euch mache? Die Kerle sind schwer bewaffnet und sie brauchen sich einfach nur irgendwo zu verstecken und zu warten, bis ihr vorbeikommt. Gabriels Miene wurde etwas weicher und er legte die Hand auf Lukas Schulter. Wir wissen, was wir tun. Außerdem kommt ihr ja hinterher, wenn ihr dort nichts findet. So wie uns etwas auffällt, werden wir euch Bescheid sagen, okay? Lukas nickte zögernd. Lasst euch nicht umbringen. Über Gabriels Gesicht huschte ein Grinsen, was Valerie lange nicht mehr gesehen hatte. Ditto. Sofort wurde er wieder ernst. Keine Heldentaten. Wenn ihr sie sehen solltet, bleibt in Deckung und informiert mich. Sein Blick bohrte sich in Valeries Augen. Natürlich. Sie hielt sich garantiert nicht für Superman. Okay, dann los. Valerie setzte sich in Bewegung und stellte fest, dass sie gerne den Detektiv bei sich gehabt hätte. Ohne einen Führer war es gar nicht so einfach, die Spur in der dichten Vegetation nicht zu verlieren. Besonders wenn sie gleichzeitig auch noch die Umgebung im Auge behielt. Sie wusste zwar, dass Lukas das Gleiche tat, aber er konnte nicht sämtliche Richtungen überwachen. Und auch wenn Gabriel glaubte, dass er die Verbrecher am Ende der anderen Spur finden würde, war sie davon nicht überzeugt. Es musste einen Grund geben, warum Harper noch einmal zurückgekommen war, und den würde sie herausfinden. Während sie sich langsam ihren Weg suchte, verlor sie jegliches Zeitgefühl. Glücklicherweise hatte sich Harper keine Mühe gemacht, seine Spuren zu verbergen, sonst hätten sie überhaupt keine Chance gehabt. Deshalb war sie einen Moment lang irritiert, als sie vor einer kleinen Felswand ankam. Die Spuren deuteten darauf hin, dass er sich hier längere Zeit aufgehalten hatte. Valerie reckte sich und blickte über den Felsen. Es war nur weitere Natur zu sehen. Nichts, was darauf hindeuten würde, warum Harper hier gestoppt hatte. Vielleicht hat er etwas gehört. Rasch begann sie über den Felsen zu klettern, als sich plötzlich eine Hand um ihren Knöchel legte. Gerade noch rechtzeitig unterdrückte sie einen erschrockenen Laut, als sie bemerkte, dass es Lukas war. Fragend blickte sie ihn an. Lass mich vorgehen. Das hielt sie zwar für unnötig, aber sie würde sich sicher nicht mit ihm darüber streiten. Mit einer Handbewegung ließ sie ihm den Vortritt. Geschickt schwang er sich darüber, und Valerie war dankbar, dass er nicht mehr sah, wie sie sich genauer um. Auf dem Boden waren Fußspuren, die zu Harpers Schuhen passten, aber auch welche ohne Muster. Die Verbrecher waren hier gewesen. Unbehaglich blickte sie sich um, doch es blieb alles still. Sie hockte sich neben Lukas und atmete erleichtert auf, als sie an einer Stelle auch kleine Schuhabdrücke sah, die bewiesen, dass Emma noch lebte. Der Boden war aufgewühlt, etliche Pflanzen zerdrückt oder herausgerissen. Sieht nach einem Kampf aus. Sie hielt ihre Stimme so leise wie möglich. Ja. Lukas beugte sich vor und zog etwas mit Hilfe seines dünnen Zweiges hervor. Valeries Atem stockte, als sie die Patronenhülse sah. Ich denke, wir wissen jetzt, wo der Schuss abgegeben wurde, den wir gehört haben. Lukas nickte. Ich informiere besser Gabriel. Er zog das Funkgerät heraus und steckte den Kopfhörer ins Ohr. Gabriel, hier Lukas, over. Valerie stand auf und ging ein paar Schritte weiter. Auch hier waren deutliche Kampfspuren zu sehen. Offenbar war das Gerangel nach dem Schuss noch weitergegangen. Auch wenn sie schon wusste, dass Emmas Vater überlebt hatte und weiter gelaufen war, war sie trotzdem erleichtert. An einem Blatt sah sie einen dunklen Fleck und beugte sich hinunter, um mit einem Taschentuch darüber zu wischen. Rot wie Blut. Einer der beiden musste verletzt sein. Die Wunde schien nicht extrem zu bluten, aber trotzdem konnte sie am Ende überleben und Tod entscheiden. Rasch kehrte sie zu Lukas zurück und berichtete, was sie gefunden hatte. Der gab die Information an Gabriel weiter. Nachdenklich starrte Valerie auf die Spuren und folgte ihnen ein paar Meter. Dann ging sie wieder zurück. Als sie sah, dass Lukas sein Gespräch beendet hatte, trat sie zu ihm. Weißt du, was mich wundert? Was? Dass hier nur noch zwei Spuren sind, die von Harper und die eines der Flüchtigen. Wo ist der andere geblieben und das Kind? Lukas starrte auf den Boden. Verdammt, du hast recht. Valerie hockte sich neben eine besonders deutliche Spur und hielt ihren Unterarm daneben. Das scheint die kleinere Spur zu sein, also die von Russell Davis. Es wunderte sie nicht, dass er es schüfft hatte. Jetzt musste sie nur noch herausfinden, wohin Dämmen mit dem Mädchen verschwunden war. Sie ging zum Ausgangspunkt zurück und versuchte, seine Spuren in dem Durcheinander zu entdecken. Es waren keine Schuhabdrücke des Mädchens mehr zu finden. Wahrscheinlich hatte er sie hochgehoben. Dann sah sie den größeren Abdruck. Er wirkte etwas tiefer als vorher. Aber das konnte auch daran liegen, dass Dämmen gelaufen war. Als Laie wusste sie nicht, wie sie die Spuren deuten sollte. Doch die Hauptsache war, dass sie sie gefunden hatte. Kommst du? Valerie blickte zu Lukas zurück. Thomas ist mit dem Mädchen in diese Richtung geflohen. Wir müssen sie verfolgen. Aber die Spur von Davis führt in diese Richtung. Er zeigt in den Wald. Ich werde das Kind nicht sich selbst überlassen. Valerie. Sie unterbrach ihn. Nein, Lukas. Wenn du Davis folgen willst, verstehe ich das. Aber ich werde Emma nicht im Stich lassen. Sie hat niemanden außer uns. Ohne auf seine Antwort zu warten ging sie los. Seine Hand schlang sich um ihren Arm und er zwang sie, sich zu ihm umzudrehen. Ich kann den Mörder von Ray nicht davon kommen lassen, Valerie. Aber ich verstehe, dass du dem Mädchen folgen willst. Sei vorsichtig, okay? Bleib mit mir über Funk in Kontakt und greif nicht ein. Wenn du sie sie siehst, sagst du mir sofort Bescheid. Natürlich. Valerie wusste nicht, ob es ihr gefiel allein durch den Wald zu laufen. Aber sie würde Emma auf keinen Fall sich selbst überlassen. Gabriels Hauptaugenmerk lag auf Russell Davis, was sie durchaus verstehen konnte. Doch sie würde nicht zulassen, dass ein siebenjähriges Mädchen noch länger in Angst leben musste. Mit einer kurzen Umarmung verabschiedete sie sich von Lukas. Dann machte sie sich auf den Weg. Halt durch Emma, ich hole dich. 26 Je länger er Moonlight folgte, desto schlechter wurde Warrens Gefühl. Er konnte sich nur einen einzigen Grund vorstellen, warum Angel nicht zu ihrem Treffpunkt zurückgekommen war und sich stattdessen in dieser Gegend auffielt, weil sie dazu gezwungen wurde. War sie dem Glatzkopf in die Arme gelaufen oder seinem Kumpan? Eigentlich hätten sie sich gar nicht begegnen dürfen, wenn Angel sich nach dem Abschießen der Signalkugel gleich wie besprochen auf den Rückweg gemacht hatte. Hatte sie die Schüsse gehört und sich dafür entschieden, ihm zur Hilfe zu kommen? Der Gedanke war unerträglich. Es war ihm egal, was mit ihm selbst passierte, solange Emma und Angel frei und unverletzt waren. Bisher hatte er mit seinem Eingreifen jedoch nur das Gegenteil bewirkt. Wenigstens war Moonlight bei ihm und er konnte hoffen, dass sie Angel und später auch Emma fanden. Die Leine hielt er so, wie er es bei Angel gesehen hatte, nicht zu stramm, aber auch nicht so locker, damit sie sich nirgends verfing. Da er keine Zeit hatte, nach sichtbaren Spuren zu suchen, wusste er nicht, ob Angel wirklich hier entlang gekommen war oder ob Moonlight sie auf andere Weise roch, das war allerdings auch unwichtig, Hauptsache er fand sie, bevor er etwas zustieß. Moonlight blieb so abrupt stehen, dass Warren es beinahe zu spät bemerkte und fast über sie stolperte. Ratlos sah er sich um, konnte aber nichts entdecken, das zu dieser Reaktion geführt haben konnte. Vorsichtshalber ging Warren in die Hocke und legte seine Hand auf den Rücken der Hündin. Moonlight drehte den Kopf zu ihm und blickte ihn mit ihren bernsteinfarbenen Augen an. Wollte sie ihm etwas sagen? Er wünschte, Angel wäre hier und könnte das Verhalten der Hündin interpretieren. Wo ist Angel? Kannst du sie riechen? Er hielt seine Stimme leise und ruhig, während er sich gleichzeitig sagte, wie lächerlich es war, warten. Moonlight duckte sich tief auf den Boden und bewegte sich langsam vorwärts. Einen Moment lang sah Warren ihr irritiert zu. Dann verstand er, wo er so ein Verhalten schon einmal gesehen hatte. In Tierfilmen über Raubkatzen, die sich an ihre Beute heranschlichen. Wenn er ihr Verhalten richtig deutete, befand Angel sich ganz in der Nähe, war aber nicht allein, und sie mussten sich ihr unbemerkt nähern. Vielleicht interpretierte er auch zu viel hinein, aber es konnte sicher nicht schaden, vorsichtig zu sein. Lautlos folgte er Moonlight und lief tief gebückt durch die Vegetation. Diese Haltung ließ die Wunde über seinen Rippen schmerzhaft pochen, doch darum konnte er sich jetzt nicht kümmern. Immer weiter schlich er vorwärts, bis die Hündin sich plötzlich flach auf den Boden legte. Sofort tat er es ihr nach. Ein leises Winseln erreichte seine Ohren, das erst stoppte, als er Moonlights Kopf berührte. Still! Sein Befehl drang nur bis zu ihrem Ohr. Zentimeter für Zentimeter robbte Warren sich vorwärts, bis er durch die Vegetation blicken konnte. Sein Herz sank, als er den Glatzköpfigen sah, der Angel vorwärts stieß und dabei die Pistole direkt auf ihren Rücken gerichtet hielt. Geht das auch schneller? Ich habe keine Lust, noch eine Nacht in diesem elenden Wald zu verbringen. Die Stimme war deutlich zu hören, obwohl sie etwa 20 Meter entfernt war. Offenbar erwartete der Verbrecher nicht, dass noch jemand hinter ihm her war. Hielt er ihn für tot? Das konnte sich als Vorteil erweisen, den Warren nutzen würde, denn bisher standen die Chancen für seinen Gegner eindeutig besser. Was auch passierte, der Glatzköpfige durfte ihn erst bemerken, wenn er ganz nah dran war. Wie sehr wünschte Warren sich mehr Munition oder noch besser ein Scharfschützengewehr. Doch er hatte nicht einmal ein Messer. Suchend blickte er sich um, aber er fand nichts, das sich als Waffe eignete. Damit sich Angel und ihr Geiselnehmer nicht zu weit entfernten, bewegte er sich langsam vorwärts, immer darauf bedacht, nicht bemerkt zu werden. Einerseits halfen ihm die Farne und anderen Pflanzen sich zu verstecken, andererseits war es ihm unmöglich, sich zu rühren, ohne sie zum Wackeln zu bringen. Bisher schien die Aufmerksamkeit des Verbrechers nur nach vorn gerichtet zu sein, aber das konnte sich rasch ändern. Deshalb bemühte so schnell wie möglich zu verringern. Endlich war er nur noch wenige Meter von Angel entfernt. Zu gerne hätte er ihr Gesicht gesehen. Doch sie gingen zu schnell und die Vegetation war zu niedrig, um sie ungesehen zu überholen. Ein Ablenkungsmanöver wäre jetzt gut gewesen, aber Warren wusste nicht, wie er das allein bewerkstelligen sollte. Dafür brauchte er jemand, der von der anderen Seite kam und den hatte er nicht. Außerdem wäre das viel zu gefährlich gewesen, für denjenigen, der den glatzköpfigen ablenkte, doch vor allem auch für Angel. Kalter Schweiß lief ihm den Rücken hinab und für einen Moment fühlte er sich wie gelähmt. Was auch immer er versuchen würde, es konnte dazu führen, dass Angel starb. Als Soldat hatte er gelernt, innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen zu und danach zu handeln. Doch jetzt zögerte er. Mondleid schien das zu spüren, denn sie lief einfach weiter und zwang ihn durch die Leine dazu, sich auch wieder in Bewegung zu setzen. Innerlich fluchend kroch er vorwärts, während er gleichzeitig an der Leine zog, um die Hündin etwas zu bremsen. Mondleid sah nur ihr Frauchen in Gefahr und wollte sie beschützen, das war sein Job. Vorsichtig lenkte Warren die Hündin weiter von Angel und dem Verbrecher weg. Wenn sie zu nah dran waren, konnten sie sich nicht mehr heranschleichen, ohne gesehen zu werden. Sie mussten einen Bogen machen, sie überholen und dann auf sie warten. Das hatte vorhin beinahe schon einmal funktioniert und es war die einzige Möglichkeit den Verbrecher zu überrumpeln. Moonlight sträubte sich erst, schien dann aber Warrens Führung zu akzeptieren. Damit war wenigstens eine Hürde ausgeräumt und er konnte sich ganz darauf konzentrieren, den idealen Standort zu finden. Als ein Erdwall sie von Angel und ihrem Geiselnehmer trennte, konnte sich Warren endlich wieder aufrichten und loslaufen, ohne dass er befürchten musste, entdeckt zu werden. Moonlight lief neben ihm her und schien zu spüren, dass sie jetzt Angel retten würden. Warren war etwas neidisch, wie leichtfüßig sie sich fortbewegte, während er ständig irgendwelchen Hindernissen ausweichen musste. Aber schließlich erreichten sie eine Stelle, von der aus ein Angriff Erfolg versprach. Gerade als er sich hinkauerte, um durch die Fahnblätter spähen zu können, hörte er hinter sich ein Knacken. Er wirbelte herum und fand eine Pistole auf sich gerichtet. Warren erstarrte. Wo war der Mann hergekommen? Es dauerte einen Moment, bis er das Embleman der schusssicheren Weste erkannte. Er hob die Hand, doch es war schon zu spät. Keine Bewegung, FBI! Verdammt! Anstatt der Aufforderung Folge zu leisten, warf Warren sich zu Boden und zog Moonlight mit sich. Keine Sekunde zu früh. Schüsse peitschen durch den zuvor stillen Wald. Vögel stoben kreischend auf, Rascheln ertönte im Unterholz. Nein, nicht! Angels Aufschrei war deutlich zu hören. Warrens Finger krampften sich in Moonlights Fell, um die Hündin davon abzuhalten aufzuspringen und helfen. Ihm selbst ging es nicht anders, doch er wusste, dass der Verbrecher nur darauf wartete. Ruhig, ganz ruhig. Leicht hob er den Kopf, um nach dem FBI-Agenten zu schauen. Es war nichts von ihm zu sehen. Entweder war er auch in Deckung gegangen, oder eine Kugel hatte ihn erwischt. Mit zusammengebissenen Zähnen wartete Warren darauf, was als nächstes passieren würde. Es lag ihm überhaupt nicht, nur reagieren zu können, aber momentan waren seine Möglichkeiten begrenzt. Er musste näher an den Agenten herankommen, um zu sehen, ob er noch lebte, und sich seine Waffe holen, falls er getroffen worden war. Wo blieben seine Kollegen? Das FBI würde doch sicher nicht einen einzelnen Agenten auf die Jagd nach zwei Mördern schicken. Angestrengt lauschte er. Doch es war nichts mehr zu hören. Was hatte der Verbrecher mit Angel gemacht? Als er es nicht mehr aushielt, schlang sich Warren die Leine so ums Handgelenk, dass Moonlight sich nicht von ihm entfernen konnte, und kroch dann vorwärts. Immer wieder schlugen ihm Pflanzen ins Gesicht und rissen an seiner Kleidung, doch das merkte er kaum. Alle Sinne waren auf die Stelle ausgerichtet, wo der Agent hingestürzt sein musste. Gleichzeitig behielt Warren den kleinen Hügel im Auge, hinter dem sich Angel und der Verbrecher aufhielten. Alles in ihm drängte danach, zu Angel zu laufen und sich zu vergewissern, dass es ihr gut ginge. Doch ohne Waffe oder viel mehr Munition wäre das Selbstmord. Wenn der Agent noch lebte, würde er mit ihm zusammen arbeiten, wenn nicht, hätte er wenigstens eine Pistole und damit deutlich bessere Chancen gegenüber dem Verbrecher. Als er hinter sich ein Rascheln hörte, presste er sich wieder dicht auf den Boden. Eine Hand legte er auf Moonlight's Rücken, um sie ruhig zu halten. Ohne die Warren erschrocken zusammenzucken ließen. Die Hündin zitterte und versuchte, ihren Kopf unter seinen Arm zu schieben. Warren zog sie enger an sich und drückte sie beruhigend. Nachdem die Schüsse verheilt waren, herrschte für einen Moment gespenstische Stille. Ich töte die Frau, wenn ich noch mal jemanden sehe, ist das klar? Niemand antwortete. Langsam ließ Warren seinen angehaltenen Atem wieder entweichen. Müsste das FBI jetzt nicht mit Verhandlungen beginnen? Oder war es eine neue Strategie, die Verbrecher dadurch zu verunsichern, dass sich niemand rührte? Was immer es auch war, es gefiel Warren nicht. Wenn der Glatzköpfige jetzt ausflippte und Angel etwas antat, würde er die Agenten eigenhändig erschießen. Er wartete, bis sich die Geräusche wieder in die andere Richtung bewegten, bevor er vorsichtig den Kopf hob. Es war nichts zu sehen. Langsam kroch er wieder vorwärts und rechnete schon damit, von einer Kugel getroffen zu werden. Doch nichts passierte. Schließlich kam er bei der Stelle an, wo er den Agenten gesehen hatte. Aber der war nicht dort. Beunruhigt folgte Warren der Spur von abgeknickten Pflanzen und Abdrücken im weichen Boden und fand den Mann einige Meter weiter. Offenbar hatte er sich in die Deckung eines Baumstamms geschleppt. Er lehnte mit dem Rücken dagegen und presste eine Hand an seine Hüfte. In der anderen hielt er eine Pistole. Seine Lider waren geschlossen, die Gesichtsfarbe grau. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn und lief langsam hinunter. Als Warren sich näherte, riss der Mann plötzlich die Augen auf und starrte ihn an. Um zu zeigen, dass er unbewaffnet war, hob Warren die Hände. Moonlight drängte sich an ihn, als wollte sie ihn beschützen. Beruhigend tätschelte er ihren Kopf. Ich bin Warren Harper. Die Verbrecher haben meine Tochter immer entführt und jetzt hat der Glatzköpfige auch noch Angel Burns in seiner Gewalt. Er hielt seine Stimme so leise, dass nur der Agent ihn hören konnte. Trotzdem konnte er seinen Ärger nicht ganz unterdrücken. Mit ihrer Aktion haben sie dem Verbrecher meiner Anwesenheit verraten. Wenn er Angel jetzt etwas antut, ist es ihre Schuld. Agent Lukas Horner Er atmete schwer und brauchte einige Zeit, bis er weiterreden konnte. Tut mir leid, habe sie gesehen und wollte ihnen sagen, dass ich da bin. Dann tauchte hinter ihnen der Mörder auf, wollte ihn zur Aufgabe zwingen. Ein schwaches Lachen drang über seine Lippen, das sofort in Husten überging. Hätte wissen müssen, dass Davis sofort schießt. Schlechtes Gewissen breitete sich in Warren aus, als ihm bewusst wurde, dass der Agent ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hatte. Wie schwer sind sie verletzt? Der Mann hob die Hand und sofort breitete sich das Blut schneller auf dem Stoff der Hose aus. Verdammt, das sah nicht gut aus. Horner würde ihm sicher nicht helfen können, Angel zu befreien. Wo sind ihre Kollegen? Irgendwo in der Nähe, wir hatten uns getrennt. Wunderbar. Anscheinend waren die anderen Agenten nicht dort, wo sie eigentlich hätten sein müssen. Wie viele sind sie? Vier. Meine Kollegin ist der Spur des anderen Verbrechers gefolgt, um ihre Tochter zu befreien. Einerseits war er froh darüber, andererseits hoffte er inständig, dass die Agentin ihren Gegner besser einschätzen konnte als ihr Kollege. Ich habe vorhin versucht, der Spur zu folgen, aber sie brach ab und ich habe sie nicht wieder gefunden. Er richtete sich auf. Können sie laufen? Stumm schüttelte der Mann den Kopf. Ich muss hinter Angel her. Würden sie mir ihre Waffe leihen? Der Agent zögerte. Ich kann keine. Warren unterbrach ihn. Das war zwar eine höfliche Frage, aber zur Not werde ich sie mir einfach nehmen. Es geht hier um Leben und Tod und da sind mir ihre Vorschriften herzlich egal. Er zog die ungeladene Pistole aus seinem Hosenbund. Die habe ich dem Verbrecher abgenommen, aber ich habe keine Munition mehr dafür. Horner schien ihm anzusehen, dass es ihm völlig ernst war, denn er hob den Arm und händigte Warren seine Waffe aus. Seien sie vorsichtig, der Bastard tötet gern. Warren presste die Lippen zusammen. Das ist mir schon aufgefallen. Kommen sie zurecht? Er legte die leere Pistole neben den Agenten. Mit einer Kremasse bewegte der Agent sein Bein. Er helfen sie der Hundeführerin sie braucht es mehr als ich. Er zog ein Funkgerät aus der Jackentasche. Ich sage meinen Kollegen Bescheid. Sie werden bald hier sein. Außerdem habe ich noch eine Ersatzwaffe viel Glück. Warren nickte knapp und stand auf. Sein Bein protestierte gegen die Bewegung, aber er ignorierte es. Auf keinen Fall durfte er die Entfernung zwischen sich und dem Verbrecher zu groß werden lassen. Er ließ die Leine etwas lockerer, was die Hündin sofort nutzte, um sich in die Richtung zu bewegen, in die der Glatzköpfige geflüchtet war. Komm Moonlight, wir holen uns Angel. Die Hündin brauchte dafür keine weitere Aufforderung, sie lief ohne zu zögern los. Nach einem letzten Blick auf den Agenten folgte ihr Warren. Angel blickte sich um, konnte aber aus ihrer liegenden Position niemanden entdecken. Hatte der Verbrecher den jenigen erschossen, der ihnen gefolgt war? Auf jeden Fall war es ein Mann gewesen und er hatte etwas gerufen, aber sie hatte es nicht richtig verstanden. Der Verbrecher hatte ihr unvermittelt einen Hieb gegen den Hinterkopf versetzt und sie davor gewarnt, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Dann hatte er sich in die Büsche geschlagen und war ein Hügel auf Wahn der Ruf und die Schüsse gefolgt. Sie klangen so nah, dass ihr Entführer sie abgefeuert haben musste. Erneut ertönten Schüsse und Angel zuckte zusammen. Wenn noch jemand gelebt hatte, war er jetzt sicher tot. Eine Mischung aus Trauer und Wut breitete sich in ihr aus. Ich töte die Frau, wenn ich noch einmal jemanden sehe. Ist das klar? Die Stimme des Verbrechers heilte durch den Wald. Also lebte doch noch jemand. Oder vermutete er nur, dass noch andere Agenten in der Nähe waren? Falls der Mann eben vom FBI oder der Polizei gewesen war, wo blieb dann der Rest der Mannschaft? Die Agenten waren ja sicher nicht so blöd, allein hier herum zu laufen. Agent Lynch war ihr über Funk jedenfalls nicht so vorgekommen, überlassen. Und dann war da noch Michael Heron. Der Freund ihres Stiefvaters würde sich sicher nicht zurücklehnen, solange ein kleines Kind in Gefahr war. Vorhin hatte sie einen Hubschrauber gehört, aber er war weiter geflogen und nicht in der Nähe gelandet. Mühsam stemmte Angel sich hoch. Sie musste zumindest versuchen zu fliehen, solange der Mörder anderweitig beschäftigt war. Wenn tatsächlich jemand hier nach ihr suchte, konnte sie ihnen die Sache möglicherweise erleichtern. Außerdem musste sie unbedingt herausfinden, ob Warren und seine Tochter noch lebten. Die Ungewissheit zerrte an ihren Nerven. Moonlight tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Sie musste sich auch um ihre Hündin kümmern, die nur ihretwegen hier war. Inzwischen war Moonlight vermutlich völlig außer sich. Schwankend so schnell gegangen, dass Angel nur den Schlag gespürt hatte und zusammengebrochen war. Ein Moment lang hatte sie benommen am Boden gelegen und sich gefragt, was passiert war. Das Gesicht des Verbrechers war eine wilde Fratze gewesen, als er die Warnung ausgestoßen hatte, dass sie sich ja nicht bewegen sollte. Trotz der Gefahr musste sie sich jetzt zusammenreißen. Die Hand weiterhin auf die Wunde gepresst, stolperte sie einige Schritte vorwärts und schrie erschrocken auf, als sich etwas brutal um ihren Arm schloss. Wo willst du denn hin? Hatte ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Der Mörder stand dicht hinter ihr. Sein Arm schlang sich um ihre Mitte. Als sein Atem ihr Ohr streifte, schauderte sie. Mit Mühe hielt sie ihre Stimme ruhig. Lassen sie mich los. Sie wollte nicht, dass er ihr Zittern spürte, dass sie nicht unterdrücken konnte. Warum sollte ich das tun? Echte Neugier lag in seiner Frage. Angel richtete sich gerade auf. Weil ich sie sonst nicht dorthin bringe, wo sie hinwollen. Bisher hatte sie ihn in leichten Schlenkern geführt, um mehr Zeit heraus zu schlagen. Doch bald würde selbst das nicht mehr reichen. Es wunderte sie ohnehin schon, dass er noch nichts gemerkt hatte. Es ist nicht sinnvoll, mich zu reizen, das solltest du wissen. Sein Griff wurde fester. Die Mündung der Pistole strich über ihr Kinn. Die paar Kilometer schaffe ich zur Not auch alleine. Wenn du mir also zu viel Ärger machst, werde ich dich beseitigen. Das glaubte sie ihm unbesehen. Aber sie konnte ihn nicht gewinnen lassen. Um ihret Willen. Aber auch wegen Warren, Emma und den anderen Menschen, die durch ihnen Gefahr geraten würden oder sogar schon verletzt oder getötet worden waren. Und sei es, dass sie nur ein paar wertvolle Sekunden Anscheinend reizte es ihn, wenn jemand nicht sofort das tat, was er sagte. Das sollte sie sich merken. Vielleicht konnte sie es später noch nutzen. Ich kann so nicht gehen, das Gelände ist zu uneben. Sein Griff lockerte sich und er ließ sie schließlich los. Sag das doch gleich und jetzt beweg dich, ich habe nicht ewig Zeit. Angel orientierte sich kurz. Dann schlug sie in einem leichten Winkel zu ihrem eigentlichen Ziel verlief. Falls der Verbrecher es nicht bemerkte, konnte sie so noch einmal Zeit gewinnen, damit das FBI, die Polizei oder sonst jemand eingreifen konnten. Was sie machen würde, wenn niemand kam, wusste sie nicht. Doch darüber würde sie dann nachdenken, wenn es soweit war. Jetzt brauchte sie all ihre Sinne, um auf den Füßen zu bleiben. 29 Gabriel spürte, wie sein Blutdruck sich mit jedem Schritt erhöhte. Wie hatte das passieren können? Lukas war ein erfahrener Agent. Er hätte nie allein versuchen dürfen, die Verbrecher dingfest zu machen. Zumindest nicht, wenn es sich nicht um einen Notfall handelte und niemand in unmittelbarer Gefahr schwebte. Schlimmer allerdings war, dass er sich dabei hatte anschießen lassen. Lukas hatte zwar versucht, die Verletzung herunter zu spielen, aber die Schmerzen waren ihm während des kurzen Gesprächs über Funk anzuhören gewesen. Diese ganze Aktion war ein komplettes Desaster. Und dazu passte auch gut, dass Russell Davis jetzt die Hundeführerin in seiner Gewalt hatte und der Vater des Mädchens mit Lukas Waffe auf Recher-Mission unterwegs war. Dank des GPS-Gerätes war es kein Problem, den Standort seines Kollegen zu finden. Lukas lehnte mit dem Rücken an einem Baumstamm. In der Hand hielt er eine Pistole. Die andere Hand hatte er gegen die Hüfte gepresst, Blut tropfte zwischen seinen Fingern hindurch. Besorgnis erfasste Gabriel und er hockte sich neben Lukas. Der hatte die Augen halb geschlossen. Sein Gesicht war kalkweiß und glänzte vor Schweiß. Detektiv Heron setzte seinen Rucksack ab und zog ein Erste-Hilfe-Set heraus. Mit einem Nicken nahm es Gabriel entgegen. Lukas, kannst du mich hören? Er hielt seine Stimme leise, falls einer der Verbrecher in der Gegend war. Lukas Augenlider flatterten und hoben sich schließlich ein kleines Stück. Gabriel, tut mir leid. Er unterbrach ihn sofort. Das hat Zeit. Zuerst muss ich wissen, ob du noch woanders verletzt bist. Nur die Hüfte. Lukas bewegte sich schwach, als wolle er aufstehen. Sofort legte Gabriel ihm eine Hand auf die Schulter und hielt ihn so mühelos auf dem Boden. Bleib still sitzen. Ich werde mir die Wunde ansehen und dann verbinden. Keine Zeit. Ihr müsst die Frau retten. Gabriel blickte sich um. Wo ist Valerie? Ist sie hinter Davis her? Lukas schüttelte den Kopf. Wir haben uns getrennt. Thomas ist mit dem Kind in die andere Richtung geflüchtet. Sie ist hinter ihnen her, um Emma zu retten. Verflucht. Er wusste, dass es ein Fehler gewesen war, sie mit zu nehmen. Wenn sie sich töten ließ, würde er sich das nie verzeihen. Valerie war einfach noch nicht so weit und traf ihre Entscheidungen nicht mit dem Kopf, sondern nach Gefühl. Natürlich wollte sie das Kind beschützen. Das konnte er verstehen, aber so funktionierte ein Einsatz nicht. Es konnte nicht jeder einfach machen, was er wollte, ohne mit dem Einsatzleiter, ihm zu sprechen. Doch es brachte auch nichts, das jetzt zu sagen. Lukas wusste es sowieso und Valerie war nicht hier. Hast du seitdem von ihr gehört? Nein. Lukas Augen schlossen sich langsam wieder. Lasst mich hier, ich komme schon zurecht, ihr müsst Davis stoppen. Er ist verrückt. Das war für Gabriel nichts Neues. Wir werden ihn kriegen, aber zuerst verbinde ich dich. Offenbar ging es seinem Kollegen schlecht genug, um nicht weiter dagegen zu protestieren. Gabriel machte kurzen Prozess mit Lukas Hose und betrachtete die Eintrittswunde. Sie sah schlimm aus. Ein stetiger Blutstrom lief ihm über Hüfte und Oberschenkel. Vor allem war keine Austrittswunde zu sehen. Das bedeutete, dass die Kugel vermutlich irgendwo zwischen den Hüftknochen steckte. Die Lippen fest zusammengepresst tupfte Gabriel das Blut weg und legte dann mehrere Schichten von Kompressen auf die Wunde. Anschließend verband er sie dick. Mehr konnte er hier und jetzt nicht tun. Er setzte sich auf die Hacken zurück und wischte sich mit dem Unterarm über die feuchte Stirn. Das war's. Versuch dich nicht zu bewegen und drück weiter auf die Wunde, damit sie aufhört zu bluten. Trink viel. Hast du große Schmerzen? Lukas nickte knapp. Seine Hände waren zu Fäusten geballt und tiefe Linien hatten sich in sein Gesicht gegraben. Es geht schon. Hieron zog etwas aus dem Erste Hilfe Paket und hielt es Gabriel hin. Es waren hochdosierte Schmerztabletten. Gabriel nahm zwei heraus und reichte sie Lukas zusammen mit einer Wasserflasche. Über Funk forderte er einen Arzt an, doch er wusste, dass es lange dauern würde, bis dieser eintraf. Immerhin war die Verstärkung schon auf dem Weg, musste er allerdings auch noch vom Landeplatz hierher kommen. Bis dahin konnte er jedoch nicht warten. Gabriel blickte und Detektiv an, der gerade aufsetzte. Ich kann ihn in dem Zustand nicht allein lassen. Bevor Heron etwas sagen konnte, schaltete sich Lukas ein. Ich komme zurecht, du brauchst Unterstützung, wenn du diesen Mistkerl fassen willst. Es wäre zu gefährlich, allein zu gehen. Am Ende seiner Rede schwankte er und wäre fast umgekippt, wenn Gabriel ihn nicht im letzten Moment aufgefangen hätte. Er brachte sein Gesicht dicht an das seines Kollegen heran. Ich werde nicht noch einen meiner Leute verlieren, hast du das verstanden? Es ist meine Verantwortung, Davis wieder einzufangen und genau das werde ich tun. Gabriel Das steht nicht zur Diskussion, Heron. Der Detektiv blickte sichtlich unentschlossen von einem zum anderen. Der Kerl hat Angel in seiner Gewalt. Ich habe ihrem Stiefvater versprochen, auf sie aufzupassen. Das verstehe ich, und ich werde alles tun, um sie unbescheidet aus der Sache heraus zu bringen. Gabriel holte tief Luft. Ich kenne Russell Davis wie sonst kein anderer. Wenn ihn kann, dann ich. Lukas Gewicht in seinen Arm wurde immer schwerer. Als er nach unten blickte, erkannte er, dass der Agent das Bewusstsein verloren hatte. Verdammt. Hieron schob ihn zur Seite. Gehen Sie, ich kümmere mich um Ihren Freund. Danke. Schnell richtete sich Gabriel auf und trat zur Seite, damit der Detective mehr Platz hatte. Bringen Sie nur Angel unverletzt zurück. Das konnte er nicht versprechen, aber er wusste, dass Hieron es hören wollte. Das werde ich. Hieron nickte ihm zu. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, verabschiedete Gabriel sich rasch und folgte dann der nicht zu übersehenden Spur, die Harper zusammen mit dem Hund hinterlassen hatte. Als er einen kleinen Hügel überwunden hatte, wurde sie sogar noch deutlicher. Offenbar hatte die Hundeführerin sich alle Mühe gegeben, deutlich sichtbare Abdrücke zu hinterlassen. Hin und wieder entdeckte er Blutstropfen auf den Blättern der Pflanzen, doch er wusste nicht, ob sie von Angel Burns, Davis oder dem Vater stammten. Den Hund konnte er ausschließen, da sie sich zu hoch befanden. Aber egal von wem sie waren, sie machten deutlich, dass er sich beeilen musste, wenn er Schlimmeres verhindern wollte. Der Schmerz war Warrens ständiger Begleiter, als er so schnell wie möglich durch den Wald lief. Nicht nur sein verletztes Bein, sondern auch die Wunde an seiner Seite schmerzte höllisch. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn eine oder mehrere Rippen in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Aber der Gedanke an Angel ließ ihn die Qualen ignorieren. Moonlight lief dicht vor ihm, und er hoffte, dass die Hündin ihn warnen würde, wenn sie sich dem Verbrecher näherten. Dazu kam sein schlechtes Gewissen, dass er einen Verletzten einfach sich selbst überlassen hatte, aber er ging davon aus, dass der Agent inzwischen gefunden worden war. Petros Gesichtsausdruck kurz vor der Explosion tauchte aus seiner Erinnerung auf. Eine Mischung aus Verzweiflung und Akzeptanz hatte darin gelegen. Und Schmerz. Warren schüttelte die Konzentrierte sich auf das Hier und Jetzt. Auf keinen Fall durfte er sich wieder in einem Flashback verlieren. Er musste funktionieren, wenn er nicht wollte, dass Angel einen furchtbaren Preis für ihre Hilfsbereitschaft bezahlte. Ob die Agentin Emma inzwischen gefunden hatte? Einerseits hoffte er es, andererseits hatte er Angst davor, was es für seine Tochter bedeuten konnte, wenn die Agentin die Lage falsch einschätzte. Nein, er musste darauf vertrauen, dass es Emma gut ginge und er sie bald wieder in seine Arme schließen konnte. Alles andere würde jetzt nur seine Konzentration stören und das konnte fatale Folgen haben. Als sich Moonlight's Körper plötzlich versteifte, ging er sofort hinter einer gewaltigen Baumwurzel in Deckung. Er zog die Hündin an sich und legte sicherheitshalber seine Hand um ihre Schnauze. Das war auch gut so, denn sie gab ein Winseln von sich, während sie sich gleichzeitig rückwärts bewegte. Warren beugte den Kopf, sodass er dicht neben ihrem Ohr war. Ganz ruhig, wir werden Angel gleich holen. Es wirkte fast, als würde die Hündin ihn verstehen, denn sie beruhigte sich und sah ihn mit bittenden Augen an. Sanft strich er Warren über den Kopf. Ich verspreche es. Jetzt redete er schon so mit ihr, als wäre sie ein Mensch. Moonlight überraschte ihn damit, dass sie die Zunge ausfuhr und über seine Wange leckte. Unwillkürlich musste Warren lachen. Okay, das reicht. Innerhalb von Sekunden erinnerte er sich daran, warum er hier war und was auf dem Spiel stand. Sofort verging ihm das Lachen wieder. Wir müssen weiter. Ein Rascheln ertönte und Warren erstarrte. Mit dem Rücken presste er sich gegen das Wurzelgeflecht, während er sich vorbeugte, um um die Ecke zu blicken. Sofort zog er den Kopf wieder zurück, als er sah, dass Angel sich nur wenige Meter entfernt einen Weg durch die Vegetation bahnte. Mehr als alles andere wollte er sie greifen und mit ihr flüchten. Doch der Verbrecher ging nur ein paar Schritte hinter ihr und seine Pistole war direkt auf ihren Rücken gerichtet. Mit festem Griff hielt Warren Moonlight fest, die Anstalten machte, zu ihrem Frauchen zu laufen. Als hätte sie ihre Blicke gespürt, drehte Angel leicht den Kopf und suchte mit den Augen die Gegend ab. Instinktiv ging Warren des Wagnis ein und bewegte sich, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Dass sie ihn bemerkt hatte, erkannte er daran, dass sie sofort in eine andere Richtung blickte. Gut. Zumindest wusste sie jetzt, dass jemand in der Nähe war, um sie zu retten. Nun musste er nur noch die geeignete Gelegenheit finden, den Verbrecher außer Gefecht zu setzen. Zwar hätte er ihn von hier aus einfach erschießen können, aber das bag ein zu großes Risiko, dass sich aus dessen Waffe ein Schuss lösen und Angel treffen könnte. Auf die geringe Entfernung würde der Verbrecher sie nicht verfehlen. Auch musste Warren dafür sorgen, dass die Hündin nicht in die Schusslinie geriet. Wenn er sie los ließ und sie auf Angel zurannte, wäre das ihr sicheres Todesurteil. Das konnte er Moonlight nicht antun. Und er wusste auch, dass Angel ihm das nie verzeihen würde. Mit schlechten Gewissen band er die Leino an die Baumwurzel und zwar so, dass Moonlight sich nur wenig bewegen konnte. Es tut mir leid, aber es muss sein. Wenn ich Angel retten will, kann ich mich nicht auch noch um dich sorgen. Warren kraulte sie hinter den Ohren. Bleib still hier liegen. Ich komme gleich mit Angel wieder. Die Hündin winselte und versuchte sich aus der Leine heraus zu winden. Da sie jedoch am Geschirr befestigt war, hatte Moonlight keine Chance. Mit einem letzten bedauernden Blick auf sie verließ Warren die Deckung und bewegte sich vorsichtig durch die Vegetation. Er schlug die entgegengesetzte Richtung ein und arbeitete sich langsam zu Angel und ihrem Entführer vor. Dabei half ihm, dass sie angehalten hatten. Schließlich hockte er sich hinter ein kleines Gebüsch aus brusthohen Pflanzen, das sich nur etwa zwei Meter von ihnen entfernt befand. Es kam ihm fast so vor, als brauchte er nur die Hand auszustrecken, um Angel zu berühren. Da jedoch noch immer die Pistole des Verbrechers auf sie gerichtet war, bezwang er seinen inneren Drang. Ich brauche eine Pause, mir ist schwindelig. Angels Stimme drang ganz deutlich in sein Versteck. Besorgt blickte er sie an und aus der Nähe sah er, dass sie tatsächlich angeschlagen wirkte. Ihre hellblonden Haare waren auf einer Seite von Blut verklebt, das auch auf ihre Kleidung getropft war. Eine gewaltige Wut stieg in Warren auf, die er nur schwer bezähmen konnte. Er wünschte sich nichts mehr, als diesem Mistkerl den Hals umzudrehen. Hoffentlich würde sich eine Gelegenheit dazu ergeben, für das, was er Emma und nun auch Angel angetan hatte, und natürlich auch den anderen Menschen, die von ihm verletzt oder getötet worden waren. Seiner Meinung nach verdiente ein solcher Mensch es nicht zu leben. Stell dich nicht so an, ich weiß genau, was du versuchst, aber es wird dir nicht gelingen, es wird dich niemand retten. Jeden, der es versucht, werde ich über den Haufen schießen. Ich dachte, das wäre inzwischen schon klar. Angel schwankte, und der Verbrecher packte ihren Arm, um sie daran zu hindern, umzukippen. Mir ist wirklich... Ohne Vorwarnung beugte sie sich vor und begann zu würgen. Unwillkürlich ließ der Verbrecher sie los und sie fiel hart auf die Knie. Dabei traf ihr Blick den von Warren und sie zwinkerte ihm zu. Gott erliebte diese Frau. Er kannte kaum jemanden, der in dieser Situation so einen klaren Kopf behalten hätte wie Angel. Noch einmal wirkte sie und es hörte sich selbst für ihn täuschend echt an. Der Glatzköpfige nahm es ihr offensichtlich ab, denn er stieß einen genervten laut aus und drehte sich um. Das war die Gelegenheit, auf die Warren gewartet hatte. Er gab ihr ein Zeichen und Angel warf sich nach vorne. Die Pflanzen verschluckten sie sofort. Für den Mörder musste es so wirken, als wäre sie spurlos verschwunden. Zur gleichen Zeit begann Moonlight zu bellen und verdeckte damit die Geräusche, während Angel durch die Vegetation kroch. Warren hatte keine Ahnung, woher die Hündin wusste, dass sie genau jetzt ein Ablenkungsmanöver starten sollte, aber es war perfekt. Der Verbrecher begann sofort zu schießen und Warren war froh, dass er Moonlight hinter der Wurzel angebunden hatte, wo sie nicht getroffen werden konnte. Er nahm Angels Hände und zog sie in Sicherheit. Gleichzeitig war er sich der Tatsache bewusst, dass die Pflanzen ihnen auf Dauer nur wenig Schutz bieten würden. Warren richtete sich ein wenig auf, um den Verbrecher notfalls zu erschießen, doch der war offensichtlich nach den ersten Schüssen ebenfalls in Deckung gegangen. Verdammt, er hätte ihn lieber weiter im Blick behalten, aber es war jetzt nicht mehr zu ändern. Sie mussten hier so schnell wie möglich weg. Während er sie beide nach hinten absicherte, schob er Angel vor sich her. Moonlight hatte aufgehört zu bellen, und Warren wusste nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Aber solange Angel noch in Gefahr war, konnte er sich nicht darum kümmern. Für ihn hatte sie oberste Priorität und danach erst kamen die Hündin, er selbst oder andere Menschen. Dass Angel das anders sah, wurde ihm schon wenige Meter weiter klar, als sie sich in der Deckung eines kleinen Erdhügels zu ihm umdrehte. Ich muss zum Moonlight. Sanft trieb Warren sie weiter. Das geht jetzt nicht. Der Verbrecher wird nach uns suchen. Angel schob ihr Kinn vor. Und wenn er Moonlight findet, wird er sie töten. vermutlich recht, aber er wusste nicht, wie er das verhindern sollte. Auf keinen Fall würde er Angel wieder in Gefahr bringen. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Mörder noch einmal seine Hände an dich legt. Die Vorstellung, dass er dir etwas tun könnte, hat mich ganz verrückt gemacht. Vorsichtig schob er ihre Haare zur Seite und betrachtete die Platzwunde. Ihre Miene wurde weicher. Das ging mir genauso, als er mir gesagt hat, dass er dich getötet hat. Sie legte die Hand an seine Wange. Ich bin froh, dass du lebst und mich geholt hast. Aber ich werde Mondleid nicht im Stich lassen. Sie gehört zu meiner Familie. An der Entschlossenheit in ihren Augen konnte er erkennen, dass sie sich nicht umstimmen lassen würde. Mit einem tiefen Seufzer gab er nach. Okay, du bleibst hier und versteckst dich so gut, dass der Verbrecher dich nicht findet. Und ich hole Moonlight. Aber Warren legte einen Finger auf ihre Lippen. Das ist mein einziges Angebot. Zur Not würde er sich Angel über die Schultern werfen und mit ihr so schnell wie möglich von hier verschwinden. Offenbar konnte sie ihm das an den Augen ablesen, denn sie nickte schließlich zögernd. Danke. Sei bitte vorsichtig. Sie umarmte ihn so fest, dass ihm ein schmerzhaftes Stöhnen entfuhr. Sofort ließ sie ihn los und betrachtete ihn besorgt. Was ist? Ihr Blick wanderte an seinem Körper hinab und sie keuchte auf, als sie seine blutige Kleidung sah. Oh Gott, bist verletzt. Warum hast du denn nichts gesagt? Sofort begann sie an seiner Kleidung zu zupfen, doch er hielt ihre Hände fest. Nur ein Kratzer. Wenn sie jetzt das Hemd hochzog, würde die bereits leicht verschorfte Wunde wieder aufbrechen und er würde erneut zu bluten beginnen. Sie biss sich auf die Unterlippe aber es geht mir gut und ich muss jetzt los wenn ich Mundleid holen soll bevor der Verbrecher sie entdeckt. Sichtlich widerwillig ließ Angel ihn los. All die Gefühle die sich in ihm aufgestaut hatten brachen sich Bahn und Warren beugte sich zu ihr hinunter um sie zu küssen. Nach einer Schreck Sekunde erwiderte Angel den Kuss und Warren konnte lösen um nicht in Versuchung zu geraten sie wieder an sich zu ziehen und nie wieder los zu lassen trat er einen Schritt zurück er hielt ihr die Pistole hin hier wenn der Verbrecher sich dir nähert schieß Angel schüttelte den Kopf ich kann nicht mit Waffen umgehen und es ist wichtiger dass du dich verteidigen kannst ich verstecke mich so gut dass er mich nicht finden obwohl er nicht glaubte dass dies die richtige Entscheidung war nickte Warren und steckte die Pistole in seinen Hosenbund ich komme so schnell wie möglich wieder wenn das FBI auftaucht bleib so lange im Versteck bis sie den Verbrecher verhaftet oder getötet haben ok nach einem letzten Händedruck drehte Warren sich um und lief geduckt dorthin wo er Moonlight zurückgelassen hatte hoffentlich hatte der glatzköpfige sie noch nicht gefunden er wollte Angel nicht sagen müssen dass ihre geliebte Hündin tot war und auch ihn selbst würde es schmerzen er hatte sie in den letzten Tagen richtig ins Herz geschlossen immer wieder blieb er stehen und sah sich um doch von dem Verbrecher war nichts mehr zu sehen ob er einfach abgehauen war und nun versuchte sich allein aber so wie Warren ihn einschätzte eher unwahrscheinlich stattdessen wurmte es ihn sicher unheimlich dass ihm seine Geisel abhandengekommen war und er überlegte sich bereits wie er sie zurückbekommen und töten konnte Warren biss die Zähne zusammen um nicht vor Wut laut zu schreien besser der Mörder verkroch sich irgendwo sollte er ihm nochmal über den Weg laufen konnte er für nichts garantieren vorsichtig schlich er weiter zu der in die Luft tragenden Baumwurzel hinter der er Moonlight angebunden hatte schon seit einiger Zeit bellte sie nicht mehr was ihn erleichterte so würde der Verbrecher sie wenigstens nicht so leicht finden allerdings konnte es auch sein dass er sie schon gefunden hatte Warrens Nacken prickelte und er bewegte sich noch langsamer vorwärts seine Finger schlossen sich fest um den Griff der Pistole und er entsicherte sie das klicken schien laut im stillen Wald wieder zu hallen Warren ging in die Hocke und lauschte während er gleichzeitig den Blick über die Vegetation gleiten ließ nichts rührte sich aber er meinte ein leises Winseln zu vernehmen Erleichterung durchflutete ihn wenigstens lebte die Hündin noch vorsichtig bewegte er sich im Schutz der Pflanzen weiter vor bis er an dem dicken Stamm angekommen war der irgendwann mitsamt dem Wurzelballen umgekippt war Pflanzen und kleine Büsche wuchsen bereits darauf Flechten überzogen eine Seite im Laufe der Zeit hatten sich kleine Holzstücke vom Stamm gelöst die nun den Boden übersäten So leise wie möglich kroch Warren am Stamm entlang und nutzte ihn gleichzeitig als Deckung Ein Windstoß ließ die Blätter rascheln und Warren fuhr herum Erst als er überzeugt war dass ihm von der Seite her keine Gefahr drohte bewegte er sich weiter Das Winseln hatte aufgehört Stille breitete sich wieder aus Warrens Nackenhaare sträubten sich Sein Instinkt schlug Alarm Da er die Hündin jedoch nicht hier lassen konnte blieb ihm keine Wahl Er musste weiter gehen Lautlos bewegte er sich in Richtung der Baumwurzel und spähte um die Ecke Als er Moonlight neben dem Ballen stehen sah atmete er erleichtert auf Automatisch bewegte er sich auf sie zu doch dann fiel ihm ihre starre Haltung auf Jeder Muskel in ihrem Körper war angespannt Sie vibrierte von Kopf bis Fuß Den Schwanz hatte sie zwischen die Hinterbeine geklemmt Ihr Blick war starr auf einen Punkt hinter der Baumwurzel gerichtet Irgendetwas musste dort sein dass sie irritierte oder ängstigte Der Zustand der Wurzel an der sie festgebunden war zeigte dass sie bereits versucht hatte sich zu befreien Überall dadurch dass die Hündin so daran gezogen hatte war der Knoten nur schwer zu entwirren aber schließlich gelang es ihm sofort drängte sich Moonlight an ihn es war fast als wollte sie ihn wegschieben Warren nahm die Leine auf und bewegte sich langsam rückwärts dabei behielt er die Stelle im Blick die Moonlight zuvor angestarrt hatte als hinter ihm ein klicken ertönte erstarrte er Etwas Etwas Hartes Etwas Hartes presste sich gegen seinen Nacken und Warren war klar dass er seine eigene Pistole nicht schnell genug herumbringen würde um den Verbrecher davon abzuhalten ihn zu erschießen auf keinen Fall würde er auf keinen Fall würde er aber ohne einen Kampf aufgeben unauffällig ließ er Moonlights Leine fallen damit sie wegrennen konnte doch sie bewegte sich keinen Zentimeter verzweifelt gab er ihr einen Stups mit dem Schuh Schön, dass wir uns nochmal wiedersehen, Daddy Die Stimme des Mörders quälte Warrens Nerven und ließ ihn wünschen, er könnte seine Hände um dessen Hals legen und zudrücken Obwohl es mir noch lieber wäre, du wärst vorhin schon gestorben Ich nehme mal an, dass du dafür verantwortlich bist, dass ich meine kleine Freundin verloren habe Zu schade Ich hatte noch einiges mit dir vor Ein Grinsen war in seiner Stimme zu hören Aber das kann ich ja gleich nachholen, wenn du erst mal aus dem Weg bist Was meinst du? Ob sie ihr angelaufen kommt? Wenn ich damit drohe, dich zu töten Warren war sich ziemlich sicher, dass der Verbrecher Angel gut eingeschätzt hatte Sie wäre sogar für ihren Hund gekommen Aber das würde er ihm ganz sicher nicht auf die Nase binden Nein Diesmal lachte der Mörder auf Wie kommt es nur, dass ich dir nicht glaube? Ich denke, ich werde mal ein kleines Experiment starten Eine Hand legte sich um Warrens Arm und zog ihn nach hinten Schmerz schoss durch sein Schultergelenk Und er lehnte sich automatisch vor, um den Druck zu lindern Lass die Waffe fallen, sofort Warren wollte die Pistole nicht verlieren Aber da sie ihm im Moment sowieso nichts nützte, legte er sie auf den Boden Gut so Und jetzt steh auf, aber langsam Eine falsche Bewegung und du bist tot Es juckte Warren in den Fingern, den Verbrecher mit einem gezielten Schlag außer Gefecht zu setzen Aber in seiner derzeitigen Position war das nicht möglich Er wäre schneller tot, als er zuschlagen könnte Außerdem musste er an Moonlight und Angel denken Wenn er aus dem Weg war, gab es niemanden mehr, der sie beschützen würde Angespannt kam er langsam auf die Füße und löste damit lautes Bählen bei Moonlight aus Still Doch die Hündin hörte nicht auf seinen Befehl Stattdessen fletschte sie die Zähne und stürzte sich auf den Verbrecher Der trat mit dem Fuß nach ihr und traf sie in die Rippen Sie jaulte auf, kam aber wieder auf die Füße und griff erneut an Der kalte Stahl verschwand aus Warrens Nacken Er ahnte, was jetzt passieren würde Nein Er versuchte, den Glatzköpfigen aus dem Gleichgewicht zu bringen Doch es war zu spät Ein Schuss ertönte und Moonlight brach zusammen Trauer und Bedauern erfasste ihn Die Hündin war nur gestorben, weil sie ihm helfen wollte Warren wollte zu ihr Doch noch immer befand sich sein Arm in dem harten Griff Dann spürte er die Pistole wieder im Nacken Blöder Köter Und jetzt zu dir Warren schloss die Augen und bereitete sich darauf vor zu sterben Es tut mir leid, Angel 28 Gehetzt blickte Dämon sich um Eine Weile lang hatte er das Gefühl gehabt, dass ihnen jemand folgte Doch es war niemand aufgetaucht In der Hoffnung, mögliche Verfolger abzuhängen, war er an einer Stelle ein Fels hinuntergerutscht Damit sollte er zumindest für Verwirrung gesorgt haben, aber ihm fehlte die Zeit, wirklich alle Spuren zu beseitigen Seit dem Angriff von Emmas Vater hatte Dämon mehrere Schüsse gehört, aber er konnte es sich nicht leisten, darauf zu vertrauen, dass Russell endlich gestoppt worden war Nichts hätte er lieber getan, als Emma endlich in die Hände ihres Dads zu übergeben Doch ohne genauere Informationen war das zu gefährlich Deshalb ging er einfach immer weiter und hoffte, endlich bei Ho Rain anzukommen Dort würde er Emma abliefern können, ohne sie zu gefährden Außer Atem blieb er stehen und setzte das Mädchen ab Sofort baute sie sich vor ihm auf Bring mich zu meinem Dad zurück Mit einem tiefen Seufzer ließ er sich auf einem Baumstumpf nieder Du weißt, dass das nicht geht, Emma Solange wir nicht wissen, ob der böse Mann noch frei ist, können wir nicht zurück Mein Dad hat ihn sicher besiegt, er ist ein Marine, die gewinnen immer Der Mann lächelte schwach, weil ihn diese Art der kindlichen Logik an seine Nichten und Neffen erinnerte Dein Vater ist sicher ein tapferer Mann, und ich wünsche mir wirklich, dass er Russell in den Boden gestampft hat Aber du hast doch die Schüsse gehört Emmas Unterlippe begann zu zittern Meinst du, mein Dad ist tot? Ich hoffe sehr, dass er noch lebt und dich bald holt Aber ich möchte sicher gehen, dass wir nicht wieder in die Hände des Verbrechers fallen Deshalb bringe ich dich dorthin, wo viele Menschen sind, die sich gut um dich kümmern werden Bis dein Vater wieder bei dir ist Mit großen Augen sah sie ihn an Und was ist mit dir? Bleibst du nicht bei mir? Das war eine gute Frage Nein Ich gehe woanders hin, wenn du in Sicherheit bist Aber ich will nicht, dass du gehst Die Tränen, die sich in ihren Augen bildeten, schnitten Demmon ins Herz Und er streckte instinktiv die Arme aus Sofort warf sie sich hinein Demmon schloss die Augen und presste Emma an sich Glaub mir, du bist ohne mich viel besser dran Normalerweise wären wir uns nie begegnet Es war nur Zufall Und er verfluchte sich immer noch dafür, dass er Russell zu dem Campingplatz geführt Und Emma dadurch in die ganze Sache mit hineingezogen hatte Aber ohne dich wäre ich mit diesem Monster allein gewesen Ich bin froh, dass du da warst Ich auch Er drückte ihr einen Kuss auf den Kopf Und schob sie dann sanft von sich Komm jetzt Je eher wir weitergehen, desto schneller bist du bei deinem Vater Jedenfalls hoffte er das So oder so würde sich zumindest jemand anderer um sie kümmern Als ein entlaufender Häftling, der als verurteilter Mörder galt Okay Als Emma vertrauensvoll ihre Hand in die Seine legte, schluckte er hart Vor einigen Jahren hatte er noch gedacht, dass er die passende Frau finden Und so wie seine Geschwister ebenfalls Kinder haben würde Doch das alles war durch seine Verhaftung und anschließende Verurteilung zunichte gemacht worden Und selbst wenn er es irgendwie schaffen sollte, das Urteil aufheben zu lassen Welche Frau würde ihn jetzt noch haben wollen? Er war beschädigte Ware Jemand, der Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht hatte Und dadurch verändert worden war Jemand, der keinen Besitz und kein Geld hatte Weil alles für die Anwälte draufgegangen war Die ihm dann doch nicht hatten helfen können Er war heimatlos Und bettelarm Noch einmal sah sich Demmon nach allen Seiten um Es war niemand zu sehen oder zu hören Aber irgendwie hatte er immer noch das Gefühl Dass er so schnell wie möglich von hier verschwinden sollte Die letzten Schüsse waren weit entfernt gewesen Russell dürfte also eigentlich nicht mehr in der Nähe sein Es sei denn, es war noch jemand anders in der Gegend, der herumschoss Die Polizei zum Beispiel Oder irgendwelche schießwütigen Leute, die sich an der Mörderjagd beteiligten Wenn ihn jemand mit Emma erwischte, würde er dann auch einfach erschossen werden Ohne, dass man ihn anhörte? Bei der Vorstellung brach ihm der Schweiß aus Er wollte nicht sterben Zumindest nicht so Und ohne die Möglichkeit, sich zu wehren Vor allem wollte er Emma diese Szene ersparen Sie hatte schon genug durchgemacht Dass sie noch einen Mord mit ansehen musste, würde er nicht zulassen Entschlossen machte er sich wieder auf den Weg Langsamer diesmal, um sich Emmas kleineren Schritten anzupassen So konnte er auch besser einschätzen, ob sich ihnen jemanden näherte Er fragte sich immer noch, wie es Emmas Vater gelungen war, sie zu finden Sie hatten nichts bei sich, das man irgendwie technisch verfolgen könnte Und die Hubschrauber und Kleinflugzeuge dürften sie nicht entdeckt haben Also wie dann? Spurenleser? Suchhunde? Dann wäre es keine Schwierigkeit, ihn noch einmal aufzuspüren Da ihn diese Gedanken nur noch unruhiger machten Konzentrierte er sich darauf Emma einen möglichst bequemen Weg durch den Regenwald zu bahnen Während sie sich weiterhin auf sein Ziel zubewegten Jedenfalls hoffte er, dass er noch in die richtige Richtung unterwegs war Normalerweise war sein Orientierungssinn unfehlbar Aber während der wilden Flucht hatte er nicht immer auf den Weg geachtet Das Gelände wurde allerdings wieder etwas flacher Die Farne und von den Ästen hängenden Flechten größer Ein eindeutiges Zeichen, dass sie von der gebirgigen Mitte des Parks Langsam wieder zu dem vom Regenwald geprägten Randgebiet kamen Es schien ihm beinahe unendlich lange her zu sein, seit er im Transportbus gesessen hatte Er konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als endlich wieder in die Zivilisation zu kommen Eine warme Dusche, ein weiches Bett, richtige Nahrung Doch all das würde er wohl nicht bekommen, solange er noch hier in der Gegend war Sicher hatte die Polizei überall Straßensperren aufgestellt und Handzettel verteilt Sobald er irgendwo in einen Supermarkt oder ein Hotel ging, würde ihn jemand erkennen Mal ganz davon abgesehen, dass er kein Geld bei sich hatte Mit einem tiefen Seufzer verabschiedete er sich gedanklich von einem saftigen Burger und einer großen Cola Es erschien ihm beinahe leichter, sich wieder einfangen zu lassen Dann würde er zumindest etwas zu essen bekommen und hätte ein Dach über dem Kopf Nur der Gedanke an die 22 Jahre, die er noch im Gefängnis verbringen musste, plus die Jahre, die er für den unverschuldeten Ausbruch bekommen würde, hielt ihn davon ab, sich einfach auszuliefern Wenn er weiterhin im Gefängnis saß, würde der wahre Mörder nie gefasst werden, denn die Justiz hatte den Fall zu den Akten gelegt Für sie war er der Täter Und sie würden erst dann etwas anderes glauben Wenn er ihnen unumstößliche Beweise für seine Unschuld lieferte Ein lautes Knacken, gefolgt von einem gedämpften Fluch, riss ihn aus seinen Gedanken Er reagierte instinktiv, indem er Emma hochhob und loslief Das Mädchen klammerte sich an ihn und stieß ein ängstliches Wimmern aus Wenn es Russell war, würden sie sterben, Sophie war sicher Schnell wurde ihm bewusst, dass er in seinem geschwächten Zustand und mit Emmas zusätzlichem Gewicht nicht entkommen konnte Das Tempo konnte er nur wenige hundert Meter durchhalten Er musste Emma verstecken, damit wenigstens sie in Sicherheit war Verzweifelt suchte er nach einem geeigneten Versteck, bis er einen ausgehöhlten Baumstamm entdeckte Er war gerade dick genug, dass sein Kind hineinkriechen konnte Perfekt In vollem Tempo steuerte Demmon darauf zu und kam kurz davor zum Stehen Rasch stellte er Emma auf die Füße und schob sie dann zum Baumstamm Schnell, kriech da rein und versteck dich Ohne zu fragen tat sie, was er ihr befahl Ihre Nase kräuselte sich, als sie die dicken Käfer und Würmer entdeckte, die darin lebten Doch sie schob trotzdem die Beine hinein Demmon half ihr dabei, tiefer hineinzurutschen Als nur noch ihr Kopf herausschaute, blickte sie zu ihm auf Und was ist mit dir? Ich suche mir ein anderes Versteck in der Nähe Keine Angst Bleib einfach still hier liegen Ich hole dich dann Sollte ich nicht kommen und du hörst andere Stimmen Vielleicht von Rangers, Polizisten oder auch Wanderern Dann mach dich bemerkbar Sie werden dich in Sicherheit bringen Achte nur darauf, dass es nicht Russell ist Okay Stumm nickte sie Bitte komm zurück Wenn es irgendwie geht, werde ich das tun Ich verspreche es Schnell erhob er sich Verbarg ihre Spuren, so gut es ging Und lief dann in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren Er hatte Emma angelogen Nur wenn ihr Verfolger Russell war Und Demmon ihn besiegen konnte Würde er sie holen und sie in die Zivilisation bringen Bei jedem anderen würde er sich zurückziehen Und darauf vertrauen, dass Emma sicher nach Hause gebracht wurde So leise wie möglich Bewegte sich Demmon durch den Regenwald Und auf die Person zu, die ihnen gefolgt war Deutlich war das Knacken von Ästen und das Rascheln von Blättern zu hören Emmas Vater war es jedenfalls nicht Der hatte sich völlig lautlos bewegt Sonst hätte er sich ihnen nie unbemerkt nähern können Demmon duckte sich hinter einem Felsen und wartete darauf, dass der Verfolger an ihm vorbeikam Als er ihn sah, atmete Demmon erleichtert auf Es war nicht Russell Die Person war viel schmaler gebaut Automatisch hielt er den Atem an, während sie näher kam Und stellte fest, dass es sich um eine Frau handelte An ihrer Figur konnte man dies nicht unbedingt erkennen Aber an den feinen Gesichtszügen Und der modischen Kurzerfrisur Und nicht nur das Sie trug eine schusssichere Weste mit FBI-Kennzeichen Und hielt eine Pistole in der Hand Endlich Die Kavallerie Demmon wartete, bis sie an ihm vorbei war Bevor er sich langsam rückwärts bewegte Um Emma zu holen Die Agentin würde dafür sorgen, dass die kleine Heil nach Hause kam Damit wäre der Weg für ihn frei Er würde im Wald untertauchen Und irgendwo wieder herauskommen Wo niemand mit ihm rechnete Frei Endlich frei Wie versprochen hat der Angel sich in einem von dichter Vegetation verdeckten Erdloch verkrochen Um auf Warrens Rückkehr zu warten Das ging ihr zwar gegen den Strich Aber sie wusste auch, dass sie es nicht mit einem Mörder aufnehmen konnte Sie wäre nur im Weg Als sie Moonlight erst bellen und dann aufjaulen hörte Richtete sie sich auf Es hatte eindeutig Schmerz in dem Laut gelegen Und sie kannte ihre Hündin gut genug Um zu wissen, dass etwas absolut nicht in Ordnung war Unvermittelt halte ein Schuss durch den Wald Und danach war nichts mehr von Moonlight zu hören Nein Ohne weiter darüber nachzudenken Richtete sie sich auf Und krabbelte aus dem Loch Sie musste zu Moonlight Selbst wenn es zu spät sein sollte Wollte sie bei ihr sein Außerdem musste sie wissen, was mit Warren passiert war Er hätte den Verbrecher sicher daran gehindert Moonlight etwas zu tun Also war er entweder noch nicht bei ihr angekommen Oder schwebte in Lebensgefahr Oder Sie mochte sich nicht vorstellen Dass er vielleicht schon tot war Ihre Kehle war wie zugeschnürt Ihr Brustkorb fühlte sich an Als würde er von einer Zentnerlast zerdrückt Langsam Mit wild rasendem Herzen kroch sie vorwärts Sie konnte Warren nur helfen Wenn sie dicht genug herankam Ohne entdeckt zu werden Was sie dann machen sollte Wusste sie allerdings nicht Sie war unbewaffnet Und hatte schon vorher festgestellt Dass sie gegen die Kraft des Mörders nicht ankam Ihr Blick fiel auf einen unterarmdicken Ast Das war zwar kein Ersatz für eine Pistole Aber besser als nichts Sie hob ihn auf Und fühlte sich wenigstens etwas gewappneter Auch wenn das eine Illusion sein mochte Es herrschte eine beinahe unheimliche Stille In der jedes kleinste Geräusch Das die Zweige und Blätter unter ihren Händen und Knien machten Umso lauter klang Unwillkürlich hielt sie den Atem an Doch das führte nur dazu Dass sie danach umso lauter keuchte Sie musste sich dringend beruhigen Wenn sie keinen Fehler machen wollte Aber das war leichter gesagt als getan Beinahe wünschte sie sich Nie in die ganze Misere hineingezogen worden zu sein Dann würde sie jetzt mit Moonlight Gemütlich und sicher in ihrem Haus sitzen Allerdings hätte sie dann auch nie Warren Harper kennengelernt Und darauf wollte sie um nichts in der Welt verzichten Sie konnte nur hoffen Dass Moonlight nicht den Preis dafür gezahlt hatte Tränen stiegen ihr in die Augen Und sie blinzelte sie hastig fort Später war immer noch Zeit zu trauern Jetzt musste sie sich konzentrieren Für Warren Aber auch für sich selbst Konsequent bewegte sie sich in die Richtung fort Aus der das Bellen gekommen war Als sie näher kam Glaubte sie Stimmen zu hören Konnte aber keine einzelnen Worte verstehen Immerhin wusste sie jetzt Dass sie in die richtige Richtung unterwegs war Rasch näherte sie sich den Personen Und erkannte schließlich die Stimme des Mörders Unwillkürlich wurde ihr Griff um den Ast fester Du hättest dich nicht in die Sache einmischen sollen Jetzt wirst du sehen, wie es deiner kleinen Tochter ergangen ist Emma lebt Ich habe sie gesehen Warrens Antwort klang gepresst Aber wenigstens war er noch am Leben Erleichtert atmete Angel auf Bevor sie sich näher heranschlich Die Stimmen schienen hinter dem riesigen Wurzelballen Eines umgestürzten Baumes hervorzudringen Und das gab ihr die Möglichkeit Sich ungesehen zu nähern Mit wild klopfendem Herzen Presste sie sich mit dem Rücken an den Stamm Ängstlich lauschte sie Doch niemand schien ihre Ankunft bemerkt zu haben Woher weißt du, was mein Kumpan mit ihr gemacht hat? Ich hatte den Eindruck, dass er auf kleine Mädchen steht Wenn du verstehst, was ich meine Sein Grinsen war deutlich zu hören Warren gab einen wutentbrannten Laut von sich Der Angel Gänsehaut verursachte Du Bastard, ich werde Ein dumpfes Geräusch war zu hören Dann ein Stöhnen Ich glaube nicht, dass du dir deiner Position bewusst bist Du wirst sterben Und das kann entweder relativ schnell und schmerzfrei passieren Oder ich werde dafür sorgen, dass du bedauerst Überhaupt geboren worden zu sein Es liegt ganz bei dir Da du nicht zur Polizei gehörst Und einfach nur deine Tochter retten wolltest Vor allem aber, weil du ein Mann bist Bin ich geneigt, dir einen kurzen Tod zu gönnen Wenn du mich allerdings weiterhin ärgerst Wird nichts daraus Ich habe dich nicht darum gebeten Angel hielt den Atem an Doch kein Schuss ertönte Stattdessen lachte der Verbrecher Es ist so schade, dass ich nicht genug Zeit habe Mich in Ruhe mit dir zu beschäftigen Ich glaube, das könnte sehr interessant werden Du warst beim Militär, oder? Warren schwieg Du willst es mir nicht sagen? Auch gut Deine Haltung und deine Verletzungen verraten dich sowieso Wusstest du, dass ich mich auch beim Militär beworben habe Und sie mich abgelehnt haben? Angeblich, weil das psychologische Gutachten dagegen sprach Diesmal lag Wut in seinen Worten Mörderische Psychopathen werden beim Militär ungern gesehen Wieder erklang ein dumpfer Laut Und das Geräusch eines Körpers, der zu Boden fiel Angel hielt es nicht mehr aus Sie musste sehen, was da vor sich ging Langsam arbeitete sie sich vor Bis sie direkt vor dem in die Luft tragenden Wurzelwerk stand Ihre Hände zitterten, als sie vorsichtig den Kopf vorstreckte Und um die Wurzeln herum blickte Was sie sah, ließ ihr den Atem stocken Der Verbrecher beugte sich über Warren Der auf dem Boden zusammengebrochen war Gerade riss er dessen Kopf brutal an den Haaren nach hinten Warrens Augen waren geschlossen Er schien bewusstlos Erst dann bemerkte sie Moonlight, die vor ihm auf dem Boden lag Blut bedeckte ihr helles Fell Und sie schien nicht mehr zu atmen Oh Gott, nein Damit traf ihre schlimmste Befürchtung ein Und sie presste eine Hand vor den Mund Um die Laute zu unterdrücken, die daraus hervorzudringen drohten Für andere Leute mochte ein Hund nur ein Tier sein Doch für sie waren ihre Hunde und besonders Moonlight viel mehr als das Sie waren ihre Freunde, ihre Vertrauten, ihre Familie Einen von ihnen an Krankheit oder Alter zu verlieren, war furchtbar Aber Moonlight war kaltblütig ermordet worden Wut kam in ihr hoch und Angel umfasste den Knüppel fester Sie würde nicht zulassen, dass dieser Mistkerl noch jemanden umbrachte Und wenn es das Letzte war, was sie tat Von dieser Seite her anzugreifen, würde allerdings nichts bringen Der Verbrecher würde sie sehen, bevor sie ihn erreichte Deshalb zog sie sich zurück und begann auf den Baumstamm zu klettern Sicher würde er nicht erwarten, dass jemand von oben kam Jetzt wünschte sie sich doch, sie hätte die Pistole genommen Damit hätte sie ihn auch aus der Entfernung in Schach halten können Um mit dem Ast an ihn heranzukommen, würde sie sich ihm bis auf wenige Zentimeter nähern müssen Vorsichtig kroch sie über das brüchige Holz Kleine Stücke rieselten unter ihren Händen und Knien den Baumstamm hinunter Angela starrte, doch nichts passierte Deshalb setzte sie ihren Weg schnell fort Der Verbrecher konnte Warren jeden Moment erschießen Und sie wollte nicht wieder zu spät kommen All das Leben, die Kraft, Energie und Leidenschaft Die sie in den wenigen Stunden mit ihm zu spüren bekommen hatte Wären für immer verloren Die Vorstellung war so furchtbar, dass Angel sie rasch beiseite schob Sie würde nicht zu spät kommen Als sie die Wurzeln erreichte, legte sie sich flach auf den Stamm Und schob vorsichtig den Kopf vor Aus dieser Perspektive hatte sie einen direkten Blick auf den Rücken des Verbrechers Der sich immer noch über Warren beugte Stück für Stück bewegte sie ihre Hand mit dem Knüppel auf dem Baumstamm nach oben Ehrlich, das war's schon, wie langweilig Aber ich hab sowieso keine Zeit mehr, mich mit dir zu befassen Dann wirst du eben im Schlaf sterben Dein Pech Der Mörder hob die Pistole und presste sie an Warrens Hinterkopf Entsetzen lähmte Angel für einen Moment Dann handelte sie Sie schob sich vor und schwang gleichzeitig den dicken Ast Er krachte gegen die Pistole und schleuderte sie in hohem Bogen aus der Hand des Verbrechers Glücklicherweise löste sich kein Schuss, wie sie zuerst befürchtet hatte Wutentbrannt schrie der Mann los Sein Kopf ruckte hoch Sein Blick traf den von Angel Und der Hass, den sie in seinen Augen aufleuchten sah, ließ sie zurücktaumeln Dann erinnerte sie sich daran, dass sie Warrens einzige Chance war Und ließ den Knüppel noch einmal hinuntersausen, diesmal in Richtung des kahlen Schädels Doch jetzt war der Mörder vorbereitet und duckte sich rechtzeitig Dann schnellte sein Arm vor Und seine große Hand schloss sich um den Ast Mit einem Ruck zog er daran und brachte sie damit aus dem Gleichgewicht Sie versuchte noch, sich festzuhalten Doch es gelang ihr nicht Mit einem Aufschrei stürzte sie vom Stamm und landete hart auf dem Boden Für einen Augenblick blieb ihr die Luft weg Dann setzten die Schmerzen am ganzen Körper ein Besonders ihr Steißbein und ihr Nacken taten höllisch weh Glücklicherweise hatte sie den Stock nicht verloren So konnte sie Ein schwerer Fuß landete auf ihrer Brust Und schnitt ihr erneut die Luft ab Als der Verbrecher sich zu ihr herunterbeugte, verlagerte er noch mehr Gewicht auf ihren Brustkorb Schwarze Punkte flimmerten vor ihren Augen Und sie wusste, dass ihr nur wenig Zeit blieb, bevor sie das Bewusstsein verlieren würde Mit aller Kraft, die noch in ihr steckte, riss sie den Arm hoch und schlug mit dem Stock zu Sie traf den Verbrecher seitlich am Kopf Mit einem wütenden Schrei stolperte er zurück Das Gewicht verließ Angels Brust Und sie konnte endlich wieder frei atmen Sie richtete sich auf und sah sich nach der Pistole um, die der Verbrecher verloren hatte Doch sie war nirgends zu entdecken Immerhin hatte sie noch den Ast, mit dem sie sich zur Not verteidigen konnte Jetzt, wo der Bastard unbewaffnet war, sollten sich ihre Chancen stark verbessert haben Entschlossen hockte sie sich vor Warren, während sie gleichzeitig den Verbrecher im Auge behielt Der kam jetzt wieder auf sie zu Einer Hand gegen den Kopf gepresst Die andere hinter dem Rücken verborgen Außer Reichweite ihres Knüppels blieb er stehen Und nahm die Hand vom Gesicht Blut bedeckte seine Handfläche und Wange Ein langer Riss zog sich darüber, aus dem weiterhin Blut sickerte und auf sein T-Shirt tropfte Du kleine Schlampe Glaubst du wirklich, du könntest mich mit dem kleinen Stöckchen davon abhalten, dich zu töten? Und vorher noch meinen Spaß mit dir zu haben? Durch das Blut wirkte sein Grinsen besonders furchterregend Angel versuchte die Angst nicht gewinnen zu lassen und hob das Kinn Ja Seine Augen verengten sich Er zog die Hand hinter dem Rücken hervor und richtete eine Pistole auf sie Denk nochmal darüber nach Verdammt! Wo hatte er die Waffe her? Ihr war entgangen, dass er sie sich wieder geholt hatte, nachdem er sie verloren hatte Oder hatte er noch eine gehabt? Angel schluckte hart, während sie in den Lauf der Pistole starrte Warum tun sie das? Die Frage brachte ihr ein Lachen ein Weil ich es kann, weil es mir Spaß macht Such dir was aus! Der Mann war ein Monster Wie war sie überhaupt in diese Situation geraten? Darüber nachzugrübeln half ihr allerdings jetzt auch nichts Ihr musste etwas einfallen, wie sie ihn besiegen konnte Ein abgebrochener Ast gegen eine Pistole Keine besonders guten Aussichten Wahrscheinlich war es am besten, ihn reden zu lassen Und damit etwas Zeit zu schinden Vielleicht kam ja doch noch die Rettung in Form der Polizei oder des FBI Oder Warren wachte zumindest auf, damit sie sich nicht so allein fühlte Warum haben sie das Kind mitgenommen? Sie wären doch alleine sicher viel schneller vorwärts gekommen Der Verbrecher legte den Kopf schräg Ich weiß, was du tust Und du wirst damit keine Zeit gewinnen Aber die Antwort ist ganz einfach Ich brauchte eine Geisel Und etwas, das meinen läppischen Mitgefangenen daran hindert Einfach abzuhauen Oder zu versuchen, mich zu überwältigen Nicht, dass er das geschafft hätte Aber so war es einfacher Fassungslos starrte Angel ihn an Für so etwas zerstören Sie das Leben eines unschuldigen Kindes? Er hob die Schultern Andere Leute interessieren mich nicht Ja Den Eindruck hatte sie allerdings auch Aber wie? Schluss jetzt Ich habe keine Lust mehr, mich mit dir zu unterhalten Du bist langweilig Ergibst du dich mir freiwillig? Oder muss ich erst deinen Freund erschießen? Die Mündung der Waffe bewegte sich zur Seite Und zeigte nun auf Warren Sofort rückte Angel hinterher, sodass sie ihn mit ihrem Körper schützte Solange er sich nicht selbst verteidigen konnte, musste sie das tun Die Augenbrauen des Verbrechers schossen nach oben Ehrlich? Du bist bereit für ihn zu sterben? Wie lange kennst du ihn schon? Einen Tag Wow, ihr wart echt fleißig Kein Wunder, dass ihr jetzt so schwach seid Seine Häme ließ ihn kalt Sie wusste nur, dass sie nicht dabei zusehen konnte, wie er Warren wehtat Und sie war sich sicher, dass Warren auch so handeln würde, wenn sie verletzt wäre Ja, es war alles sehr schnell gegangen zwischen ihnen Aber Zeit war bei so einem intensiven Erlebnis unerheblich Deshalb schwieg sie nur und blickte den Verbrecher an Jeglicher Humor verschwand aus seinem Gesicht Mit dem Daumen entsicherte er die Pistole Ganz wie du willst Schade Ich hätte sicher viel Spaß mit dir gehabt Ein Zittern lief durch ihren Körper Und sie tastete instinktiv nach Warrens Hand, die nur wenige Zentimeter neben ihrer lag Als ihre Finger sich berührten, fühlte sie sich stark genug, dem Tod entgegenzusehen 29 FBI Geben Sie auf, Davis Unerwartet tönte der Ruf durch den Wald Angel schloss erleichtert ihr Augen Gott sei Dank Sie hatte schon nicht mehr mit einer Rettung gerechnet Davis, wie der Verbrecher anscheinend hieß, wirbelte herum, hielt die Pistole aber weiter auf Angel gerichtet Niemals Wenn ihr nicht abrögt, werde ich die beiden Geiseln töten Einen Moment lang herrschte Stille Dann trat ein schlanker Mann aus dem Dickicht hervor Er trug eine schusssichere Weste, auf der in großen weißen Buchstaben FBI stand Ein Windstoß fuhr ihm durch die kurzen, dunkelblonden Haare Sein Blick löste sich nicht eine Sekunde von dem Verbrecher Ein Grinsen zog sich über Davis' Gesicht Oh, Agent Lynch persönlich, ich fühle mich geehrt Oder darf ich Gabriel sagen? Ich hatte gehofft, dass wir uns nochmal sehen Es war sehr enttäuschend für mich, dass sie den Transport nicht selbst begleitet haben Der Agent trat noch näher Seine Pistole zeigte direkt auf die Brust des Verbrechers Und ich hatte gehofft, dass sie im Gefängnis verrotten würden Man bekommt leider nicht immer, was man gerne hätte Angel konnte deutlich die Wut erkennen, die in Davis' Augen aufblitzte Auch wenn er immer noch locker tat Nein, wohl nicht Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, ihren Kollegen zu töten Der arme Kerl dachte tatsächlich, dass sie mich wieder ins Gefängnis bringen würden Was für ein Idiot Es gab überhaupt keinen Grund, die Wachleute und den Agenten zu töten Warum sind sie nicht einfach abgehauen? Davis hob die Schultern Wo wäre da der Spaß? Ein Muskel zuckte in der Wange des Agenten Sonst ließ er sich keine Gefühle anmerken Angel wünschte, er würde sich beeilen Damit sie nach Warren sehen konnte Es beunruhigte sie, dass er immer noch so still da lag Lassen Sie die Waffe fallen, dann reden wir weiter Keine Chance, FBI Wenn sie sich allerdings ergeben, könnte ich mir überlegen, ob ich die Frau gehen lasse Angel biss sich auf die Lippe, um Davis nicht zu sagen, was sie davon hielt Auch dem Agenten konnte sie ansehen, dass er genau wusste, wie viel dieses Angebot wert war Allerdings glaubte sie auch nicht, dass sich der Verbrecher wieder ins Gefängnis sperren ließ Er hatte schon bewiesen, dass er zu allem bereit war, um in Freiheit zu bleiben Und jetzt standen sie, Warren und auch Lynch ihn im Weg Ihre kurzzeitige Erleichterung verschwand und machte erneut der Furchtplatz Wo waren überhaupt die anderen Agenten? Vielleicht würde es Davis eher überzeugen, wenn er umzingelt wäre Doch bisher war nur der eine Agent zu sehen Lassen Sie die Frau gehen, dann können wir uns weiter unterhalten Davis lachte amüsiert auf Warum sollte ich das tun? Mir gefällt sie genau da, wo sie ist Nun strengen Sie sich mal ein wenig an, Lynch Das hier ist ja geradezu lächerlich Sie wissen, was ich mit der Frau machen werde, wenn sie mich nicht aufhalten Wie geht es eigentlich Ihrer Schwester? Sehr hübsch, wenn ich mich recht erinnere Das Gesicht des Agenten versteinerte Wie wäre es damit? Ich habe die Erlaubnis, sie zu erschießen Und ich werde nicht zögern, genau das zu tun Wenn Sie also leben wollen, sollten Sie sich etwas verhandlungsbereiter zeigen Noch immer zitterte die Hand nicht, die die Pistole hielt Der Agent konnte Davis überhaupt nicht verfehlen Er gab ein zu großes Ziel ab Und wie erklären Sie, dass eine unbeteiligte Person dabei getötet wurde? Ich werde nämlich abdrücken, sobald Sie auch nur zucken Bitte nicht Angel wünschte, sie könnte sich irgendwo verkriechen Aber das war nicht möglich Hinter ihr lag Warren Und dahinter befand sich gleich der Wurzelballen Es gab nicht einmal Platz auszuweichen Was aber auf diese Entfernung sowieso nicht funktioniert hätte So wie Davis abdrückte, war sie tot Der Agent verzog keine Miene Manchmal sind leider Opfer nötig Wow, sie sind echt kalt Hast du das gehört, Goldlöckchen? Du bist für das FBI entbehrlich Ist es nicht schön, wie viel wir dem Staat wert sind? Angel schwieg Auf keinen Fall würde sie sich dort hineinziehen lassen Auch wenn die Worte des Agenten sie getroffen hatten Sie konnte nur hoffen, dass das zum Bluff gehörte Und er nicht wirklich so dachte Zum letzten Mal Waffe runter und treten Sie nach vorne Die Hände über dem Kopf Oh Gott Lynch sah so aus, als würde er wirklich schießen Das bedeutete für sie das sichere Todesurteil Angel versuchte, sich kleiner zu machen Doch das brachte nichts Davies konnte sie gar nicht verfehlen Wie in Zeitlupe erlebte sie die nächsten Ereignisse Warren, der bisher still hinter ihr gelegen hatte Warf sie plötzlich um und landete auf ihr Ein Knall ertönte, dicht gefolgt von einem zweiten Angel spürte, wie Warren über ihr zusammenzuckte Dann rührte er sich nicht mehr Alles klang seltsam gedämpft Dunkelheit hüllte sie ein Und sie bekam kaum noch Luft Nein, Warren Nach einer Schocksekunde begann Angel zu kämpfen Mühsam wandte sie sich unter ihm heraus Und hockte sich neben ihn Seine Augen waren geschlossen und er schien nicht mehr zu atmen Dafür breitete sich auf seinem Rücken ein Blutfleck aus Schnell rappelte sie sich auf und kniete sich neben ihn Ihre Hand zitterte, als sie ihn berührte Warren, kannst du mich hören? Keine Antwort Als sie hinter sich ein Geräusch hörte, wirbelte sie kampfbereit herum Sie würde nicht zulassen, dass dieser Verbrecher Warren noch einmal wehtat Erleichtert erkannte sie Dass es der FBI-Agent war, der auf sie zukam Seine Miene wirkte starr Nur in seinen Augen brannte ein seltsames Feuer Sind sie verletzt? Selbst seine Stimme klang tot Nein, ich denke nicht Sie befeuchtete ihre Lippen Was ist passiert? Wo ist der Verbrecher? Tod Seltsamerweise klang in der Feststellung keine Befriedigung mit Er hat auf sie geschossen Aber ihr Freund hat sich genau im richtigen Moment auf sie geworfen Lynch hockte sich neben sie und legte die Finger an Warrens Hals, um den Puls zu fühlen Ängstlich hielt Angel den Atem an und ließ ihn erst wieder entweichen, als der Agent ihr zunickte Er lebt Aber er braucht so schnell wie möglich einen Arzt Ich rufe einen Damit erhob er sich und entfernte sich einige Schritte Mit einem schnellen Blick auf Davis vergewisserte sie sich, dass der Verbrecher ihr wirklich nichts mehr tun konnte Bevor sie sich über Warren beugte und ihm mit den Fingern über die Wange strich Komm schon, Warren Wach auf! Sie traute sich nicht, ihn zu bewegen, aus Angst, dass sein Rückgrat verletzt sein könnte Zwar befand sich die Einschusswunde weiter seitlich, aber sie wollte nichts riskieren Sein Gesicht war ihr zugewandt Deshalb sah sie es, als seine Augenlider zu zucken begannen Komm zurück zu mir, Warren, bitte Langsam hoben sich seine Lider und er blickte sie an Angel? Ja, ich bin hier Durch ihre Tränen hindurch lächelte sie ihn an Bist du Verletzt? Es schien ihn unendlich viel Kraft zu kosten Die wenigen Worte herauszubringen Nein, mir geht es gut Dank dir Wie konntest du dich vor eine Kugel werfen? Ihre Stimme war mit jedem Wort lauter geworden Warrens Mundwinkel hoben sich Musste dich beschützen Nur meinetwegen hier Dummkopf Angel beugte sich weiter nach unten und küsste ihn sanft auf die Stirn Agent Lynch ruft gerade Hilfe Wir bringen dich hier raus Warren nickte Emma? Bedauern erfüllte sie, weil sie ihm keine bessere Nachricht überbringen konnte Ich habe noch nichts gehört, aber vielleicht weiß der Agent es nicht Unerwartet zuckte Warren zusammen Was? Besorgt blickte Angel ihn an Geht es dir schlechter? Nein Irgendetwas feuchtes an meiner Hand Oh Gott Hatte er etwa noch weitere Verletzungen? Rasch blickte Angel auf seine Hand und erstarrte Moonlight hatte ihren Kopf gehoben und leckte über Warrens Finger Sie lebte Diesmal flossen ihre Tränen unaufhaltsam, während sie sich vorbeugte und ihr Gesicht in Moonlights Fell vergrub Wieso hatte sie nicht schon eher nachgeprüft, ob die Hündin noch lebte? Gut Sie hatte nicht wirklich viel Gelegenheit dazu gehabt Trotzdem plagte sie das schlechte Gewissen Angel? Warrens brüchige Stimme brachte sie dazu, den Kopf zu heben Mit dem Handrücken wischte sich Angel über die Wangen, bevor sie ihn anblickte Es ist Moonlight Sie lebt Gut, tut mir leid, sie Er atmete flach durch, bevor er weitersprach Hat versucht, mir zu helfen Mit der Hand untersuchte Angel Moonlight auf Verletzungen Und zuckte zusammen, als sie die Schusswunde an ihrem Oberschenkel sah Die Menge des Blutes deutete darauf hin, dass die Arterie verletzt war Vermutlich hatte sie deshalb das Bewusstsein verloren Beruhigend strich Angel über Moonlights Fell Sie ist eine ganz tapfere Hündin Ihr Körper entspannte sich unter Angels Berührung Und ich finde, ihr passt super zusammen Schließlich habt ihr euch beide anschießen lassen, um jemand anderem zu helfen Warrens schnitt eine Grimasse Gleich dumm Genau Zärtlich lächelte Angel ihn an Ein Räuspern ließ sie auseinanderfahren Hinter ihr stand Agent Lynch Ich habe einen Hubschrauber für Mr. Harper bestellt Er wird in etwa 20 Minuten hier sein Allerdings haben wir auch einen verletzten Agenten Deshalb wird es sehr eng im Hubschrauber Sie müssten dann so lange hierbleiben Und auf einen anderen Transport warten, Mrs. Burns Natürlich Ich kann auch zu Fuß nach Horain gehen, wenn es sein muss Das entlockte Lynch ein schmales Lächeln Das wird nicht nötig sein Warren hob ein wenig den Kopf Wo ist Emma? Sofort verschloss ich die Miene des Agenten wieder Ich weiß es nicht Eine Agentin ist der Spur gefolgt Die der zweite Verbrecher gemacht hat Nachdem sie sich getrennt haben Bisher habe ich noch nichts von ihr gehört Aber sie können sicher sein Dass wir so lange nach ihrer Tochter suchen werden Bis wir sie gefunden haben Erschöpft schloss Warren die Augen Sie müssen Emma finden Hat Angst im Dunkeln Mag keine fremden Leute Mitleid kam in ihr auf Es war deutlich, dass Warren am liebsten selbst weiterhin auf seiner Tochter gesucht hätte Aber körperlich dazu einfach nicht in der Lage war Ich kann ihnen nachher bei der Suche helfen Moonlight ist zwar nicht mehr dazu fähig, aber ich bin ganz gut im Spurenlesen Der Agent nickte ihr zu Danke, ich hoffe, dass das nicht nötig sein wird Aber falls wir sie nicht bald finden, nehme ich ihr Angebot gerne an Angel Sie unterbrach Warrens Protest Ich werde in Gesellschaft von Agenten sein Mir wird nichts passieren Und ich hatte dir versprochen, Emma so lange zu suchen Bis wir sie gefunden haben Liebe dich Der Druck seiner Finger verschwand Sein Kopf fiel zur Seite Eine Mischung aus Glück und panischer Angst schoss durch ihre Adern Warren Doch er antwortete nicht mehr Lynch schob ihre Hände beiseite Machen Sie ein wenig Platz Ich werde ihn verbinden Damit er nicht zu viel Blut verliert Während wir warten Widerwillig rutschte sie ein wenig zur Seite Und sah nervös zu Wie der Agent sich mit geübten Handgriffen an die Arbeit machte Gott Warren musste einfach überleben Lynch reichte ihr eine Bandung Und nickte zu Moonlight hin Froh, etwas zu tun zu haben Begann sie damit, die Wunde der Hündin zu säubern Und dann fest zu verbinden Sie konnte nur hoffen, dass dies ausreichen würde Instinktiv wusste Valerie, dass sie beobachtet wurde Sie folgte eindeutig noch immer den Spuren Die der Flüchtige und das Mädchen hinterlassen hatten Aber irgendetwas war anders Als wäre sie nicht mehr die Verfolgerin Sondern die Gejagte Ein Schauder lief ihr über den Rücken Und sie schloss die Hand fester um den Griff ihrer Pistole Das würde ihr allerdings nichts bringen, wenn derjenige zu schießen begann Bevor sie ihn überhaupt sah Hoffentlich hatte sie recht mit ihrer Annahme, dass Damond Thomas nicht die treibende Kraft hinter dem Ausbruch war und sich widerstandslos festnehmen lassen würde Links von sich nahm sie eine Bewegung wahr und ließ sich in die Hocke fallen Etwas Großes trieb sich dort herum Zwar relativ lautlos, aber sein Umriss war durch die Pflanzen hindurch zu erkennen Mit wild klopfendem Herzen folgte sie der Gestalt und hoffte, dass es kein Bär war An einer Stelle, an der ein riesiger Baum umgestürzt war Und eine Lücke in die Vegetation gerissen hatte, wurde der Wald etwas lichter Deutlich war jetzt die schlanke Gestalt eines Mannes zu erkennen Schwarze, etwas zu lange Haare hingen über den Kragen seines Sweatshirts Auf jeden Fall war es nicht Russell Davis, was sie sehr erleichterte Aber wenn es Damond Thomas war, wo befand sich das Kind? Hatte er es bereits beseitigt? Valeries Magen zog sich zusammen bei dem Gedanken, dass sie zu spät gekommen sein könnte Schnell trat sie ebenfalls auf die kleine Lichtung hinaus Und hob die Pistole Hände hoch, FBI Sie sah deutlich, wie er erstarrte Dann sackten seine Schultern herunter Langsam hob er die Hände Und verschränkte sie hinter dem Kopf Dabei spannte sich sein Hemd Und sie konnte sehen, dass er trotz seiner schlanken Figur durchaus muskulös war Drehen sie sich langsam zu mir um Damond tat, was sie verlangte Sein Gesichtsausdruck war passiv Nichts deutete darauf hin, dass er überrascht war, sie zu sehen Intensiv betrachtete er ihr Gesicht Als versuchte er darin zu lesen Valery erkannte, dass er wirklich so blaue Augen hatte wie auf dem Foto Es war seltsam, ihm persönlich gegenüber zu stehen Nachdem sie so viel über ihn gehört Und dadurch das Gefühl hatte, ihn schon zu kennen Doch davon durfte sie sich nicht ablenken lassen Innerlich schüttelte sie den Bann ab Und konzentrierte sich wieder aufs Geschäft Demond Thomas? Er nickte Ich bin Agent Hayes vom FBI Haben Sie irgendwelche Waffen bei sich? Nein Sie wusste nicht, ob sie ihm glauben konnte Aber sie hatte auch keine Möglichkeit, es nachzuprüfen Ohne näher heranzutreten Wo ist das Mädchen? Ich wollte Emma gerade holen, um sie ihnen zu übergeben Wieder konnte sie nicht einschätzen, ob er die Wahrheit sagte Dann wussten sie, dass ich komme? Der Hauch eines Lächelns huschte über sein Gesicht Und verschwand sofort wieder Sie sind nicht gerade lautlos, wenn sie sich durch den Wald bewegen Valerie verzog den Mund Er hätte sie also jederzeit töten können Wenn er es gewollt hätte Umso erstaunlicher war es Dass sie ihn überhaupt hatte stellen können Warum sind sie da nicht einfach verschwunden? Ein Muskel zuckte in seiner Wange Weil ich Emma nicht hier lassen wollte Können sie sie zu ihrem Vater bringen? Anscheinend hatte Valerie ihn zumindest in diesem Punkt nicht falsch eingeschätzt Er schien sich wirklich um das Mädchen zu sorgen Ich weiß nicht, wo er gerade ist, aber Ich werde mich darum kümmern Gut Er hat gegen Russell gekämpft Und ich habe die Gelegenheit genutzt, Emma in Sicherheit zu bringen Deshalb weiß ich nicht, was aus ihm geworden ist Er warf einen Blick über die Schulter und senkte die Stimme Er lebt doch noch, oder? Ich weiß es wirklich nicht Ich habe ihn nicht gesehen Valerie hob das Kinn Jetzt führen Sie mich zu Emma Der Mann trat einen Schritt zurück Sie ist hier ganz in der Nähe Aber ich möchte ihr den Anblick ersparen, dass sie eine Waffe auf mich gerichtet haben Valerie verspannte sich Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich das Risiko eingehe, dass sie einfach verschwinden Ein Moment lang blickte er sie prüfend an Ich werde mich nicht ausliefern Sie müssen mich schon erschießen, wenn sie mich aufhalten wollen Sie hatte es geahnt Damon, seien Sie bitte vernünftig Sie werden nicht entkommen Es wimmelt nur so von FBI, Polizisten und Rangers in der Gegend Geben Sie auf Und ich werde dafür sorgen, dass Sie fair behandelt werden Zumindest würde sie es versuchen Damon stieß ein humorloses Lachen aus Ja, natürlich Weil das ja bisher immer alles so fair verlaufen ist Wenn sich jemand bemüht hätte, die Wahrheit herauszufinden Anstatt einfach nur den erstbesten Sündenbock zu nehmen Wären wir jetzt nicht hier Ich habe nichts getan, Agent Hayes Weder damals noch jetzt Aber Russell hat mir die Wahl gelassen Entweder sofort zu sterben Oder mit ihm zu fliehen Was hätten Sie gemacht? Eine gute Frage, doch Sie hatte nicht vor, mit ihm darüber zu diskutieren Das können Sie alles vor Gericht sagen Damon schnaubte abschätzig Ja, weil die mir auch glauben werden Die im Transportbus gefundenen Beweise deuten darauf hin Dass Russell Davis die Männer erschossen hat Es waren nur seine Fingerabdrücke auf den Waffen und den Schlüsseln Sie wusste zwar, dass es nicht korrekt war, einem flüchtigen Verbrecher etwas über die gesammelten Beweise zu sagen Aber sie hoffte, ihn damit zu bewegen, sich freiwillig zu ergeben Sie wollte nicht auf ihn schießen müssen, wenn er zu fliehen versuchte Seine blauen Augen bohrten sich in ihre Es ist gut, dass das zweifelsfrei erwiesen ist Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass sie mich wieder einsperren werden Und ich kann nicht wieder ins Gefängnis gehen Verzweiflung sprach aus seinen Worten Was ist mit ihrer Anhörung? Wenn sie jetzt fliehen, wird das Verfahren sicher nicht noch einmal aufgerollt werden Auf seinen fragenden Blick hin hob sie die Schultern Ich habe mit ihrem Anwalt darüber gesprochen Und er hat mit ihnen geredet So viel zur Schweigepflicht Es war zu ihrem Besten Ich habe versucht herauszufinden, ob sie ein genauso gewissenloser Mörder sind wie Russell Davis Oder ob sie nur in den Umständen gefangen sind Abwartend blickte Damon sie an Und zu welchem Ergebnis sind sie gekommen? Valerie holte Tiefluft Mein abschließendes Urteil fälle ich erst, wenn ich sehe, ob es Emma gut geht Seine Augen verdunkelten sich Ich habe alles getan, um sie zu schützen Aber ich werde sie nicht in diese Situation bringen Sie wird zu ihnen kommen, wenn ich weg bin Sofort schüttelte sie den Kopf Das kann ich nicht zulassen, Damon Und das wissen sie Ich kann ihnen helfen, wenn sie sich jetzt ergeben Entweder sind sie furchtbar naiv Oder sie versuchen mich absichtlich zu täuschen Aber das ist auch egal Denn ich kann nicht darauf eingehen Meine Zeit läuft ab Damon nahm die Hände herunter Und trat einen Schritt zurück Lassen sie mich gehen, Miss Hayes Er versuchte eindeutig sie zu manipulieren Wie auch die Tatsache zeigte, dass er sie nicht mehr als Agent ansprach Und es ärgerte sie, dass er sie als naiv bezeichnete Ja, sie war jung Und glaubte immer noch, dass das Rechtssystem grundsätzlich gut funktionierte Aber sie wusste auch, dass manchmal Menschen durchs Raster fielen Innerlich lachte sie bitter auf Gott, sie wusste das besser als jeder andere Toms Schicksal hatte ihr das mehr als deutlich vor Augen geführt Trotzdem konnte sie Damon nicht gehen lassen Sie verlagerte ihr Gewicht Und griff die Pistole mit beiden Händen Bleiben Sie stehen, sonst muss ich schießen Und glauben Sie mir Das werde ich auch tun Um ihm den Ernst der Situation zu demonstrieren Löste sie die Sicherung mit einem lauten Klicken Nein, nicht! Die helle Kinderstimme ertönte hinter Damon Dann rannte Emma zu ihm und klammerte sich an seine Beine Mit einem Fluch nahm Valerie die Waffe herunter Solange das Kind dort stand, hatte sie kein klares Schussfeld Eine Welle von Gefühlen zog sichtbar über Demmons Gesicht Schließlich legte er die Hand sanft auf Emmas rote Locken Und sprach leise mit ihr Das Mädchen schüttelte heftig den Kopf Nein, ich gehe nicht weg Die böse Frau soll nicht auf dich schießen Emma Miss Hayes ist FBI-Agentin Sie gehört zu den Guten Sie wird dich zu deinem Vater bringen Emma drehte ihren Kopf so Dass sie Valerie mit einem Auge ansehen konnte Valerie versuchte so wenig bedrohlich wie möglich auszusehen Ehrlich? Du bringst mich zu meinem Dad? Ja, das werde ich Wir werden sogar mit einem Hubschrauber fliegen Noch immer klammerte sich das Mädchen an Damon Und Valerie glaubte nicht, dass das etwas mit dem Stockholm-Syndrom zu tun hatte Nein, sie schien den Mann wirklich zu mögen Genauso wie er sie Konnte jemand wie Damon wirklich ein eiskalter Mörder sein? Ihre Erfahrung sagte ja Während ihr Herz das Gegenteil behauptete Aber du willst Damon erschießen Valerie unterdrückte eine Grimasse Nein, das möchte ich natürlich nicht Er braucht sich nur freiwillig zu stellen Dann gehen wir zu dritt zum Hubschrauber Mit großem Augenblickte Emma Damon an Dann können wir zusammenbleiben Er ließ sich auf die Knie nieder So dass er mit ihr auf Augenhöhe war Dabei achtete er darauf Sich nicht hinter das Mädchen zu bewegen Und sie als Schild zu benutzen Valerie war sich ziemlich sicher Dass Russell Davis genau das Gegenteil getan hätte Hör zu, Kleine Ich kann nicht mit dir mitgehen Weil ich dann wieder ins Gefängnis muss Und da möchte ich nicht hin Weißt du, was ein Gefängnis ist? Emma biss sich auf die Unterlippe und nickte Hast du etwas Böses gemacht? Ein Ausdruck von Schmerz huschte über Demmons Gesicht Nein Aber die Polizei denkt Ich hätte jemandem wehgetan Aber dann brauchst du ihnen das doch nur sagen und Demmon legte ihr einen Finger auf die Lippen Leider funktioniert es so nicht Das ist ungerecht Ja, das war es jedes Mal Valerie versuchte ihr Herz gegen die rührende Szene zu verschließen Aber es gelang ihr nicht ganz Demmon küsste Emma auf die Wange Und schob sie dann sanft von sich Jetzt geh zu Miss Hayes Sie wird sich um dich kümmern Fragend blickte er über Emmas Kopf Valerie an Ich verspreche es Sie streckte die Hand aus Komm zu mir, Emma Tränen liefen ihr über die Wangen Als sie von einem zum anderen blickte Dann klammerte sie sich verzweifelt an Demmon Ich will aber bei dir bleiben Das geht nicht, Emma Darüber haben wir doch gesprochen Es stand eine solche Trauer in Demmons Gesicht Dass Valerie beinahe selbst die Tränen kamen Deine Eltern warten sicher schon auf dich Und sie wären sehr traurig Wenn du nicht zu ihnen gehst Ich komme dich besuchen Wenn all das vorbei ist Okay? Mit dem Handrücken Wischte sich Emma schließlich die Tränen weg Versprochen? Valerie war klar Dass er sein Versprechen nicht würde halten können Solange er im Gefängnis saß Oder auf der Flucht war Doch Demmon nickte nur Ich verspreche es Ich werde auf dich warten Damit drehte sie sich um Und lief zu Valerie Glücklicherweise sah sie so nicht Seinen Gesichtsausdruck Schwerfällig erhob sich Demmon Seine Bewegungen wirkten Wie die eines alten Mannes Valerie nahm das Mädchen in Empfang Und schob sie gleich hinter sich Bitte, Demmon Geben Sie auf Langsam schüttelte er den Kopf Das kann ich nicht Damit drehte er sich um Und ging davon Valerie hob die Waffe Und schoss an ihm vorbei In der Hoffnung, dass Demmon Stehen bleiben und sich verhaften lassen würde Doch er drehte sich nicht um Sondern ging einfach weiter Noch einmal legte Valerie auf ihn an Emma schrie auf Und warf sich gegen ihre Beine Nein, bitte tu ihm nichts Valerie blickte zu ihr hinunter Und sah die Angst in Emmas Augen Tränen liefen ihr über die Wangen Als FBI-Agentin musste sie Einen verurteilten Verbrecher verhaften Wenn er flüchtete Aber sie brachte es nicht über Sich ihn anzuschießen Während das Mädchen daneben stand Stattdessen beobachtete sie untätig Wie er im Wald untertauchte Verdammt Emma zupfte an ihrer Weste Glaubst du, dass er allein Ein Weg finden wird? Sie stieß einen tiefen Seufzer aus Ich hoffe es 30 Gabriel atmete erleichtert auf Als endlich die Sanitäter Vom Hubschrauber auftauchten Zwar lebte Warren Harper noch Aber wenn er nicht bald behandelt wurde Konnte es für ihn zu spät sein Vielleicht war es das auch schon Die letzte Viertelstunde War er nicht mehr bei Bewusstsein gewesen Angel Burns war außer sich Vor Sorge um ihn Und auch um ihre Hündin Nachdem Davis jetzt endlich tot war Wollte Gabriel nicht Dass noch weitere Tode Auf dessen Konto gingen Noch einmal überprüfte er die Bandagen Und stand dann auf Damit ihn die Sanitäter Besser sehen konnten Hierher Aus den Augenwinkeln beobachtete er Wie sich die Hundeführerin Dichter Über Harper beugte Die Hilfe ist da, Warren Du brauchst nur durchhalten Okay? Natürlich antwortete er ihr nicht Aber das hielt sie nicht davon ab Weiter auf ihn einzureden Wenn es ihr half War es Gabriel recht Vielleicht war das auch ihre Art Damit klarzukommen Dass sie Harper nicht begleiten konnte Wie gerne hätte Gabriel es ihr gestattet Aber es ging nicht Weil sie mit Lukas Noch einen Verletzten zu transportieren hatten Und mit den Sanitätern der Platz im Hubschrauber besetzt war Insgesamt waren es drei Zwei, die die Trage durch den Regenwald zum Landeplatz bringen würden Und einer, der sich um den Verletzten kümmerte Nachdem sie Harpers Hand ein letztes Mal gedrückt hatte Bewegte sich Angel Burns zur Seite Und ließ die Sanitäter ihre Arbeit machen Stattdessen kümmerte sie sich um die Hündin Die leise winselte Und mit der Pfote das Bein des Verletzten berührte Als könnte sie spüren, dass er mit dem Tode rang Das ging selbst Gabriel nahe Obwohl er normalerweise eher ein sachlicher Mensch war Abrupt drehte er sich um Und hockte sich neben Davis Obwohl es offensichtlich war Und er es bereits zweimal überprüft hatte Suchte er noch einmal nach Lebenszeichen Fand aber keine Russell Davis war wirklich und wahrhaftig tot Wenn möglich vermied es Gabriel Ein Leben zu nehmen Doch in diesem Fall konnte er nicht sagen Dass es ihm leid tat, Davis erschossen zu haben So erhielt der Verbrecher nie wieder die Gelegenheit Jemand anderem zu schaden Was er selbst im Gefängnis garantiert wieder versucht hätte Das machte seine Opfer zwar nicht wieder lebendig Aber es war zumindest für die Angehörigen und Freunde eine Genugtuung Und darin schloss er sich ausdrücklich ein Okay, er ist transportfähig Kommen Sie auch mit, Agent Lynch? Gabriel stand auf und drehte sich zu dem Sanitäter um Der ihn angesprochen hatte Nein, dafür ist nicht genug Platz Außerdem muss ich hier bei der Leiche bleiben Angel Burns trat vor Nehmen Sie bitte den Hund mit Sie ist angeschossen worden und kann nicht selbst aus dem Wald laufen Tut mir leid, Miss Wir haben nur eine Trage und dem Hubschrauber ist auch nicht genug Platz Angel legte ihm die Hand auf den Arm Zur Not trage ich Moonlight eigenhändig zum Landeplatz Aber sie wird mitfliegen Sie drehte sich zu Gabriel um Nur durch sie wussten sie überhaupt, wo sich die Verbrecher aufhalten Sie wurde verletzt, weil sie versucht hat, uns zu retten Ich denke, dafür kann ruhig eine kleine Ausnahme gemacht werden Gabriel stieß einen tiefen Seufzer aus Normalerweise wäre er hart geblieben Aber er war müde Und nicht mehr in der Verfassung für eine Auseinandersetzung Und so wie er die Hundeführerin bisher kennengelernt hatte Würde sie nie aufgeben Deshalb nickte er dem Sanitäter zu Nehmen Sie den Hund mit Es wird doch sicher noch irgendwo eine kleine Ecke geben Der Sanitäter zuckte mit den Schultern Auf ihre Verantwortung Natürlich Erwarnte sich ein Angel Gehen Sie mit zum Landeplatz Ein zweiter Hubschrauber wird Sie dann nach Port Angeles bringen Müde lächelte sie ihn an Danke für alles Gabriel nickte ihr zu Wir haben zu danken Ich hoffe, Harper und ihrem Hund geht es bald besser Wenn Sie sich ein wenig erholt haben Wäre es nett, wenn Sie Zeit für ein Gespräch hätten Natürlich Sie strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr Sie finden mich im Krankenhaus Gabriel sah zu, wie die Sanitäter Harper vorsichtig auf die Trage legten Passt der Hund am Fußende noch mit drauf? Das geht Sofort unterbrach er den Mann Der Hund hat Schmerzen und kann nicht auf andere Weise getragen werden Wenn es also keine medizinischen Gründe dafür gibt, nehmen Sie ihn mit Wiederwillig kamen die Sanitäter seinem Befehl nach Während Angel zu ihm trat und ihn auf die Wange küßte Danke nochmal Das brachte ihn dann doch zum Lächeln Achten Sie gut auf die beiden Das werde ich So entschlossen, wie Angel dabei aussah Machte er sich darüber keine Sorgen Mit Argus Augen sah sie zu, wie die Hündin vorsichtig zwischen Harper's Beine gelegt wurde Und ging dann neben der Trage her, als die Sanitäter sie hochhoben und sich in Bewegung setzten Ihre Hand lag dabei gleichzeitig auf Harper's Bein und Moonlight's Pfote Obwohl sie Furchbares erlebt hatte und zwei Tage lang durch den Regenwald gelaufen war Hielt sie den Rücken gerade und ließ sich durch nichts in ihrem Tun beirren Bewundernswert Gabriel sah ihnen nach, bis sie hinter den Bäumen verschwunden waren Dann setzte er sich auf einen Baumstumpf Nachdem nun zumindest ein Teil seiner Arbeit erledigt war, setzte die Erschöpfung mit Macht ein Aber er konnte sich jetzt nicht ausruhen Zuerst musste Davies Leiche weggebracht werden Und dann musste er herausfinden, wo zum Teufel sich Valerie gerade befand Er hatte schon paar Mal versucht, sie zu kontaktieren Doch sie hatte nie geantwortet Hoffentlich war sie nur zu nah an dem Verbrecher dran, um antworten zu können Und nicht verletzt oder gar tot Mit den Fingerspitzen rieb sich Gabriel über die Schläfen Er hätte sie nie nur mit Lukas als Begleitung losziehen lassen dürfen Auch wenn er Russell Davies als den Gefährlicheren der Flüchtigen ansah Das bedeutete aber nicht, dass nicht auch Demment Thomas jeden aus dem Weg räumen würde, der zwischen ihm und der Freiheit stand Und dann war da noch das Kind Wenn sie es nicht schafften, es zu retten Verflucht Ein scharfer Schmerz zog durch seinen Kopf Wie immer, wenn er angespannt war Wie auf Befehl gab sein Funkgerät ein Piepsen von sich Gabriel nahm es in die Hand Ja? Gabriel? Hier ist Valerie Ich habe das Mädchen Es geht ihr den Umständen entsprechend gut Gabriel schloss kurz die Augen Gott sei Dank Was ist mit Thomas? Ein Moment lang herrschte Stille Emma hatte sich in einem hohlen Baumstamm versteckt Der Flüchtige ist nicht hier Ich kann ihn auch nicht verfolgen, weil ich jetzt das Mädchen bei mir habe Kann jemand anders das übernehmen? Sein Instinkt meldete sich Irgendetwas passte da nicht zusammen Aber vielleicht lag das auch an seiner Erschöpfung Gabriel atmete tief durch Gib mir die Koordinaten, bei denen du das Mädchen gefunden hast Ich schicke ein Team dorthin, um Thomas' Spuren weiter zu verfolgen Hat die Kleine gesagt, was passiert ist? Wann hat sie den Verbrecher zuletzt gesehen? Er hat anscheinend zu ihr gesagt, dass sie sich verstecken und erst herauskommen soll Wenn jemand von der Polizei oder den Rangers vorbeikommt Er hat wohl versucht, sie so vor Russell Davis zu schützen Das muss in der Nähe der Koordinaten gewesen sein, die ich dir gleich gebe Sie diktierte eine Reihe von Längen und Breitengraden, die er sich rasch aufschrieb Okay, ich habe sie notiert Wo seid ihr jetzt? Meinst du, ihr könnt es zum nächsten Hubschrauber schaffen? Das kommt darauf an, wo der Landeplatz ist Emma ist ziemlich erschöpft Gabriel gab ihr die Koordinaten des Landeplatzes Ist das machbar? Ich habe sie in das GPS-Gerät eingegeben Und es scheint nicht allzu weit entfernt zu sein Wir haben eben auch ein Hubschrauber gehört Wie geht es Lukas und Heron? Habt ihr Davis gefunden? Sind alle in Ordnung? Lukas ist angeschossen worden Genauso wie Warren Harper und der Hund Sie werden gerade mit dem Hubschrauber abtransportiert Davies ist tot Es kam ihm seltsam vor, es laut zu sagen Fast, als würde es erst jetzt wahr werden Oh Gott, ich hoffe, die Verletzungen sind nicht zu schwer Und sie schaffen es Ich hätte bei Lukas bleiben sollen Aber ich musste einfach der Spur des Mädchens folgen Darüber reden wir bei der Nachbesprechung Geht so schnell wie möglich zum Hubschrauber Glaubst du, Thomas kann euch noch gefährlich werden? Nein Die Antwort kam ihm eindeutig zu schnell Und schürte sein Misstrauen Er ist sicher längst weit weg Und ich glaube nicht, dass er immer gefährlich würde Gabriel behielt seine Meinung lieber für sich Jetzt war nicht die Zeit dafür Gut, lauft los Ich werde Bescheid sagen, dass der zweite Hubschrauber auf euch warten soll Angel Burns wird mit euch fliegen Sie kann sich um Emma kümmern Alles klar Wir sind unterwegs Over Kopfschüttelnd ließ Gabriel das Funkgerät sinken Und starrte auf Davies Leiche War es ein Fehler gewesen, Valerie Hayes in sein Team aufzunehmen? Bisher hatte er sie für eine Bereicherung gehalten Und gedacht, dass ihre Talente den Ermittlungen dienen würden Doch er musste sich auf jeden Einzelnen verlassen können Seine Befehle mussten ausgeführt werden Und zwar ohne Widerspruch und Zögern Zumindest nach der Planungsphase Er trug die Verantwortung für die Mission Und wenn etwas schief ging, hielt er den Kopf hin Doch darüber würde er sich Gedanken machen Wenn auch der zweite Flüchtige gefasst war Gabriel gab den Teams den Befehl, Damon Thomas zu suchen Ausgehend von den Koordinaten, die Valerie ihm gegeben hatte Danach funkte er Detective Theron an Und bat ihn auf Valerie und das Mädchen zu warten Natürlich Angel und Harper sind eben angekommen Sie laden ihn und Moonlight gerade in den Hubschrauber Ich warte hier mit Angel auf Emma Gut Danke Haben sie etwas von den Rangers gehört? Ist es ihnen inzwischen gelungen, die Frau vom Wasserfall zu bergen? Hieron räusperte sich Der Sanitäter ist jetzt unten bei ihr Offenbar hat sie Glück gehabt und ist im Wasser gelandet Sie hat Prählungen vom Aufprall Eine Gehirnerschütterung und ihr Bein ist gebrochen Anscheinend ist sie unter Wasser auf Felsen aufgeschlagen Und sie ist unterkühlt Aber sie wird es überleben Ob sie allerdings den Tod ihres Freundes überwinden kann Ist eine andere Frage Russell Davis hat ihn erschossen Und danach hat Damon Thomas sie in die Tiefe gestoßen Verdammt Danke für die Informationen Der Hubschrauber mit der Trage ist noch nicht da? Noch nicht Soll aber wohl in wenigen Minuten dort ankommen Die Aktion ist wegen der Vegetation etwas heikel Aber die Piloten und Sanitäter haben hier einige Erfahrung damit Die Ranger halten mich auf dem Laufenden Gut Melden Sie sich bitte bei mir, wenn die Sache erledigt ist Oder falls es Komplikationen gibt Natürlich Over Er brauchte dringend jemanden, mit dem er reden konnte Ein kurzen Moment lang war er versucht Liv anzurufen Zog das Handy aus der Tasche seiner schusssicheren Weste Und starrte dann unschlüssig aufs Display Liv würde ihn verstehen Das wusste er Aber Es kam ihm irgendwie nicht richtig vor Sie mit den Geschehnissen zu belasten Gerade hatte er einen Menschen getötet Und auch wenn Russell es eindeutig verdient hatte zu sterben Wollte er nicht Dass Liv damit in Berührung kam Oder mit seiner eigenen dunklen Seite Die in solchen Augenblicken hervorbrach Es war besser, wenn er sie weitgehend außen vor ließ Und sie sich auf ihre Aufgabe als Superintendent des Parks konzentrierte Mit einem leisen Gefühl des Bedauerns Steckte Gabriel das Handy wieder ein Und atmete erleichtert auf Als er zwei Ranger mit einer Trage auf sich zukommen sah Sie hatten die undankbare Aufgabe Russell Davis' Leiche zum Hubschrauber zu bringen Da ein FBI-Agent den Verbrecher in Notwehr erschossen hatte Und es dafür Zeugen gab War eine weitergehende Untersuchung des Tatorts nicht nötig Rasch tütete Gabriel die Waffen ein Die Davis bei sich trug Und überließ ihn dann den Rangern Schweigend machten sie sich auf den Weg zum Landeplatz Angel sah dem Hubschrauber hinterher Der Warren und Moonlight nach Port Angeles transportieren würde Zu gerne wäre sie mit ihnen geflogen Aber es war wichtiger, dass sämtliche Verletzte So schnell wie möglich zum Krankenhaus kamen Warren war sowieso bewusstlos Und würde nicht merken, dass sie nicht bei ihm war Und Michael Heron hatte ihr versprochen Dass sein Freund von ihm Moonlight in Empfang nehmen Und sie zum Tierarzt bringen würde Es war also für alle gesorgt Trotzdem hatte Angel irgendwie das Gefühl, dass etwas schiefgehen würde Wenn sie nicht über die beiden wachte Michael legte ihr eine Hand auf die Schulter Sie werden gut versorgt, Angel Sie zwang ein halbherziges Lächeln auf ihr Gesicht Ich weiß, aber ich wäre trotzdem lieber bei ihnen Das verstehe ich Wir fliegen hinterher, sobald die Agentin mit Emma hier ist Er blickte auf die Uhr Allzu lange sollte das nicht mehr dauern Diesmal war ihr Lächeln echt Ich bin so froh, dass es Emma gut geht Und sie unverletzt gefunden wurde Ich wünschte nur, Warren hätte es noch erfahren Das würde ihm sicher Kraft geben Sie knabberte an ihrer Unterlippe Wenn du möchtest, kann ich mich gerne um sie kümmern Bis er wieder fit ist Ich glaube, das wäre eher in seinem Sinne Als wenn eine Sozialarbeiterin das übernimmt Mitgefühl stand in Michaels dunklen Augen Das stimmt Allerdings ist seine Ex-Frau schon vor Ort Und wird Emma im Krankenhaus in Empfang nehmen Am besten solltest du ihr gar nicht erst ins Gehege kommen Die Frau hat Haare auf den Zähnen Er schüttelte den Kopf Wir hoffen, dass sich das bessert, wenn sie ihre Tochter wieder sieht Aber sie erfährt gerade erst Dass die Kleine in der Gewalt von zwei Verbrechern Und nicht allein im Wald unterwegs war Wahrscheinlich wird sie das Kind nehmen Und sofort von hier verschwinden Angels Herz sank Okay Es war vermutlich selbstsüchtig Aber sie hätte Emma gerne noch näher kennengelernt Bevor sie wieder mit ihrer Mutter Nach Portland zurückkehren würde Vor allem, da sie wusste, dass Warren Seine Tochter wichtiger war Als alles andere Was Angel zwar für richtig hielt Aber es bedeutete auch Dass er sie verlassen würde Wenn es besser für sein Kind wäre Sie schnaubte Wer sagte, dass Warren überhaupt noch mit ihr zusammen sein wollte Jetzt, wo Emma in Sicherheit war Ja, er hatte gesagt, dass er sie liebte Aber zu dem Zeitpunkt hatte der Schmerz ihn vermutlich verwirrt Oder er hatte es nur aus Dankbarkeit gesagt Denk nicht so viel nach, Angel Was passieren soll, geschieht auch Genervt blickte Angel ihren Freund an Du hörst dich an wie Dad Und mit dieser Art von Ratschlägen Hatte er sie in den Wahnsinn getrieben Gut Er war ein kluger Mann Trauer huschte über Michaels Gesicht Ich vermisse ihn In ihrer Kehle bildete sich ein Kloß Ich auch Sie straffte die Schultern Aber ich glaube nicht, dass es mir in diesem Fall helfen wird Wenn ich die Hände in den Schoß lege und abwarte Prüfend sah Michael sie an So sehr magst du diesen Warren? Sie nickte stumm Röte stieg in ihre Wangen, als sie daran dachte Was in der Nacht geschehen war Noch immer glaubte sie, sein Körper an ihrem spüren zu können Das Gefühl der Nähe und Verbundenheit Das sie geteilt hatten Dann lass dich von dieser Harpie nicht abhalten, sondern kämpfe um ihn Überrascht lacht der Angel auf Harpie? Michael schnitt eine Grimasse Es lag nahe bei Mrs. Harpers einnehmender Art Irgendwie gefällt es mir Das Grinsen verging ihr allerdings sehr schnell Als sie sich vorstellte, sich mit so einer Frau auseinandersetzen zu müssen Warum kann nicht mal etwas einfach sein? Sie hob die Hand Und wenn du jetzt sagst Weil man für das kämpfen muss, was sich lohnt Schlage ich dich Michael lächelte leicht Eigentlich wollte ich sagen Weil die besten Dinge nicht ohne einen Preis kommen Aber dein Spruch ist auch nicht schlecht Angel verdrehte die Augen Ich bin jetzt wirklich nicht in der Stimmung für solche Weisheiten Sofort wurde er wieder ernst Ich weiß Er warf ihr einen besorgten Blick zu Bist du sicher, dass ich mir deine Wunde nicht mal ansehen soll? Ja Automatisch wollte sich Angel an den Kopf fassen Konnte sich aber gerade noch davon abhalten Es hat endlich aufgehört zu bluten Wenn du jetzt darin rumstocherst, fängt es nur wieder an Ein wenig mehr Vertrauen Michael brach ab und sah an ihr vorbei Das muss Emma sein Angel drehte sich um Und blickte dem Mädchen entgegen Das von einer schlanken, hochgewachsenen Frau an der Hand gehalten wurde Der Schriftzug FBI auf der schusssicheren Weste und die Pistole in ihrem Hüftholster gaben schon von Weitem ihren Beruf Preis Emma sah aus wie auf ihrem Foto, nur deutlich mitgenommener Ihre roten Locken waren zerzaust Die schmutzige Kleidung zum Teil zerrissen Ein Kratzer zog sich über ihre Wange Auch ihre Hände und nackten Beine waren schmutzig und zerkratzt Dunkle Ringe lagen unter ihren hellbraunen Augen Die Angel so sehr an Warren erinnerten, dass es ihr einen Stich gab Als sie die Fremden sah, drängte sich das Mädchen enger an die Agentin, die ihr beruhigend eine Hand auf den Rücken legte Keine Angst, Emma Niemand wird dir etwas tun Das ist Detective Heron von der hiesigen Polizei Er hat mit dem FBI zusammen nach dir gesucht Fragend blickte die Agentin Angel an Michael übernahm Hallo, Emma Es ist schön, dich zu sehen Das hier ist Angel Burns Sie hat zusammen mit deinem Vater und ihrer Hündin Moonlight nach dir gesucht Angel trat vor Ich freue mich, dass es dir gut geht, Emma Dein Vater war sehr besorgt Und hat alles getan, um dich zu finden Emmas Augen leuchteten auf Ich habe ihn vorhin gesehen, aber dann Suchend blickte sie sich um Wo ist Dad? Sie hob die Stimme Dad! Angel konnte die Unsicherheit in Emmas Gesicht nicht ertragen und hockte sich vor sie Dein Dad hat sich verletzt Er ist schon mit einem Hubschrauber zum Krankenhaus geflogen worden Wird er sterben? Emmas Unterlippe zitterte Tränen bildeten sich in ihren Augen Es brach Angel fast das Herz Er ist stark und die Ärzte werden ihn ganz schnell wieder gesund machen Jedenfalls hoffte sie das Es brachte allerdings nichts, mit einem siebenjährigen Kind über mögliche Komplikationen zu reden Emma brauchte jetzt Stabilität und Hoffnung und genau die würde sie ergeben Meine Hündin Moonlight ist bei ihm und wird auf ihn aufpassen Hoffnung leuchtete in Emmas Augen auf Wirklich? Ja, natürlich Moonlight ist sehr schlau Sie hat dich nur mit ihrer Nase gefunden Den ganzen Weg durch den Wald? Ganz genau Nur deshalb konnten wir dich finden Wenn du willst, kann ich sie dir in ein paar Tagen vorstellen Emma lächelte sie an Oh ja Dann verdunkelte sich ihre Miene Aber erst will ich meinen Dad sehen Geht mir genauso Das war ihr so herausgerutscht Aber sie wollte es auch nicht wieder zurücknehmen Denn es entsprach der Wahrheit Spekulation trat in Emmas Augen Kennst du meinen Dad gut? Er kam zu mir, als er dich nicht finden konnte Und in den letzten zwei Tagen habe ich ihn ziemlich gut kennengelernt Dein Dad liebt dich über alles, Emma Er war außer sich vor Sorge, als du plötzlich verschwunden warst Emma blickte zu Boden Ich war böse zu ihm Ihre Stimme war nur noch ein Hauch Ich wollte nicht mit ihm hierher fahren, weil er nie da war Angel strich ihr mit dem Finger über die Wange Glaub mir, das hat er längst vergessen Gib ihm eine Chance, wenn du ihn siehst Okay? Stumm nickte Emma Da sie sich nicht noch mehr in etwas einmischen wollte Dass sie eigentlich nichts anging, erhob sie sich Glücklicherweise erschien in diesem Moment der Hubschrauber Und verhinderte jedes weitere Gespräch Sie nahm Emmas Hand und zog sie zur Seite Damit sie nicht von aufgewirbelten Sand und Vegetation getroffen wurde Als der Helikopter stand, winkte Michael sie zu sich Rasch kletterte Angel hinauf und nahm dann Emma entgegen Die der Detektiv ihr reichte, bevor er sich selbst hinaufschwang Dann zog er die Tür hinter ihnen zu Was ist denn mit der Agentin? Kommt sie nicht mit? Angel musste gegen den Lärm der Rotoren anschreien Michael reichte ihr und Emma Kopfhörer, mit denen der Lärm erträglicher wurde Agent Lynch ist gerade eingetroffen Sie fliegt dann mit ihm Angel sah aus dem Fenster und blickte rasch wieder weg Als sie die Trage sah, die zwei Männer in Ranger-Uniform gerade abstellten Offensichtlich hatte der Agent nicht gewollt, dass Emma Davis Leiche sah Wofür ihm Angel sehr dankbar war Ich verstehe Agent Hayes hat uns Emma anvertraut Und bittet uns, sie zu ihrem Vater ins Krankenhaus zu bringen Angel blickte auf Emma hinunter Die den Kampf gegen die Müdigkeit verloren hatte Und zusammengesunken auf dem Sitz saß Natürlich Sanft zog sie das Mädchen an sich Damit es seinen Kopf auf ihren Oberschenkel legen konnte Während Emma schlief, strich Angel ihr beruhigend durch die Haare Es fühlte sich einfach richtig an Und sie spürte, wie sich ihr Herz für die Kleine öffnete Vermutlich war das ein Fehler Doch sie konnte nicht anders 31 Der Flug war überraschend kurz Aber vielleicht war sie auch zwischendurch eingenickt Am liebsten hätte Angel Emma schlafen lassen Doch im Krankenhaus würde man sie sicher untersuchen wollen Und sie konnte das Kind nicht dorthin tragen Deshalb strich sie ihr sanft über den Rücken Wach auf, Emma Wir sind da Mommy? Schlaftrunken setzte Emma sich auf Und rieb sich die Augen Ihre Anrede versetzte Angel einen Stich Nein, aber ich bin sicher Du wirst deine Mutter bald sehen Sie ist benachrichtigt worden Und wird zum Krankenhaus kommen Versprochen? Emma rückte ein Stück von ihr ab Und sah sie ernst an Unerklärlicherweise verletzte das Angel Und sie hätte das Mädchen am liebsten wieder an sich gezogen Versprochen Deine Mutter war sehr erleichtert Als sie gehört hat, dass es dir gut geht Das wusste Angel zwar nicht Aber sie nahm es zumindest an Hast du auch Kinder? Diese Frage versetzte ihr ebenfalls einen Stich Nein, noch nicht Dafür aber habe ich sechs Hunde Emmas Augen wurden groß Sechs? Meine Mutter erlaubt mir nicht mal einen Als Kind hatte ich auch keinen Dafür sind wir zu oft umgezogen Aber seit ich hier lebe, trainiere ich Hunde So wie Moonlight, die dich gefunden hat Darf ich sie mir ansehen? Angel lächelte Wenn deine Eltern das erlauben, gerne Seid ihr soweit? Michael stand vor ihnen und hielt Angel die Hand hin Fragend blickte sie Emma an Bereit? Das Mädchen sprang auf Ja Angel ließ sich von Michael hochhelfen Und kletterte dann aus dem Hubschrauber Emma stand schon draußen und nahm sofort Angels Hand Ihre kindliche Begeisterung war schnell wieder der Unsicherheit gewichen Angel konnte sie gut verstehen Am liebsten hätte sie auch jemanden gehabt, an dem sie sich festhalten konnte Und der ihr sagte, dass alles gut werden würde Doch die Zeiten waren lange vorbei Und sie hatte gelernt, mit dem zu leben, was auf sie zukam Immerhin war Michael noch bei ihnen Und beseitigte mit seiner Dienstmarke jegliche Hürden Nachdem sie und Emma untersucht und ihre Blessuren behandelt worden waren Begleitete der Detective sie in ein Wartezimmer Und ließ sie dort zurück Um sich auf die Suche nach etwas Essbaren zu machen Erst jetzt bemerkte Angel Wie viel Hunger Und vor allem Durst sie hatte Allerdings verhinderte ihre Angst um Warren Dass sie wirklichen Appetit entwickelte Emma dagegen brauchte dringend etwas zu essen Angel konnte sich nicht vorstellen Dass der Verbrecher ihr in den letzten zwei Tagen viel zugestanden hatte In einer Ecke des Raumes entdeckte Angel einige Kinderbücher Soll ich dir was vorlesen, Emma? Vielleicht konnten sie sich so etwas ablenken Und Zeit tot schlagen Während sie auf Nachricht warteten Emma ging zu dem Tisch Und suchte sich ein Buch heraus Das hier mag ich Lächelnd kletterte sie auf Angels Schoß Es kommen auch Hunde darin vor Angel setzte sie so hin Dass sie es beide bequem hatten Dann nahm sie das Buch in die Hand Und begann vorzulesen Das hatte sie noch nie gemacht Aber sie gewöhnte sich schnell daran Und genoss Emmas vergnügtes Kichern Wenn sie den Hunden verschiedene Stimmen zuordneten Was soll das denn? Die schrille Frauenstimme zerstörte die beinahe entspannte Stimmung Emma erstarrte Dann rutschte sie schnell von Angels Schoß Und lief auf die Frau zu Mommy Das missbilligend verzogene Gesicht Glättete sich Und die Frau zog Emma in ihre Arme Riesengroße Erleichterung Zeichnete sich deutlich auf ihrem Gesicht ab Tränen liefen ihr über die Wangen Die sie rasch wegwischte Emma Liebling Ich bin so froh Dass es dir gut geht Als ich gehört habe Dass dein Vater dich verloren hat Hatte ich solche Angst Angel runzelte die Stirn Vielleicht war es der Aufregung zuzuschreiben Aber sie fand es nicht richtig Dass Emmas Mutter vor ihrer Tochter Schlecht über deren Vater redete Als sie sah, wie glücklich das Mädchen wirkte Schob sie den Gedanken beiseite Offenbar fühlte sich Emma bei ihrer Mutter wohl Und das erleichterte Angel Es wurde eindeutig Zeit für sie Sich zu verabschieden Auch wenn sie sich weiterhin Im Krankenhaus aufhalten würde Schließlich wollte sie wissen Wann Warren aus dem Operationssaal herauskam Bei der emotionalen Familienzusammenführung Hatte sie jedoch nichts verloren Sie wollte gerade den Raum verlassen Als der Blick von Emmas Mutter auf sie fiel Sind sie von der Polizei Oder gar vom FBI Nein Ich bin Angel Burns Die Miene der Frau verfinsterte sich Deshalb sprach Angel rasch weiter Ich lebe in der Nähe des Parks Und habe Warren zusammen mit meiner Hündin Bei der Suche nach Emma geholfen Welche Qualifikation besitzen sie dafür? Sprachlos starrte Angel die Frau an Sie hatte sicher keinen Dank erwartet Aber auch nicht diese Verachtung Die ihr entgegengebracht wurde Zu gerne hätte sie dieser hochnäsigen Tussi Die Meinung gesagt Aber da Emma daneben stand Und dem Gespräch mit großen Augen lauschte Hielt sie sich zurück Ich sollte jetzt gehen Ich muss nach meiner Hündin sehen Emma Ich bin froh dich kennengelernt zu haben Die Kleine riss sich von ihrer Mutter los Und lief zu ihr Stürmisch umarmte sie Angel Danke, dass ihr mich gefunden habt Gibst du Moonlight einen großen Knochen für mich? Angel lächelte sie an Natürlich mache ich das Noch einmal strich sie über Emmas Locken Dann löste sie sich von ihr Mach's gut Du kannst mich jederzeit gerne besuchen Wenn du mal in der Nähe bist Emma öffnete den Mund zu einer Antwort Wurde aber von ihrer Mutter übertönt Das wird ganz sicher nicht geschehen Emma wird nie wieder In diese gottverlassene Gegend kommen Aber Mom Wieder wurde Emma unterbrochen Das ist mein letztes Wort Ich hätte Warrens blöder Idee Wir sehen ja, was dabei herauskommt Wenn er den Vater spielt Nun konnte Angel den Ärger Der in ihr brodelte Nicht mehr zurückhalten Es war auf keinen Fall Warrens Schuld Dass so etwas passiert ist Niemand konnte wissen Dass ein Gefängnistransporter Verunglücken würde Hören Sie mir bloß auf damit Ich mag mir gar nicht vorstellen Was die Verbrecher meinem Baby Alles hätten antun können Schützend legte sie die Arme wieder Um ihre Tochter Und drückte sie eng an sich Als wären die Entführer noch im Raum Und könnten ihr Emma erneut wegnehmen Für einen Moment war sie nur Auf das Mädchen konzentriert Dann schien sie sich wieder daran zu erinnern Dass sie nicht allein waren Mit einer Mischung aus Schuldgefühl und Wut Blickte sie Angel an Wäre Emma bei mir zu Hause Und nicht bei ihrem Vater gewesen Wäre das jedenfalls nicht passiert Angel versuchte ihre Stimme zu mäßigen Nein, vermutlich nicht Aber dafür hätte irgendetwas anderes geschehen können Das kann man nie vorher wissen Gerade als Mutter sollte ihnen das klar sein Emma sah sie flehend an Und Angel wurde bewusst Dass sie es nur noch schlimmer machte Wenn sie versuchte Diese Frau zur Vernunft zu bringen Aber das ist jetzt egal Emma ist glücklicherweise gesund Und Warren wird sich hoffentlich Von seinen Verletzungen erholen Alles Gute für die Zukunft Auf Wiedersehen Rasch verließ sie das Zimmer Bevor Warrens Ex-Frau noch etwas sagen konnte Eigentlich wollte Angel nur noch nach Hause Aber das konnte sie nicht Solange sie nicht wusste Ob Warren überleben würde Warten Sie Die Stimme von Mrs. Harper Ließ Angel ruckartig stehen bleiben Langsam drehte sie sich um Ja? Die Frau blieb dicht vor ihr stehen Ihr Gesicht war beinahe so rot wie ihre Haare Und ihre Augen blitzten wütend Glauben Sie nicht, dass ich nicht weiß Was Sie hier abziehen Aber ich werde es nicht zulassen Verwirrt blickte Angel sie an Ich weiß nicht, wovon sie überhaupt reden Sie versuchen Warren durch Emma Für sich zu gewinnen Aber das wird ihnen nicht gelingen Er ist unfähig, jemanden zu lieben Ihm ist immer nur seine Einheit wichtig gewesen Und dass er sich als Held aufspielen konnte Sie schnaubte geringschätzig Jetzt sieht er, wohin ihn das gebracht hat Beinahe wäre er im Sarg nach Hause gekommen Und seine Tochter hätte den Preis dafür bezahlt Trotz ihrer harschen Worte War ein tiefer Schmerz in ihren Augen zu erkennen In Angels Innern kämpften Ärger und Mitgefühl Um die Vorherrschaft Ich glaube, Warren liebt seine Tochter sehr Und er hätte alles getan, um sie zu retten Anstatt ihm Vorwürfe zu machen Sollten sie ihm vielleicht danken Mrs. Harpers Gesicht verzerrte sich Ah, ich sehe schon Er hat sie auch geblendet, so wie mich damals Sie denken wirklich, dass er etwas mit ihnen anfängt? Da muss ich sie enttäuschen Warren ist ein egoistisches Arschloch Angel hatte genug gehört Wie Sie meinen Kümmern Sie sich jetzt lieber um Emma Sie braucht jemanden, der ihr Halt gibt Wie können Sie es wagen? Rasch blendete Angel das Gekreische aus, das ihr folgte Während sie schnell den Gang hinunterging Sie hatte keine Lust, sich noch länger anzuhören Wie Warrens Ex-Frau ihn schlecht machte Sicher hatte er in seiner Ehe auch Fehler begangen Wer tat das nicht? Aber sie kannte ihn nur als nachdenklichen und aufrichtigen Mann Der alles dafür getan hatte, seine Tochter zu retten Und genau so wollte sie ihn in Erinnerung behalten Sie bog um die Ecke und lief beinahe Michael in die Arme Seinem Gesichtsausdruck war anzusehen, dass er zumindest ein Teil der Unterhaltung mit angehört hatte Angel schnitt eine Grimasse Tut mir leid, dass ich nicht da war, um die Habui abzulenken Das brachte Angel wieder erwartend zum Lachen Sei froh Dann wurde sie wieder ernst Mir tut nur Emma leid Ihr gegenüber ist sie zwar liebevoll Aber es kann nicht gut sein, wenn sie sich immer die Spitzen gegen ihren Vater oder andere Leute anhören muss Unbehaglich wiegte Michael den Kopf Hoffentlich liegt das nur an der Stresssituation und Mrs. Harper ist sonst umgänglicher Das bezweifelte Angel zwar, aber im Grunde ging es sie auch nichts an Auf jeden Fall kann ich nicht in dem Wartezimmer bleiben Weißt du, wo ich mich aufhalten kann, bis Warren aufwacht? Mitfühlend blickte Michael sie an Warum siehst du nicht nach Moonlight? Ich sage dir sofort Bescheid, wenn er wach ist Unsicher biss sich Angel auf die Unterlippe Sie wollte für Warren da sein Aber es konnte tatsächlich Stunden oder sogar Tage dauern Bis er wieder etwas um sich herum wahrnehmen würde So lange konnte sie unmöglich hierbleiben Besonders wenn Emmas Mutter eindeutig etwas gegen sie hatte Schließlich nickte sie Okay Sagst du mir auch Bescheid, wenn? Sie brach ab Natürlich Ich halte dich über seinen Zustand auf dem Laufenden Er drückte ihr eine Flasche Wasser und einen Schokoriegel in die Hand Was Besseres gab es leider nicht Danke, das reicht schon Angel nahm die Sachen entgegen und betrachtete ihre verschmutzte Kleidung Vielleicht sollte ich mich auch duschen und mir etwas anderes anziehen Michaels Mundwinkel hob sich Das kann definitiv nicht schaden Froh endlich dem Hubschrauber und damit Gabriels misstrauischem gleichzeitig aber auch vorwurfsvollen Blicken entkommen zu können Sprang Valerie hinaus und machte den Rangern Platz Die die Trage mit Russells Davis Leiche transportierten Ihr war die undankbare Aufgabe zugeteilt worden Dafür zu sorgen, dass die Leiche zum Rechtsmediziner kam und untersucht wurde Sie konnte sich etwas Schöneres vorstellen Aber gleichzeitig war sie auch froh, nicht weiter nach Dämmen suchen zu müssen Wenn Gabriel oder eines der Suchteams ihn fanden, würde er nicht davon kommen So viel war sicher Die Frage war, ob er dann ausplaudern würde, dass sie ihn gehen lassen hatte Wenn er das tat, war ihre Karriere beim FBI gelaufen Vermutlich würde sie sogar wegen Fluchthilfe angeklagt werden So ein Fehler konnte ihr ganzes Leben zerstören Trotzdem schaffte sie es nicht, ihre Tat zu bedauern In Dämmens blauen Augen hatte sie seine Verzweiflung und Entschlossenheit gesehen Er hätte sie gezwungen, ihn zu erschießen Und dazu war sie nicht bereit gewesen Schon gar nicht den Gegenwart des Kindes Vielleicht hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, ihn zur Aufgabe zu bewegen Aber in dem Moment war sie ihr nicht eingefallen Gabriel würde sie auf jeden Fall noch einmal darauf ansprechen Das hatte sie seinem Blick entnehmen können Die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass er sie aus dem Team ausschließen würde Da sie ihre Kollegen und deren Arbeit schätzte, würde sie das sehr bedauern Aber bei ihr ging es nur um einen Job Demond Thomas konnte sein Leben verlieren Die nächsten 22 Jahre oder mehr im Gefängnis sitzen Oder zumindest immer auf der Flucht sein Sie konnte sich nur schwer vorstellen Was für ein Gefühl das sein musste Valerie ging hinter der Trage her Und war froh, dass endlich jemand ein Tuch über die Leiche gedeckt hatte Man sollte annehmen, dass sie sich langsam daran gewöhnt hätte, Tote zu sehen Doch dem war nicht so Vor allem musste sie die ganze Zeit daran denken Dass Russell Davis das Leben so vieler Menschen zerstört hatte Nicht nur das der Leute, die er ermordet hatte Sondern auch das der Familien und Freunde Und dann war da noch die Frau aus dem Park Die erst den kaltblütigen Mord an ihrem Lebensgefährten hatte mit ansehen müssen Und danach eine Klippe hinuntergestoßen worden war Nur mit viel Glück hatte sie das überlebt Was hatte Demond dazu bewogen, so etwas zu tun? Hatte er eine Zeugin beseitigen wollen? Oder ein ganz anderes Motiv gehabt? Zeigte der Vorfall eine andere Seite von ihm, die sie in den Unterlagen übersehen hatte? Und hätte sie ihn auch gehen lassen, wenn sie vorher gewusst hätte, Dass er die Frau in die Tiefe gestoßen hatte? Sie war sich nicht sicher Und das beunruhigte sie zutiefst Es war eine Sache gegen das Gesetz zu verstoßen Weil man hundertprozentig davon überzeugt war Das Richtige zu tun Aber im Zweifelsfall Hätte sie sich eigentlich für das entscheiden müssen Was sie in ihrem Job gelernt hatte Und das hatte sie nicht Die traumatische Erfahrung mit ihrem Bruder Tom Hatte sicher mit hineingespielt Aber sie hatte den Verdacht Dass es vor allem an Demond selbst gelegen hatte An dem, was sie in den Unterlagen und Befragungen über ihn erfahren hatte Aber auch an ihrer Reaktion auf ihn Selbst wenn sie nicht abstreiten konnte, dass ihr sein äußeres gefiel Hatte es doch eher mit dem zu tun, was sie geglaubt hatte in ihm zu spüren Fast von Anfang an hatte ihr Instinkt ihr gesagt Dass Damon nicht mit Russell Davis unter einer Decke steckte Und auch nicht für die Morde an Ray und den Wachleuten verantwortlich war Und das hatte sich bewahrheitet Valerie schüttelte die Gedanken ab Es war zu spät Jetzt noch etwas daran zu ändern Sie hatte eine Entscheidung getroffen Und würde damit leben müssen Wenn Damon nicht gefasst wurde Konnte sie sogar davon kommen Weil es keine Beweise gab Es sei denn Emma erzählte jemandem, was sich zugetragen hatte Zwar hatte das Mädchen versprochen, es nicht zu tun Aber wenn jemand, Gabriel zum Beispiel, sie unter Druck setzte Würde sie sich garantiert verplappern Was Valerie ihr nicht verdenken konnte Sie war erst sieben Jahre alt Und hätte so etwas gar nicht durchmachen dürfen Allerdings war es auch kein gutes Gefühl Dass ihre Zukunft von der Fähigkeit eines Kindes zu lügen abhing Endlich erreichten sie das Gebäude In dem die sehr überschaubare Gerichtsmedizin Von Clallam County in Port Angeles untergebracht war Gabriel hatte sie angewiesen Der Autopsie beizuwohnen Sofern diese sofort vorgenommen wurde Falls nicht, würde sich Valerie mit den anderen Mitgliedern des Teams Julie und Hal treffen Und sie unterstützen Am liebsten hätte sie sich in ein Hotelzimmer zurückgezogen Und mindestens zehn Stunden geschlafen Aber das würde in absehbarer Zeit wohl nicht passieren Außerdem wollte sie zuerst noch ins Krankenhaus fahren Und sehen, wie es Lukas ging Auch seinetwegen hatte sie ein schlechtes Gewissen Vielleicht wäre er nicht verletzt worden Wenn sie bei ihm geblieben wäre Anstatt Demons Spur zu folgen Da sie dann aber auch Emma nicht gefunden hätte Konnte sie die Entscheidung vor sich rechtfertigen Sie wünschte, das ginge ihr mit anderen Dingen auch so Angel fütterte gerade ihre Hunde Die sich dabei aufführten Als wäre sie wochenlang weg gewesen Und nicht knapp zwei Tage Als der Anruf kam Auf den sie so lange gewartet hatte Ihre Hand zitterte Während sie das Telefon ans Ohr hielt Ja? Angel? Hier ist Michael Der Detective klang wie immer Sie konnte seiner Stimme nicht entnehmen Ob er ihr gute oder schlechte Nachrichten überbringen würde Lebt er? Ja Er wurde mehrere Stunden operiert Und die Kugel entfernt Sie haben ihn jetzt in ein Zimmer verlegt Vor Erleichterung wurden ihre Beine schwach Und sie ließ sich auf einen Stuhl sinken Gott sei Dank Angel merkte, wie belegt ihre Stimme klang Und räusperte sich Wird er sich ganz erholen? Das können die Ärzte jetzt noch nicht sagen Aber sie sind recht optimistisch Angel stützte den Kopf auf den Arm Und atmete tief durch Er ist stark Er wird es schaffen Schon allein, um bei seiner Tochter sein zu können Zumindest hoffte sie das Sie wünschte Sie könnte bei ihm sein, um ihn zu unterstützen Und ihm zu zeigen Dass er das nicht allein durchmachen musste Bist du noch im Krankenhaus? Ich wollte jetzt zum Department fahren Ich habe sämtliche Aussagen aufgenommen Jetzt fehlen nur noch deine und die von Harper Aber ich denke nicht, dass er heute schon aufwachen wird Morgen reicht auch Ist die Haar Pü noch da? So wie es aus ihrem Mund war, bereute sie es Sie hatte kein Recht, so über eine Frau zu sprechen Die sie im Grunde gar nicht kannte Michael lachte erschöpft Ja, und sie macht dem gesamten Klinikpersonal Das Leben zur Hölle Na wunderbar Eigentlich legte sie es nicht unbedingt auf eine weitere Begegnung mit der Frau an Sie muss doch sicher irgendwann mal gehen Um Emma ins Bett zu bringen, oder? Vermutlich Aber ich kann dir nicht sagen, wann das sein wird Willst du dir das wirklich antun, Angel? Warte doch lieber, bis sie abgereist ist Angel biss sich auf die Lippe Das kann ich nicht Ich muss sehen, dass es ihm gut geht Ein tiefer Seufzer drang durch das Telefon Das verstehe ich Okay Wie wäre es, wenn wir uns dort in zwei Stunden treffen? Dann kann ich erst alles im Department erledigen Erleichtert atmet der Angel auf Vielen Dank, Michael Das bedeutet mir sehr viel Du schuldest mir dann aber was Wenn ich deinetwegen mit der Haar Pü kämpfe Ein Lächeln umspielte ihre Mundwinkel Auf jeden Fall Such dir was aus Ich tue alles Ein sehr gutes Angebot Michaels Stimme wurde ernst Ich möchte nicht, dass du verletzt wirst, Angel Egal, was zwischen euch vorgefallen ist Das war eine Ausnahmesituation Und Warren Harpers normales Leben findet woanders statt Daran solltest du denken Ein scharfer Schmerz durchzuckte Angels Herz Als Michael ihr genau das sagte Was sie selbst auch befürchtete Glaub mir Das ist mir völlig bewusst Genauso wie die Tatsache Dass Emma für ihn immer an der ersten Stelle kommt Und so sollte es ja auch sein Michael gab einen grunzenden Laut von sich Das mag sein Aber wo bleibst du dann? Angel presste eine Hand auf ihr schmerzendes Herz Hier natürlich wie immer Das meinte ich nicht Das ist mir klar Aber es ist die einzige Antwort, die ich dafür habe Hier ist mein Leben Einen anderen Platz gibt es für mich nicht Bevor Michael weiter auf sie einreden konnte Beendete Angel das Gespräch Rasch stand sie auf Und bereitete sich auf ihren Besuch im Krankenhaus vor Wenn sie schnell war Konnte sie vorher noch einmal beim Tierarzt vorbeischauen Und sehen, wie es Moonlight ging Die Hündin hatte die Operation glücklicherweise gut überstanden Und erholte sich jetzt noch über Nacht in der halbwegs sterilen Umgebung Angel hätte sie zwar gerne bei sich gehabt Doch so war es besser für Moonlight Nach einer schnellen Dusche und der weitaus längeren Überlegung Was sie anziehen und ob sie sich schminken sollte Stieg sie in ihren Wagen und fuhr los Netterweise hatte Michael dafür gesorgt Dass ihr Auto vom Sol-Duck-Campingplatz nach Hause gebracht worden war Sodass es ihr jetzt zur Verfügung stand Unterwegs drehte sie mehrere Male beinahe um Weil sie sich vor dem fürchtete Was im Krankenhaus auf sie zukommen wurde Doch der Wunsch bei Warren zu sein Überwand jeden Zweifel und jede Angst Sie wollte ihn sehen Mit ihm reden Und sich mit eigenen Augen vergewissern Dass er überleben würde Selbst wenn er danach für immer aus ihrem Leben verschwand 32 Nachdem sie Moonlight besucht und sich vergewissert hatte Dass es ihr gut ging Kam Angel einige Minuten zu früh im Krankenhaus an Da sie nicht wusste Ob Michael vor dem Krankenzimmer auf sie warten würde Oder an der Rezeption Fragte sie nach Warrens Zimmernummer Und stieg dann in den Fahrstuhl Scheinbar unendlich langsam bewegte er sich nach oben Und sie wünschte, sie hätte die Treppe genommen Besonders weil die Enge und die Nähe zu den anderen Leuten Sie zusätzlich nervös machten Ungeduldig wartete sie darauf Dass sich die Fahrstuhltüren wieder öffneten Und stürzte beinahe hinaus Es war ihr egal, was die anderen von ihr dachten Hauptsache sie kam endlich zu Warren Auf dem Gang sah sie sich um Und ging dann in die Richtung Die ihr das Schild an der Wand vorgab Ihr Verhalten gab ihr selbst Rätsel auf Normalerweise dauerte es extrem lange Bevor sie jemanden überhaupt ein wenig an sich heran ließ Doch Warren war einfach an all ihren Verteidigungswellen Vorbei geschlüpft Und sie hatte es sehenden Auges zugelassen Seine offensichtliche Liebe für seine Tochter Hatte sicher noch dazu beigetragen Dass sie ihn so schnell ins Herz geschlossen hatte Aber allein damit konnte sie es nicht erklären Es war beinahe so Als hätte sie ihr ganzes Leben nur auf ihn gewartet Als wäre er ihr Gegenstück Der einzige Mann, der wirklich zu ihr gehörte Obwohl sie innerlich die Augen verdrehte Konnte sie den Gedanken doch nicht ganz beseitigen Sie kannte andere gutaussehende oder nette Männer Aber Warrens Mischung Aus Stärke und Verletzlichkeit Traf sie irgendwo tief in ihrem Herzen Was machen Sie denn schon wieder hier? Ich habe Ihnen doch vorhin schon klargemacht Dass Sie hier nichts zu suchen haben Die laute Stimme drang in ihre Gedanken Und ließ sie abrupt aufblicken Angel konnte sich gerade noch davon abhalten Eine Kremasse zu ziehen Als sie die ehemalige Mrs. Harper sah Die wie ein Wachtposten mitten im Gang stand Ich glaube nicht, dass Sie mir etwas zu sagen haben Vorhin bin ich wegen Emma gegangen Nicht ihretwegen Suchend blickte sie sich um Wo ist Emma eigentlich? Röte stieg in Mrs. Harpers Wangen Die sich unschön mit ihren roten Haaren biss Das geht Sie gar nichts an Ich habe genau gesehen, wie Sie sich vorhin bei Emma eingeschmeichelt haben Mit dem Vorlesen und ihrem Gerede über Hunde Versuchen Sie nicht mehr, meine Tochter wegzunehmen Es wird Ihnen nicht gelingen Verwirrt blickte Angel sie an Warum sollte ich das wollen? Emma ist ihre und Warrens Tochter und wird es auch immer bleiben Ein Moment lang schien Mrs. Harper unsicher Als hätte sie nicht mit dieser Antwort gerechnet Doch dann fing sie sich wieder und hob das Kinn Gut, dass Sie das einsehen Und lassen Sie Ihre Finger auch von Warren Er hat einer Frau nichts anderes zu bieten Außer Kummer und Schmerz Das brachte Angels Wut zum Überkochen Warren ist nicht mehr mit Ihnen verheiratet Also geht es Sie überhaupt nichts an, ob ich ihn sehe oder nicht Und er ist vielleicht verletzt worden Aber das heißt noch lange nicht Dass er kein erfülltes Leben mehr führen kann Kein Wunder, dass er sich von Ihnen getrennt hat Wenn Sie so über ihn denken Mrs. Harper trat nahe an Sie heran Ich habe mich von ihm getrennt Nicht andersherum Und zwar bevor er verletzt wurde Ich hatte keine Lust mehr auf einen Mann Der sowieso die meiste Zeit nicht da war Und seine Karriere beim Militär mir Und vor allem seiner Tochter vorzog Können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt Wenn man einfach so abgeschoben wird Weil etwas anderes wichtiger ist Obwohl sie ihre Stimme gesenkt hatte Unterhielt sie damit immer noch den gesamten Gang Ja, das konnte Angel tatsächlich Genauso wie Warren hatte ihre Mutter es zwar nicht aus böser Absicht getan Aber es tat trotzdem weh Wenn das so ist, kann es Ihnen doch erst recht völlig egal sein Was er macht Sie riss sich sichtbar zusammen Das ist es auch Aber nur so lange, wie er meine Tochter dabei nicht gefährdet Die Diskussion hatten wir vorhin schon Und ich werde sie sicher nicht noch einmal führen Allerdings wüsste ich nicht, wie es Emma gefährden sollte Wenn ich Warren kurz besuche Ich will nicht, dass meine Tochter noch einmal in diese Gegend hier kommt Und ich werde alles dafür tun Dass Warren jegliches Besuchsrecht verliert Die ganze Sache hat eindeutig bewiesen Dass er als Vater völlig unfähig ist Wer lässt schon sein Kind nachts alleine zur Toilette gehen Angel bemühte sich um eine ruhige Stimme Obwohl ihr Ärger erneut anstieg Es war eine Sache Warren Versäumnisse in der Ehe vorzuwerfen Aber sie konnte sich nicht vorstellen Dass ihr jemals etwas tun würde, das seine Tochter gefährdete Das hätte ihnen genauso passieren können Und ohne die Verbrecher wäre überhaupt nichts passiert Es ist aber was passiert Mörder haben mein kleines Mädchen entführt Und sie zwei Tage lang durch den Wald geschleppt Tränen bildeten sich in Carols Augen Und sie drehte abrupt den Kopf zur Seite, damit Angel es nicht sah Mitgefühl kam in Angel auf Ich verstehe, dass das schrecklich für sie gewesen ist, Mrs. Harper Aber das ist doch kein Grund Die Frau unterbrach sie Erneut wurde der Schmerz in ihrem Gesicht von Wut abgelöst Sie verstehen gar nichts Wer sind sie denn schon? Eine Hinterwäldlerin, die mit ihren Hunden den ganzen Tag durch die Natur läuft Ohne Angel zu Wort kommen zu lassen, fuhr sie fort Nein, ich lasse sie nicht zu meinem Mann Und sie werden meine Tochter nie wiedersehen Verschwinden sie endlich Schockiert von so viel Hass, fand Angel keine Antwort Wortlos drehte sie sich um und ging den Gang entlang zum Treppenhaus Nachdem sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, lehnte sie sich gegen die Wand Und versuchte sich wieder zu beruhigen Ihre Kehle zog sich zusammen und sie bekam kaum Luft Schon immer hatte sie sich von solchen Personen ferngehalten Weil sie wusste, dass sie ihnen einfach nicht gewachsen war Der Drang war groß, es diesmal auch zu tun Warrens Ex-Frau konnte tatsächlich dafür sorgen, dass Emma keinen Kontakt mit ihr haben durfte Und das würde gleichzeitig bedeuten, dass Warren sich auch von ihr fernhalten würde Von seiner Tochter würde er sich niemals trennen Und die Hapui wusste das genau Angel sank auf eine Treppenstufe und vergrub das Gesicht in den Händen Sie hatte verloren Schon von Anfang an hatte sie geahnt, dass eine Verbindung zu Warren keine Zukunft haben würde Aber sie hatte sich trotzdem in ihn verliebt Wie hätte sie sich auch gegen ihre Gefühle wehren können? Am meisten schmerzte sie, dass es Warren genauso ging Das hatte sie ihm angesehen Doch sie hatte keine Chance Ihre Augen brannten, aber sie weigerte sich hier zu weinen Diese Genugtuung wollte sie der Frau nicht geben Erschrocken blickte sie auf, als sich die Tür öffnete Michael trat ins Treppenhaus und setzte sich neben sie Geht es dir gut? Die Antwort war offensichtlich, deshalb stellte sie ihm eine Gegenfrage Was tust du hier? Michael verzog den Mund Eine der Schwestern hat mir gesagt, dass sie gesehen hat, wie du hier reingegangen bist Sie hat mir auch von dem Streit erzählt Angel seufzte Du hattest mich gewarnt Ja, aber das heißt nicht, dass diese Furie das Recht hat, dich zu beleidigen Oder dich davon abzuhalten, Warren zu besuchen Seine Unterstützung tat ihr gut Aber sie musste der Wahrheit ins Auge sehen Vielleicht ist es besser, wenn ich einfach nach Hause fahre Ich will Warrens Leben nicht auch noch erschweren Er wird genug damit zu tun haben, um Emma zu kämpfen Michael wiegte den Kopf Das stimmt vermutlich, aber ich hätte nicht gedacht, dass du so einfach aufgibst Ich habe es in all den Jahren nie gesehen, dass du so auf einen Mann reagiert hast, Angel Und es würde mir leid tun, wenn du diese Chance vergibst Aber welche Möglichkeit habe ich denn? Das weißt du erst, wenn du den Weg gehst Wenn du ihn jetzt abbrichst, wirst du dich immer fragen, ob du nicht zu früh aufgegeben hast Angel sah ihn lange an und nickte dann Du hast recht Ich muss mich zumindest von ihm verabschieden Doch wie komme ich an dem Drachen vorbei? Auf Michaels Gesicht breitete sich ein Grinsen aus Gib mir zwei Minuten, ich werde sie ablenken, dann kannst du in das Zimmer schlüpfen Aber du hast da nur fünf Minuten Sie straffte den Rücken Das reicht mir, danke Michael Für dich immer Er beugte sich vor und küsste ihre Stirn Angel blickte ihm nach, als er aufstand und wieder durch die Türen den Gang trat Ungeduldig wartete sie, bis die zwei Minuten um waren, bevor sie ebenfalls das Treppenhaus verließ Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Mrs. Harper nirgends in Sicht war, eilte sie zu Warrens Zimmer Rasch öffnete sie die Tür und trat in den Raum Ihr erster Blick auf Warren ließ sie erstarren Blass und still lag er unter den weißen Laken In seinem Arm steckten diverse Kanülen, an denen lange Schläuche befestigt waren Ein Herzmonitor piepste langsam vor sich hin Nur ganz allmählich überwand sie den Schock und schaffte es, sich auf ihn zuzubewegen Neben dem Bett blieb sie stehen und blickte auf ihn hinunter Tiefe Linien zogen sich durch sein Gesicht Seine Narben am Hals stachen auf der blassen Haut dunkel hervor Seine Lider waren geschlossen und sie wünschte, er würde sie noch einmal mit seinen hellbraunen Augen ansehen Ihre Knie wurden weich und sie ließ sich auf den Stuhl sinken, der neben dem Bett stand Zögernd hob sie die Hand und legte die Finger auf Warrens Arm Er war warm und das beruhigte sie irgendwie Ich bin hier, Warren Es ist alles gut, du wirst dich wieder erholen Erst als sie ihre eigene Stimme hörte, erkannte sie, dass sie laut gesprochen hatte Emma geht es gut, sie ist in Sicherheit Und Moonlight erholt sich auch langsam Es gefiel ihr überhaupt nicht, dass ich sie beim Tierarzt gelassen habe Angel beugte sich vor und presste die Stirn an seinen Arm Wach bitte auf, Warren Warren spürte eine sanfte Berührung an seinem Arm Jemand sprach leiser auf ihn ein Mühsam kämpfte er sich an die Oberfläche, um einzelne Worte verstehen zu können Es war eine Frau, die seinen Namen nannte und ihm versicherte, dass alles gut war Unruhe erfasste ihn, als er bemerkte, dass er nicht wusste, wo er sich befand Was war passiert? Wer war die Frau? Dann drang ein bekannter Name an sein Ohr Emma Die Erinnerung an seine Tochter drängte an die Oberfläche Und der Nebel löste sich auf Mit größter Anstrengung schaffte er es Seine Lieder so weit zu heben Dass er etwas durch die Augenschlitze sehen konnte Zuerst war alles verschwommen Doch dann wurde das Bild deutlicher Goldblonde Haare umrahmten ein herzförmiges Gesicht Grüne Augen blickten ihn besorgt an Fast sofort tauchte ein Wort dazu in seinem Gedächtnis auf Angel Es war mehr ein Krächzen, aber sie schien ihn zu verstehen Ja! Tränen schimmerten in ihren Augen Willkommen zurück! Verwirrt versuchte er, ihre Worte zu begreifen Wo war ich denn? Ein Lächeln hob ihre Mundwinkel Du warst bewusstlos Dann wurdest du operiert Und jetzt bist du in einem Krankenhauszimmer Damit du dich erholen kannst Das löste eine Welle an Erinnerungen aus Seine Verzweiflung Als er gemerkt hatte, dass Emma verschwunden war Angel Die ihm bei der Suche half Stundenlanges Marschieren durch den Regenwald Moonlight Die ihm den Weg zeigte Und dann Kampf Und Blut Schmerzen Es war zu viel, um alles auf einmal zu verarbeiten Deshalb konzentrierte er sich auf das Wichtigste Emma? Es geht ihr gut Sie wurde unverletzt von einer FBI-Agentin gefunden Deine Ex-Frau kümmert sich um sie Warren schnitt eine Krimasse Carol ist hier? Ja Sie wird sicher bald reinkommen Bildete er sich das nur ein? Oder war Angel darüber nicht sehr erfreut? Darauf kann ich gut verzichten Diesmal war Angels Lächeln etwas freier Ich auch, wenn ich ehrlich bin Sie wollte mich nicht zu dir lassen Detective Heron lenkt sie gerade ab Warren wollte die Hand heben Stellte aber fest, dass er sogar dafür zu schwach war Anscheinend hat der Angel die Bewegung gesehen Denn sie legte ihre Hand in seine Ich bin sehr dankbar dafür Das Grün ihrer Augen wurde dunkler Ich auch Angels Finger strichen sanft über seinen Handrücken Und Warren war unheimlich froh, dass sie endlich wieder bei ihm war Als er genauer hinsah, entdeckte er tiefe Schatten unter ihren Augen An der Schläfe prangte ein großer Bluterguss Geht es dir gut? Ja Alles okay Nur eine Beule Moonlight wurde operiert und sollte sich wieder vollständig erholen Das ist gut Der Verbrecher? Tod Agent Lynch hat ihn erschossen Warren schloss die Augen Gut Mühsam öffnete er sie wieder Er war furchtbar müde Aber er wollte keine Sekunde in Angels Gegenwart verpassen Und er wusste, dass er ihr etwas Wichtiges sagen musste Was ich im Wald gesagt habe, bevor ich das Bewusstsein verloren habe Angel legte den Finger auf seine Lippen Du warst verletzt Da sagt man manchmal Dinge, die man nicht meint Ich verstehe das Angestrengt drehte Warren den Kopf zur Seite Um widersprechen zu können Nein Ich sage so etwas nicht aus einer Laune heraus Ich meinte es Ihre Augen wurden feucht Ich sollte jetzt gehen Carol kann jeden Moment kommen Ärger stieg in ihm auf Mir ist meine Ex-Frau im Moment völlig egal, Angel Nur du interessierst mich Es war deutlich zu sehen, wie Angel mit sich kämpfte Das freut mich Aber es geht einfach nicht Carol hat damit gedroht, dir das Besuchsrecht zu entziehen Sie will nicht, dass Emma jemals wieder mit dir irgendwo hinfährt Und hierher schon gar nicht Ich verstehe, dass deine Tochter für dich absoluten Vorrang hat Aber das bedeutet eben, dass du nicht hier sein kannst Warren versuchte, das Gehörte zu verdauen Natürlich hatte er geahnt, dass Carol die Gelegenheit nutzen würde Um ihn aus Emmas Leben zu drängen Die Frage war jedoch, wie seine Ex-Frau dazu kam, mit Angel über so etwas zu sprechen Danke für die Warnung Ich werde sofort meinen Anwalt kontaktieren Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass Carol mir Emma wegnimmt Sie ist meine Tochter Und ich habe das Recht, Zeit mit ihr zu verbringen Er drückte Angels Hand Das bedeutet aber nicht, dass ich dich nicht mehr sehen will Oder dich opfere, nur weil meine Ex-Frau ihre Spielchen treibt Okay? Angel nickte zögernd Aber die Skepsis war ihr deutlich anzusehen Ernst blickte Warren sie an Wenn ich hier entlassen werde, muss ich erstmal nach Portland zurückkehren Um die Sache mit Emma zu regeln Aber ich verspreche, dass ich sofort zurückkommen werde, wenn es erledigt ist Ich weiß zwar noch nicht, wie es in meinem Leben weitergeht Ich muss mir einen Job suchen und noch vieles andere Aber ich weiß, dass ich dich nicht verlieren möchte Angel schwieg Deshalb redete er schnell weiter Die wichtigste Frage ist aber natürlich Ob du überhaupt möchtest, dass ich zurückkomme Natürlich will ich das Es brach förmlich aus Angel heraus Was Warren sehr gefiel Er begann zu lachen Gab es jedoch rasch wieder auf, als Schmerz durch seine Seite zuckte Au verdammt, bring mich nicht zum Lachen Angel setzte sich gerade auf Das hatte ich sicher nicht vor Aber schön, dass ich dich amüsiere Du weißt, dass ich es nicht so gemeint habe Komm mal näher Es nervte ihn, dass er so schwach war Und sich nicht nehmen konnte, was er haben wollte Angel beugte sich zu ihm Aber das reichte ihm noch nicht Tiefer Ihr Gesicht war jetzt direkt über seinem Ihr Atem streifte seine Lippen Noch tiefer Warren Er hob den Kopf wenige Millimeter an Bis seine Lippen ihre berührten Erst sanft, dann immer leidenschaftlicher Erkundete er ihren Mund Es fühlte sich so gut an, sie zu küssen Am liebsten hätte er das noch stundenlang getan Leider machten ihm seine Verletzungen Einen Strich durch die Rechnung Ein Ziehen begann in seiner Brust Und nahm ihn den Atem Keuchend ließ er seinen Kopf wieder ins Kissen sinken Angel legte ihre Hände um seine Wangen Geht es dir gut? Ging mir nie besser Flach atmete er durch Du bist einfach Atemberaubend Im wahrsten Sinne des Wortes Zwischen ihren Augenbrauen erschien eine Falte Sehr witzig Du musst dich erholen, damit du schnell zu mir zurückkommen kannst Sein Herz klopfte schneller Dann wartest du auf mich? Noch einmal beugte sie sich hinab und strich mit ihren Lippen über seinen Mund Natürlich, Dummkopf, aber beeil dich bitte Ich verspreche es Ein Hauch ihres Shampoos stieg ihm in die Nase Dann richtete sie sich auf und entfernte sich von ihm Ich muss jetzt gehen Werde schnell gesund Am liebsten hätte er sie zurückgehalten Doch er wollte nicht, dass Carol sie noch einmal in ihre Krallen bekam Mache ich Gib Mundlatt einen großen Knochen von mir Angel lächelte ihn an Keinen Kuss? Warren verzog den Mund Meinetwegen auch das Ihr leises Lachen war wie Musik in seinen Ohren Viel zu schnell wurde sie wieder ernst Und entfernte sich von ihm An der Tür blickte sie noch einmal zu ihm zurück Leb wohl Erst da erkannte er Dass sie nicht mit seiner Rücke rechnete Bevor er sie aufhalten konnte War sie aus dem Raum geschlüpft Und hatte die Türe leise hinter sich geschlossen In diesem Moment schwor er sich Sie eines Besseren zu belehren Er würde hierher zurückkehren Und Angel klar machen Dass er nicht vorhatte Sie jemals wieder gehen zu lassen Sie gehörte zu ihm Was auch passierte Schwer atmend kauerte Damon hinter einem verrotteten Baumstumpf Und lauschte angestrengt Doch außer seinen eigenen Atemzügen Konnte er nichts hören Hatten seine Verfolger endlich aufgegeben Stundenlang war er ihnen immer wieder ausgewichen Manchmal erst im letzten Moment Mehrere Male hätte er die Polizisten überwältigen können Aber das wollte er nicht Sie machten nur ihren Job Und er wollte auf keinen Fall so werden wie Russell Und jeden beseitigen Der ihm im Weg war Allerdings war er auch nicht bereit Sich wieder ins Gefängnis stecken zu lassen Drei Jahre seines Lebens hatte er verloren Weil die Polizei nicht ihren Job gemacht Und den wahren Täter ermittelt hatte Natürlich hatte er gewusst Dass Leute zu Unrecht verurteilt wurden Aber er hätte nie gedacht Dass es ihn einmal treffen würde Und es tatsächlich nicht möglich war Seine Unschuld zu beweisen Es sei denn Er fand den wahren Täter selbst Aber dafür musste er erst einmal Den Suchmannschaften entkommen Und den Wald hinter sich lassen Ohne Nahrung und Wasser Würde er nicht lange überleben Und vor allem würden sie ihn irgendwann erwischen Wenn er sich noch länger hier herumtrieb Ein Schauer lief durch sein Körper Wenn er nicht frieren wollte Musste er sich bewegen Mit der Nacht war es wieder kälter geworden Und seine schweißfeuchte Kleidung Bot nur wenig Schutz Die Erde war an vielen Stellen noch nass Vom gestrigen Regen Demmon hatte einige Male Über den Boden robben müssen Um seinen Verfolgern zu entkommen Das rächte sich jetzt Und es würde ihn nicht wundern Wenn er sich erkältete Oder Schlimmeres Das Zittern verstärkte sich Und nachdem er sich davon überzeugt hatte Dass niemand in der Nähe war Kam er mühsam auf die Füße Während er angestrengt durch den Regenwald stapfte Kehrten seine Gedanken wieder Zu der FBI-Agentin zurück Noch immer wusste er nicht Warum sie ihn hatte gehen lassen Aber er war ihr verdammt dankbar dafür Trotzdem verstand er nicht Warum sie das getan hatte Für sie war er ein Verbrecher Ein Mörder Der auf jeden Fall Wieder in Gewahrsam genommen werden musste Woher sollte sie auch wissen Dass er den Mord nicht begangen hatte Wenn ihm selbst die Anwälte nicht glaubten Warum sollte gerade sie es tun Nein Sie musste einen anderen Grund gehabt haben Vielleicht hatte sie auch nur nicht gewollt Dass Emma dabei zusehen musste Wie er erschossen wurde Noch jetzt zog sich sein Herz zusammen Wenn er an Emmas Aufschrei Nach dem ersten Schuss dachte Und wie sie die Agentin angefleht hatte Ihm nichts zu tun Mrs. Hayes hatte extra daneben geschossen Dessen war er sicher Auf die Entfernung hätte sie ihn treffen müssen Ein Mann hätte auf jeden Fall nicht so gehandelt Sondern ihn eiskalt angeschossen Oder sogar getötet Wenn er sich nicht freiwillig ergeben hätte Ein leichtes Lächeln huschte über seine Lippen Ja, Agent Hayes war trotz ihrer Größe Den kurzen rotbraunen Haaren Und der figurverhüllenden schusssicheren Weste Eindeutig eine Frau Ihre weichen Gesichtszüge Die großzügigen Lippen Und großen grauen Augen verrieten das Und der sanfte Schwung ihrer Hüfte Wenn sie sich bewegte Unter anderen Umständen Hätte er sie sicher anziehend gefunden Glücklicherweise hatte sie eine Pistole Auf ihn gerichtet Und ihn damit daran erinnert Dass sie seine Gegnerin war Dieses Bild sollte er sich besser Ins Gedächtnis einbrennen Mit einem Stich des Bedauerns Schob er die Gedanken an Agent Hayes beiseite Er konnte nur hoffen Dass sie sich gut um Emma gekümmert hatte Und die Kleine nun bei ihren Eltern war Beinahe konnte er noch spüren Wie das Mädchen sich nachts Vertrauensvoll an ihn geschmiegt hatte Wie sich ihre Arme um seinen Hals anfühlten Oder ihre Hand in seiner Er würde sie nie vergessen Aber um ihretwillen hoffte er Dass Emma die Ereignisse bald hinter sich lassen Und ein normales, unbeschwertes Leben führen konnte So wie seine Nichten und Neffen Die er mehr vermisste Als er sich eingestehen mochte Auch sie waren ein Grund dafür Sich so schnell wie möglich In die Zivilisation durchzuschlagen Und für Gerechtigkeit zu sorgen Erst wenn sein Name reingewaschen war Konnte er sie wiedersehen Wenn die Polizei oder das FBI Ihn jetzt nicht erwischten Würden sie sich an seine Familie wenden In der Hoffnung, dass er sie kontaktieren würde Es tat Damon Leid Seiner Familie so viel Kummer zu bereiten Aber es war seine einzige Chance Wenn er diese Sache überlebt Und seine Unschuld bewiesen hatte Konnte er sich bei ihnen dafür entschuldigen Allein kam ihm der Wald im Dunkeln Beinahe noch unheimlicher vor Besonders da er nicht wusste Ob irgendwo jemand auf ihn lauerte Er hoffte, dass wenigstens Russell Ihm keine Probleme mehr bereiten konnte Und entweder in Gewahrsam Oder tot war Nur noch ein paar Kilometer Musste er durchhalten Dann würde er am Waldrand ankommen Und konnte in die Zivilisation eintauchen Was er dann tun würde Wusste er noch nicht genau Aber er träumte von einer guten Mahlzeit Und einer heißen Dusche Das Wasser würde bei seinem Körper rinnen Und all den Dreck All die Ängste und Erinnerungen An das Gefängnis fortspülen Demmon war so in seiner Fantasie Gefangen, dass er das Licht Erst bemerkte, als es nur noch Wenige Meter entfernt war Sofort warf er sich zu Boden Und versuchte mit der Vegetation Zu verschmelzen Erst als nichts weiter passierte Wagte er es, den Kopf wieder zu heben Das Licht kam nicht etwa von einer Taschenlampe Wie er zuerst angenommen hatte Sondern drang aus den Fenstern eines Hauses Dessen Umrisse er gerade noch in der Dunkelheit Ausmachen konnte Endlich Die Zivilisation Er wurde von einer solchen Erleichterung erfasst Dass er einen Moment lang einfach nur daliegen Und das Gebäude anstarren konnte Bis es vor seinen Augen verschwamm Um jede Begegnung mit Menschen zu vermeiden Würde er es weiträumig umgehen müssen Aber ein Haus bedeutete auch immer Dass es Straßen gab Und die würden ihn endlich aus der Wildnis hinausführen Er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern Wie es war, ein freier Mensch zu sein Aber er war sicher Sich schnell wieder daran zu gewöhnen Lautlos erhob er sich Und bewegte sich auf das Haus zu Er war nur wenige Schritte weit gekommen Als plötzlich lautes Bellen einsetzte Das schnell näher zu kommen schien Verdammt Er hatte nicht daran gedacht Dass der Hausbesitzer Hunde haben könnte Denen würde er nicht entgehen Auch wenn es noch so dunkel war Verzweifelt versuchte er einen Ausweg zu finden Doch sein Gehirn war wie eingefroren Als wäre es genauso erstarrt wie sein Körper Stopp! Der Ruf vor ihm ließ Dämmens Traum Von der Freiheit abrupt zerplatzen Langsam schloss er die Augen Er war so dicht dran gewesen Epilog Nervös wischte sich Warren die feuchten Hände An seiner Hose ab Bevor er die Wagentür öffnete und ausstieg Sein Blick glitt über das große Grundstück Die hohen Bäume, breiten Rasenflächen Und schließlich das gemütlich wirkende Zweigeschossige Haus Als er zum ersten Mal hier gewesen war Hatte er überhaupt keinen Blick dafür gehabt Sondern nur an seine Angst um Emma denken können Und nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus Was auf sein Wunsch hin eher geschehen war Als die Ärzte es für richtig erachtet hatten War er sofort nach Portland abgereist Ohne noch einmal hier vorbeizukommen Was er sage, fiel ihm Es wirkte alles natürlich Nicht so künstlich wie Carols manikürter Garten Beinahe fließend schienen die Übergänge Zum angrenzenden Regenwald So dass man sich wie in einer kleinen Oase Inmitten des Grüns vorkam Kein Wunder, dass Angel hier lebte Und nicht in einer der verstopften Städte Besonders mit den Hunden war es ein idealer Standort Warren merkte, dass er nur Zeit schindete Aus Angst von Angel abgewiesen zu werden Seit ihrem Abschied im Krankenhaus Hatte er nicht wieder mit ihr gesprochen Um nicht in Versuchung zu geraten Sofort zu ihr zu fliegen Ohne vorher seine Probleme mit Carol gelöst zu haben Stattdessen hatte er ihr nur eine kurze SMS geschickt Dass er aus dem Krankenhaus entlassen worden war Vermutlich hätte er es verdient Wenn Angel jetzt wütend auf ihn war Doch er hoffte trotzdem, dass sie ihm verzieh Seine Sehnsucht nach ihr war mit jedem Tag angewachsen Bis er es nicht mehr länger aushalten konnte Zehn furchtbare lange Wochen hatte es gedauert Bis er endlich das Gefühl gehabt hatte Portland verlassen zu können Ohne dass seine Ex-Frau ihm sofort wieder sein Besuchsrecht bei Emma streitig machen würde Warren schnitt eine Krimasse Zwar durfte er seine Tochter nun regelmäßig sehen Aber das hieß nicht Dass ihm Carol nicht bei jeder Begegnung seine vielen Verfehlungen vorwarf Wenn er jetzt nicht abgereist wäre Hätte er vermutlich etwas sehr Dummes getan Erschrockend zuckte er zusammen Als plötzlich lautes Bellen erklang Das vom Haus her kam Er hatte gar nicht den Hund bemerkt Der sich auf der obersten Stufe aufgebaut hatte Für einen Wachhund wirkte er sehr klein Aber zumindest war er laut Genug Bounty Was ist denn heute mit dir los? Die Haustür ging auf Und Angel trat heraus In der Hand hielt sie ein Handtuch Das unbeachtet zu Boden fiel Als sie ihn bemerkte Gierig nahm er ihren Anblick in sich auf Von ihren goldblonden Haaren Bis hin zu ihren nackten Füßen Das Ziehen in seiner Brust wurde stärker Und bewirkte Dass er sich endlich in Bewegung setzte Mit jedem Schritt klopfte sein Herz lauter Und er befürchtete schon Dass Angel es hören würde Wenn er endlich bei ihr angekommen war Schließlich blieb er vor der Veranda stehen Und blickte zu ihr hinauf Hallo Angel Innerlich schlug er sich vor die Stirn Verdammt Er hatte sich doch extra vorher zurechtgelegt Was er sagen wollte Stattdessen brachte er nur ein einfaches Hallo heraus Ihre Hände waren an den Seiten zu Fäusten geballt Ihr Gesicht blass Sie hatte eindeutig nicht erwartet Ihn wiederzusehen Und wirkte auch nicht unbedingt erfreut darüber Eher Vorsichtig Warren? Es klang beinahe wie eine Frage Bevor er etwas sagen konnte Tauchte Moonlight hinter Angels Beinen auf Und lief die Stufen hinunter Es tat ihm weh, ihr Humpeln zu sehen Das offensichtlich von der Wunde stammte Die sie sich bei dem Kampf gegen den Verbrecher Zugezogen hatte Warren hockte sich hin Und ließ die stürmische Begrüßung Übersicher gehen Lachend schob er ihre Schnauze weg Als sie ihm über das Gesicht lecken wollte Ist ja gut Ich freue mich auch dich zu sehen, Moonlight Kräftig rieb er über ihr kurzes silbergraues Fell Das veranlasste die Hündin zu einem Beinahe ekstatischen Gesichtsausdruck Der Warren erneut zum Lachen brachte Als er schließlich wieder aufsah Traf ihn Angels resignierter Blick Ein letztes Mal kraute er Moonlight noch hinter den Ohren Dann erhob er sich Und wischte sich die Hände an der Jeans ab Du musst Moonlights Überfall entschuldigen Seit ihrer Verletzung ist sie extrem liebesbedürftig Und vor allem hat sie zu viel Energie Weil ich keine langen Trails mehr mit ihr laufen kann Ihre Stimme klang neutral Aber in Angels ausdrucksvollen Augen konnte Warren sehen Wie sehr es sie schmerzte Das tut mir sehr leid Ihr wart ein tolles Team Ja Sehnsüchtig blickte sie an ihm vorbei Dann seufzte sie Aber es ist nicht zu ändern Wenn ich vor der Wahl stünde Würde ich alles wieder so machen Alles? Meinte sie damit auch ihre gemeinsame Nacht? Ein wenig Hoffnung keimte in ihm auf Dass sie vielleicht doch noch Gefühle für ihn hatte Ich bin jedenfalls sehr dankbar dafür Dass ihr mir geholfen habt, Emma zu finden Das haben wir gerne gemacht Nur kurz sah Angel ihm in die Augen Bevor sie den Blick wieder auf Moonlight senkte Eine kleine Handbewegung reichte, um die Hündin zurück an ihre Seite zu bringen Wie geht es, Emma? Den Umständen entsprechend sehr gut Warren schüttelte den Kopf Manchmal glaube ich Sie hat die Sache besser verkraftet als ich Auf jeden Fall sind meine Albträume wesentlich vielfältiger geworden Ich freue mich, dass es Emma gut geht Sie ist ein tapferes Mädchen Echte Zuneigung war in Angels Stimme zu hören Ja, das ist sie Warren räusperte sich Wie geht es dir, Angel? Unwillkürlich strich sie sich über die Schläfe Gut, ich hatte ja nur eine kleine Beule Warren trat näher Das meinte ich nicht Und das weißt du Der Verbrecher hatte dich in seiner Hand und Das reicht Ich habe manchmal Albträume, okay? Aber das ist wohl normal Und ich bin sicher, dass sie mit der Zeit weggehen Wütend funkelte sie ihn an Sein Herz zog sich zusammen Der Preis für ihre selbstlose Hilfe war viel zu hoch Hast du jemanden, mit dem du darüber reden kannst? Angel hob die Schultern, antwortete aber nicht Also nein Und er hatte sich hier mit allem allein gelassen Und sich nur um seine Angelegenheiten gekümmert Kein Wunder, dass sie ihn so misstrauisch ansah Ohne auf ihre deutliche Körpersprache zu achten Stieg er die drei Stufen hinauf Und hob seine Hand Angel zuckte zurück Doch davon ließ er sich nicht beirren Sanft strich er ihr die Haare aus dem Gesicht Und ließ seine Fingerspitzen über die kleine Narbe an ihrer Schläfe gleiten Ein Zittern lief durch Angels Körper Doch sie versuchte wenigstens nicht mehr, ihm zu entkommen Mit der anderen Hand hob er ihr Gesicht an Damit sie ihm in die Augen sehen musste Es tut mir so leid, Angel Was? Du hast die Wunde nicht verursacht Vielleicht nicht direkt Indirekt aber schon Ich hätte dich nie solch einer Gefahr aussetzen dürfen Angel schob das Kinn vor Es war meine eigene Entscheidung, dir zu helfen Und spätestens als wir die Leiche gefunden hatten Wusste ich, wie gefährlich es werden könnte Emmas Leben war es wert Und ich bereue nichts, Warren Sie holte Tiefluft Wenn du also nur deshalb hier bist Weiter kam Angel nicht Denn Warren hatte die letzte Entfernung zwischen ihnen überbrückt Und presste die Lippen auf ihre Der Druck war sanft, aber unerbittlich Angel versuchte gegen die Gefühle anzukämpfen Die sie dazu drängen wollten, alles zu vergessen Und sich einfach in Warrens Arme zu stürzen Alles in ihr sehnte sich danach Endlich wieder seinen Körper an ihrem zu fühlen Seine Kraft und Wärme Aber noch einmal konnte sie ihr Herz nicht riskieren Wenn sie nicht wusste, ob er nicht gleich wieder verschwinden würde Der Kuss veränderte sich Wurde verlangender Ohne bewusstes Zutun teilten sich Angels Lippen Und erlaubten Warren damit, den Kuss zu vertiefen Sofort nutzte er die Gelegenheit Und erkundete mit seiner Zunge ihren Mund Es fühlte sich seltsam vertraut Aber gleichzeitig auch neu an Oh Gott, sie war verloren Ihr Widerstand bröckelte Und brach schließlich zusammen Sie schloss die Augen Während sie sich ganz dem Kuss hingab Ihre Beine wurden weich Und sie schlang die Arme um seinen Hals Um nicht von der Veranda zu fallen Als Reaktion darauf legten sich Warrens Arme um ihre Taille Und er zog sie näher an sich Nur ihre Kleidung war jetzt noch zwischen ihnen Eine viel zu dünne Barriere Deutlich konnte sie seine Wärme spüren Und auch die Erektion, die sich immer größer an sie drängte Am liebsten hätte sie einfach alles andere vergessen Und ihn gebeten, sie ins Schlafzimmer zu tragen Doch sie wusste, dass sie das nicht konnte Dazu war sie zu verletzlich Wenn er sie dann noch einmal verließ Würde sie das zerstören Der Gedanke bewirkte Dass sie die Kraft fand, den Kuss zu beenden Warren reagierte sofort und ließ sie los Schwer atmend standen sie voreinander Und sie konnte an Warrens Gesicht ablesen Wie viel es ihn kostete, sich zu beherrschen Sein Hals war gerötet Seine Augen glitzerten Seine Lippen glänzten feucht Und lenkten ihren Blick darauf Ein Stöhnen schreckte sie schließlich auf Beantwortet das deine Frage? Seine Stimme klang rau Angel leckte sich über die Lippen Welche? Ob ich nur hier bin, um mich bei dir zu entschuldigen Oder zu bedanken Denn das bin ich ganz sicher nicht Mühsam gewann Angel die Beherrschung wieder Du willst auch noch ein wenig Sex, bevor du wieder fährst Warren zuckte zurück Als hätte sie ihn geschlagen Das glaubst du wirklich von mir? Frustriert strich sie sich mit der Hand durchs Haar Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich von dir glauben soll Denn ich kenne dich kaum Ganz sicher weiß ich nur, dass du deine Tochter über alles liebst Was ich sehr berührend finde Bei unserem Abschied im Krankenhaus dachte ich Dass du mich vielleicht auch ein wenig magst Aber als du dich dann bis auf die SMS nie gemeldet hast Und auch nicht aufgetaucht bist Sie hob die Schultern Was sollte ich deiner Meinung nach denken? Ein gequälter Ausdruck zog über sein Gesicht Müde rieb er mit der Hand darüber Bevor er sie wieder ansah Du hast völlig recht Es war falsch von mir, dich einfach so hängen zu lassen Angel schlang die Arme um ihren Oberkörper Warum hast du es dann getan? Ein Muskel zuckte in seiner Wange Ich durfte mich nicht von meinen Gefühlen für dich ablenken lassen Carol hat versucht, ein Gericht davon zu überzeugen Dass ich nicht fähig bin, mich um meine Tochter zu kümmern Und deshalb kein Besuchsrecht mehr bekommen soll Oder nur noch unter ihrer Aufsicht Mein Anwalt musste ziemliche Überzeugungsarbeit leisten Um ihre Anschuldigungen zu entkräften Sie hat mir vorgeworfen, wegen meiner PTSD Nicht in der Lage zu sein, auf Emma aufzupassen Oder dass ich sie während einem meiner Anfälle verletzen könnte Er lachte bitter auf Damit könnte sie sogar richtig liegen Aber soll ich deswegen wirklich das Recht verlieren, meine Tochter zu sehen? Nach zwei Monaten stand dann das Urteil Dass ich weiterhin Besuchsrecht habe Solange es keinen Vorfall gibt Ich kann Emma jetzt an jedem zweiten Wochenende zu mir holen Dafür habe ich meine Wohnung in Portland so eingerichtet Dass Emma ein eigenes Zimmer bekommt Das Band um Angels Brustkorb zog sich enger Wenn er in Portland blieb, bedeutete das für sie das Aus Und sie konnte nicht einmal dagegen kämpfen Denn sie wollte, dass Emma einen Vater hatte Der sich um sie kümmerte Und immer für sie da war Ich bin froh, dass du gewonnen hast Kam es ihr nur so vor, oder klang ihre Stimme hohl? Ich auch Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn das Gericht anders entschieden hätte Warren wirkte unglaublich erschöpft Du hättest weitergekämpft Wie konnte sie sich eigentlich für ihn freuen, während ihr gleichzeitig das Herz brach? Wie läuft es mit Emma? Habt ihr euch wieder aneinander gewöhnt? Ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht Dass ihr Tränen in die Augen trieb Emma ist toll Ihre Aussage war es, die das Gericht umgestimmt hat Sie hat ihnen klargemacht Dass ich ein Teil ihres Lebens sein soll Ich bin extrem dankbar Dass sie mir noch einmal die Chance gegeben hat Und ich werde alles tun Um es diesmal richtig zu machen Emma kann froh sein, dich als Vater zu haben Besonders als Ausgleich für diese Mutter Was hat deine Exfrau dazu gesagt? Das Lächeln verblasste Sie hat allerlei Drohungen ausgestoßen Und mir vorgeworfen, selbstsüchtig zu sein Sie hat angekündigt, sämtliche Rechtsmittel auszuschöpfen Um ihre Tochter aus meiner Reichweite zu entfernen Ihr Anwalt hat ihr dann glücklicherweise klargemacht Dass sie nichts tun kann Solange ich nicht meine Aufsichtspflicht verletze Oder Emma schlecht behandle Und das habe ich ganz sicher nicht vor Das ist gut Bitte grüße Emma, lieb von mir Mache ich Warren blickte sie ernst an Eigentlich hatte ich gehofft Dass ich sie irgendwann mal mitbringen darf Ich möchte nicht Dass sich die Angst vor der Natur in ihr festigt Angel biss sich auf die Lippe Natürlich kannst du sie gerne hierher bringen Moonlight wird sich freuen, sie zu sehen Ihr Trail hat ja nie ein befriedigendes Ende für sie gefunden Noch jetzt ertappte sie die Hündin hin und wieder dabei Wie sie suchend schnupperte Angel zwang sich zu einem Lächeln Und ich würde mich natürlich auch freuen Emma wiederzusehen Aber sie wusste nicht, ob sie es ertragen würde Warren vielleicht erst in ein paar Monaten Oder sogar Jahren wiederzusehen Und zu wissen, dass er für sie unerreichbar war Angel wollte sich abwenden Doch Warrens Finger schlossen sich um ihren Arm Angel Zögernd blickte sie ihn wieder an Was? Eigentlich hatte ich gehofft Dass du mir ein Zeichen gibst Ob du mich wiedersehen möchtest Verwirrt starrte sie ihn an Ich habe doch eben Ich rede von mir, nicht von Emma Vielleicht habe ich es ungeschickt ausgedrückt Aber eigentlich wollte ich dich bitten Es noch einmal mit mir zu versuchen Oh Hatte er das wirklich gesagt? Oder hatte sie es sich nur eingebildet Weil sie es so gerne hören wollte? Beinahe verzweifelt blickte er sie an Ist das alles, was dir dazu einfällt? Du lebst in Portland, Warren Und ich hier Ich kann nicht mit den Hunden dort hinziehen Und ich würde mich dort auch nicht wohlfühlen Ganz zu schweigen von deiner Ex-Frau Die mich offenbar hasst Warren zog sie an sich Ich habe dich auch gar nicht gebeten Nach Portland zu kommen Oh Langsam verstand sie gar nichts mehr Anscheinend war das auch ihrem Gesicht anzusehen Denn Warren schüttelte den Kopf Offensichtlich mache ich es bei jedem Versuch Nur noch schlimmer Die Wohnung in Portland behalte ich nur für die Zeit In denen Emma bei mir ist Also jedes zweite Wochenende Und wann immer Carol mir erlaubt Mich um sie zu kümmern Den Rest der Zeit würde ich gerne hier bei dir verbringen Zumindest wenn du das auch möchtest Er umschloss ihr Gesicht mit beiden Händen Und zwang sie so ihm direkt in die Augen zu blicken Um dir meine Absichten ganz klar zu machen Ich möchte bei dir sein Und nicht wegen Emma Oder aus Schuldgefühl oder Dankbarkeit Oder irgendeinem anderen Grund Den du dir vielleicht ausdenken kannst Sondern allein deinetwegen Weil ich mich auf irgendwelchen seltsamen Wegen Während der zwei Tage in dich verliebt habe Seine Daumen strichen über ihre Wangenknochen Als sie die Wärme in seinen hellbraunen Augen sah Stieg Hoffnung in ihr auf Aber du kennst mich gar nicht Irrtum Ich weiß genug von dir Um mich in dich zu verlieben Und den Rest hoffe ich Nach und nach herauszufinden Ein Hauch von Unsicherheit war auf seinem Gesicht zu erkennen Natürlich nur Wenn du das auch willst Ich weiß, dass ich kein großer Fang bin und Angel ließ sie nicht ausreden Sondern küsste ihn einfach Anschließend legte sie ihre Stirn an seine Vielleicht bist du nicht perfekt Aber ich mag dich genauso wie du bist Also ja Natürlich will ich dich Ihre Lippen strichen über seine Möchtest du reinkommen? Überrascht schrie sie auf Als Warren sie hochhob Und über seine Schulter warf Rasch überquerte er die Veranda Und stieß ihre Haustür auf Aber unbedingt Stimmt Stimmt Stimmt